Der Vater und seine Rüste, immer geheiligt werde, dein Name, dein Reich, Gott, und dein Williges Schirr, wie ihm hängen wir uns so oft, Herr, gib uns jetzt ein typisches Brot, wir gib uns unsere Schuld, ja, wir vergeben unsere Schuld, für uns nicht ein Versuch, uns zu gelöser, uns von der Böse, das war schon die Kraft und die Herrlichkeit, in Ewigkeit, Amen. Gott segne euch, ihr Wundervollen, ihr Gesegnet, des Allerhöchsten. Dr. Scheherabame ist wieder in seinem Hetzmobil unterwegs, da muss wieder ordentlich Hetzologie betrieben werden. Danke dir, danke, Engelsaugen, danke. Ah, mir Gottes Segen, auch dir Gottes Segen, mein Lieber. Möge der Jesus Christus euch segnen, behüten und beschützen. Direkt wieder anfragen, danke dir für das Herz. Ich hoffe, ihr habt den Herrn Jesus Christus angebetet, gepriesen, geehrt, so wie er das selber in der Bibel sagt. Wer mich ehrt, der ehrt auch meinen Vater. Wer mich nicht ehrt, der ehrt auch den Vater nicht. Daher muss man den Herrn Jesus Christus loben, ehren, preisen und ihm von morgens bis abends die Danksagung bringen. Danke, Herr, dass du gekommen bist, um uns zu retten vor diesem Wahnsinn, der auf uns zukommt. Danke, Herr, dass du derjenige bist, der gerecht ist, der für die Ungerechten kam, der für die kam, die Vergebung ihrer Schuld benötigen, Herr. Danke, danke, mein Herr, oh mein Gott. Das müsst ihr den ganzen Tag sagen, Danksagung. Danksagung bringen für den Herrn. Ja, so ist das. Und so wie der Vater den Sohn verherrlichte in seiner göttlichen Form, so werden auch seine Geschöpfe den Sohn ehren und verherrlichen. Vater, verherrlichst du mich mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Danke, Herr Jesus, dass du uns diesen Satz noch hinterlassen hast, dass wir wissen, dass wir dich preisen, loben und ehren und anbeten, Herr Jesus, so wie der Vater dich angebetet hat, Herr. Wie der Vater dich verherrlicht hat, so verherrlichen wir dich. Werde in den Sinn, warte ich. Ah, hier hat sich jemand wieder ein Stumpfschaltpaket gegönnt. Guck mal, Stumpfschaltpaket für dich, Harjub. Guck mal, 3, 2, 1, Stumpfschaltpaket, go! Guck mal, tschau! Heks, machst du noch viel ab? Nicht viel. Gott segne dich und deine Familie. Dankeschön, Urs. Wann kommt das Comeback von dir und ABK? Ich merke schon, Kinder. Kinder brauchen wir nicht. Dieses Kindergarten-Zeugs. Hallo. Hi. Wie geht's? Gott segne dich und deine Familie. Gott segne dich auch. Danke. Mein lieber Bruder im Islam. Schief, danke dir. Spaß. Wie geht's? Ja, mir geht's ganz gut. Dem Herrn Jesus Christus sei Lob und Dank. Hamdul Jesus. Ja. Sehr gut. Wohin gehst du hin? Von dir? Hä? Wohin gehst du gerade hin? Ich fange gerade zum siebten Himmel auf zu Allah und frage ihn, warum er die ganzen Christen getäuscht hat und jemanden Ähnliches als Jesus ans Kreuz geschlagen hat. Ey, bei allem Respekt. Ich bin nicht mit dir normal zu reden. Man darf sich nicht lustig über andere Religionen machen. Okay, wenn du hier bist mit mir normal zu reden, warum fängst du dann mit deinem ersten Satz an Hallo, mein Bruder im Islam und so. Ist das also normales Reden oder was? Oder sagst du, Gott segne dich auch, so wie ich dich gesegnet habe. Ja, stimmt. Stimmt. Da hast du recht. Jetzt aber einmal stimmt. Siehst du? Ja, da hast du recht. Auf jeden Fall, ja. Machst du dir keine Gedanken um deine Ewigkeit? Danke dir. Ja, sonst, was machst du so? Ich habe dir gerade eine Frage gestellt. Nicht zu Hause faul rumliegen und die Decke anstarren oder hier auf TikTok so 8 Millionen Videos dir angucken. Guten Morgen, ich habe sie morgen gegeben. Ja, ich merke schon, da ist Durchzug bei dem. Er möchte nicht. Das war schon wieder viel zu viel. Ich gehe kaputt. Danke für die Rosen. Jamin, danke dir. Ja, ihr Lieben, das ist das. Wenn wir darüber nachdenken, wie Allah eigentlich diese ganze Christenheit getäuscht hat und hat einfach warten lassen bis 600 Jahre, bis er irgendeinen Propheten erweckt hat, der dann auf einmal kommt und sagt, Jesus wurde gar nicht gekreuzigt. Es erschien ihn nur viel mehr so. Jemand anderes wurde anstatt Jesus gekreuzigt. Und die Geschichte dahinter ist, dass Jesus sich wie ein Feigling hinter einem Baum versteckt hat und sich die ganze Kreuzigungsszene angeguckt hat und da bei einem lächeln war. Haha, guck mal, da stimmt jemand für mich. Und er haut ab, der Jesus. Danke, Tina, danke. Ist das zu fassen, ihr Lieben? Die Geschichte der Kreuzigung im Koran ist mit das Verstörendste, was es gibt. Und ehrlich, Gott ist ein Hardcore-Betrüger, der das gesamte Christentum betrügt. An der Kreuzigung die Mutter Jesu, die Jünger, die Juden, die Römer, alle täuscht und jemanden transformiert, der so ähnlich aussieht wie Jesus und dann auf einmal das ganze Christentum entstehen lässt und dann 600 Jahre später irgendein Beduine, der in der Höhle gewürgt wird von irgendeiner Gestalt, dann sagt, ne, Jesus wurde gar nicht gekreuzigt. Es erschien ihn nur vielmehr so. Hat er das unter schwarzer Magie gesagt? Als Mohammed den Vers, Hure 4,157, rezitierte, war das von Satan oder war das normal, in seinem normalen Zustand? Oder hat er das unter schwarzer Magie gesagt? Danke, Jesus is the way. Das muss ja gestellt werden, weil ihr kennt ja den Hadith, wo er sagt, schwarze Magie kam auf den Propheten, so dass er sich vorgestellt hat, Dinge zu sagen oder Dinge zu machen, die er in Wahrheit niemals getan hat. Wir können ihn gar nicht ernst nehmen. Danke, Jesse. Jesus hasst dich. Nein, ich glaube nicht. Der Herr Jesus Christus ist mit mir und er liebt mich über alles, weil sein kleiner Knecht eine kleine Kraft bekommen hat, Offenbarung 3,8, und er hat mir eine kleine Tür geöffnet, die sich niemand von euch schließen kann. Niemand von euch kann sich schließen. Allein mein YouTube-Account hätte schon 80 Millionen mal geschlossen werden müssen. Da habt ihr das auch nicht geschafft. Ha! Daran sehen wir die ganzen islamkritischen Beiträge und so alle irgendwie weg und so. Aber mein Kanal besteht immer noch. Und wie ich das auch noch so komplett rausgehauen habe. Hammer. Daran sehen wir, dass der Herr ein Anliegen hat. Fühlst du dich wie ein Prophet? Auf keinen Fall. Nein. Ich fühle mich wie jemand, der von Gott benutzt wird, für sein himmlisches Reich Menschen zu ihm zu führen. Amen. Herr, ich stelle meine Leiber zur Verfügung her. Ja, das ist der wohlgefällige Gottesdienst, den wir machen sollen. Unsere Leiber als Schlachtopfer zu geben. So heißt es ja in der Bibel. Mossad ist guter Rücken, natürlich. Die Mossad-Agenten sind heftig. Die Mossad-Agenten sind sehr, sehr gut dabei. Danke, bitte. Roses, Roses. Da mache ich lieber das, bevor so einige Kinder dann hier mit mir über gewisse Themen reden. Ja. Wie kann man da überhaupt seine Seele jemandem anvertrauen, der unter schwarzer Magie stand und sich Dinge vorstellte, die überhaupt niemals passiert sind? Und das Schlimmste ist, der Hadith ist ja da, wo er auf einmal irgendwie seine Frauen am Beglücken ist, obwohl er das gar nicht macht. Er stellt sich also vor, mit seinen Frauen zu schlafen, obwohl er das Wahrheit niemals getan hat. Und diese Sahaba und sowas, die gucken sich den an, schreiben das Ganze auf. Mohammed hat sich gerade in der Luft vorgestellt, SEX zu haben, aber in Wahrheit hat er das nie getan. Das ist so krank, ne? Stell dir mal vor, es gäbe so eine Überlieferung über den Herrn, die so als authentisch befunden wird. Wer würde von uns den Herrn Jesus Christus folgen? Auf keinen Fall. Ich würde sagen, dem kann man ja gar nicht vertrauen. Wie der Stand unter schwarzer Magie. Ja, danke noch. Oh nein. Zu klein. Ich glaube, es gibt nichts, ja. Das ist traurig, dass du sowas glaubst, aber es gibt etwas. Nelly, danke dir. Ja, wer könnte da irgendjemandem vertrauen, der in Illusionen gelebt hat? Kein normaler Mensch mit klarem Verstand würde jemandem folgen, der unter schwarzer Magie stand und sich Dinge vorgestellt hat. Ja, deswegen habe ich ja gesagt, wer von uns Christen würde dem Herrn Jesus Christus folgen, wenn er unter schwarzer Magie stand? Das ist doch Quatsch. Kein Mensch würde sowas machen. Warum machen die Muslime aber das bei Mohammed? Wisst ihr wieso? Weil sie das komplett ausblenden. Ja, er ist auch nur ein Mensch, aber der ist doch derjenige, der dich ins Himmelreich führt. Und wenn Gott nicht in der Lage war, auf seinen Propheten aufzufassen, dann hast du ein riesen Problem. Du gekaufte Marionette, das kann doch nicht wahr sein. Guckt euch den bitte an, was der hier redet. Du gekaufte Marionette. Wenn ich Dinge ausmache, wenn ich Dinge aus dem Koran, aus Hadith und Zunna zitiere, sagt er mir gekaufte Marionette. Das kann sich keiner mehr vorstellen, was hier los ist, Leute. Traurig. Ja, der Allah sagt auch in Zuche 15, Vers 39 bis 44, dass der Satan nur über diejenigen Macht hat, die abgeirrt sind und dem Satan folgen. Also die Nutzlosen, die völlig Bekloppten. Und dann sehen wir auf einmal, dass der Satan Macht hatte über Mohammed, in Zuche 22, Vers 52, dass Satane ihm nur Gutes predigen, dass er verhext wurde von einem Juden und der schwarze Magie stand. Alles Erdenkliche ist dem Mann passiert. Und ihr folgt ihm auch noch. Das ist krank. Amir ist hellwach und topfit. Natürlich. Einer von uns muss ja hellwach und topfit sein, damit die Muslime aufwachen. Die Muslime haben eine Schlaftablette bekommen. So eine Koma-Tablette. Alles wird ausgeblendet. Alles Kritische wird ausgeblendet. So kann es ja nicht vorgehen. Oder das Kritische wird einfach nur relativiert und versucht, irgendwie schönzureden oder eine Ausrede zu finden für diese Tragödie. Versteht ihr? Ja, kann einer von euch Christen, meine lieben Geschwister in Christus, kann einer von euch Jesus folgen, der nicht Herr seiner Sinne war oder der Satan Macht über ihn hatte, dass er ihn irgendwelche Verse zitieren ließ oder sonstiges. Wir wissen ja, dass der Satan versucht hat, den Herrn Jesus Christus zu versuchen. Was ist passiert? Der Satan hat keine Chance über den Herrn Jesus Christus. Und selbst im Koran und in der Sunda finden wir das auch, dass Satan nicht die Macht über Jesus hat. Also wem wollen wir denn folgen? Wem wollen wir folgen? Wem? Der Satan ist der Endgegner. Ja, der Satan ist der Endgegner. Aber es gibt da jemanden, der den Satan ganz, ganz schnell zerbombt. Ex-Muslim, ich bin keine Mutter. Hey, ich bin ein bisschen lustig jetzt, ne? Da bist du lustig, ne, mit dem Filmversteller und so. Das ist das die Art und Weise. Ja, guck mal, Gott segne dich und deine Familie. Merk dir das? Merk dir das? Das, was du gerade gesagt hast, das wird Gott dir eines Tages sagen und dann wirst du in die Hölle fahren. Seht ihr? Alle sind so. Alle. Kinder. Ja genau, Marjena. Genau, arme Kinder. Kinder sind schon so. Sie verstehen ja gar nicht, was sie da sagen. Es ist denen völlig egal. Und machen das deutsche Kinder? Machen das deutsche Kinder? Na, absolut nicht. Seht ihr, was der Islam, die Muslime, muslimische Kinder drauf haben? Mit welchem Geist sie befangen sind? Also welcher Geist sie empfangen haben? Welchen Geist sie empfangen haben? Dämonische Religion und Kultur, ja. Das ist traurig, traurig. Und das Ansehen der muslimischen Jugendlichen ist so dermaßen ruiniert hier in Deutschland. Das ist so unglaublich. So unglaublich. Und wir alle kriegen das ja ab. Alle, die so aussehen wie ich. Die Leute gucken uns an mit Blicken und denken, also Generalverdacht, natürlich, klar. Nehme ich denen auch ja gar nicht übel. Nehme ich denen ja auch gar nicht übel. Warum denn auch? Bei jedem Zweiten, der so fast aussieht wie ich, die sowas machen? Ich wünsche mir von ganzem Herzen natürlich, dass diese Leute über ihre Ewigkeit nachdenken und sich eingestehen, dass sie sowas, dass sie umkehren müssen und dass sie, ja, dafür Reue zeigen, Gruße tun. Schönen guten Morgen. Ja. Jeder von uns macht mal ein bisschen sein Leben. Das ist gar keine Faktor, der hat mal ein bisschen sein Leben gebaut. Ich gewinne genauso. Aber irgendwann muss man ja aus diesem Wahnsinn ja ein Resümee ziehen und zu sagen, bis hierhin noch nicht weiter. Eine muss ein Leben stattfinden. Lass das auf der Erde so ausgerechnet jetzt nein leider nicht nicht Vielen Dank. Ich bin der erste. Yes. Gott segne euch, ihr Wundervollen. Da bin ich wieder. Ja, mein Internet hat ab und zu mal hier in diesen Gegenden Schwachheit. So wie Allah. Er hat auch immer Schwachheit. Danke dir, Maria. Bei mir ist Schwarzbild. Na, mir rette dich. Lass dir helfen. Ich glaube, du musst dir helfen lassen. Du musst dir wahrhaftig helfen lassen. Wer an sowas glaubt, was ich euch alles präsentiert habe, der braucht wirklich Hilfe. Danke. Ja, der Stream wurde gerade eben beendet, weil ich zu lange offline war. Irgendwann mal nach drei, vier Minuten oder fünf Minuten wird der Stream dann automatisch beendet. Im Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott und das Wort war, wurde vielleicht, ja, sehr gut. Da kann man direkt fixieren. Sehr gut gesagt. Als Jesus lebte, hatte er eine Eredition, als man antwortet, ist das ein Widerlinge. Du weißt schon, dass der Herr Jesus Christus perfekt ist, ne, sündlos, heilig. Der mit sowas nichts zu tun hat, der weder Sünde kannte, noch irgendwas anderes. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen, Gott segne dich und deine Familie. Dankeschön, ebenso. Alles klar? Ja, bei mir ist alles klar. Handel Jesus, danke für die Runde. Und bei dir? Auch, ja. Warum liegt es im Bett? Warum liegt es im Bett? Hast du nichts zu tun, oder was? Ich habe heute mal ausnahmsweise frei, ja. Danke für das Herz. Ich habe ausnahmsweise heute frei. Okay, ich merke schon. Ja, ja, Match, komm. Bitte. Direkt zwei Sekunden später Match-Anfrage. Die wollen alle Menschen... Die wollen Geld verdienen. Danke dir, für die Rüffel, für das Herz. Die wollen Kohle machen, die kleinen Lüffels. Die liegen in deinem Bett und dann denken die sich, ja, komm, lass mal einen schönen Mädchen ein bisschen Kohle machen. Danke, danke. Das ist so grausam, ja. Damien, was geht? Ja, nicht viel. Danke, Daniel. Der Herr Jesus Christus ist der Wundervollste, der Heiligste, der Gerechteste. Wie willst du ihm denn sowas denn auch nur annähernd in deinem Verstand zulassen, sowas? Wie? Nein, ihr müsst in die Schule. Wie kann man dem Herrn Jesus Christus auch nur eine Sünde nachweisen? Wie? Im Koran, Surah 19, Vers 19, ich werde dir einen reinen, einen lauteren Sohn schenken. Sündlos, der keine Sünde kannte. Der, der keine Sünde kannte, wurde für unsere Sünde gemacht. Der kannte keine Sünde. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Für uns Menschen ist das unvorstellbar. Wir sündigen ja am Tag eine Million Mal. Danke, meine Finde. Aber der Herr Jesus Christus hat nie gesündigt. Hetze. Oh mein Gott. Selbst wenn ich jetzt über Jesus Christus spreche, ist auch Hetze. Das ist so krank, ey. Selbst wenn ich Jesus und Bibel sind, die alles Hetze. Hetze, Hetze, Hetze. Hetze, Hetze, Hetze. Im Hetzmobil ist Hetze. Im Hetzmobil gibt es gute Hetze. Gott segne dich und deine Familie. Oder dich auch doppelt zurück, Digga, du Chiller. Ja, warte mal. Du willst Mädchen hier. Guck mal, das ist mein Mädchen. Unglaublich, ey. Ja, segne dich, Bruder. Ich auch, euch auch, ihr Lieben. Danke dir für die Wursten. Möge der Herr Jesus Christus euch segnen. Gott sei Dank habt ihr keine Entscheidung für den Islam betroffen. Mein Lieber, falls du dich im Islam befindest, danke dir, Jan. Falls du dich im Islam befindest, triff eine Entscheidung raus aus dem Islam und komme zum Herrn Jesus Christus, der dich liebt und sein Leben gegeben hat. Allah kann dich nicht retten. Allah ist nur ein fliegendes Schienbein, das weder recht leiten kann, noch in die Irre führt. Allah ist einfach ein Götze aus Saudi-Arabien, Mann. So wie Muslime das heute zugeben, ja. Er war der höchste Götze aus den 360 Götzen der Kaaba. 359 davon hat Mohammed zerschlagen und ließ den Hauptgott Allah übrig. Vor islamische Gottheiten. Al-La. Al ist der Artikel. La ist der Mondgott in der damaligen arabischen Halbinsel. Amir, kannst du Al-Bohradi 1285 lesen? Was steht denn da? Kannst du das kopieren und dir rein einfügen? 1, 2, 8, 5. 1, 2, 8, 5. 1, 2, 9, 5. 2, 1, 2, 1, 2, 2, 3. 3, 4, 5. Among you who did not have sexual relations with his wife last night, Abutallah replied in the affirmative, and so the Prophet told him to get down in the grave, and so he get down in her grave. Absolute Krankheit. Mohammed sagt in diesem Hadith, dass man runtersteigen sollte zu einer Frau, die schon längst tot ist im Grab und sich auch noch besteigen soll. An Tom, danke dir. Absolute Geisteskrankheit. Und wisst ihr, was das Schlimmste ist, Leute? Der Mohammed hat seine eigene Tante hier mit ihr geschlafen. Sie hat sich ihm angeboten. Chaula bin Tuhakim. Merkt euch den Namen. Chaula bin Tuhakim. Googelt den Namen. Aisha war eifersüchtig auf die Frauen und ganz besonders auf Chaula bin Tuhakim. Und Chaula bin Tuhakim ist die Tante von Mohammed. Chaula... Danke dir, mein Lieber. Chaula bin Tuhakim. Hier, ihr Lieben, ich schreibe das gerade in den Kommentaren. Bruder Luca, danke dir. Chaula bin Tuhakim. Hier, Kommentar fixiert. Mer... Ah, schade, geht nicht. Der Rob Christian hat dazu ein Video gemacht. Warte, ich gucke da mal, dass wir das finden. Warte. Rob Christian. Ja, das ist so tiefste Studie in den islamischen Schriften. Mohammed schnift einfach mit seiner Tante. Das ist so krank. Das ist so krank. Danke, Maika. So... I swear to God, his mouth when I just... No, he's not. See, I'll see you. I'll see you. I'll see you. You never seen me a video ever again in his life. Did this hypocrite wannabe Muslim Ali Da'wah just attacked his own Prophet? What he does not know is that his own Prophet committed incest with his own aunt, the sister of his mother Amina, whose name was Hawla bin Tuhakim. Die Schwester von seiner Mutter, Amina. Now, if the Muslimin would have read their Islamic sources carefully, they would have found evidence in Musnad Ahmad hadith number 27,313 we read 27,314 hadith 23,2,1 nochmal Musnad Ahmad they would have found evidence in Musnad Ahmad hadith number 27,313 we read 27,313 nochmal his own aunt the sister of his mother Amina whose name was Khawla bin Hakim now if the muslimin would have read their islamic sources carefully they would have found evidence in Musnad Ahmad hadith number 27,313 we read 313, okay in Musnad Ahmad hadith 27,313 27,313 Musnad Ahmad hadith 27,313 merken ihr Lieben Khawla bin Hakim is the aunt of Muhammad Khawla bin Hakim is the aunt of Muhammad if we go to Sahih al-Bukhari 51,13 we read that the same Khawla bin Hakim was one of the ladies who gave herself to Muhammad to sleep with her aha und das ganze befindet sich in Sahih al-Bukhari 51,13 da kommt diese Khawla bin Hakim die Tante von Muhammad und bietet sich ihm für SEX an abgefahrener Quatsch man unglaublich ihr Lieben dieser Khawla bin Hakim kommt zu Muhammad und bietet sich für SEX an danke dir sagst du fassen Sahih al-Bukhari 51,13 even Aisha shocked and said doesn't such a lady feel ashamed for presenting yourself to Muhammad und Aisha sagte schäbt diese Frau sich nicht dir anzubieten Wahnsinn ne schäbt diese Frau Khawla deine Tante sich die nicht anzubieten für SEX nur die Hölle wartet auf euch nur die Hölle so wahr ich hier sitze der Islam geht ihr mit dem Islam in den Tod werdet ihr für alle Ewigkeit in der Hölle brennen so das wird so sein mit Stempel kriegt ihr da drauf so 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 das Daniel du und du sie und sie Offenbarung von Mohammed. Man merkt richtig, dass der Gott benutzt, um an Dinge ranzukommen. Und genau das gleiche bestätigte uns auch Aisha, als sie sagte, ich sehe, dass dein Herr sich beeint, deine Wünsche zu erfüllen. Er hat also Allah erfunden, um an alles ranzukommen, was er möchte. Ich hoffe bei Gott, dass so viele Menschen noch wie möglich aufwachen. Aber durch die ganzen Videos bei YouTube sind so zigtausende aufgewacht. Ey, das glaubt ihr gar nicht. Gott sei Dank. Ekelhaft. Grüß dich. Hast du gerade gesagt, der Ekelhafte? Nein, nein. Davor hatte ich so einen ekelhaften Mensch gehabt und er war ehrlich ekelhaft. Ist der Muslima? Hamdi lillah. Warum? Was hältst du davon, dass dein Prophet gesagt hat, eine Frau, die ihr Gesicht zeigt, ist eine H-U-R-E. Was, was? Der Mohammed hat gesagt, in einem authentischen Bericht, dass eine Frau, die ihr Gesicht zeigt, eine H-U-R-E ist. Und wo steht das? In den Hadith. Und hast du diese Hadith mal gelesen? Ja, habe ich gelesen. Selbst trägst du Parfüm? Äh. Du trägst kein Parfüm, ne? Äh. Und äh... Eine Frage, eine Frage an dich jetzt. Ja. Machst du auch jetzt gerade nicht Haram, was du jetzt gerade hier drin bist? Nein, das ist kein Haram. Ich erkläre auf und das ist kein Haram. Ah, du klärst mich auch, weil ich mein Gesicht jetzt hier zeige, mache ich Haram? Nein, nein. Mohammed hat gesagt, wenn du dein Gesicht zeigst, wirst du das Paradies niemals riechen. Das ist so Frauen, die arrogant daherkommen und so ihre Aura und alles präsentieren. Sie werden niemals das Himmelreich erben. Und ihr wird, äh... Weil ihr Männer seid... So heißt er ja in seinem Profil. Was? Er heißt du gegen Muslim was... Äh... Ich stehe mit Muslim und möchte sie... Möchte sie warnen, dass sie keine Entscheidungen weiterhin für den Islam treffen und rauskommen aus dem Islam und zu Jesus Christus kommen. Den Wahrhaftigen, den Gerechten. Geh mal weg, Alter. Alter, genau dieser Zustand. Habt ihr gesehen? Geh mal weg, Alter. Das ist Gehirn von Muslimas. Habt ihr gesehen? Geh mal weg, Alter. Genau da bist du richtig aufgehoben. Genau. Euro-Shisha-Ism. Euro-Shisha-Tik-Tok-Islam. Genau da bist du richtig aufgehoben. Geh mal weg, Alter. Habt ihr gesehen? Habt ihr gesehen? Dieses Gehirn... Dieses Gehirn war... Geh mal weg, Alter. Das ist Gehirn von der heutigen Generation. Ey, geh mal weg, Alter. Frauen reden auf einmal wie Haftbefehl und die Männer werden auf einmal wie kleine Mädchen reden. so ganz wie so Mädchen und Frauen und so. Genau umgekehrt. Ja, damit ihr mal Bescheid wisst, ihr Muslimas, die hiermit zuhören. Habt ihr euch niemals gefragt, dass eine Niqab-Frau doch nicht umsonst den Niqab trägt? Sie weiß ganz genau, dass es Überlieferungen gibt über ihren Propheten. Der eindeutig sagt, eine Frau, die Tabalutsch begeht, das heißt, ihr Gesicht und ihre Körpermerkmale zeigt, sie niemals den Duft des Paradieses riechen wird, der eine Entfernung von 500 Jahren ist. Ja, danke dir. Deswegen sage ich dir an dieser Stelle, falls du eine Frau bist und in Islam drin bist, komm raus aus dieser Sekte, das ist nichts für dich. Sobald der Islam Überhand gewinnt, wird die Frau leiden und den Islam zu spüren bekommen. Mohammed hat doch selber Frauen gehasst. Warum sage ich das? Weil er sie als Dummköpfe bezeichnet. Sie haben Mangel an Intelligenz. Deficiency in her mind, sagt er hier in den Hadisen. Sie haben Mangel an Religion und andere Intelligenz. Wie kann man als Frau jemanden folgen, der mich auch noch beleidigt? Würden die Muslimas mich mögen, wenn ich sie sage, ihr seid so Halbhirne, Idioten? Keiner würde sagen, ey, seid ihr bekloppt, guck mal, wie ihr uns Frauen beleidigt. Aber wenn Mohammed das macht, ist er der Beste der Welt. correr, wenn ich sie stärker bin. Das war übrigens auch. Vielen Dank. 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 Danke. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke. Danke dir. Danke. Vielen Dank. 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 Danke. Vielen Dank. 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 Theo Weigel. 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 ganzen Aussagen Mohammeds gegenüber Frauen, dass eine Frau, die bei klarem Verstand ist, immer noch im Islam drin bleibt. Das geht gar nicht. Das ist unmöglich. Es sei denn, sie glaubt es nicht und blendet alles Kritische aus. Danke dir, Allerf. Merkt ihr, es gibt nur diese zwei Optionen. Entweder dieses Ausblenden oder glauben, dass es eine Lüge wäre. Weil, wenn ich eine Frau wäre, würde ich auf der Stelle den Islam verlassen und sagen, mit sowas will ich nichts zu tun haben. Was ist das denn? Mohammed sieht mich als Hund. Ich muss vor meinem Mann niederknien. Ich muss ihm immer SEX quasi geben, wann er möchte. Ich meine, das ist noch, das ist noch das harmlose, aber auch ihm irgendwie den Eiter aus der Nase rauszuschlecken oder was. Damit ist es noch immer noch nicht geschehen. sind halt hohl. Das würde ich nicht sagen. Die sind nicht hohl. Die sind einfach ignorant und wollen den Islam nicht verlassen. Oder die glauben nicht, dass sich sowas da drin befindet. Weil sie die ganze Zeit nicht mit solchen Sachen konfrontiert wurden. Und sich dann denken, das Hirn denkt sich dann, das ist alles Lüge oder das Erfunden, das kann doch nicht wahr sein. Das ist falscher Stolz, ja. Eigentlich, ja, kann auch durch sein. Die ist da. Haben wir Meinung zum Auswandern? Ja, wohin willst du denn hin? Wo? Die neue Weltordnung wird ja ein weltweites Problem sein. Egal, wo du hin willst. Wenn also das Zahlungsmittel verschwindet und du überall nur noch mit so irgendwelchen, mit dem Chip unter der Haut bezahlen musst, dann ist es egal, wo du hin auswanderst. Die werden es weltweit einführen. Deswegen heißt es auch die neue Weltordnung, weil alle Länder mitziehen. Es gibt kein Land, das nicht mitzieht. Und die Länder, die nicht mitziehen wollen, werden sozusagen ausgeschlossen. Und werden dann bestimmt irgendwelche Gründe gesucht, damit sie angegriffen werden, weil ihr wisst ja, Amerika sind ja die besten in irgendwelche Dinge zu erfinden, um in euer Land einzumarschieren. Bestes Beispiel Afghanistan und Irak. Richtig? Massenvernichtungswaffen. Ihr kennt das ja alles. Sie brauchen nur eine Sache. Medien haben sie sowieso hinter sich. Meint ihr, irgendeine von den Medien würde Amerika in den, in den, so als, als schlechtes Land darstellen? Niemals. Die werden Amerika helfen dabei, das Ganze recht zu fertigen. Ja, wir müssen da einmarschieren. Da sind Terroristen und Wasservernichtungswaffen. Wo, wo waren Massenvernichtungswaffen? Wo denn? Es geht um Geld, um Öl, geopolitische Strategien, mehr ist das gar nicht. Und Amerika hat das Sagen, weil Amerika eine Weltmacht ist. Alles wird ja in Dollar abgewickelt. Alles. Das ganze Zahlungssystem ist in ihren Händen. Die haben die ganze Welt in der Hand. Das ist eine Weltmacht. Absolute Weltmacht. Und das, was Amerika sagt, wird weltweit durchgesetzt von den ganzen westlichen Ländern, weil die haben ja auch die besten Ingenieure, alles. Alles. Die ganzen heftigsten, intelligentsten Menschen der Welt leben ja alle hier in dem Westen. Richtig? Die, die, die ganzen Dinge erfinden und also sehr erfinderischen Geist haben. Die ganzen Erfinder und Startup-Firmen und alles mögliche. Ihr kommt da nicht weg. Egal, wo ihr auswandert, nach Südafrika oder nach, okay, da musst du, wie heißt das, Leben autark. Du musst dich also unabhängig machen, dann musst du wieder in die Steinzeit zurück, verstehst du? Und selber anbauen, so wie in, in den damaligen Zeiten. Von diesem System nicht abhängig sein, aber guck mal, wie das System uns abhängig gemacht hat von ihm. Dass wir nur noch in der Lage sind, Geld von der Bank zu nehmen, wie so Roboter und dann ab zum Lidl-Aldi und was weiß ich zu laufen, um dort einzukaufen und das war's. Meinst du, einer kennt sich noch aus, wie er irgendwie selber sein Gemüse macht und so, also die wenigsten. Das ist das Problem, das ist das. Ich komme sofort wieder hier, wundervoll. Deswegen solltest du dir Gedanken machen um deine Ewigkeit. Die Entrückung ist das nächste große Ereignis. Deswegen haben die schon angefangen mit dieser Alien-Invasion. 100 Millionen prozentig. 12 Jaunsworbijer 2 Jaunsworbijer 13 Jaunsworbijer Wenn ihr 12 Jaun veggie 20 Jaunyah 21 Jaunsworbijer Untertitelung des ZDF, 2020 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 Soll ich doch dieses Cut-Night-Joe dabei singen? When I went the Cut-Night-Joe Immer wenn der Hut kommt NPC-Shift Und dann so schwingen When I went the Cut-Night-Joe Ja, beklavt, ehrlich, ey Was die da alles erfinden, wenn die irgendwelche Sag mal schnell, diese komischen Geschenke da bekommen, ey Danke dir, Daniel Abgefahren, abgefahren, ey Komm, Leute, wir müssen Tipico spielen, ihr Wundervollen Aber du bist der Beste Nein, Jesus Christus ist der Beste Er verändert die Herzen Er gibt dir einen neuen Leib Und dann kannst du wahrhaftig sagen Danke, Herr When I went the Cut-Night-Joe Dann wirst du wahrhaftig sagen, dass der Herr Jesus Christus aus dir eine neue Kreatur gemacht hat Und alles andere ist vergangen und das Neue ist geboren Und du brauchst nicht deinen Namen zu verändern, wie wir es im Islam kennen oder anderen irgendwelchen Ideologien Nein, du bekommst ein neues Herz und keinen neuen Namen So einfach ist das Vorfahrt gewähren konzentriert, ich mach dir keine Sorgen, ich bin so multitaskingfähig, das glaubst du gar nicht Ich lass immer 200 Meter Abstand, damit ich immer schön genug Zeit habe, mal kurz drauf zu gucken und wieder nach vorne, ne? So macht der Dr. Scheer das So macht der Dr. Scheer das, ne? Ja, das ist eigentlich Quatsch Jetzt hab ich das total drin, ey, Mann Danke dir für den Cowboy Jetzt hört der gar nicht mehr auf Maler Jackson Das ist aber heftig, hab ich gut erfunden, ne? When I went the Cut-Night-Joe Captain Joe Captain Jack Sparrow Den PCA-Abbruder, genau Ja, und dann haben wir noch den, wie heißt der, der Führer der World Economic Forum, der Klaus Schwab, der die ganzen anderen, danke dir Young Global Leader in der Hand hat, die ganzen Präsidenten, die ganzen Minister und alle, alle bei ihm unter, unter seine Hände sind Es ist aussichtslos Es ist aussichtslos, wir müssen nur eine Entscheidung für Jesus Christus treffen, danke dir, danke Baerbock Baerbock ist wie EF, natürlich, was denkst du, ey? Die gehörst mit zu den Young Global Leader Danke, Mann Danke, Mann Amen, Bruder Wie geht's dir? Wundervoll Dem Herrn Jesus Christus sei Lob und Dank Der die Herzen verändert und nicht Namen Bei Allahs Religion könnt ihr einen anderen Namen nehmen und immer noch so sein wie vorher Dankeschön, alle, dankeschön Ja Es wird also keine Veränderung in deinem Geiste geschehen, sondern einfach nur der Name wird sich verändern, der Geist bleibt derselbe Aber es kann sein, dass du auch noch brutaler wirst von Sachen Gewalttätiger, ja Danke, Dani Danke dir Danke, Patriot Gott segne jeden Einzelnen hier drin Möge der Herr Jesus Christus euch segnen, büten und beschützen Ja, weil er Allah selber in seiner Schrift nicht gesagt hat, dass er die pure Liebe ist Und dass jeder, der ihm folgt, auch in der Liebe wandeln sollte So was gibt's ja gar nicht So wie für mein Lieblingsvers in 1. Johannes 4, 7 Geliebte, lasst uns einander lieben Denn die Liebe ist aus Gott Und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott Derjenige, der nicht liebt, hat Gott nicht erkannt Denn Gott ist Liebe Das kennt der Islam ja gar nicht Danke dir Das kennt der Islam leider nicht So Danke dir, Patriot Was geht? Amen Hi mein Lieber, Gott segne dich und deine Familie Danke, deine auch Ich finde das sehr gut, dass du so Jesus Christus in die Welt verbreitest Ja Das finde ich sehr gut Aber ich verstehe nicht, warum du so manchmal so extrem lachst und so Das kommt irgendwie unseriös rüber, Bro Ich liebe es einfach extrem zu lachen Wenn es dich stört, dann kannst du ja wegschalten Oder? Danke dir mal Wenn es dich stört, mein Lieber Wenn dich meine Art und Weise stört Nein, nein, nein Nein, ich meine, das macht irgendwie deine Also Überlass das dem Herrn Jesus Christus Ob ich jetzt lache oder nicht, das sei mir überlassen Und der Herr Jesus Christus wird sowieso segnen Ob das so ist, wie es ist Verstehst du? Okay Weil damit zeige ich, dass ich eigentlich fröhlich bin im Herzen und das nach außen trage So ist das Und ich immer noch ein Mensch bin und wenn ich lustige Dinge in meinem Kopf durchgehe, dann muss ich natürlich darüber lachen Muss nicht jeder teilen, aber ist meine Art Und ich bin ja nicht hier, um dir zu gefallen oder irgendjemand anderen zu gefallen Sonst wäre ich ja der Knecht des Christ nicht des Christus Ja Verstehst du, mein Lieber? Und du hast immer noch die Möglichkeit einfach wegzuschalten Wenn dir das nicht gefällt Ja, da hast du recht Da hab ich recht Da hast du recht, mein Lieber Warum hast du dir vorher danach gedacht? Ja, man braucht halt manchmal Aufklärung, ja? Ja, perfekt, man braucht manchmal Aufklärung, siehst du? Dr. Scheher Abouhamil ist da, um aufzuklären Und wenn mal lustige Dinge kommen, dann lacht der Dr. Scheher Abouhamil Aber herzhaft aus dem Herzen Danke, Danny Also ist Christus in dir wiedergeboren, sag du? Bitte? Ist Christus in dir wiedergeboren? Amen, natürlich Das hört sich doch wunderbar an, mein Bruder Warte, ich krieg eine andere Beibung So, da bin ich wieder Juhu Ja, also ich kann dir auch nur empfehlen zu lachen Weißt du warum? Weil lachen ist gesund Was meinst du, wie viele Wie viel Stress du auch beim Lachen abbaust Das glaubst du gar nicht, ne? Die meisten laufen so depressiv durch die Gegend Das ist unglaublich Anstatt sie, du weißt warum Sie haben nicht die Fröhlichkeit und den Frieden im Herzen Den der Herr ihnen gibt, verstehst du? Ja Seid froh, fröhlich, freut euch im Herzen Wie oft habe ich das hier vorgelesen? Wie lange bist du jetzt, wenn ich dich fragen darf Wie lange hast du dich jetzt, also seit wann hast du dich für Christus entschieden? Wann kam das in dein Leben? Seit ungefähr acht, neun Jahren habe ich mich für Christus entschieden Weil ich gemerkt habe, dass die Beweise für Jesus Christus, die Bibel, die Kreuzigung und Auferstehung, Gottheit ist denn Jesus Christus, Dreieinigkeit, absolut beweisbar ist Absolut Wenn du dir Zeit nimmst dafür, kannst du nichts anderes als den Herrn annehmen Es geht nicht anders Wenn du ein offenes Herz dafür hast Und dir eingestehst, dass es genug Beweise gibt und die Beweise auch für dich annimmst Wirst du den Herrn Jesus Christus annehmen Egal ob deine Familie dagegen ist, egal was da los ist Du wirst eine Entscheidung für die Wahrheit treffen Wenn du wahrheitsliebend bist So ist das Okay Wenn du ein Mensch bist, der die Wahrheit liebt und die Lüge hat, wirst du dich für Jesus Christus entscheiden Richtig, Leute? Also da kann ich dir eigentlich auch nur recht geben Ja, Amen Weil ich muss ja zum Beispiel die Muslime sagen ja immer, der Islam ist die Wahrheit, der Islam ist die Wahrheit Und dann, als ich das immer gehört habe, der Islam ist die Wahrheit, muss ich ja überprüfen, ob Mohammed überhaupt vertrauenswürdig ist Danke mal Ja, sie nennen ihn ja Sadr al-Amin Den vertrauenswürdigsten Menschen, den besten Menschen, der je gelebt hat Und auf einmal, wenn du das Leben dieses Mal aufstehst, siehst du auf einmal das Leben eines ultrasündhaften Menschen Der überhaupt nicht vertrauenswürdig war Dann denke ich mir, von welchem Mohammed reden die mir denn da? Von welchem? Also das, was ich über Mohammed herausgefunden habe, hat mir die Sprache verschlagen Das muss anstehen zu jemandem, der Gott einfach benutzt hat, um an seine Wünsche und Triebe ranzukommen Ganz einfach Hä? Jetzt ist er rausgegangen Ja Hallo, hörst du mich? Ja mein Lieber, Gott segne dich, danke Sophie Hi, ich hab mal ne Frage an dich, ich bin kein Moslem, aber ich bin auch kein Christ, also ich bin Ich glaube zwar an Gott, aber ich gehöre jetzt keiner Religion zu und ich hab mal ne Frage aus dem Christen Okay, wer ist denn der Mohammed für dich? Der Mohammed? Ja Also, warum lachst du, hä? Hä, warum lachst du, hä? Das verstehe ich jetzt Wie lange brauchst du, um zu sagen, dass Mohammed für dich kein Prophet ist, wenn du überhaupt nur an Gott glaubst? Ja, aber hä, das verstehe ich jetzt nicht, also Wer ist denn Mohammed für dich? Wer ist Jesus für dich? Nein, du wolltest jetzt, ich sag dir doch, ich glaube an Gott, aber ich gehöre keiner Religion zu, so Ja okay, solange du keiner Religion zu gehörst, kannst du ja auch ganz normal sagen, dass Mohammed erstmal für dich kein Prophet ist, bis du das irgendwann mal herausgefunden hast, oder? Ja Nein, Armin Das würde ich jetzt erstmal nicht sagen Du bist doch sowieso kein Moslem, also kannst du sagen, Mohammed ist für mich kein Prophet Ich weiß es nicht Ich weiß es nicht Das kann doch nicht mehr wahr sein, ey Richtige Dach-Ea-Show vom Feinsten, sie leugnet ihre Religion, sie leugnet ihre Propheten, alles Ganz genau wie der Typ, der vor ein paar Tagen bei mir drin war, als ich am Bügeln war Hallo, grüß dich Armin Ich bin, ich bin Christ Und ich hab da mal eine Frage an dich Ja, okay, aber Wer ist Jesus Christus für dich? Ja, das kann ich dir jetzt noch nicht so richtig sagen, aber So wie ich denke, ist er ein Prophet, einer der größten Propheten Ah, okay, du bist Christ und redest aber so wie ein Moslem Welcher Christ sagt denn, dass Jesus ein Prophet wäre, oder nur ein Prophet? Das kann doch nicht wahr sein, man muss die sofort, anhand solcher Fragen, sofort Ding festmachen Amir, das hast du so geil gemacht gerade Der war gut, ne? Ja, der war stark Amir, Amir, Muslime sagen immer, der Koran ist fehlerfrei Ja, die sagen das zwar bei Koran Die Muslime behaupten immer, der Koran ist fehlerfrei Ja, und deswegen ist er von Gott Bruder, ich hab mir bei Saturn einen Fernseher gekauft Die Bedienungsanleitung ist absolut fehlerfrei Und sogar perfekt vom Chinesischen ins Deutsche übersetzt Ist die Bedienungsanleitung von Gott, oder nicht? Ja, das ist krank, ne, das ist so krank Das hat der Mohamed Hijab zu Dings gesagt Wie heißt der? Bart Ehrmann Da sagt der Bart Ehrmann zu ihm Ja, Mann, ich hab Telefonbüche, die sind ohne Fehler drin Wirst du jetzt sagen, dass dieses Telefonbuch Das inspirierte Wort Gottes ist, oder was? Das kannst du also nicht als Argument gelten lassen Nein, das geht gar nicht, gar nicht Das ist eine Katastrophe Amir, ich bin hochgekommen, weil hier gibt's einen Bruder Der hat wegen deinen Videos sich mit seinem Islam beschäftigt Und hat den Islam verlassen Wow, Halleluja Ja, und ein türkischer Bruder Ich will seinen Namen nicht sagen, aber Wenn du mich hörst, du bist im Chat Bitte komm mal hoch und erzähl bitte Amir und den Leuten Warum du den Islam verlassen hast Gib mal Bruder, trau dich Gib Zeugnis, das ist ein türkischer Bruder Ein stabiler Typ Genau, steht zu Herrn Jesus Er hat wegen deinen Videos Ja, der hat noch nicht den Weg zu Jesus gefunden Aber irgendwann hat er den Islam verlassen Ich wünsche dir von Herzen, dass das eine Entscheidung für Jesus gibt Deswegen, er hört mich Ich will seinen Namen nicht sagen Mein Bruder, komm mal bitte hoch Weil sowas würde Amir motivieren, weiterzuarbeiten Das würde andere Menschen motivieren Natürlich Ich danke dir von Herzen, Amir Wirklich Ich alle ehre den Herrn Jesus Christus Keinem von uns gebührt die Ehre Nur ihm alleine Amen Amen Mein lieber türkischer Freund, komm rein Erzähl uns von deiner wundervollen Geschichte Danke, Amir Alles klar Amir, ich wünsche dir noch einen gesegneten Stream Gute Fahrt weiterhin Danke, Gott segne dich und deine Familie Danke, Martin Danke, Dankeschön Gott segne dich auch Salam alaikum Falls du hier drin bist, melde dich Bitte melde dich Glory be to Jesus The only begotten Son of God Who died for my sins Who loved me so much That he gave his life for me That he gave his life for me He deserves to be Ja, warte Hier hat jemand ein Stummschallpaket Guck mal Ich bin Ich bin Drei, zwei, ein Stummschall-Kick Bitteschön Bitteschön Alles nur gestellt Tricks kennen wir Gleich kommt ein Fake-Lach Oh mein Gott Meinst du, mein Lieber, dass ich es nötig habe Irgendjemanden hier reinzukommen Damit der dir imponiert Meinst du, jemand hat Auch nur im Entferntesten Solche Gedanken Das, wovon das Herz voll ist Das spricht auch aus, siehst du Weil du selber in dieser Betrügerei bist Denkst du jetzt auch alle anderen sind so Betrüger Und hol einfach Leute hier rein Die auf einmal so falsche Zeugnisse geben Und so, so Panne Unglaublich Als würde jemand umsonst sein Leben in Gefahr bringen Wie Muslime sind Danke dir Ja Du weißt ja was drauf steht Ne Wenn man den Islam verlässt Sein Gesicht zeigt Danke Hollywood Wenn man sein Gesicht zeigt Und den Islam halt kritisiert Und den entlarvt Danke Mahler Darauf steht die Todesstrafe Nach Mohammeds Aussagen Danke Mahler Danke Mahler Und das wisst ihr ganz genau Das wisst ihr ganz genau Keiner kommt einfach so auf die Idee Und würde hier sein Gesicht zeigen Wenn er das nicht ernst meint Oder seine Stimme Kann man auch eventuell nachverfolgen Danke dir Momsabo Momsabo Danke Momsabo Ich war einer der Brüder Also ich bin jetzt nicht der türkische Brüder von vorhin Aber ich bin einer der Deine Videos vor zig Jahren geguckt hat Und den Islam verlassen hat Ja Ja Nur damit der eine Bruder sich da hinten einmal freut Und ich war doch schon ein paar Mal mit dir und Reza online Die Geschichte habe ich ja schon zwei, dreimal erzählt Aber ich denke jeder normal denkende Mensch Der nur ansatzweise ein bisschen Verstand Von den Herren eingebläut bekommen hat Ja Der muss ja wissen dass wenn einer sich als Prophet ausgibt Ja und in ein heiliges Buch satanische Verse steht Ja Bruder da ist eine Schranke Da geht es nicht mehr weiter Und jeder der weiter geht der hat seine Vernunft auf der Strecke gelassen Ja Lieber Bruder Also ich wollte hier nur sagen Ja sie leugnen das ja Du kennst das ja Sie leugnen das und sagen das hat nicht stattgefunden Obwohl Allah sagt Allah hebt auf was satan einstreut Ja was war denn das was satan einstreut Was Allah aufhebte Es stimmt also Ja es stimmt Das Schlimme ist Guck mal ich sag Ich sag das Ich sag das jetzt auch bewusst Für die Leute hier Oh man er schreibt Oh man ja Bruder ich bin extra jetzt hochgegangen weil du das gesagt hast Bruder Aber ich kann dir auch sagen warum Es ist ganz ganz einfach Wir haben Ja gerade der Armee der spielt Der 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 zeigt euch Die die Sachen Ich hab am Anfang auch Ich hab ihn verflucht sogar Weil er so ein So Müll erzählt hat über den Koran und alles drum und dran Aber Jeder der Wir sind der Wahrheit verpflichtet Jeder Mensch Und wir müssen eingestehen auch wenn wir Fehler machen Ja wie die Fehler machen Wissen die machen Fehler Aber gestehen sich die Fehler nicht ein Das sind dumme Menschen Ja ich muss das so aussprechen Die müssen dumme Menschen Und wenn ich jetzt sehe Ja dass das satanische Verse sind Er wurde verhext Ja ich wusste nicht was er tat Also das aneinander reicht schon Das aneinander reicht schon Aber wenn ich doch jetzt mal Das aneinander reicht doch wirklich Aber guck mal Bruder Das sag ich für alle Leute hier Ich kann fast Ich habe auch meine Probleme nicht gehabt Aber Die Wahrheit macht euch frei Gott macht euch frei Wenn ihr Einmal aufrichtig seid in euer Leben Habt ihr schon mal ein Prophet in der Laufbahn der Propheten In all den Propheten die es gegeben hat Davor Wurde schon mal ein Prophet Bei einer Ankündigung Wo der noch nicht mal gesagt hat Dieser Engel Engel des Lichts der ihm ja erschienen ist Ja in der Höhle Hat ihn nicht gesagt Du bist unser Prophet Du bist der Auserwählte etc Er hat ihn gedrückt Lies Er hat ihn 3-4 mal gedrückt Der hat eine panische Angst Der Mohammed Der panische Angst gehabt Ist zu seiner Frau gegangen Und seine Frau hat ihm gesagt Du bist der Prophet Heftig ne Ja aber da muss man doch einfach lesen Das ist doch nichts was man hier aus den Dings zieht Aus der Nase zieht Oder aus den Rippen sich schneidet Wie eure Spermien vielleicht bei Mohammed Oder die Frau Die hatte ja aus den Rippen Spermien Aber Bruder Und das Lachen noch Das Lachen könnt ihr nicht vergleichen Warum? Weil die deine Ehrlichkeit sehen Die sehen dass du Voller Herz dabei bist Deswegen können die das Lachen nicht vergleichen Ja Weil sie sehen Der hat noch Freude dabei Der strahlt wacht Ist so Schalom Ina Was meinst du Schön dass du das Schön dass du das Schön dass du das Ja und Ja und Der friedlichste Vers aus dem Koran ist von einem Menschen geklaut worden und in den Koran reingepackt Amir mit Ich habe weniger Geld Ich habe weniger Ich habe weniger diese weltlichen Dinge Es ist doch Es ist doch Es ist doch so Naja ich wollte Ich wollte ein zwei Sachen noch sagen zu Weil ich mache jetzt demnächst ein paar Aber das was du über den Islam machst Werde ich jetzt machen Über diese Baptistengemeinde Weil ich sie sehr gefährlich finde Diese aus Aus Ja ja die Die tatsächlich viele Leute auch verführen Habe ich mitbekommen Und was die machen Das muss gestoppt werden Also diese Baptistengemeinde zuverlässiges Wort Geschwister wenn die euch anschreiben Weil die werden auf YouTube sehr groß Finger von die lassen Auch gar nicht auf denen ihre Lehren hören Die sagen zum Beispiel Jesus hat gemeint mit Liebe deinen Nächsten Würde bedeuten Du müsstest dafür einen Homosexuellen töten Ja die vermischen Gnade und Gesetz Und keine Allzeitalter Einfach verlorene Gemeinde Das ist ein Nichts mehr mit Gott und gar nichts zu tun Die vermischen alles Bringen alles durcheinander Das ist Wahnsinn Das ist Wahnsinn Aber gut Kein einziger der Apostel Hat noch nur einen Satz von sich gegeben Was David damals im Alten Testament gesagt hat Kein einziger Kein einziger Ja Ina das stimmt Da musst du mal gucken Die predigen Die müssen wir überlegen Was die predigen Über andere Glaubensgeschwister Sagen die Gott oder Hassen ist erlaubt Tötet ihn Schlag ihn die Zähne aus Das ist Wahnsinn Das ähnelt einer ganz anderen Religion Das ähnelt einer ganz anderen Religion Das nennt Salakristen 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 Bruder Geiles Wort Das muss ich mir werken Ja ok mein Lieber Gott segne dich und deine Arbeit Bruder Er beschütze dich Machs gut Tschau tschau Ach du heilige Abu Hetzerei ist hier drin Das kann doch nicht wahr sein Dieser Hetzer ist schon wieder da Abo-Hetzerei ist da. Ich habe den Anfang geschickt, aber diese Abo-Hetzerei macht viele andere Hetzereien. Man möchte nicht. Lass mich in Ruhe jeden Tag dasselbe. Deutschland hat schon fertig wegen dir. Kannst du endlich aufhören mit der Hetzologie. Du hast schon sehr viele Leute zu dieser Hetz so verführt waren. Meine Herren, ganz Deutschland braucht bald Psychotherapie und die ganzen Krankenversicherungsbeiträge. Du steigerst das Bruttosozialprodukt. Jetzt wird in die Hände gespuckt. Du steigerst das Bruttohetzprodukt. Das kann doch nicht so sein. Nein, lass mich in Ruhe. Delsa, du kriegst Kamelurin von mir. Warte ab, Delsa. Bei Bauchschmerzen gibst Kamelurin und Honig. Mir wird schon wieder schlecht. Delsa, kennst du den Hadith, wo der Mohammed, wo so zwei Leute zu ihm hingehen und sagen, mein Bruder hat Bauchschmerzen. Dann hat er zu ihm gesagt, gib ihm Honig. Und dann wurde es schlimmer. Dann hat er gesagt, gib ihm mehr Honig. Dann wurde es noch schlimmer. Und dann sagt er, der Bauch deines Bruders hat gelogen. Alle hat ihm halt gesagt, gib ihm mehr Honig. Und dann hat er ihm dreifache Honig gegeben und dann hat er gesagt, okay, jetzt ist gut. Sie erreichen ihr Ziel um 12.28 Uhr. Delsa, das kann nicht so wahr sein. Was soll man dazu sagen? Delsa, weißt du, was der Mohammed gesagt hat? Delsa, weißt du, was der gesagt hat? Der hat gesagt, im Zahir al-Bukhari 6968, dass du einen Trick anwenden kannst. Der TikTok-Kick, TikTok-Highlighter. Dass du einen Trick anwenden kannst, indem du so vorteust, dass Zeugen da sind und dir eine Jungfrau schnappen kannst. Und diese zwei Fake-Zeugen kannst du dann benutzen vor dem Richter und die Ehe ist dann anerkannt. Sie darf sich also nicht nur von dir scheiden lassen. Ja, wer weiß, wenn man sich richtig die ganzen Hadiths alle mal durchliest, was da alles rauskommt. Das ist ein Sammelsurium von Dingen, die absolut mit dem Verstand des Menschen vereinbar sind. Es ist ja nur ein Bruchteil der ganzen Hadiths und Tavside ans Tageslicht gekommen. Es ist ja so vieles unentdeckt. Ja, weil die unehrlich sind und das Ganze nicht übersetzen, das ist ja das Problem. Ja. So, das war aber ein schönes Zeugnis gerade, dass der Bruder halt durch dich zum Herrn gefunden hat. Halleluja, ja, haupte durch deine, kannst du auch, auch die Geschwister sind ja daran beteiligt, die immer teilen, liken und alles. Meinst du, die haben keine Lorbeeren verdient? Doch, die auch. Natürlich. Auch nur ein Like hier auf deinem, auf dein Livestream. Wenn du auch nur ein Like, eine nur, ist schon ein Werk im Glauben und zur Unterstützung des Reiches Gottes. Somit ist der Glaube komplett, ne? Somit ist der Glaube komplett, selbst nur einmal Like, dass er in irgendwelche For-You-Pates kommt oder irgendwo hinten. Dann hast du schon deinen Glauben vollkommen gemacht. Ja. Halleluja. Sehr schön, ja. Genau, Sahi Al-Bukhali 6968. Genau, perfekt. Alexa, antworte, fixier mal den Kommentar bitte an. Damit die Leute sehen, wie häufig das Ganze 08.15. Danke. Lies den Hadis für euch selber und verlass den Islam, falls du wussten bist. Geh weg von dieser Sekte. Das ist nicht von Gott. Du willst mir doch nicht sagen, dass man einen Trick anwenden kann. Falsche Zeugen nimmt, sich eine Jungfrau schnappt und der Richter das als anerkannt sieht, diese Ehe. Das ist doch Schmutz, ist das doch, Mann. Dreck, Schmutz. Das ist teublich satanisch, Mann. Stell dir mal vor, du bist ein islamisches Staat. Du bist Muslim. Und dann auf einmal kommt jemand, schnappt deine Tochter so und bringt zwei falsche Zeugen und dann ist sie auf einmal verheiratet vor Allahs gesetzt. Wie fertig ist das Ganze denn? Ja, das ist eine absolute Täuschung. Das ist Täuschung. Und der Kapitel von dem Ganzen heißt, wie man einen guten Trick anwendet, um Menschen zu täuschen, zu sagen. Ja, das erinnert mich halt an diese Geschichte mit dem Moslem und dem Juden, der Alkoholprobleme hatte, dieser Jude. Und dann hat er ihn so getäuscht, dass er den Islam angenommen hat und hat gesagt, ja, jetzt wenn du Alkohol trinkst, dann werden wir dich umbringen. Jetzt bist du frei. Siehst du, wie die islamische Heilkunde funktioniert? Ja, 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 ja. Die islamische Medizin, die das schnell wirkt. Die Geschichte ist so kaputt, ne? Der Muslim und der Jude, da wollte der Muslim den Juden fragen, warum bist du denn noch nicht zum Islam konvertiert? Ja, weil ich noch Alkohol trinke. Und da hat der Muslim einen schönen Trick angewendet, da hat er ihm gesagt, das ist kein Problem, du kannst weiter Alkohol trinken, komm in den Islam hinein. Und da hat er gesagt, ja, das geht. Und der Muslim hat gesagt, ja, natürlich, klar, kein Problem. Da hat er die Schahada ausgesprochen, ist in den Islam reingekommen und jetzt hat er auf einmal angefangen zu trinken, weiter zu trinken. Da hat er gesagt, wenn du jetzt weiter trinkst, werden wir dich ausweichen. Und wenn du versuchst, den Islam zu verlassen, werden wir dich umbringen. Ja, da war er geheilt, der Jude. Oh, Mann, Mann. Ja, gut, das ist islamische Medizin, ne? Das ist so kaputt und teuflich, das kannst du dir vorstellen. Ja, natürlich mit Gewalt und Angst, Angst und Schrecken und Gewalt, kann man ja natürlich die Leute so dermaßen unter Druck bringen, dass sie um ihr Leben fürchten, dass sie irgendwas sein lassen. Aber es ist nicht freiwillig. Zum Beispiel der Herr Jesus will ja, dass du aus freiem Willen durch den Heiligen Geist erst überwindest. Aber nicht, dass man dich kaputt schlägt, wenn du zum Beispiel Cola trinkst oder rauchst, ja? Der Mensch weiß, dass es schlecht ist. Aber der Mensch ist ein Sünder, ja? Das sieht man auch zum Beispiel bei den Muslimen. Die essen kein Schweinefleisch zum Beispiel, ja? Aber zum Beispiel sind die überdurchschnittlich bei den Bordellbesuchen dabei. Was? Das geht ja nicht. Du kannst ja nicht ein Gesetz machen, das andere Gesetz nicht. Ja, da sieht man, dass der Mensch eben Sünder ist. Und stell dir mal vor, man würde halt die Todesstrafe anwenden bei den ganzen Muslimen, die zum Bordell gehen. Danke für dich. Natürlich mit Gewalt und Mord und Totschlag kannst du irgendwelche Sachen durchsetzen, aber nie, dass der Mensch sündenfrei wird. Nie. Das sieht man auch zum Beispiel bei den Todesstrafen in Amerika. Ja? Der Mensch weiß in Amerika, dass es, wenn er jemanden tötet, dass er eben hingerichtet wird. Aber trotzdem nehmen die Straftaten nicht ab. Sie werden sogar mehr. Das heißt, das ist egal. Das Problem ist im Menschen drin. Du kannst strafen wie viel du willst. Die Sünde ist im Menschen. Deswegen rafft der Viervogel das nicht, als er zum Beispiel damals in der Kundgebung gesagt hat, dann lass mich einmal das Gesetz hier verändern und die Scharia einführen. Mal gucken, ob Berlin sich nicht verändern würde, weil er weiß, dass die Muslime dort klauen, stehlen, alles. Dass sie die Nummer 1 in den Sachen Katastrophe machen. Versteht so? Ja, ja. Aber das würde sie trotzdem nicht abhalten, so wie du gerade gesagt hast, weil das im Lenken drin ist. Nein, die würden das trotzdem machen. Natürlich, die machen das im Untergrund, im Geheimen, im Versteckten. Der ganze Schund geht weiter im Versteckten. Zum Beispiel im Iran. Nach der Islamischen Revolution war es ja verboten mit Video, Filme gucken und diese ganzen westlichen Sachen. Alle hatten Videorekorder. Und alle haben zu Hause die ganzen Filme geguckt. Alle! 90% der Iraner. Die denken durch ein Gesetz und kann man sowas unterdrücken? Nein, das kannst du nicht unterdrücken. Partys und so weiter waren verboten. Alle haben zu Hause im Geheimen gefeiert. Alle! 90%! Ja. Und so weiter und so fort. Du hast das ja mitbekommen mit Saudi-Arabien und diese ganze Kakerlaken-Schwarm, Sturm und übelste Gericht Gottes über Saudi-Arabien. Ja, ja, ja. Ich habe ja Papa gefragt, als ich ihn gefragt habe, du warst doch in Mekka und hast ja die Hatsch vollzogen. War das genau, ich habe ihm das Video gezeigt. Da hat er den Sturm gesehen, hat er gesagt, ja, es gab in der Zeit, wo ich da war, gab es auch so Stürme und sowas. Aber so extrem noch nie. Und dann, als das Video kam mit den Kakerlaken, war ich so, war das auch da? Ich meinte, nee, sowas gab es noch niemals. Sowas habe ich noch nie gesehen. Aber der ist schockiert. Der war dann unter dem Schock. Je weiter wir in der Endzeit fortschreiten, desto erhöht der Herr den Druck auf alle Menschen. Das heißt also, die Wehen betreffen ja nicht nur die abgefallenen europäischen Passchristengesellschaft, sondern auch alle anderen Menschen auf der Welt. Der Herr erhöht diese Wehen auf die ganze Welt. Ja. Da kann keiner davon sich frei machen. Aber klar, die Apokalypse betrifft als erstes der Hauptschauplatz. Das Epizentrum der Apokalypse ist Europa. Wo? Europa. Europa. Europa, ja. Weil so lange Frieden hier waren. Warum? Erstens das und weil der Herr Jesus zuerst seine abgefallene Passchristen bestrafen will. An allererstes. Du musst dir mal vorstellen, ein Kontinent, das sich christlich nennt, also nach dem Namen des Christus. Die haben den Namen des Herrn. Muss dir mal vorstellen. Und sind die sündigsten Menschen auf der ganzen Welt. Ja, das kannst du doch nicht sagen. Das ist ja die ganze Welt. Egal ob du in Scharia startest. Die haben ja nicht. Aber die Muslime haben ja nichts mit dem Herrn Jesus zu tun. Die haben noch nicht mal den Namen des Herrn. Europa nennt sich ja christlich. Verstehst du? Europa nennt sich christlich. Also wenn du den Namen des Herrn überhaupt in den Mund nimmst und so einen Dreck verursachst, dann wirst du dran kommen. Wer den Namen des Herrn anruft bzw. benutzt, der weiche ab von der Sünde, heißt es in der Schrift. Ja. Ja, aber du siehst ja, das kannst du ja gar nicht mehr so nennen. Die Leute sind ja abgefallen von Christus. Ja, aber die haben doch den Namen. Unter dem Namen des Christus ist dieses Kontinent ja ein christliches Kontinent. Auch wenn das keine Christen sind, aber den Namen haben die. Den Namen des Herrn. Und ziehen den Namen des Herrn mit ihrem Tun, mit ihren Werken absolut in den Dreck. Von der ganzen Welt. Ich weiß es noch damals, als ich noch jung war in Iran, haben die schon erzählt, in Europa das grassiert. Das Sündigen und der Dreck grassiert von morgens bis ins Unendliche. Damals als 7-8jährige habe ich das schon gehört. Von meinen Eltern. Von meinen Großeltern. Die Mütter, Amir, die europäischen Mütter, nehmen ihre 12-jährige Mädchen, Töchter, gehen zum Arzt und lassen ihre Brille verschreiben, damit sie nicht schwanger wird. Und dann gehen die die frei. Amir, wo gibt's noch was auf der Welt? Das Mädchen hat doch von nichts eine Ahnung, dann nimmt die Mutter die zum Frauenarzt und lässt sie die Pille verschreiben. Damit das so schnell wie möglich losgeht. Wenn du hörst, wie mit 13, 14, 15-jährigen Menschen ihre erste Male haben sie bei TikTok sportlich Gangbangs. Dabei haben die noch so viele Narkotika im Blut und noch Alkohol und Zigarette mit 13, 14 Jahren. Wenn sie bei einem Gangbang ihre Jungfräulichkeit verlieren. Das ist der Zustand Europas. Und das hat sich rumgesprochen, Amir, bei den Muslimen außerhalb. Das hat sich rumgesprochen, dass die europäischen Mädchen so sind. Und deswegen sind die alle unterwegs hierhin. Um eben von dem Kuchen auch was abzubekommen. Deswegen siehst du ja, dass die Vergewaltigungen hochgehen in Deutschland und Europa. Ja? Die haben gehört, die europäischen Mädchen sind leicht. Die sind die allerschlimmsten. Mit 12 haben die schon hunderte Jungs gehabt. Ja, alles klar, wir wollen auch. Und dann machen sie sich auf den Weg hierhin. Zusätzlich gibt es Geld umsonst für nicht arbeiten. Bei Bürgergeld. Du kriegst ihr alles geschenkt. Und noch zusätzlich leichte Mädchen. Zur Sexbefriedigung. Deswegen sind die alle unterwegs nach Europa. Um sich ihr das zu holen, was die Europäer auch in die Welt hinaus posaunen. Ja, diese Offenheit. So ist die Lage. Ja, natürlich. Weil in islamischen Ländern ist das ja nicht so einfach, an Sex ranzukommen. Ja, und die Jungs denken, ja Moment, ich muss ja irgendwas machen, damit ich hier nicht kaputt gehe. Ich habe ja sexuelle Bedürfnisse. Ah, Europa. Die sind leicht, die Menschen. Die machen mit allen. Also hier rüber. Heftig? Ja. Und der Herr Jesus erlaubt das. Das täglich hunderttausende Junge. Wer hat es geschafft? Wer hat es geschafft, sein Ziel mit der Christenheit zu verseuchen und kaputt zu machen? Wer hat das erreicht? Ja, der Satan. Der Satan. Ganz genau so sieht es aus. Der ist ja das heftigste Video vom Troll. Als er mit seinen Drecks, Hand, Schuhen oder Füßen, Hand, Socken durch den Zug da rumläuft. Die kaputte Jugend. Ja, genau. Die Christin mit der Kreuzkette, die da so liegt. Genau so ist das. Genau so. Oder bei dem, sag mal schnell. Bei dem Video von Lil Jon und Skrillex oder wie das heißt. Geht da vor Ort. Wie der Satan sich durcharbeitet. Durch und durch. Durch die christliche Gesellschaft. Durch die ganze Gesellschaftsschicht. Ja, genau. Und macht die alle kaputt. Macht die ganze ehemalige Christen sozusagen eine Schicht nach dem anderen. Macht sie kaputt. Und verführt sie zu Sünden. Und zerstört das Kreuz mit ihnen drin, wo das so auseinander gesprengt wird. Ja, genau. Genau. Das ist. Leute, guckt euch das Video mal an. Get down for what. Von Lil Jon und Skrillex ist das, glaube ich. Da arbeitet sich der Dämon, dieser Dämon, der diesen Chinesen da besetzt, arbeitet sich durch verschiedene Schichten durch. Das Video hat ja eine Message, das ja hinaus transportiert wird. Und das zeigt eben, dass der Satan sich durch verschiedene Schichten durcharbeitet, um die Christen zu zerstören. Versteht ihr? Ja. Hätten die an dem Herrn Jesus festgehalten, beziehungsweise bekehrt gewesen, da hätte der Satan kein leichtes Spiel gehabt. Aber mit diesen Gesellschaften da draußen, da hat er ein super einfaches Spiel. Da hat er es super einfach. Da braucht er sich gar nicht mehr großartig anzustrengen. Das ist grauenhaft. Das zu sehen. Durch den Heiligen Geist, durch die Brille des Heiligen Geistes, sieht man das wirken jetzt vor den Augen. Aber die anderen sind eben total verloren, weil sie eben diese Brille des Heiligen Geistes nicht haben. Und die verstehen die ganze Verführung nicht. Die verstehen nicht, warum sie untergehen. Die verstehen die politische Lage nicht. Die verstehen die Weltlage nicht, warum sie gerade so ist, wie sie ist. Die verstehen die allgemeine Verunsicherung nicht. Ja. Totales Opfer. Absolutes Opfer vom Satan. Ich hole mal jemanden rein. Das wird ja noch schlimmer werden. Das wird ja so schlimm werden, dass der Herr Jesus eben alles erlaubt, dass die Muslime noch hunderte Millionen noch hier nach Europa kommen. Und dann noch für große Schaden hier sorgen. Also die Messerstöchereien werden überhandelt. Die Verhaltigungen, die Morde. Und das wird dann in Chaos enden, wenn die Wirtschaft zusammenbricht. Und dann ist Europa bereit für Sicherheit durch einen Diktator. Ganz genau. Der Ordnung macht. Der die Welt wieder ordnet. Aber das geht. Ja. 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 Es wird so ein Chaos entstehen, so ein großes Fressen, dass die Menschen jedes politische Mittel akzeptieren. Hauptsache es führt zu einer Sicherheit wieder. Und das geht dieses Mal nur mit einer unfassbaren Diktatur, wo sie sich gewaschen hat. Wo sogar die Nazi nichts dagegen ist. Nichts. So schlimm wird das sein. Offenbarung Kapitel 13. Das haben die Menschen noch vor sich alles. Und die Gemeinde Jesu Christi wird aber vorher rechtzeitig vom Herrn Jesus abgeholt. Bevor diese Hölle auf Erden geschieht. Da musst du dir mal vorstellen, wenn der Herr seine Braut vorher abholt, wie schlimm es sein muss, dass der Herr uns bewahren will. Weil du weißt, der Herr schickt uns auch mal durch schlimme Zeiten. Natürlich. Aber vor dieser Zeit zu bewahren, das heißt, das ist nicht zu ertragen. Auf gar keinen Fall. Das ist das Schlimmste, was es gibt. Das ist grauenhaft. Grauenhaft. Ja. Und deswegen müssen wir versuchen, so viele Menschen, also Muslime oder was weiß ich, Atheisten, wie möglich zum Herrn Jesus zu bringen, damit die errettet werden. Und damit die eben bei der Evakuierung, bei der Entrückung nach 1. Thessalonischer Kapitel 4, Vers 16 dabei sind. Ja, nein. Immer wieder. Du musst auch über die Entrückung sprechen, so oft wie du kannst. Die Menschen müssen wissen, was auf sie zukommt, was sie erwartet. Damit sie wählen können. Ja, das habe ich ja schon sehr oft in meinen Streams erwähnt. Sehr oft. Aber du hast recht, man muss das jedes Mal wiedererwählen. Man weiß ja nicht, wer hier drin ist. Man weiß ja nicht, wer hier reinguckt, wer von außerhalb zuguckt. Keine Ahnung. Ich weiß es ja nicht. Man muss, der Herr schickt die Menschen her. Ja. 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 Der Herr lässt also die Sünden, die Schuld der Menschen... Ganz, ganz grausam. Da kommt es noch zu Weltkriegen, Hunger, Seuchen, Bürgerkriege und alles in kürzester Zeit, dass Milliarden von Menschen sterben. Alleine bei dem Öffnen des ersten Siegels am Jahr in Offenbarung 6 heißt das, dass ein Viertel der Weltbevölkerung sterben wird. Und das ist nur der Auftakt. Das ist nur der Anfang. Das ist das Öffnen des ersten Sieges. Ein Viertel der jetzigen Menschheit bei 8 Milliarden bedeutet das, dass zwei Milliarden Menschen innerhalb von kurzer Zeit drauf gehen werden. Zwei Milliarden. Beim ersten Weltkrieg und zweiten Weltkrieg sind ja insgesamt bei den beiden Weltkriegen knapp 100 Millionen Menschen ums Leben gekommen. Ja. Nur 100 Millionen bei zwei Weltkriegen. Jetzt stell dir mal vor, was das bedeutet. Zwei Milliarden. Hoho. Absolut geistesgleichen. Das ist das Brutale. Und die Muslime haben ja diese Prophezeiungen nicht. Die wissen ja gar nicht, was auf sie zukommt. Die haben ja diese Prophezeiungen der Bibel nicht. Und es wird alles so kommen, wie die Bibel das sagt. Alles. Schritt für Schritt. Und da kann keiner davon abhauen. Ein Vers nach dem anderen wird in Erfüllung gehen. Nacheinander. Und keiner kann davon entfliehen. Und die Muslime in Europa werden aufs offene Messer zulaufen. Und nach Offenbarung Kapitel 14 für die ewige Hölle bewahrt. Das haben sie noch vor sich alle. Die Muslime. Und der Allah und der Koran warnt sie ja nicht. Die haben ja diese Prophezeiungen nicht. Die laufen aufs offene Messer zu. Und natürlich auch die ganze Laodizeer. Die auch von Tuten und Blasen. Keine Ahnung. Auch die werden die Entrückung verpassen. Und werden verloren gehen. Daher ihr Lieben, wenn ihr jetzt mich hört und meine Stimme. Ihr müsst von Neuem geboren werden. Es reicht nicht ein 0815 Larifari Gläubiger zu sein, der in die Kirche geht oder in die Gemeinde. Ihr müsst euch selbst und der Welt absterben. In Reue vor dem Herrn Jesus Christus. Ihr müsst die Welt hinter euch lassen. Bei der Buße. Ihr müsst euch selbst verleugnen. Ihr müsst euch vor dem lebendigen Gott bereuen. Euer ganzes Ich ist Sünde. Ihr müsst das bereuen, was ihr wahrt in eurem Leben. Ganz. 100%. In den Dreck werfen von dem Herrn. Und sagen, Herr, rette mich. Ich kann nichts. Ich bin Dreck. Du bist alles. Du bist Gott und ich bin nichts. Rette mich. Verzeih mir all mein Böses. Jetzt sehe ich, dass du heilig bist und ich böse. Durch und durch böse. Ich habe gelogen, betrogen, geschlagen, gehasst, beleidigt, gelästert. Ich bin Dreck. Ihr müsst das tun. 100% müsst ihr euch bereuen. Vor dem Herrn Jesus Christus. Und das annehmen, was er für euch am Kreuz getan hat. Dann werdet ihr wiedergeboren. Wenn ihr aber euren Hochmut bewahren wollt. Euer Selbstbewusstsein. Stolz. Und all diese Dinge. Werdet ihr nicht wiedergeboren werden. Haltet ihr nur ein bisschen bei der Buße. Euren Hochmut, Stolz und Selbstbewusstsein ein. Weil ihr Angst habt davor, das zu verlieren. Werdet ihr nicht wiedergeboren. Gott widersteht dem Hochmütigen. Aber dem Demütigen werdet ihr Gnade schenken. Entweder die Welt oder der Herr Jesus. 100% so oder 100% so. Aber nicht bisschen so, bisschen so. Nein. Absterben. Sterben euch selbst vor dem Herrn. Vor der Reue. In der Reue. Absterben. Keine Zelle von eurem Körper darf zurückgelassen werden. Bei der Reue. Bei der Buße. 100%. Müsst ihr absterben. Euer altes Ich muss sterben vor Jesus Christus. In der Reue. Wenn ihr das tut, was ich euch jetzt sage. Seid ihr rettet. Seid bei der Entrückung dabei. Wenn nicht. Werd die Laodizee ausgespeit werden. Das ist das Problem. Das ist das Grauenhafte an der ganzen Tag. Daher macht es richtig oder gar nicht. Ja. Ja. Das ist die Sache. Und auch die ganzen Großkirchen und so weiter. Leider. Leider. Alle verloren. Alle nicht wiedergeboren. Alles Traditionschristentum. Alle nicht wiedergeboren. Auch ihr müsst Buße tun und von dem geboren werden. Wenn ich das nicht sagen würde. Dann wird der Herr mich. Zur Rechenschaft ziehen. Du wusstest es. Du wusstest was Wiedergeburt bedeutet. Und du hast es denen nicht gesagt. Du wolltest mit denen. So eine schöne Zeit verbringen. Nach Ezekiel. Warnst du den Gottlosen nicht. So werde ich ihr Blut von deiner Hand fordern. Wenn du sie aber warnst und sie auf dich nicht hören. So hast du deine Seele errettet. Und ihr Blut werde ich von ihnen fordern. Dann ist das ihre Sache. Aber es ist unsere Pflicht. Nicht einfach auf gut La Viziniere machen mit den ganzen Leuten. Sondern ihnen die Wahrheit ins Gesicht zu sagen. Und sich zur Umkehr zu bewegen. Das ist unsere Aufgabe. Das müsst ihr auch den Muslimen sagen. Eure muslimischen Freunde. Auch wenn die euch ab dem nächsten Tag schlecht angucken. Ja. Diesen Preis müsst ihr zahlen. Ihr müsst das Evangelium den Muslimen, den Atheisten alle verkündigen. Und ihr müsst sagen ihr kommt bald. Ihr werdet ewig brennen. Wenn ihr nicht zum Herrn Jesus Christus kommt. Ihr müsst alles zurücklassen. Das seid ihr schuldig. Nicht zurückhalten. Ganz ganz wichtig. Hippiko ihr Lieben. Kommt die Zeit aus. Der Antichrist ist ein Jude aus dem Stamm Dan. Ihr seht ja aus der Offenbarung Kapitel 7. Der Stamm Dan fehlt. Das heißt also der Stamm Dan aufgrund des Sündenfalles. Besonders aufgrund dessen, weil es als erster Stamm in Götzendienst gefallen ist. Danke Fabian. Und wird auch der Antichrist aus diesem Stamm kommen. Ja. Die Schlange. Die Dan ist eine Schlange heißt es im Wort Gottes. Das heißt also der Antichrist wird aus dem Stamm Dan kommen. Das ist also ein Jude der aber die Welt verführt wird. Es wird ein unglaublicher charismatischer Mann sein. der ihm unglaubliche Wundertaten tun wird. Und das wird die ganze Welt. Die Juden werden ihn dann sowieso annehmen als ihren Messias. Ja klar natürlich. Die Juden werden auf ihn reinfallen. Deswegen sagt der Jesus in Johannes 5. Ich komme in meinem Vaters Namen und ihr nehmt mich nicht an. Aber der, der in seinem eigenen Namen kommt, den werdet ihr annehmen. Das ist schon eine Prophezeiung. Und das wird auch in der Erfüllung gehen. Das heißt also die Juden werden den Antichristen annehmen. Anstatt den Christus. Ja. Und dann beginnt, wenn die das tun. Obwohl sie die ganze Prophezeiung haben. Das heißt sie haben es in ihrem Tarnach drin. Und trotzdem gehen sie verloren. Das ist so grausam. Ja. Ja warum? Weil sie eben auf Traditionen achten. Das sind genau, wir haben auch Traditionschristen. Die auch verloren sind. Genau wie die Juden die Traditionen haben. Und nicht das Wort Gottes studieren. Das ist dasselbe. Tradition führt schnurstracks in die Verdammnis. Weil das nicht lebendig ist. Ja. Weil das mit dem Wort Gottes eben nicht kohärent ist. Deckungsgleich. Danke für die Demo. Das ist das Problem. Ja und die islamische Version vom Antichristen ist natürlich katastrophal zu überhaupt. Ja das ist ja. Der Dajjal und so weiter. Ja. Und selbst dieses ein Auge Dajjal haben die aus Zachari 11 Vers 17. Das war auch nicht aus dem Islam. Das haben die auch aus der Bibel genommen. Sonst hätten die gar nicht gewusst, dass der Antichrist das mit dem ein Auge in Verbindung gebracht wird. Ja. So ist das Problem. Ja. Und die Juden werden ebenso drauf gehen wie die Muslime, Atheisten und Buddhisten. Und die verstehen ja gar nichts was auf dieser Welt vor sich geht. Die verstehen es ja nicht. Ja das sind Opfer. Opfer vom Satan was der demnächst mit ihnen vor hat. Was er mit ihnen anstellen wird demnächst. Und der Herr erlaubt das. Warum? Weil sie an der Ungerechtigkeit festgehalten haben. Festgehalten haben. Und die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben. Warum Ungerechtigkeit? Hallo. Grüß euch. Servus. Gott segne dich und deine Familie. Ich habe eine Frage im Buch Exodus. Ich weiß nicht ob ihr euch, also ob ihr die Kapitel vielleicht so aus dem Kopf kennt, aber im Buch Exodus zum Beispiel in Kapitel 13, Vers 27 heißt es, Und Mose sprach zu ihnen, so spricht der Herr, der Gott Israels, ein jeder gebührt sein Schwert und die Lenden und gehe durch das Lager hin und her, von einem Tor zum anderen und erschlage seinen Bruder, Freund und Nächsten. Wie darf ich das verstehen? Ja, weil eben euer Israel im Götzendienst gefallen war und das ist ein Gräuel in den Augen des Herrn. Und Israel musste sich ja heilig halten. Aber Israel in den Götzen, die es gefallen war, mussten sie sterben. Die Leute, die in den Götzendienst mitgemacht haben. Ja, Todesstrafen. Es kam in Israel eben vom Herrn, ja, verschiedene Todesstrafen an. Aber müsste dann nicht die Todesstrafe auch fortgesetzt werden dann? Nein. Wenn es die ja schon gegeben hat, müsste sie dann nicht fortgesetzt werden? Nein. Nein. Weil Gnade kam. Okay. Aber die Gnade kann ja nicht gekommen sein, weil dann steht ja zum Beispiel weiterhin im ersten Buch Samuel, Kapitel 27, Vers 8, da steht folgendes, dass David Friede sei mit ihm, nach Musa Friede sei mit ihm Millionen von Menschen getötet haben soll. Matthäus Evangelium steht Kapitel 10, Vers 34. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, Kiegen zu bringen auf der Erde. Ich bin gekommen, um das Schwertweilen zu lassen. Was ist damit gemeint? Ein lieber Atomphysiker-Muslim, was ist mit dem Schwert gemeint? Einfach weiterlesen. Ein, zwei Vers weiterlesen. Da erklärt der Herr wieder das Schwert. Das ist das Problem mit dem Atomphysiker-Muslimen. Ein Vers nach dem anderen aus dem Kontext reizen. Seht ihr? Aber was macht ihr denn vorhin? Was macht ihr denn vorhin? Warte, warte, warte. Was machst du denn? Du nimmst doch auch Verse aus dem Kontext und erklärst es. Lied weiter, ich zitiere den Kaffee von ihm in Kaffee. Ich lese lieber im Lukas-Evangelium, Kapitel 12, Vers 51. Okay, ich merke, dass du ein ganz, ganz Typ, dass du ein Junge bist, der keine Ahnung hat und uns weiterlesen will. Raus, raus, wenn du nicht ehrlich bist. Raus. Wie Panne muss man nur sein, wie Panne. Ah, warte, hier, guck mal. El Melo Melo, guck mal, Stummschallpaket für dich. Drei, zwei, eins, Gott segne dich. Tschüss. Ja, nochmal ganz, nochmal damit die Leute das verstehen. Wenn der Herr Jesus Christus sagt, ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Was ist mit dem Schwert gemeint? Der hat dann nicht mehr weiter gelesen. Solche Menschen sind da, Leute. Wenn ich bin gekommen? Und dann sagen die, ja, dann machen die mir einen Vorwurf, ich reine alles aus dem Kontext. Obwohl ich die Tafsie zitiere. Weil sie wissen, dass sie am Ende sind. Diese Religion wurde exposed. Was ist das? Ja, das Problem ist ja auch, dass im Koran eben sehr oft kein Kontext existiert. Kein Kontext aus. Ja. Ein Vers hat mit dem vorherigen nichts zu tun. So sieht es aus. Manchmal ja, manchmal nein. Ja. Es ist unterschiedlich. Ja. Manchmal muss man Kontext beachten, manchmal nicht. Genau. Aber es ist kein Kontext. Der nächste Vers hat mit dem vorherigen nichts zu tun. Mit dem danach. So sieht es aus. Aber in der Bibel ist das nicht so. Die ganze Geschichte hat eine Vor- und Nachgeschichte. Also in der Bibel muss man alles im Kontext betrachten. Weil es einen Kontext besitzt. Genau. Du kannst Allah beide im Kontext betrachten. Ja. Ich bin gekommen, um Frieden zu bringen, sondern das schwer. So. Da hört er auf zu lesen. Und er erklärt der Herr Jesus ja einen Vers weiter. Ja. Ich bin gekommen, um mit diesem Schwert zu entzweien. So entzweien. Mutter vom Tochter. Vater vom Sohn. Ja. Dass die Leute, die mir nachfolgen wollen, bereit sein müssen, von ihren Eltern wegzugehen. Wenn die Eltern eben dagegen sind, dass der Sohn oder die Tochter eben mit dem Herrn Jesus wandeln will. Dann muss man die Tochter also von der Mutter trennen. Dann muss eine Trennung her. Ja. Und das Wort Gottes ist ja das Schwert. Das ist ein Symbol für das Wort Gottes. Nein, nein. Das Schneiden. Ja, das Problem ist, weil der Mohammed gesagt hat, meine Versorgung liegt im Schatten meines ist. Aber die wollen ja nicht lernen. Die gehen auf Google. Nehmen irgendwelche Sachen aus der Google. Ja. 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 Aber man muss versuchen, den Trend trotzdem zu erklären, diese Dinge. Wenn die das immer noch nicht verstehen wollen, dann, ja gut, dann geht's ja nicht. Aber das Verständnis muss man ihnen schon zeigen. Ja, also bitte. Ja. Das ist für mich? Ja, ich höre dich. Okay. Genau, Leute, liken nicht, vergessen immer zwischendurch Ja, was ich damit sagen wollte, ihr Lieben Weil die Muslime ja so dermaßen am Ende sind Wegen ihrer Religion, weil es so viele friedliche Muslime gibt Wollen sie natürlich den Mohammed versuchen In eine friedliche Ecke reinzudrängen Und wenn auf einmal der Jesus Christ Metaphorisch das Schwert erwähnt Und auch er sagt, was er damit meint Dass das das Schwert der Entzweiung ist Wollen sie, dass es bei Mohammed genauso ist Aber er hat selber physisch das Schwert in die Menschen reingeschlagen Bei seinen Felsrügen Er hat ja die Leute ausgeraumt Dann wollen sie das halt relativieren Die ganzen Gewalttaten von Mohammed Indem die sagen, ja, ich gucke mal hier, euer Jesus war auch gewalttätig Also sind wir in einem Boden Wir sind alle gewalttätig Das wollen die sagen eigentlich damit Ja Wir sind alle gewalttätig Ja, man muss es natürlich erklären Der alte Bund Genau, genau Der alte Bund eben ist der alte Bund Was Gott durch Mose Israel gegeben hat Der neue Bund ist ja nicht durch Mose Sondern durch Christus, der Sohn Gottes Der gekommen ist und uns den Bund der Gnade zu geben Diese zwei Bünde müssen auseinander gehalten werden Ja, die dürfen nicht vermischt werden miteinander So sieht das aus Und deswegen gab es im alten Bund keine Gnade Das Gesetz wurde knallhart durchgezogen Da gab es keine Gnade Zum Beispiel im Buch Joshua Da hat jemand von dem Bann aus Israel Da hat jemand von dem Gewannten etwas versteckt Ja Hat er was genommen Ja, Schäkel Gold und Silber Und hat das in seinem Zelt versteckt Obwohl das verboten war Und der Herr sagt Es ist etwas in eurer Mitte Jemand hat meinen Bund übertreten Mein Gebot übertreten Und bis er nicht stirbt Werdet ihr kein Fuß weitersetzen Hört ihr mein Bruder noch? Ich auch nicht Hat keinen Empfang Samantha, der Spina, danke Ja, es ist einfach traurig Dass die Muslime mit so einer Argumentation Da um die Ecke kommen Und versuchen den Herrn Jesus Christus Gewalt Und deswegen darf nicht ein Schwein Dem anderen Schwein sagen Du bist ein Schwein Weil du Mein Bruder Ein Schwein sagt dem anderen Schwein Du bist ein Schwein Mein Bruder bester Mann Der ist der Häftigste Mein Bruder ist echt der Häftigste Ja, lasst euch nicht von solchen TikTok-Muslimen Die überhaupt keine Peilung Von gar nichts haben Was macht euer Dr. Chef Wenn er einen Vers aus dem Koran zitiert Interpretiere ich das nach Lust und Laune Oder zitiere Was macht der Dr. Chef Damit die Muslime nicht auf die Gedanke kommen Mir sowas vorzuwerfen Weil ich weiß ja Wie meine ehemaligen Glaubensgeschwister sind Und deswegen ist es für sie Sehr, sehr schwierig Mit mir zu reden Weil ich weiß ganz genau Was ich sage Und was ich zu sagen habe Damit das ja nicht zustande kommt Dass man Dr. Chef Aber mir etwas vorwirft Ja, du reißt etwas aus dem Koran Was für Kontext, Mann Wir gucken auf ein Vers Schlagen den Tafsit auf Und gucken, ob das ein allgemeingültiger Vers ist Wo wurde er herabgesandt Wie sollen die Muslime so vorgehen Also, was ist denn? Du hast keine Ahnung von nichts Ja, du hast Ahnung, ey Dein Allah hat eine Ahnung von nichts Er kennt die Zukunft noch nicht mal Sura 8 Vers 65 und 66 Despina, danke Ja, das ist auch ein Klassiker Ich hatte eine krass Kamerade Die hieß auch, Despina Ja, in Sura 8 Vers 65 und 66 Zeigt Allah, dass er eben die Zukunft nicht kennt Und seine Fehler korrigiert Ja, so sieht es aus Besser an deine Matrix-Entschlüsselung Kommt niemand dran, Besser Niemand Ja Ja, ihr Lieben Geht auf YouTube und schaut euch Abina Meine Ihr kennt auch den Film Matrix Diese Dreiteiler Ja, diesen Film habe ich entschlüsselt Und schaut euch diese Dekodierung von mir an Samantha Ja, falls ihr den noch nicht gesehen habt, ihr Lieben Mein Bruder hat den Film Matrix auch entschlüsselt Es gibt ja sehr viele Leute, die den Film Matrix Haller, vielen Dank Die den Matrix-Film entschlüsselt haben Und mein Bruder hat gezeigt, wie der Film wirklich zu entschlüsseln ist Was dahinter steckt, diese satanische Industrie Wie die den Jesus Christen probieren und in den Filmen rein einfügen Alexa antwortet Binde bitte hier den Sammer schnell Den Link zu dem Video hier in den Kommentarbereich an Achso Hallo Hallo? Hallo? Du musst lauter sprechen. Dann? Hallo? Lauter sprechen. Hör mal mich bitte. Hast du Kopfhörer an oder hast du, sagen wir mal, Lautsprecher oder so? Was ist der Typ unter Wasser? Keine Ahnung, ich hab ihn gar nicht gehört. Hallo? Danke dir. Amir Duhal. Ah, guck mal, hier rezitiert der den Koran. Habt ihr gerade gehört, wie der den Koran rezitiert? Guck mal, wie schön der rezitiert. Oh, du Punkt, Punkt Sohn, ich zitiere gerade meinen Koran für dich. Islam ist Frieden, Frieden für deine ganze Gegend. Das ist Sura FM-Islam. Oh, ich habe viel Liebe für dich. Das FN-Islam steht für Frieden. Ich habe gesagt, ich werde Kopf abreizen. Das ist meine Liebe für dich. I love you. Ich habe Sinn, ein Kunde, wir sagen uns, dass dieser Vers zu einer Begebenheit herabgesandt wurde, wo jemals bei Dr. Sheikh Abu Amin zu Gast war und den Koran rezitiert hat. Dankeschön, auf Wiedersehen. Allah weiß am besten. Und Allah knows best. Na, mir hör auf zu singen, das ist wirklich nicht dein Talent. Das muss ich dir wirklich sagen. Lass mich bitte rein mit 300 Abonnenten. Wie auch sollen wir noch sagen, du brauchst die 1000 Abonnenten. Das ist der Sache. Ich sage zu den Leuten, danke Sabrina. Ich sage zu den Leuten, ihr braucht 1000 Abonnenten, um hier reinzukommen. Dann sagen die ernsthaft immer noch, lass mich rein, Armin. Lass mich rein, Armin. Ich bin so brutal, danke. Hallo. Ich hoffe, das funktioniert. Hallo. Das macht mich jetzt gut. Das macht mich gut. Ja, ganz schlecht. Schlecht oder geht's? Ja, ich weiß nicht, was mit deinem Handy da los ist, Mann. Nimm das mal in deinem Mund. Ja, Bruder, hab ich schon. Hallo. Ja, hallo. Ja, jetzt ist besser. Ja, okay, ich hoffe... Jetzt? Jetzt ist besser. Okay, okay. Ich habe eine Frage an euch beiden. Also an Reza, wenn ich da ist. Ich war Christ, also ihr kennt es ja mit der Orthodoxie. Getaucht als Baby, 17 Jahre lang. Da bin ich sechs Monate mit dem Glauben beschäftigt. Ich habe die Bibel nicht ganz verstanden. Du bist dummerweise zum Islam konvertiert. Du hast es auch gesprochen und so weiter und so fort. Du bist zum Islam konvertiert? Ja. Und? Ich bin schon seit einem Monat wieder zurück im Glauben. Also machst du so Wechsel, so wie bei Manchester United einmal dachten wir? Nein, ich bin dumm gewechselt. Ich bin viel zu früh gewechselt. Das war mein Fehler, ja. Also... Okay, ja. Ich weiß nur, wie es aussieht. Weil Reza hatte mal gesagt, ich weiß nicht, zu einem anderen Christen, dass wenn man sozusagen das Heil verliert, dass man nicht mehr gerettet werden kann. Ja, wenn du einmal drinnen warst und des Heiligen Geistes heilhaftig warst, so gibt es für dich keinen Raum mehr zur Brust. Das sagt die Heiligen Schrift. Aber man muss jetzt verstehen, warst du des Heiligen Geistes heilhaftig? Das muss man ja herausfinden, ob du wirklich im Glauben warst oder nicht. Oder einfach nur so hineingeboren wurdest. Und sagt einfach so, fast Christ warst oder was. Und gesagt hast, dass... Ja, ich bin Christ geboren oder was. Das sind alles so Faktoren, die man glaube ich berücksichtigen muss. Ja, ich weiß. Aber ich habe halt in den 6 Monaten, wo ich mich angefangen habe, mehr mit der Bibel zu beschäftigen. Jetzt höre ich dich schon wieder nicht. Ich habe in diesen 6 Monaten... Nein, deine Stimme kommt wieder wie unter Wasser gefahren. Ohne Futter. Ja, klaust du gerade das nicht von deinem Nachbarn oder was? Nein, Bruder. Hör auf, damit wir nicht von deinem Nachbarn zu klauen. Nein, nein, nein. Du kommst gleich nochmal rein oder was? Wenn dein Internet besser ist oder so. Raus, raus, alles so raus. Ey, der Typ rafft das immer noch nicht. Ich kann live gehen, Amir. Ja, dann sende doch eine Anfrage, wenn du live gehen kannst. Bodo, ich sehe keine Anfrage. Du hast 300 Abonnenten und kannst nicht live gehen. Kann doch nicht wahr sein. Danke dem Zipotan. Danke dir, Ellen. Wenn du live gehen kannst, dann sende doch eine Anfrage. Kannst du nicht? Äh, doch. Stimmt. Du kannst. Dörf nicht. Du kannst doch nicht. Doch, wenn man im Ausland ist, geht es unter 1.000. Ja, wie das denn? Haben die da andere Regelungen oder was? Ja, die Ausländer haben immer mehr Rechte als die Inländer. Ja, ich merke das schon. Die Ausländer haben immer mehr Rechte als die Inländer. Ja, ich merke das schon. Die Ausländer haben immer mehr Rechte. Ja, der live kann nicht. Ich drücke auf zustimmen. Der live kann nicht gemacht werden, weil der Creator weiß, irgendwas. Keine Ahnung. Doch, da kommt doch jetzt jemand. Hallo, mein Lieber. Hi, mein Lieber. Gott segne dich und deine Familie. Ja, dich auch, mein Lieber. Und Reza auch. Hörst du nicht gut, ja? Ja. Okay, endlich bin ich mal live bei dir, wenn er auch Reza dabei ist. Ja, ich habe es nie geschafft, ja. Ich wollte fragen, was haltet ihr davon von Thomas Kasunitsch? Kennt ihr den? Ja, das ist ein Ehelehrer. Das ist ein 7-Tages-Adventis, richtig? Nein, keine Ahnung, Reza. Deswegen frage ich. Also, der ist eigentlich... Ja, nein, 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 nein. Der ist ein 7-Tages-Adventist, auch wenn er diese Finsternis-Aufdeckung macht wie ich. Aber er macht trotzdem nicht dieselbe Arbeit. Er ist nicht evangelistisch tätig. Er zeigt nur so, wie Walt Disney ist und wie das und dies und jenes. Aber er ist nicht evangelistisch tätig und vor allen Dingen ist er ein 7-Tages-Adventist. Das heißt, er hält den Sabbat. Also, er ist ein Wolf im Schafspelz. Er ist ein 8-Tages-Adventist, aber... Okay, 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 das wusste ich eben nicht. Aber er hat einfach gute Abenteuerungen, ja. Weißt du, bei den Videos er macht er mit... Hat er wirklich ganz tolle Sachen, aber mehr natürlich nicht. Also, ich bin jetzt noch tiefer reingegangen bei ihm oder so. Also, bei den Mitteilungen, was er uns veröffentlichen wollte. Aber, ja, also gute Videos hatte er ab dem Fall, ja. Ja, natürlich, der Verführer kommt ja nicht nur mit schlechten Sachen, ja. Also, er bietet was Gutes, damit er dein Vertrauen gewinnt und dann kommt eben das Gift rein. Okay, ja, ja. Risa, zu dir noch eine Frage. Kennst du das mit dem Frosch auf dem Fuß und so? Von dem Rain... Warte, wie heißt das? Rain... Ja, 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 ja. Diese neue Kennzeichnung der Lebensmittel. Genau, genau. Ja, da gibt es Theorien darüber, da habe ich mich noch nicht darüber beschäftigt. Aber wir Wiedergeborenen, wir fürchten nicht das Geschöpf, sondern wir gehen mit dem Herrn. Und der Herr hat das letzte Wort. Wir dürfen nicht auf einmal so Angst bekommen, oh, da steht das da drauf. Nein. Der Herr hat das letzte Wort. Nicht hier diese Plakatierung auf den Lebensmitteln. Wir fürchten sowas nicht. Okay. Eben, was ich so mitbekommen habe, ist, dass anscheinend dort so mRNA-stoffe sich drin befindet und so. Ist so wichtig. Der Herr hat das letzte Wort. Wenn der Herr dich bewahren will, dann wird er dich bewahren, selbst wenn die ganze ISIS mit 200.000 Mann mit Kalaschnikow vor deiner Tür steht und die dich versuchen abzuknallen und alle 200.000 kriegen Herzinfarkt in dieser Sekunde. Glaubst du das? Absolut, absolut. Hast du diesen Glauben? Absolut, absolut. Aber Reza, weißt du was? Ja. Dass ich das Zeichen gesehen habe, tue ich ja das boykottieren, ja, und ich nehme das nicht. Das ist ja auch ein Zeichen Gottes, ja, dass ich das nicht einnehmen sollte. Nein, sonst bringst du dich unter einem Gesetz, dass du nicht Gott fürchtest, sondern du gehst auf eigenem Geheiß hin und bringst dich selber unter menschlichen Gesetzen. Verstehst du? Ja, 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 schon. Wenn du dich zum Beispiel in die Hand von einem Arzt begebst, der dich operiert, du musst ihm vertrauen, dass er dich narkotieren darf und dass du eben in Schlaf versetzt wirst und dass du eventuell nicht aufwachst. Das heißt, du gibst dein Leben hin. Genau. Das ist dasselbe wie mit dem Herrn. Du musst dem Herrn vertrauen, du musst dem alles hingeben und er wird bestimmen, ob du durch diese Banane mit dieser Kennzeichnung stirbst oder ob der Herr alles blockiert, was dir schaden kann, obwohl du das tust und er dich durch eine Mücke dein Leben nimmt. Wenn du aber anfängst, die Mücke und die Banane zu fürchten, dann fürchtest du nicht Gott, dass er das letzte Wort hat. Verstehst du, worauf ich hinaus will? Ja, 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 ich weiß schon, was du meinst. Ja, ja, absolut. Absolut. Du musst dein Leben Gott vertrauen. Ich weiß, dazu braucht man wirklich starken Glauben, aber du musst es versuchen. Du musst es versuchen. Ja, es ist nicht einfach, ja. Aber eben, schau mal. Ja, sprung ins kaltes Wasser, ne? Ja, klar. Schau mal, ich habe das auch letztes Mal, Amir auch erwähnt, dass meine Mutter ja auch sehr gläubig war und leider vor zwei Jahren verstorben ist. Und auch dort hatten wir ja so eine Situation, so Chemotherapie, ja oder nein, und dann haben wir auch alles sehr stark gebetet, ja. Ja, und auch alles ihm Gott überlassen, aber es kam leider, ja. Ja, dann hat der Herr entschieden. Es musste so sein, dass sie doch gehen musste. Ja, wenn der Herr entscheidet, meine Mutter, deine Mutter, dein Vater, mein Vater geht am Montag, den 13. April 2024, da kann die ganze Welt diesen Menschen schützen. Und damit ihm nichts passiert, der fällt in dieser Sekunde in den Tod. Verstehst du, was Gott ist? Ja, stopp. Zum Beispiel die ISIS wollte Amir zweimal töten. Ja, Amir ohne Schutz läuft überall rum. Ja. Und die IS war hinter dem. Ja. Die wollte ihn ja töten. Ja. Zweimal. Der Amir wusste von nichts. Ja, ja. Der Herr ist dazwischen gegangen, hat das gestoppt. Nicht mehr. Oder meinst du, die Nackenmuskulatur von Amir hat ihn geschützt? Meinst du, das ist ein Stierkommando Nacken? Haben die dann geschützt? Nein. Du kannst dich nicht schützen. Dein Leben ist in Gottes Hand. Du kannst dir die größten Muskeln machen. Du kannst mit den heftigsten Pitbulls links und rechts neben dir laufen, um dich zu schützen. Kommt ein ISIS von hinten, 10 Meter von hinten, bam. Ende. Deine Pitbulls und deine ganze Muskeln. Nützt nichts. Ja, absolut. Aber schau mal. Verstehst du? Ja, ja, absolut. Aber schau mal. Nein, wenn es in Gottes Hand. Ja, ja. Aber schau mal. Wenn jetzt zum Beispiel wieder so eine Impfattache kommt, oder? Und du weisst ja, dass es nicht gut ist. Ähm. Ja. Warte mal, nur mal kurz. Sorry, warte. Ja, genau. Und du weisst, dass es nicht gut ist. Und... Tja. Und du nimmst ja keine Impfung zu dir, ja. Das ist ja auch ein Zeichen, dass Gott dich davon abgehalten hat, oder? Nein. Besonders... Wenn es Impfpflicht kommt, wenn das Gesetz wird. Ja. Wenn es zu Gesetz kommt, ja, dann heißt das, Gott will dich prüfen, ob du dich an Römer 13 hältst. Oder ob du rebellierst gegen sein Gebot. Nicht gegen die Obrigkeit zu rebellieren. Ja, aber du weisst doch, dass die Impfung ja nicht gut ist. Wieso sollte man dann die Impfung trotzdem nehmen? Wie viele Menschen in Deutschland wurden geimpft? Oh, keine Ahnung, ich bin aus der Schweiz vegan, keine Ahnung. Oh ja, also 70, 80 Prozent. Das heißt also, 60, 70 Millionen Menschen sind geimpft in Deutschland. Sind die alle tot umgefallen? Sind die alle krank? Nein. Nein. Weil Gott... Ja, natürlich, von 70 Millionen, wenn Hunderttausende krank werden, natürlich wird das aufgebaut. Natürlich, klar. Selbst eine Million, das ist immer noch nur ein Prozent. Das ist immer noch fast nur ein Prozent. Was ist mit den Waffen? Sagen die Christen denn nicht über diese 70 Millionen, die ganz normal weiterleben? Wer hat da die schützende Hand über die gehalten? Aber schau mal, ich komme ja selber auch vom Medizin, ja. Ich bin ja auch ein Krankenpfleger, ja. Und ich helfe ja auch den Leuten, aber ich weiß ja selber, dass die Impfungen ja nicht gut sind. Wieso sollte ich dann... Ja, und siehst doch, dass die ganze Gesellschaft doch ganz normal weiterarbeitet, die leben. Ohne Krankheit. Warum nehmen wir denn nicht diese Seite? Warum nehmen wir nur diese Hunderttausende kaputt? Ja, sterben Hunderttausende Menschen an Autounfällen. Ja. Aber 99 Prozent der Menschen fahren ganz normal Auto und die leben. Warum nehmen wir denn nicht die 99 Prozent? Nein. Warum kümmern wir uns um die eine Prozent? Warum? Warum mit zweierlei Maß messen? Ja. Gott hält seine schützende Hand über dich. Nicht eine Impfung. Selbst wenn die Impfung 100 Prozent Gift ist, wenn der Herr sagt Nein, wird diese Impfung denen nichts tun können. Nichts. Okay. Weil, Römer 13 sagt, der Herr... Du darfst kleingläubig sein. Mein Bruder will dir damit sagen, sei nicht kleingläubig, habe Vertrauen auf den Herrn. Wenn zum Beispiel die Regierung dich zwingt, eine Impfung anzunehmen, hast du immer noch eine Versicherung, dass der Herr... Du kannst ja dem Herrn direkt sagen, Herr, ich habe mich ja deiner Obrigkeit untergeordnet. Verstehst du, was mein Bruder dir damit sagt? Ja, auf jeden Fall. Ja, ja. So ist das. Ordnet euch jede Obrigkeit unter, die über euch gesetzt ist. Denn es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott eingesetzt ist. Ja. Ich weiß, jetzt klingt natürlich sehr, sehr schwierig, wenn man hier in der Welt lebt und sich anguckt, dass hier diese ganzen Regierungen voll übelst drauf sind. Aber du darfst nicht vergessen, dass Gott das letzte Wort hat. Egal welcher Präsident oder welcher Bundeskanzler irgendwas sagt. Gott hat das letzte Wort. Verstehst du? Ja. Ja, ja, ja. Verständlich schon, ja. Du gehörst doch nicht mit der Welt, die so die ganzen komischen Sachen davon sich gibt. Du bist doch jemand, der an den Herrn vertraut, oder nicht? Absolut, absolut. Er bin ich mir in der Haltung. Absolut. Und jetzt verstehst du die ernsten Aussagen meines Bruders. Habst du nun das Vertrauen zum Potthaber, nicht zum Menschen? Selbst wenn das die schlimmste Sache da drin ist. Wenn Gott, ich will, dass du stirbst, dann stirbst du nicht. Das war's. Ja. 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 Ja, wenn der Armin zum Beispiel zwei dicke Pitbulls hätte, an dem Tag, wo ISIS versucht hat, ihn zu ermorden. Was ist, wenn auf einmal eine hübsche Pitbull-Dame um die Ecke gekommen wäre und seine Pitbulls hinter dem, abgelenkt werden in diesem Moment. Dann nützt das ja nichts. Verstehst du? Ja, ja, ja. Ich verstehe schon. Dann kann der Pitbulls kaufen, wie viel er will. In einem Moment, wo die Pitbulls abgelenkt sind. Mein Bruder will damit sagen, dass ich mein Leben dem Herrn Jesus Christus übergeben habe in seine Hände. Wenn er möchte, dass ich will, dann ist es so. Aber wenn er nicht will, dann schafft es noch nicht mal diese IS-Leute, die aus Afghanistan anderen Befehle geben, um mich zu ermorden. Verstehst du? Wenn der Herr sagt nein, dann nein. Klar, klar. Dann kann die ganze Welt in den Armin kommen. Ihr müsst euch mal vorstellen, die haben mich observiert wie ein Observationskommando. Mit Handy, Walkie-Talkie und sowas. Das müsst ihr euch mal geben. Und dann sind die Psalmen, wir sind nicht vor unseren Augen erfüllt. Sie haben sich aufgerottet und schmieden üble Pläne gegen mich. Aber du, Herr, bist da für mich, um sie zu zerschlagen. Ja, du flieb. Das ist Glaube. Relsa, bist du verheiratet? Wenn es freiwillig ist, die Impfung, mein Lieber. Ja. Ja, ich bin verheiratet. Bist du verheiratet? Und hast du auch Kinder? Ähm, wenn, wenn es... Ja. Ähm... Das klingt jetzt nochmal zurück. Wenn es freiwillig ist, jemand möchte sich impfen lassen oder nicht. Da kannst du entscheiden. Ja, okay. Es ist freiwillig, ich mache es nicht. Oder es ist freiwillig, ich mache es dir überlassen. Genau. Ja, so ist das. Ja, aber weißt du, schau mal, mein... Zum Beispiel ich habe es freiwillig nicht gemacht. Ich auch. Ich habe es freiwillig nicht gemacht. Ja, klar, klar, ich auch nicht. Aber schau mal, ich bin ja wirklich sehr, sehr gläubig auch, oder? Und ich überlasse ja... Sobald es aber gesetzt wird, mache ich es. Ja, ich überlasse ja alles im Herr. Aber ich weiß ja tief innerlich, es kann doch gut sein, wenn die Regierung dich zu impfen, ja? Ja? Dich zu impfen. Nehmen wir an, es ist obligatorisch. Ja, natürlich. Klar mache ich das nicht, auch wenn ich jetzt keine Ahnung was... Was äh... Also egal wie ich leide. Weißt du, was ich meine? Äh, ja Moment, aber wenn du jetzt zum Beispiel... Wenn du dich impfst, dass du nicht mehr arbeiten darfst... Ja. Was willst du dann machen? Ja, aber das ist doch... Aber das ist ja auch fast... 2. Thessalonischer 3. Derjenige, der nicht arbeiten will, der darf auch nicht essen. Ja, aber was... Du darfst ja nicht gegen ein anderes Gesetz vom Herrn verstößen. Ja, nein, klar. Aber was machst du jetzt, Teresa, wenn jetzt das Mahlzeichen des Tieres kommen wird und du dann nur noch mit ihm... Nein, das Mahlzeichen des Tieres kommt nach der Entrückung. Ich meine... Ja, ich meine jetzt. Ja, ja, ich weiß schon. Aber ich... Was ist, wenn das vorher jetzt in der nächsten Zeit kommen wird? Dann kannst du ja... Nein, nein. Dann auch das Zeichen nicht ab... Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß. Aber weil es nicht so ist, weil das Mahlzeichen des Tieres eben ein... Ein Gericht ist über die Welt, die den Herrn Jesus verworfen hat und nicht für die Braut Christi... Wird... Haben wir damit nichts zu tun. Ja, ja. Ja, das werden wir sowieso nicht erleben, ja. 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 Aber um deine Frage zu beantworten, ja. Selbst wenn es keine Entrückung geben würde und wir müssten da reinkommen in so eine Drangsalzeit, dann darf ich das nicht annehmen, weil das steht da drin. Ja. Das Wort Gottes sagt, wer von euch das annimmt, der wird für die Ewigkeit in der Hölle sein. Das heißt, es gibt keinen Raum zu boosten für diese Menschen. Offenbarung Kapitel 14. Ja, 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 ja. Dann darf man das nicht annehmen und da muss man sterben. Da muss man als Märtyrer durch. Und es gibt ja auch Märtyrer in der Drangsalzeit, die das nicht annehmen werden. Und die werden sterben. Und deswegen beten die ja auch. Herr, wie lange, oh Herr, willst du nicht unser Blut rächen? Ich sah die Seelen, die enthauptet waren. Um des Zeugnisses. Um des Zeugnisses. Ja. Und die das Mahlzeichen nicht angenommen hatten. Ja, das heißt also, es gibt wieder Märtyrertum. Nachdem die Gemeinde entrückt ist, kommt es wieder zur Verfolgung von Christen. Weil die sich wieder nicht sozusagen diesem Biest-System 666 unterordnen wollen. Genau, genau. Und das Mahlzeichen nicht annehmen wollen. Und die werden dann getötet. Und die gehen dann als Märtyrer. Die müssen sterben. Und das wissen die auch. Die wissen, die nehmen das nicht an und dass sie sterben müssen. Und die gehen freiwillig alle in den Tod. Aber nicht jetzt. Wir sind immer noch in der Gnadenzeit. In der Zeit der Braut Christi. Das heißt also, wir haben Römer 13. Wirkt für uns. Du darfst nicht rebellieren. Wenn der Herr sagt, das ist meine Obrigkeit. Ich habe das eingesetzt. Und wenn gesetzt wird hier, dass du dich impfen lassen musst. Du kannst nicht arbeiten. Du musst dich impfen lassen. Und dein Leben in die Hände des Herrn geben. Sagen, Herr, ich wollte nicht rebellieren gegen deine Obrigkeit. Der Gesellschaft nicht sozusagen negativ auffallen. Ja, ich will mich selber ernähren. Nach 2. Thessalonischer 3. Ich will arbeiten gehen. Der Gesellschaft nicht zur Last fallen. Ich will deine Gebote halten. Jetzt bist du dran. Ich habe alles getan, was in meiner Macht steht. Und jetzt bewahre mich oder bewahre mich nicht. Aber nach Römer 13 hast du gesagt, dass ich nicht rebellieren darf. Also ich musste mich jetzt impfen lassen. Jetzt bist du dran. Und der Herr wird, der Herr Jesus wird die Verantwortung übernehmen. So sieht es aus. Ja, da glaube ich auch ganz, ganz, ganz. Das brauchen wir ja gar nicht zu glauben. Also wenn es da drin steht, dass jede Obrigkeit vom Herrn eingesetzt ist und wir uns unterordnen sollen, dann ist es halt so. Da müssen wir es machen. Ja, klar. Ja, zum Beispiel die Obrigkeit. Wir wissen ja, dass die Obrigkeit von Satanisten besetzt sind. Aber trotzdem hat der Herr den Satanisten befohlen, den Satan und seinen Satanisten, dass sie den Amir bewahren. Das war die Obrigkeit, die den Amir von Tod bewahrt hat, von Isis. Richtig? Ja. Das heißt, das ist ein Diener des Herrn, sowohl zum Guten als auch zum Bösen. Fürchte dich, wenn du das Böse tust, dass die Obrigkeit, dass ich meine Obrigkeit einsetzen werde, um dich zu bearbeiten. Wenn du das Gute tust, wirst du aber von ihr Lob bekommen. Von meiner Obrigkeit. Ja. Ja. Sie ist eine Dienerin in meiner Hand, die Obrigkeit, sagt der Herr. Deswegen hat der Herr die Obrigkeit gebracht, damit die Obrigkeit den Amir vor den Islamisten bewahrt. Genau. Genau. Ja, eben. Ich wollte noch fragen, Reza und Amir, was eigentlich, wenn man verstirbt und dann natürlich ins Himmelreich kommt. Wenn du jetzt stirbst, kommst du nicht in den Himmel. Du kommst in das Paradies. Das ist der Schoß Abrahams im Todesreich. Ja, genau. Der Himmel ist noch leer. Erst bei der Entrückung, wenn wir alle in den Himmel kommen. Ja, genau. Sorry, ja. Genau. Und weil alle sagen ja, ja, wir sehen uns dann wieder und so, ja, und dies, das, weißt du, so ganz viele, die Katholiken, die glauben ja das, ja. Ja. Aber, ähm, was ich noch lesen habe, ist, dass wir uns nicht wiedererkennen, so quasi, dass wir oben... Doch, wir werden uns erkennen, natürlich. Wir haben ja unsere... Ist das so? Bitte? Ist das so, dass wir uns wirklich erkennen werden? Natürlich. Ja. Wir werden uns erkennen, weil wir unsere Identitäten auch beibehalten werden. Da siehst du auch, dass Johannes, als er in den Himmel kommt, weint. Das heißt also, alle unsere Gefühle und so weiter, haben wir immer noch da. Ja, klar, klar, klar. Aber weißt du, dass ich so quasi plötzlich dann wieder meine Mutter sehe und so, um das geht es, weißt du? Wenn deine Mutter von neuem Geburtstag war und wenn der Herr sie als wiedergeboren akzeptiert hat, ne, das darfst du nie außer Acht lassen. Genau, genau, genau. Ja, 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 das meine ich auch, ja. Du gehörst deine Mutter dann wiedersehen, wir werden uns alle wiedersehen. Halleluja. Falls wir uns hier nicht umarmen können, dann können wir uns im Himmelreich umarmen. Wahnsinn. Amir, 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 wir werden uns hier umarmen, wenn du nach Basel kommst. Wenn ich nach Basel komme, machen wir richtige Schweizer, äh, hier, Kundgebungen und so. Leser, Leser, weißt du, ich komme aus der Schweiz und ich habe schon zum Amir gesagt, nee, hey, das ist nicht, ja, wir werden nach Basel kommst. Nee, 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 danke. Das ist schwer, als mit dem Motorrad da hinten gefahren. Das ist unglaublich, das Land. Österreicher genauso, generell die Einrichtung. Leser, lass uns, Leser, lass uns Fotora zumachen, nach Schweiz, Leser. Ja, lass mal Deutschland, die Schweiz. Die Headstreet Wolf, die Headz Angels. Leser, komm lieber in die Schweiz, ja. Sekunde, während wir die Schweizer, also, während wir die Schweizer Berge unsicher machen, mit den Headz, mit den Headz Angels. Nochmal? Was ist das für eine Verbindung, bist du in mir? Ja, ja, ja. Nein, es ist ja sehr, sehr windig. Ich mache mich mal kurz. Ja, so sieht's aus, Schippe. Ja, Schippe. Ja, so sieht's aus, Schippe. Ja, Schippe, ich lasse dich mal, Amir und Leser, ich danke euch vielmals für die Zeit und für die Aufklärung, wie immer. Ja, ich freue mich immer, mit euch zu laben. Gott, segne dich, mein Wundervoller Land. Alle Ehre dem Herrn, genau, alle Ehre dem Herrn. Ich würde Gott bedanken, ja, und dann euch, ja. Alles klar. Liebe Grüße, ja, aus der Schweiz. Alles klar, vielen Dank. Ja, vielen Grüße. Grüezi. 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 Ja, grüezi. Ciao, ciao. 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 Ja, ich höre dich, ja. Hallo. Ja, Gott segne dich und deine Warte. Hey, äh, du heißt ja Amir, richtig? Ja. Guck mal, Digga, es ist jetzt hier, es soll keine Debatte werden oder sonst irgendwas, aber ich möchte dir nur eine Sache sagen, das sage ich dir als Moslem. Wenn du zum Beispiel, du sagst ja, du bist Christ, ist ja okay. Aber du weißt ja auch selber, dass in der Bibel steht, dass die beste Weise, wie man Menschen zu der Religion bekommt, das Predigen ist, richtig? Ja, zeig mir das mal, wo das da steht. Digga, das hat mir gestern noch ein Christ gesagt und gezeigt. Warum? Warum hast du das nicht behalten, wenn du, wenn du das gesagt hast? Ich behalte mir nicht alles im Kopf, weil ich bin, ich bin nicht... Bitte? Ja, aber wenn dir das, wenn dir das so wichtig war, dass du mir das sagen solltest, warum hast du dir den Vers dann nicht aufgeschrieben, damit du sagst, oh, das werde ich mal dem Ex-Muslim mal zeigen? Ja, weil ich noch am Arbeiten war. Deswegen konnte ich... Es geht ja nicht, aber es kann doch kein Problem sein, mal eben das Handy zu nehmen und diese zwei Sachen aufzuschreiben. Ja, Digga, aber du weißt doch einfach nicht, welche Umstände man gerade hatte. Aber es heißt doch, es heißt doch zum Beispiel, Jesus sagt Nächstenliebe, richtig? Ja, ich hab ja Liebe für dich. Ja, aber Digga, merkst du nicht, du schießt, also du schießt zum Beispiel immer nur gegen den Islam? Also meine Frage ist, warum machst du das auch nicht bei den Juden? Machen wir doch immer, zwischendurch, alles. Na wo denn? Du bist ja auch nicht von morgens bis abends hier drin, oder? Dass du zehn Stunden mehr beim Livestream zuguckst, oder? Ich kenne dich schon von YouTube, wo du ganz, ganz klein warst. Ich kenne dich von YouTube. Da warst du noch ganz, ganz frisch drin. Ja. Okay. Und da habe ich dir auch oft unter deinen Kommentaren geschrieben, aber leider kam da nie eine Antwort. Ja, ich glaube, bei 5000 Kommentaren geht leider dein Kommentar ein bisschen verloren. Tut mir leid. Digga, da hattest du nur zehn Abos. Zehn Abos, ja, natürlich, klar, zehn Abos. Das war bei YouTube. Unglaublich. Jedenfalls, guck mal, wer ein Christ ist, mein Respekt, wer ein Jude ist, mein Respekt, wer ein Moslem ist, mein Respekt. Aber Digga, das, was du... Ja, du bist ein vernünftiger Mensch, aber deine Religion lehrt etwas anderes. Warum verstehst du das nicht? Deine Religion ruft dazu auf, meine Geschwister, mich und meine Geschwister zu bekämpfen und zu unterdrücken und von uns Schutzgeld zu verlangen. Was soll das? Schutzgeld? Ja. Was hast du gerade für Schutzgeld gesagt, Digga? Warum lachst du denn? Lache ich. Ja, na und? Nur weil du nicht lachst, heißt nicht, dass ich nicht lachen kann. Ja, aber das ist die Wahrheit. Das befindet sich im Koran drin. Ja, aber es heißt doch im Krieg. Nein, nicht im Krieg. Der Islam befindet sich immer im Krieg. Das heißt, Darat Harb und Darat Islam. Haus des Krieges und Haus des Islams, was islamisiert wurde und was noch nicht islamisiert wurde. Haus des Krieges ist alles, was noch nicht islamisiert wurde. Der Islam befindet sich seit 1400 Jahren im Krieg. Multiple Störungen angemittelt. Okay, du kennst unsere Gebote? Ja. Kannst du mir die kurz aufziehen, bitte? Was möchtest du denn hören? Na, sag mir mal, darf ich zum Beispiel jemand anderes töten, laut Islam? Ja, Surah 5, Vers 33. Was steht denn da drin? Diejenigen, die gegen Allah und seinen Gesandten Krieg führen, sollt ihr wechselseitig oder im Land verwerben trachten, sollen wechselseitig die Hände und Füße abgeschlagen werden und sie sollen gekreuzigt werden. Digger, es heißt ja bekriegen. Bekriegen ist ja damit gemeint, wenn wir beide jetzt zum Beispiel Ukraine und Russland, das ist ein Krieg. Nein, auch dann nicht. Auch wenn du Allah und seinem Gesandten zuwiderhandelst. Das heißt, wenn du ihre Gesetze und Gebote nicht akzeptierst und sagst, nein, 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 ich möchte so leben, wie ich will. Dann sagt der Allah, nein, durch seinen Propheten. Allah hat mir angeordnet, jeden Menschen zu bekämpfen, bis er bezeugt, dass es keinen Gott gibt außer Allah und ich der Gesandte bin. Kommen Sie dieser Forderung nach, so ist Ihr Leben und Ihr Besitz von mir sicher. Ja, aber guck mal, es heißt doch im Koran, du darfst einen Menschen nicht zum Islam zwingen. Das heißt, es muss wirklich aus den Herzen her passieren. Verstehst du? So, 9 Vers 29, kämpft gegen diejenigen, die nicht an Allah glauben. Zwang. Damit ist doch aber nicht gemeint, nur weil du jetzt zum Beispiel ein Christ bist, dass ich jetzt zu dir komme. Leider konnte es schon. Sollen wir den Tafsir von Ebene Kassir aufschlagen? Sollen wir den Tafsir von Ebene Kassir aufschlagen? Bitte? Sollen wir dazu ein Tafsir lesen, damit du mir glaubst und sagst, ja gut, das sagen sogar die Gelehrten und zitieren sogar Mohammed. Was ich dir sagen möchte, es gibt ja Gelehrte. Da ist Herzen anhand deiner Aussprache, Digga, du hast doch nie ein Vers aus dem Koran gelesen. Verstehst du das nicht? Das ist das Problem bei dir. Nein, warum verurteilst du gleich? Ich verurteile dich nicht. Ich verurteile überhaupt niemanden. Ich sage nur, sei schlau und fang an mal den Islam zu studieren und herauszufinden, wer Mohammed in Wahrheit war, was der Koran in Wahrheit lehrt. Ja, aber guck doch mal, du sagst gerade, nur weil ich Dika sage, heißt das, ich habe nie den Koran gelesen. Ich weiß, wer ihr seid. Sobald du sagst, Dika und Dika und sowas, ich habe noch nie ein Vers aus dem Koran gelesen. Ihr habt doch noch niemals Mohammeds Leben studiert. Du weißt schon, dass wir, ich bin ja Araber, du weißt schon, dass wir von klein auf in die arabische Schule kommen. Wir haben Islamunterricht, wir haben die arabische Sprache auch als Unterricht. Ich kann lesen, schreiben, ich kann das alles. Okay. Was ist, wenn diese arabische Schule dir von Anfang an nicht die Wahrheit gesagt hat und du mit dieser Lüge aufgewachsen bist? Finde ich okay. Schöne Aussage. Deswegen war ich auch schon mal in einer, wie nennt man das, in einer Kirche. Deswegen war ich auch schon mal in einer Kirche und habe auch schon mit Pfarrern geredet. Hast du meine Frage überhaupt verstanden? Ja, wiederhol mal bitte. Was ist, wenn du von klein auf in dieser arabischen Schule etwas Falsches gelehrt bekommen hast über den Islam und natürlich heute schockiert bist, wenn auf einmal andere Dinge auftauchen, die überhaupt gar nichts mit dem zu tun haben, was du da gelehrt bekommen hast? Verstehst du? Deswegen habe ich da selber nachgelesen. Wo hast du nachgelesen? Zum Beispiel, bitte? Wo hast du nachgelesen? Bukhari, den Koran. Ach so, du hast Bukhari gelesen und hast nicht erkannt, dass Mohammed angewiesen wurde, die gesamte Menschheit zu bekämpfen? Das hast du nicht gesehen, ne? Bika, guck mal, du weißt das ja selber, du bist ja kein dummer Typ. Du weißt ja zum Beispiel, wenn du und ich jetzt zum Beispiel, wir übersetzen beide den Koran auf Deutsch. Richtig? Bei dir heißt es zum Beispiel in der Verse Krieg. Bei mir heißt es bekämpfen. Es kommt immer wirklich darauf an, wer hat übersetzt. Verstehst du, was ich meine? Wäre es dann nicht richtig, dann in den Urtext zu gucken und das Wort zu studieren, ob es dann bekämpft oder tötet oder sonstiges ist, ob wir mal eine Wortstudie machen, ist doch kein Problem. Okay, wir sind doch keine dummen Menschen, oder? Deswegen wundert es mich, warum du solche Aussagen tätigst. Du weißt ja bestimmt selber, wenn ein arabisches Wort eine Bank heißt. Es kann sieben verschiedene Begriffe haben. Okay, kann auch töten sieben verschiedene Begriffe haben. Töten? Mhm. Nein. Töten ist töten. Dankeschön. So sieht es aus. Danke, dass du wenigstens ehrlich bist. Ich bin ehrlich, ich brauche hier nicht rumzulügen. Ja, du weißt die Geschichte, du weißt, wie die ganzen islamischen Länder zum Islam gezwungen wurden. Es war Khalid ibn Walid und die Sahaba, die die ganzen Länder angegriffen haben und aus den Muslime gemacht haben. Heute, dass du ein Muslim bist, ist, weil deine Verwandten gekillt wurden und deine Verwandten die Schahade ausgesprochen haben und über die Generation hinaus, dass niemand mehr erfahren hat und ihr alle sagt, ich bin Muslim, obwohl deine Verwandten gegen den Islam gekämpft haben. Das kannst du nicht sagen, ja, aber da verallgemeinert es und da stemmt es so direkt ab, dass er ihn war. Das ist die traurige Geschichte des Islams, weil der Islam hat sich mit dem Schwert verbreitet und die islamischen Gelehrten geben das heute. Aber das Christentum doch auch. Nein, überhaupt kein bisschen. Der Paulus hat niemals das Schwert an den Nacken von Menschen gehalten. Der hat Gemeinden gegründet in Ephesus und so. Also, Türkei war ein christliches Land, wurde gewaltsam übernommen und aus dem Türkei wurde ein islamisches Land. Syrien war christlich, wurde islamisch. Afghanistan war buddhistisch, wurde islamisch. Das sind alles Länder, die gewaltsam erobert wurden, die Frauen vergewaltigt und die Männer getötet und die Kinder dann Ahmad, Hassan, Hüseyin und Ali und wie sie alle hießen, dann entstanden sind. Okay, dann will ich dich mal was fragen. Guck mal, du weißt ja bestimmt aktuell gerade mit Russland und Ukraine, richtig? Okay, die Russen sind ja orthodoxe Christen, also die meisten von denen. Es gibt so ein paar Juden unter denen. Heißt das jetzt, weil Russland gerade Krieg führt, dass es das Christentum ist oder die Russen? Natürlich nicht, weil die Aussagen des Gründers des Christentums, jetzt mal so gesprochen, hat niemals Gewalt gelehrt, oder? Vom Christentum? Ihr habt ja auch verteidigt mit den Schwertdickern. Kein Problem. Wer ist das Vorbild der Christen? Jesus. Hat Jesus selber jemanden getötet? Nee, aber er sollte, also er wurde gekreuzigt, laut eurer Aussage. Ich habe dich gefragt, hat Jesus selber jemanden getötet? Ich habe mich gefragt, wurde er getötet? Nein. Nein. Hat, warte, wir machen weiter, damit du das verstehst, damit das Klick macht in deinem Kopf. Hat Jesus seinen Anhängern befohlen, Menschen zu ermorden? Das weiß ich nicht, das kann ich dir nicht beantworten. Das weißt du. Hat Paulus jemanden ermordet? Paulus nicht. Was war mit den anderen Menschen? Hat Simon Petrus jemanden ermordet? Guck mal, man kann doch mit dir normal reden. Hat Johannes jemanden ermordet? Bitte? Hat Johannes jemanden ermordet? Das kann ich dir gerade nicht sagen, das weiß ich nicht. Das kannst du mir sagen, kein Problem. Du weißt ganz genau, dass der christliche Glaube Gewaltlosigkeit lehrt. Kannst du mir aber zeigen, dass Ali nicht gemordet hat? Nein, kannst du nicht, weil er hat gemordet. Kannst du mir zeigen, dass Abu Bakr nicht gemordet hat? Nein, kannst du mir nicht, weil er hat gemordet. Kannst du mir zeigen, dass Umar nicht gemordet hat? Nein. Er hat nämlich die Christen und Juden abgeschlachtet und den Vertrag von Umar hat er denen aufgezwungen. Suche 9, Vers 29. Kannst du mir beweisen, dass Uthman niemanden getötet hat? Nein, weil er hat Menschen umgebracht. Das ist der Unterschied. Okay, aber guck mal, man redet ja mit dir, aber bei dir ist es irgendwie so, du versuchst gerade so Druck aufzubauen, indem du einfach sagst, ja oder nein. Man redet doch von Mensch zu Mensch. Was mache ich denn? Natürlich. Danke, Lili. Ich will dir doch nur damit vereinfachen, dass so einfach wie möglich will ich es dir machen. Ich will nicht mal so die übelste Philosophie dahinter dir jetzt präsentieren, sondern einfach nur zu sagen, das Vorbild der Christen, wonach sich Christen richten, hat niemanden auch nur ein Haar gekrümmt. Das Vorbild der Muslime hat Menschen angegriffen, von ihnen Schutzgeld verlangt und sie nach und nach massakriert und zum Islam gezwungen. Aber wo steht denn zum Beispiel jetzt im Koran oder jetzt in dem Tafsirat, wo steht das drin, dass die Muslime von alleine angegriffen haben? Surah 9, Vers 29. Ja. Ja. Tafsir ibn Kathir. Ja, ja, sag mir mal bitte. Du kannst ja lesen, das habe ich doch gerade genannt. Ja, ich habe das jetzt nicht zur Hand. Ja, du kannst ja das aufschreiben und dann sagen, Ex-Muslim, ich prüfe das mal nach. Wenn du recht hast, verlasse ich den Islam, weil wenn das so ist, dann ist es ja die ekelhafteste, gewalttätigste Religion und man muss andere warnen. Nee, also ich finde nicht, dass Islam ist ja Frieden. Also ich finde nicht, dass Islam gewalttätig ist. Bedeutet Islam Frieden? Bitte? Bedeutet Islam Frieden oder was bedeutet Islam? Du, ich als Moslem, das heißt Gott Ergegner. Gott, nein. Ich habe gefragt, was bedeutet Islam? Ja, Frieden. Nein. Islam, was bedeutet Salam? Salam ist ein Gruß. Was bedeutet Salam? Grüße. Was für Grüße, Mann. Das Wort Salam hat eine Bedeutung. Was bedeutet Salam? Sag du sie mir bitte. Frieden. Es heißt ja, Salamu alaikum. Ja, Friede sei mit dir. Friede sei mit dir. Salamu alaikum. Ja. Was bedeutet Islam dann? Wenn Salam Frieden bedeutet, was bedeutet Islam? Warte mal, du bist Araber und du weißt noch nicht mal, was Salam bedeutet. Warte mal. Das stimmt doch irgendwas nicht. Das stimmt doch irgendwas nicht. Das ist so, als wenn du einen Deutschen fragst, was bedeutet guten Tag? Und dann sagt er, das bedeutet, ich will Kuchen essen. Okay. Also, das stimmt doch nicht. Und dann sagt er, ich war in der arabischen Schule. Ich habe arabisch Kurs gemacht. Du weißt noch nicht mal, was Salam ist. Und du kommst hier mit Amir, um in eine islamische Diskussion zu führen. Ist das wirklich dein Ernst? Ich bin gerade mit ihm am Reden. Ich habe ja gesagt, ich bin nicht hier, um irgendeine Debatte zu führen. Ich wollte ein bisschen mit ihm spielen. Du kannst gar keine Debatte führen, weil du ja null anstiegst. Du weißt noch nicht mal, was Salam bedeutet. Und du kommst hier hin und willst mit Amir reden. Nein, du musst hier kommen und sagen, ich weiß von nichts. Amir belehre mich. Ja, genau. Okay. Und wenn das jetzt glücklich der... Bitte lass mich mal ausgehen. Ich lass dich ja auch darüber reden. Ja, ja, klar. Wenn das jetzt wirklich... Sagen wir mal, ich liege jetzt im Unrecht. Alles gut. Ich weiß nicht, was Salam und 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 bedeutet. Aber das, was du machst, Resa, du kommst hier rein, versuchst dich über mich lustig zu machen. Das zeigt einen sehr ekelhaften Charakter. Nein, wenn du sagst, du bist Araber und du bist armer. in der arabischen Schule gegangen und weißt noch nicht mal, was guten Tag auf Arabisch heißt. Das ist so, als wenn du einen Polen, der hier geboren ist, fragst, was heißt Jim Dobre. Ich hab's verstanden. Ja. Ich hab's verstanden. Ja, wenn du doch null Ahnung hast von arabischer Sprache und von Islam. Null. Weniger als null. Dann kommst du doch nicht hier hin und versuchst mit dem Amir eine Diskussion zu können. Boah, wenn du dem Wissen hast, dass ich weniger als null Ahnung habe. Wenn du als Araber nicht weißt, was Salam bedeutet, dann hast du weniger null als null. Weil jeder Araber auf der Welt weiß, was Salam bedeutet. Okay. Alles gut, ey. Ich bin nicht hier, um mich zu streiten. Ich bin nicht hier, um... Ja, du bist hier hingekommen, um zu lügen. Du bist hier hingekommen, um zu lügen. Und du wirst nach und nach. Ich mein Bruder, ich hab nur gewartet, bis du einen Satz sagst, dass ich sagen kann, was soll das? Warum lügst du die ganze Zeit hier so rum? Womit hab ich jetzt gelogen? Du hast gesagt, dass du von klein auf in die Arabischschule gegangen bist. Ich bin ja ruhig. Okay, jetzt hier mal rezipiert. Surat al-Ikhlaz. Was? Bitte? Surat al-Ikhlaz. Mach mal. Warum soll ich dir jetzt hier im Internet rezipieren? Du, ey, du bist so ein Teufel, ne? Das ist so teufelisch, ne? Das ist so teufelisch, was der Typ macht. Warte mal, sag mal, sag mal, was hast du denn davon, wenn ich sie dir jetzt rezertiere? Damit ich weiß, dass du wenigstens ein Muslim bist, dass du wenigstens hier die Surat al-Ikhlaz drauf hast. Soll ich dir die Vatah aufsagen? Wenn mir ein, ich möchte es aufsagen. Machst du Surat al-Ikhlaz, bitte? Ja, ich bin gerade mit dir am reden, ich muss jetzt hier nicht Surat al-Ikhlaz sagen. Aha, weil du es nicht kannst, merkst du? Ich kann das. Ja, mach mal. Nein, ich muss doch nicht auf Befehl das und das tun, weil du es sagst. Wie ich dich exposed habe, ne? Weißt du was? Wir machen es anders. Du sagst es einmal und dann sag ich es dir. Nein, du machst jetzt einmal und dann mach ich es. Ne, 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 fang an. Weht ihr was für ein Teufel? Dann hör zu. Hörst du zu, ich sag es dir. Ja. Aber dann, ich sag dir die und dann möchte ich von dir, dass du meine Frage beantwortest. Ja, mach mal. Ja. Okay. Ja, okay. Möchtest du noch eine Sorge? Ja, bitte. Ein Kausat. Der ist am Blättern, der ist am Lesen an mir. Der ist am Blättern. Mach mal, mach mal ein Kausat. Wie peinlich ist das gerade, bitte. Sag mal bitte. Wieso denn? Du wolltest gerade, da steht diese Sorge. Ist das dein Ernst? Du bist am Blättern, Junge? Digga. Kann man die Kamera anmachen? Mach mal bitte ein Kausat. Das ist die kürzeste Sorge im Koran. Was war das denn bitte? Mach mal bitte langsamer, ich höre gar nichts. Ja, Digga, guck mal. Das ist das, was ich meine. Du sagst mir, liest das, ich liest das. Ja, mach doch mal langsam, ich höre gar nichts, Mann. Ja, du hältst aber nicht dein Wort. Du sagst, liest das, ich sag dir, ich will dir da noch eine Frage stellen. Ja, okay, aber du kannst doch nicht so schnell machen. Ich höre gar nichts, Mann. Digga, du hältst nicht dein Wort. Man redet miteinander. Doch wieder, ey, Digga. Bitte? Und wieder sagst du, ey, Digga. Mach mal bitte langsam, Mann. Nee, jetzt sag du mir. Ja. Das kann doch nicht wahr sein. Mach mal bitte langsam, so dass man das auch hört und versteht. Ich hab das einmal gemacht. Inna a'teynika alkausar. Weiter. Was? Inna a'teynika alkausar. Weiter. Nein, du sprichst es falsch aus. Oh, ey, das kann nicht wahr sein. Hör zu. Auzubillah min al shaytan al rajim. Hörst du zu? Ja. Inna a'teynika alkausar. Fatalli li rabbeka wanhar. Inna a'teynika al-abtl. Inna a'teynika al-aba'r. Inna a'teynika al-abtl. Ja. Okay. Ja. Warum hast du das so schnell? Bll-bl-bl-bl-bl. Ja, Digga, weil ich es nicht gewohnt bin jetzt irgendwie reinzukommen und irgendwie Koran versorgt zu sagen. Ja, wie kann das sein, dass du in der Koranschule warst und nicht weißt, was Salam bedeutet? Ich sage noch zu dir, ein Begriff kann sieben, acht Bedeutungen haben. Aber doch nicht bei Salam. Warte mal, was bedeutet denn Salam? Frieden. Okay, hol mir bitte jetzt den Beweis, dass es nur Frieden bedeutet. Ey, das kann doch nicht mehr wahr sein. Der Wortstamm vom Islam, wo kommt der her? Bitte? Der Wortstamm vom Islam, wo kommt der her? Wie meinst du das? Ja, der hat ja einen Wortstamm, der Islam. Das Wort Islam hat ja einen Wortstamm. Wo kommt dieses Wort her? Von Aslimu, richtig? Von wem? Von Aslimu, richtig? Islam, Aslimu, Wortstamm. Aslimu, ja. Was bedeutet das? Aslimu bedeutet, werdet Muslime, Aslimu. Werdet Muslime? Ja, Aslimu. Richtig, so. Und das ist der Wortstamm des Islams. Unterwerfung. Du hast dich Gott zu unterwerfen. Muslim bedeutet nicht Gott ergeben, sondern ein Unterworfener. Okay, eigentlich ist doch derselbe Begriff, Gott ergebener. Nein, es ist nicht derselbe Begriff. Es ist nicht derselbe Begriff. Ich bringe nichts durcheinander, Mann. Ich bringe nichts durcheinander, Dicke. Aber ich wundere mich, seit wann so Leute einfach reinkommen und mir erzählen wollen, dass beim Islam zum Beispiel oder arabischen Sprachen zum Beispiel ein Wort nur das und das heißen kann. Kann sein, aber der ist riesen Falle. Aslam, Taslam. Aslam, Taslam. Das heißt, du unterwirfst dich, du ergibst dich oder sonst kommst du dran. Du kennst doch, wenn die Polizei einen Verbrecher stellt. Warte mal, warte mal, lass mich mal kurz ausreden. Lass mich nur kurz ausreden. Mit ihm möchte ich nicht reden, weil du bist unhöflich reingekommen und... Lass meinen Bruder reden, ansonsten gehst du raus. Das ist ein Gespräch, das ich ansonsten bin und geh raus. Ja, dann geh ich raus. Aslam, Taslam bedeutet, du musst dich entweder unterwerfen, ja, wie die Polizei, ja, wenn ihr einen Verbrecher stellt, dann sagen sie, kommen sie, ergeben sie sich, ja, die Waffe ist auf dich gerichtet, wenn du dich ergibst, kommst du lebend raus. Wenn du dich nicht ergibst und unterwirfst, heißt das, du kommst dran. Das Waffengewalt, das ist Aslam, Taslam. So sieht's aus. Der Mohammed hat selber, der Mohammed hat selber Drohbriefe den bittratinischen Königen geschickt, Aslim, Taslim, nimm den Islam an, dann bist du sicher, danke dir. Ja, unterwerf dich, ergeb dich dem islamischen Gott, sonst bist du dran. Ja. Das bedeutet das, das mit Gewalt, mit Schwertgewalt, ja, ergibst du dich dem Islam, unterwerfst dich dem Allah, sonst musst du, ja, dran glauben. Nein, Reza war nicht respektlos. Reza hat recht, wenn jemand sagt, dass er in der Koranschule war, Arabisch spricht und nicht mal weiß, was Salam bedeutet. Das muss ja das allergrausamste sein, was man jemals gesagt hat als Araber. Dass man nicht mal Salam übersetzen kann. Das muss ja wohl möglich sein, das anzusprechen und zu sagen, ey, sag mal, wie geht's noch? Also du weißt nicht, was guten Tag bedeutet oder was? Oder Frieden? Ich bin entsetzt, entsetzt, entsetzt. Gott segne dich und deine Familie, hi. Hallo. Hi, grüß dich. Grüß dich, Gott segne dich und deine Familie. Dich natürlich auch. Danke. Okay, auch. Ja, wie geht's dir, mein Lieber? Ganz gut, handel dir, Jesus, wie geht's dir? Handel, mir geht's dir. Ja, schön. Ja. Was möchtest du wissen, mein Freund? Ich möchte gerne wissen, ich brauche, ich will einfach einen schönen Satz für den ganzen Tag. Einfach einen schönen Satz, eine Weisheit. Eine Weisheit? Eine schöne Weisheit. Ich sag dir eine Weisheit. Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer, der dich liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Gefällt dir das? Wow, das war wunderschön. Gott segne dich, mein Wundervoller. Ich auch, mein Lieber. Ich wünsche mir von Herzen, dass du eines Tages dich hinsetzt und dieses Evangelium, das Wort Gottes wirklich liest und begreißt, wer dich am meisten liebt. Und zwar der Herr Jesus. Frau Helberg, und zwar, ich rede gerade mit einer sehr, sehr, sehr Person, einer sehr fürsorglichen Person. Nee, wirklich. Ich sitze gerade in der Schule. Dann mach weiter. Gott segne dich. Ja, der wollte einen wunderschönen Vers haben, da hat er den schönsten bekommen. Der Doktor steht auf meinem Zimmer, aber es gibt keine größere Liebe, als dass man sein Leben hingibt für seine Freunde und ihr seid meine Freunde. Wenn Gott sagt, ihr seid meine Freunde und ich gebe mein Leben für euch hin, dann ist das schon das höchste. Hallo. Hi, mein Lieber. Gott segne dich und deine Familie. Guck mal, Bruder, du kommst seit langem. Guck mal, ich gucke deinen Live und weißt, was ich meine. Ich bin als Muslim, aber ich bin nicht dagegen, Christo, weißt du, was ich meine. Also wir sind alle Brüder und Schwestern, weißt du, was ich meine. Wir sind von einer Mutter und von einem Vater geboren, weißt du, das weiß jeder. Und zwar, du kommst in Live und du machst immer lächerlich wegen unserer Propheten und so. Aber bei Muslimen siehst du einen Tag, die Leute, die Muslime sind, die kommen rein in Live und die wollen also Jesus oder egal was sonst. Die reden einfach nicht über eure Religion, aber ihr kommt einfach, ihr macht lächerlich über Islam, aber ich weiß nicht warum. Nein, die Muslime in den Streams machen sich sehr, 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 sehr lustig über die Bibel, sehr, sehr lustig über den Herrn Jesus. Und da steht, du bist Ex-Muslim, hast du einen Beweis, dass du Ex-Muslim bist? Nein, ich habe keinen Beweis, ich habe nur mein komplettes Leben, mein komplettes Leben habe ich als Zeugnis gegeben, aber ich habe keinen Beweis. Nein, dein komplettes Leben, du warst Christo, das weißt du, das weiß ich, meine. Gottsegen, 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 ist mein Wunder, Mann. Oh, wei, 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 oh, wei, wei. Das ist so heftig, das. Ja, ihr Lieben, da ist überhaupt keine Grundlage. Also alles, was er gesagt hat, ist ja falsch. Wirklich von vorne ein bisschen. Fangen wir beim ersten an, dass er sagt, dass keine Muslime den christlichen Glauben kritisieren oder was auch immer. TikTok ist voll von Muslimen, die den christlichen Glauben kritisieren. Der Koran selber ist ein Angriff auf das Christentum. In dem die Grundlage des Christentums, nämlich Jesus Christus, Gott gekommen als Mensch. Jesus Christus, gekreuzigt am Kreuz, gestorben, auferstanden. Die ganze Fundamente des Christentums wird vom Koran angegriffen. Ich weiß jetzt nicht, auf welchem Planeten jetzt der gute Mann lebt, aber bestimmt nicht auf Planet Erde. Wie kann man solche Aussagen tätigen? Seine ganze Religion ist ein Angriff auf das Fundament der Bibel, auf das Fundament des Christentums. Ja, das ist das Erste, was er gesagt hat, was komplett falsch war. Und zweitens, er hat ja gesagt, dass du jetzt den Prophet Mohammed beleidigst oder lächelst. Das stimmt gleich, der Amir liest nur vor, aus den islamischen Schriften, dass die islamischen Schriften eine Beleidigung sind für die Muslime. Das ist nicht unser Problem. Ja, genau. Dass die islamischen Schriften in den Augen der Muslimen schlimm sind, ja, das ist euer Problem. Amir gibt es nur weiter. Amir sagt, suche das, Vers das, steht das. In Hadith das, Tafsil das, steht das. Und wenn die Tafsile, der Koran, den islam schlecht machen, ja, dann habt ihr ein Problem mit eurem Gott. So sieht es aus. Und dann müsst ihr zugeben, also indirekt sagen die ja, unser Gott ist schlecht, unsere Religion. Nicht Amir ist schlecht, sondern unsere Religion ist schlecht. Das meinen wir indirekt. Ja. Deswegen habe ich gesagt, was mache ich denn großartig? Ich zitiere doch nur aus euren Schriften und gebe ein wenig meine Meinung wieder. Das war's. Mehr mache ich ja gar nicht. Somit gibt es zu, dass der Islam eigentlich eine grausame Religion ist, die man überhaupt nicht hier im Fuß fassen darf. Womit man sich auch, äh, keiner identifizieren kann. Ja. Achso, ich mache mich mal leise. Hallo. Hallo. Wie geht's dir? Hamdulillah, wie geht's dir? Danke, mir geht's gut. Hamdulillah, Jesus. Also, ich wollte mal sagen, guck mal, hier kam gerade so ein netter Kerl, der hat gesagt, warum ihr über Muslimen und so redet. Und ihr habt ja gesagt, dass ihr Muslimen über Jesus schlecht reden, richtig? Ja, habe ich schon sehr oft gesehen. Okay. Guck mal, hier, diese ganzen Muslimen machen eigentlich nur wegen dir live, weil du damit angefangen hast. Wenn du damit aufhörst, doch, natürlich, jeder, 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 jeder Muslim sagt das so, ja. Ich habe ihn nicht, ich, guck mal, ich bin live, nur wegen dir. Ich bin sehr oft live, nur wegen dir. Und. Achso, bin ich jetzt dein Leben geworden? Nur weil ich live bin, bist du auch live, oder was? Nein, ich mach... Ich merke schon wieder, das ist ein Teufel, bin ich am Berg. Guck mal. Direkt im Hintergrund, habt ihr gehört? Das war der Tag. Da hat er gesagt, Punkt, Punkt, bitte, Punkt, bitte. Punkt, Punkt, bitte. Also, ja. Hallo, Ami. Hallo, bist du? Gott segne dich schon, deine Familie. Danke. Bitte, kannst du lauter sprechen? Ja, ich höre dich. Ich meine, kannst du lauter sprechen? Kannst du das Handy näher an deinen Mund tun? Ich habe Kopf darauf, deswegen höre ich das... Achso, dann mach die bitte raus, deine Stimme kommt sehr leise rüber. Eine Sekunde. Jetzt besser? Ja, viel, viel besser. Okay. Ich habe eine Frage. Also, ich bin zum Beispiel, ich glaube dem Koran, aber ich nach meiner Meinung akzeptiere nicht die Sunnah oder Hadith. Warum? Warum, wenn ich fragen darf, warum akzeptierst du das nicht? Weil sie für mich nicht Gottes Werk sind. Das sind menschengemachte, menschengemachte Quellen, die neben dem Koran halt nicht als Quelle der Religion gelten können. Okay. Und das, also, das, was der Koran sagt oder das, was er uns vermittelt, ist einzig und alleine den Koran als Basis zu nehmen. Und ich würde dich gerne fragen, was du, wenn du die Hadith jetzt nicht berücksichtigen würdest, welchen Kritikpunkt, nicht gegenüber das Christentum, sondern allgemein für dich der größte Kritikpunkt wäre, wenn du nur den Koran als Fundament nehmen würdest. Wenn ich nur den Koran als Fundament nehmen würde, würde Sura 424 ausreichen, um herauszufinden, dass Gott ein Gott ist, der dich verleitet zur Sünde. Und zwar, dass du dich an Frauen vergnügen kannst, um deine Triebe zu erfüllen. Und dann gibst du dir ein bisschen Geld und dann kannst du rausgehen. Zusätzlich kommt noch, dass dieser Gott mir die Erlaubnis gibt, meine Frau zu schlagen, wenn ich befürchte, dass es widerspenstig ist. Warte ganz kurz, einen Moment, einen Moment, einen Moment. Vielen Dank. Vielen Dank. Zusätzlich habe ich ja gerade gesagt, dass der Gott erlaubt, meine Frau bei Widerspenstigkeit. Nur wenn ich befürchte, dass die Widerspenstigkeit widerspenstig ist, sie zu schlagen. Also das kann auf gar keinen Fall von Gott sein, verstehst du? Auf gar keinen Fall von Gott sein. Weiter geht es dann auch noch, dass wir die Menschen, die zum Beispiel im Verderben, also im Land Verderben nach Verderben trachten, zum Beispiel, wenn sie zum Beispiel in einem Land irgendwie falsche Lehren verbreiten oder sagen, dass ihre Religion eventuell die Wahrheit sei, dass man ihnen Hände und Füße wechselseitig abschlagen darf und sie kreuzigen sollte. Und dann geht es weiter, dass die Religion von Allah nur siegen sollte über alle anderen Religionen in Sura 8, Vers 39 und dass die Religion Allahs gänzlich über alle anderen Religionen herrscht. Und dann haben wir auch noch Sura 9, Vers 5, dass man alle Muschikin, Götzen, die er zum Glauben zwingen sollte, um sie umzubringen. Zusätzlich haben wir dann noch Sura 9, Vers 29, dass wir alle Menschen bekämpfen sollen, bis sie dem Islam angehören oder uns Schutzgeld bezahlen. Und dann geht es weiter mit Sura 65, Vers 4, dass Allah erlaubt, uns Kleinkinder zu heiraten und uns auch wieder von ihnen scheiden zu lassen und so weiter und so weiter und so weiter. Wo steht, dass wir Kleinkinder heiraten? Also das konnte dir bis dahin folgen, aber was meinst du mit Kleinkinder? Ja, also im Islam weiß es ja, gibt es kein gewisses Heiratsalter. Du kannst auch ein Baby heiraten. Das sagen ja auch die Gelehrten. Du musst halt nur warten, bis es vom Körper her etwas Fleisch dran ist, so wie Mohammed das getan hat. Okay, aber was sagt der Koran darüber, ob man ein Kind heiraten will? Ich meine, früher war es gang und gäbe, dass Menschen mit 15, 14, das ist in allen Kulturen, das ist in der orientalischen Kultur so gewesen, dass sie mit dem Alter geheiratet haben. Es geht um die Reife. Im Koran steht da weder von einem Alter, da steht eine gewisse Seelenreife, beziehungsweise... Nein, du hast den Koran nicht gelesen, sei ehrlich, Misthus. Natürlich habe ich den Koran gelesen, aber über die... Sollen wir mal zusammen die Sura 65, Vers 4 lesen? Gerne. Okay, ich hole deinen Koran her. Sura 65? Vers 4. Okay. Willst du lesen? Lies uns mal bitte vor und dann schauen wir mal, was du dann dazu sagst und dann gucken wir uns mal an, was die Gelehrten dazu sagen. Wenn ihr in Zweifel hegt über jene eurer Frauen, die keine Menstruation mehr erhoffen, dann wisset, dass ihre Frist drei Monate beträgt. Stopp. Stopp. Was meint Allah, als er diesen, also diesen einen Satz jetzt erklärt? Wir gehen mit Stück für Stück. Das sind drei Kategorien, die hier genannt werden. Wer sind die Frauen, die keine Monatsblutung mehr erhoffen? Schwangere Frauen? Nein, ältere Frauen. Also ältere Frauen, die ihre Reife schon gehabt haben und somit keine Omas. Genau, hier schreibt das schon jemand. Sehr gut. Die passen auf. Sie haben alle auch einen klaren Verstand. Sehr gut. Alte Frauen. Richtig. Weiter, Messung. Okay. Die Fristen erhoffen, dann wisset ihr, dass ihre Frist drei Monate beträgt. So, nächste Frage. Ja. Weiter, lies. Die noch keine Menstruation gehabt haben. Und für die Schwangere, die Frist. Warte, bitte, warte. Wir müssen Stück für Stück weitergehen. Der nächste ist was? Die noch keine Menstruation gehabt haben. Okay. Wer sind diese sogenannten Frauen, die noch nie ihre Menstruation gehabt haben? Vielleicht Kranke, die es nicht haben? Nein, nein. Lass das nicht zu in deinem Herz. Guck dir den Kommentarbereich an. Siehst du? Wenn ihr im Zweifel der Überraschung habt, wollen wir keine Menstruation gehabt haben. So sieht es aus. Siehst du, wie dein Herz gerade wehtut? Nein. Ich versuche ihn nur zu verstehen. Ja, du verstehst ihn. Mach dir keine Sorgen. Wir verstehen ihn alle. Das ist nämlich die Rechtfertigung. Die Ehe zwischen Mohammed und Aisha. Er hat ein sechsjähriges Kind geheiratet und hat sie mit neun Jahren entjungfert. Und dieses Kind hat mit Puppeln gespielt, Mesut. Nein, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Ich sollte es zeigen. Ich glaube, du kannst mir Gelehrte oder irgendwelche Leute bringen. So kannst du aber nicht als Muslim vorgehen. Das ist ja Wahnsinn. Ich nehme mir nur den Koran als Vorbild. Wenn du dir nur den Koran als Vorbild nimmst, dann hast du ja in dem Vers drin, dass du kleine Kinder, die noch nicht menstruiert haben, heiraten darfst und sich auch wieder von ihnen scheiden lassen kannst. Und du weißt ja, wenn ein Mann, ein Kleinkind, also wenn ein Mann jemanden heiratet, dann darf der auch die Ehe vollziehen, oder? Das ist selbstverständlich. Also, darf ein Mann ein frühpuppertäres Kind heiraten und die Ehe vollziehen? Dankeschön. Jetzt weißt du, warum wir alle geschockt sind über den Islam. Jetzt weißt du, warum die gesamte Welt den Islam am liebsten auslöschen will. Jetzt weißt du, warum alle auf den Koran treten und ihn zerreißen auf der ganzen Welt. Verstehst du jetzt? Wie gesagt, ich gehe nicht davon aus, dass Mohammed eine Sechsjährige geheiratet hat oder ähnlichen. Deswegen ist mir dieser Vers, sofern ich ihn nochmal lese und aufrichtig verstehe, kann ich darüber was sagen. Aber wie gesagt, mit diesem Vers habe ich mich nie beschäftigt. Ja, das siehst du, Mesut. Es gibt also Dinge im Islam, die eigentlich vom Verstand her nicht mehr akzeptabel sind, sondern man setzt seinen Verstand aus und folgt einfach blind nur noch dieser Religion. Ohne sich Gedanken zu machen, was der Gott da eigentlich offenbart. Verstehst du? Und das ist das Bösartige an der ganzen Sache und das Gefährliche. Sobald du dein Gehirn ausschaltest und dann denkst, diese ganzen Tötungsbefehle sind auch von Gott, dann haben wir ein Riesenproblem. Wir haben ein Riesenproblem hier. Also, ich habe noch eine Sache dazu. Wenn zum Beispiel von, in dem Vers, was du vorhin gesagt hast, und tötet die Ungläubigen. Du weißt, dass dieser Vers nicht für alle Ungläubigen ist, sondern dieser Vers geht nur diesen bestimmten. Da steht, dass, da wird davon geredet, dass es bestimmte Ungläubige gibt, also Kephar oder oder was auch immer, und das ist die Bedeutung mit dem, und bringt die Einung, du weißt, dass es im Arabischen ist, das Hu, also auf den Dings sagt man Samir, dazu, es geht irgendwo hin. Ein Vers darüber, darunter siehst du, an wem dieser Tötungsbefehl geht. Kannst du mal, du hast ja den Koran gerade zur Hand, kannst du mal Surah 9 Vers 5 aufschlagen? Gerne. Ja. Lies uns mal bitte vor. Das Ding ist, eins muss ich dazu sagen, ich bin der arabischen Sprache erstmal nicht mächtig. Wenn ich ihn lese, kann ich ihn nur durch Übersetzung lesen und ich kann... Ich habe ja auch nicht gesagt, du sollst ihn auf Arabisch lesen. Ich habe ja gesagt, lese uns einfach mit Übersetzung vor. Und wenn die heiligen Monate abgelaufen sind, dann tötet die Götzni, wo immer ihr sie findet. Und dann greift sie und belagert sie und lauert ihn auf jedem Hinterhalt auf. Wenn sie aber bereuen und das Gebet verrichten, dieser Karin fechten, dann gebt ihnen den Weg. So sieht es aus. Du siehst also, dass der Mohammed angeordnet wurde, die gesamten Götzendiener der damaligen arabischen Halbinsel umzubringen, weil Allah und sein Gesandter den Vertrag aufgehoben haben gegenüber den Götzendienern und die Menschen zum Glauben gezwungen haben. Und das Heftigste ist, die Sunniten haben ja sogenannte Rechtsschulen. Maliki, Hanafi, Hanbali und Shafi. Und Imam Shafi nahm den Vers, Surin 9, Vers 5, als einen Beweis, jeden zu töten, der es wagt, aufzuhören, zu beten oder die Sakat zu bezahlen. So wie Abu Bakr losgezogen ist und den großen Liddarkrieg veranstaltet hat, weil die Leute nicht mehr Sakat bezahlt haben. Das ist unglaublich, ne? Der Islam hat so eine blutige Geschichte hinter sich, das glaubst du gar nicht. Danke, Josi. Okay. Du kannst jetzt mal Surin 9, Vers 29 lesen und dann kannst du selber mal interpretieren, was damit gemeint ist. Lies uns mal bitte vor. Du weißt aber schon, dass du den Koran niemals aus dem Kontext ziehen kannst und dass diese, also besonders diese Surah, halt um den Krieg, beziehungsweise um die, also es bedeutet ja Beute, es geht um den Krieg, Kriegzustand in dieser Surah, das weißt du auch, oder? Ja, natürlich, klar. Deswegen reißen wir überhaupt nichts aus dem Kontext. Ich wünschte, du würdest wenigstens ein Tafsir anerkennen, aber du erkennst es ja auch nicht an. Das ist ja das Problem. Nein, nein, das tue ich nicht. Siehst du, also kannst du machen ja eigentlich, was du willst. Eines Tages, wenn du das so aussprichst, dass du nur so ein Koranid bist, die werden dich massakrieren, die werden dich killen. Ja, also ich nenne mich auch selber nicht Koranid oder ähnlich. Ja, aber wenn du überhaupt nicht an Tafsir glaubst, überhaupt nicht an die Hadith, dann kannst du den Koran ja auch gar nicht richtig erklären. Du weißt ja gar nicht, welcher Vers wann herabgesandt wurde. Ist er allgemeingültig? Ist er schon aufgehoben? Das ist ein Riesenwirrwarr. Ja. Das ist das Problem. Und deswegen kannst du nicht einfach nur so den Koran folgen. Du brauchst die Tafsir, du brauchst die Hadith, du brauchst Gelehrte, die zum Beispiel das erklären, weil der Lehrer und der Lehrer hat das von dem und dem und dem und das alles ist zurückzuführen zu Mohammed. Ja, aber Armin, du musst mal bedenken, der hat vielleicht Angst, dass er eine Tafsire, weil er weiß, was da drin steht und dass er dann seine Religion verlässt. Deswegen kann es für mich auch nicht die Quelle der Religion sein. Aber wir sind ja nicht im Bazar. Also, nein, das ist jetzt keine Widerspruch. Das ist so schrecklich, wie das da drin ist, musst du annehmen. Zum einen Beispiel. In Sure 9, Vers 49. Kannst du uns bitte den Hintergrund dieses Verses sagen, wenn du sagst, du bist nur Koranit? Ich habe mir nicht angerufen, weil ich gesagt habe, ich kenne den Koran in- und auswendig. Ich habe ihn nur gefragt, welchen Vers er am meisten kritisieren würde, wenn er behaupten würde, dass er jetzt nicht um den Christentum, sondern allgemein. Weil er nimmt sich halt immer die Hadiths, meistens die Hadiths. Hast du das gesagt, dass ich auch Koran zitiere, mein lieber Massoud? Ja, das habe ich gerade gesehen. Dagegen sage ich ja nicht. Es ging mir nur darum, dass ich von dir gerne wissen wollte, weil das geht halt unter. Wenn du immer Hadiths mit Koran vermisst und die ganze Sunder und gelehrt, was alle zusammen gesagt haben, dann klar, dann kannst du da dir ein Konstrukt aufbauen und kannst sagen, ja, Islam, so und so. Aber mir ging es halt darum, zu wissen von dir, welchen Vers für dich entscheidend ist, warum du den Koran abbruchst. Das wollte ich wissen. Ich habe dir ja einige genannt, das dürfte ja wohl rausreichen, oder nicht? Ich habe ja nicht gesagt, dass du es am Ende... Nur, Lisa sagt dir zu ihm, du musst das alles akzeptieren. Mir ging es hier gar nicht um irgendwie etwas... Ja, ein Muslim, der akzeptiert, mein Bruder will dir damit sagen, ein Muslim akzeptiert auch den Wahnsinn da drinnen. Nicht viele, aber es gibt Muslime weltweit, zum Beispiel der Islamische Staat, der auch die ganzen Tötungsbefehle ernst nimmt. Verstehst du? So einfach ist das. Genau das gleiche Buch, das du liest, wo Frieden drin steht, gibt es aber auch die Passagen, die Tötungsbefehle beinhalten. Und diese Leute... Ami, mach es, praktizieren es. Bist du der Meinung, dass das Leben so ein Friede, Freude, Eierkuchen ist? Ist es so? Bitte was? Ist das Leben Friede, Freude, Eierkuchen? Was hat das denn jetzt mit unserem Thema zu tun? Es geht darum, dass es natürlich Verse geben wird, die etwas Menschen, die im Herzen Europa leben, natürlich so ein bisschen komisch rüberkommen, weil wir kennen nur Friedenzeiten. Die meisten Menschen kennen nur Friedenzeiten. Also du sagst mit anderen Worten, Mesut, es gibt auch Menschen, die auf einmal die Tötungsbefehle praktizieren, aber auch dann richtig handeln. Nein, das habe ich nicht gesagt. Ja, was denn? Es geht, es ist im Leben, guck mal, in der Ukraine ist gerade Krieg. Wir bekommen damit nicht viel mit, aber da wird auch getötet. Ja, aber die haben doch kein Verlangen, weil Gott ihnen das so befolgen hat. Die haben andere Strategien, die sie befolgen. Aber es gibt Muslime wie Mohammed, also Mohammed hat denen das doch mitgegeben, dass sie die gesamte Menschheit bekämpfen sollen und die Leute zum Islam zwingen. Nein, im Glauben gibt es keinen Zwang, dass wir zum Koran überlegen. Okay, okay, kein Problem, im Glauben gibt es keinen Zwang. Surah 2, 256, La Iqraha Fittin, es gibt keinen Zwang im Glauben. Kannst du uns jetzt bitte Surah 9, Vers 29 lesen? Kämpft gegen diejenigen, die nicht an Allah und an den jüngsten Tag glauben. Stopp! Was hast du gerade vorgelesen? Kämpft gegen diejenigen, die nicht an Allah und an den jüngsten Tag glauben. Stopp! Ich und die gesamten Leute, hier glauben nicht an dein Allah. Was sollst du tun? Nein, das stimmt nicht. Das kann doch nicht wahr sein, Mann. Das stimmt. Du reißt es von einem Kontext. Hier geht es um eine bestimmte Situation über die Mekaner. Es wird gekämpft. Woher hast du das? Woher hast du das auf einmal? Jetzt auf einmal schlägst du auf einmal Tafside auf, um mich zu belehren? Ich kann keine Tafside von mir. Wie unerentlich kann man nur sein, Mann? Wie bist du denn laut? Ja, weil das eine Lüge ist, was du gerade machst. Du versuchst mich gerade hier voll zu täuschen. Weil es dann nicht mehr passt. Passt es dir? Suchst du dir ein Hadith aus? Suchst du dir die islamische Tradition aus, um das zu erklären? Wenn ich aber das gleiche tue, sagst du, ich glaube nicht daran. Nein. Ich glaube ja auch nicht daran. Ja, warum sagst du es dann? Ja, weil du mich gerade aufregst darüber. Ja. Wenn du akzeptierst das und ich kann das aufwenden oder du sagst, nein, ich akzeptiere das nicht. Ami, eins muss ich dir lassen. Es gibt in der islamischen Gemeinde oder in der Community, es gibt kein Konsens über ein bestimmtes Thema. Und es gibt viel Wirrwarr, besonders wegen den Hadithen und wegen Gelehrten und anderen. Messung, Messung. Somit willst du mir sagen, dass Allah der schlimmste Kommunikator ist, der sich je gezeigt hat. Allah weiß also nicht, wie er ein Vers rüberbringen soll, damit wir den verstehen. Im Koran sind zahlreiche Verse, die darauf... Wie kann man das nicht verstehen, wenn Allah sagt, kämpft gegen diejenigen, die nicht an Allah glauben? Verstehst du nicht? Es ist doch hier kein... Hier geht es doch nicht um einen Befehl, der explizit jetzt... Darum geht es doch mal um einen expliziten Befehl, das kann doch nicht wahr sein. Ich gehe kaputt, ich reiße mir gleich die Haare raus, ey. Das kannst du gerne machen. Weißt du, was das Ganze ist? Es ist dein Herz, dass das nicht zulassen will. Weil du liest das mit deinen Augen, das Herz auf einmal sagt, oh nein, was ist das denn? Kämpft gegen diejenigen, die nicht an Allah glauben? Oh, jetzt muss ich aber alle bekämpfen, die nicht an Allah glauben? Ein Fest darüber, dazu. Oh, die Götze sind, die Götzendiener sind unrein. Darum dürfen sich... Ja, super, eine Beleidigung gegenüber uns an alle. Bin ich unrein? Darum dürfen sich nach diesem Jahr der heiligen Moschee nicht nähern. Und falls die Armut befechtet, so wird Allah gewiss seine Fülle reich machen, wenn er will. Fertig. Fertig. Ja, worum geht es da? Es geht um... Ja, worum geht es da? Sag ich dir, es geht um einen bestimmten Kontext und reißt die Geschichte aus dem... Woher hast du das bestimmte Kontext? Was wird hier denn erklärt? Woher hast du das, was du gerade sagst dann? Du glaubst doch nicht an Tafsele, du glaubst doch nicht an Hadith, woher hast du das dann? Der Koran erklärt sich selber. Okay, woher hast du das dann? Zeig mir das dann da drinnen. Was? Ich habe es dir gerade vorgelegt. Nee, du sagst einfach, das ist zu der damaligen Zeit, diese Gruppe und wo hast du das mit damaligen Zeit, diese Gruppe? Welche Gruppe? Wo redest du? Woher? Okay. Soge 9, Vers 28 und jetzt gehst du wieder zu Soge 9, Vers 29. Was steht da? Das, was wir gerade kämpfen, gegen diejenigen und so weiter. Und so weiter auf einmal, ne? Die nicht genau. Da steht kämpf gegen... Nein, Mesut, Mesut, Mesut. Da steht kämpf gegen diejenigen, die nicht an Allah glauben und nicht an den jüngsten Tag. Und die nicht das verbieten, was Allah und sein Gesandter verboten hat. Deutschland isst Schweinefleisch und setzt sich Allah zuwider. Allein das reicht schon aus, um die Deutschen zu bekämpfen, Mann. Ja, guck mal, guck mal. Die verbieten also nicht das, was Allah verboten hat. Hat Allah Schweinefleisch verboten? Absolut. Eine Geschichte. Das Lieblingsessen der Deutsche ist Würstchen mit Speck und Ei. Ich glaube nicht an deinen Allah und an deinen Mohamed. Und das ist der einzige Grund, warum sie da bekämpft werden müssen. Nein, eben nicht. Doch, eben schon. Da steht ja nicht, kämpf gegen diejenigen, die gegen euch kämpfen, Mesut. Da steht nicht, kämpf gegen diejenigen, die euch unterdrücken, Mesut. Guck mal, hier geht es um den Krieg, es herrscht Kriegszustand. Da kann doch nicht auf einmal stehen. Woher hast du das mit diesem Kriegszustand? Woher hast du das? Wie, wo hast du das? Das siehst du doch, wenn du den Koran hier von Vers 1 bis 29 alleine schon liest. Lies sie doch mal von 1 bis 29. Habe ich ja schon getan. Ich frage dich, weil du sagst ja zu mir, ich glaube ja nicht an die Taftsehde, ich glaube ja nicht an die islamische Geschichte, ich glaube ja nicht an gar nichts, sagst du im Endeffekt. Ich glaube nur an das, was der Koran herabgesagt hat. Aber woher weißt du, dass das nicht ein allgemeingültiger Vers ist? Hör mal zu, ich lese gerade auch so in den Kommentaren, du hast die Leute so sehr mit deinen Hadithen so bearbeitet, dass wenn ich keine Hadith oder etwas anderes akzeptiere, wie gleich ein, der hat keine Ahnung, ich sag auch von mir nicht, dass ich, dass ich, äh, wissens bin. Wie auch betest du denn am Tag? Ich bete fünf Mal. Wo steht das im Koran? Der Koran, wie viel Mohammed? Ich hab dich, 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 das nicht. Nein, das war's, mir so, das war's. Willst du, willst du, willst du, willst du von mir jetzt? Du bist ein ganz unerrlicher Mensch, den du nur das gefällt, was er möchte. Wie in einem Supermarkt. Oh, nehm ich mal ein bisschen Frieden, geh nehm ich mal ein bisschen davon. So geht das nicht, mein Lieber, Mesut. Nein, so geht's nicht. Genau so macht man, wenn man... Mesut, du betest fünf Mal am Tag, beweis mir das aus dem Koran. Was soll ich dir aus dem Koran beweisen? Wo steht, dass du fünf Mal beten sollst? Du glaubst doch nicht an die Hadith. Mach jetzt. Das ist ein langes Thema, aber ich will's dir so... Okay, danke schön, Mesut. Ich weiß, du bist sehr verwirrt. Du kommst beim nächsten Mal dann wieder, wenn du ein bisschen mehr gelernt hast. Kann doch nicht wahr sein, ey. Seht ihr, so das, was er möchte, wird auf einmal genommen. Auf einmal, was ihm unangenehm ist, das lässt du auf einmal weg. Merk dir, wie heuchlerisch. Und da hat mein Bruder, ich wollte ihn nur fragen, was ist denn der Kontext von Sorge 9, Vers 49? Hallo. Hallo, Abu Fruchtzwerg. Gott segne dich und deine Familie. Gott segne die iranische Regierung. Was ist deine Frage? Gott segne die iranische Regierung. Gott segne seine Regierung, die nächsten Uri gut. Seht Aytullah Hamaneh. Also du findest gut, dass Menschen dann getötet werden, wenn sie ihre Meinung frei äußern? Alle haben Menschen getötet. Kreuzritter, Muslime. Ja, okay, aber eine Regierung, die iran- und Nagea auf Islam beruht, die dann andere Meinungen, ja quasi mundtot machen will und töten wird, das ist dann gut für dich. Das preist du, ne? Wieso? Christen, Juden leben da zusammen mit Muslimen. Christen, Juden leben da zusammen. Die dürfen ihre Bräuche... Können die Leute da frei ihren Glauben so leben und alles Mögliche? Können die da auf die Straße gehen und das machen, was die Muslime hier machen? Können wir das hier? Absolut, ja. Können wir alles hier machen, was wir wollen? Ja, absolut. Nein, können wir nicht. Ihr dürft Kundgebungen machen, ihr dürft Büchertisch machen, ihr dürft Slogans haben mit Jesus ist nicht Gott, ihr dürft durch die Gegend schreien, Allah-Aqbal, Jesus war ein Muslim, Jesus ist nicht Gott, das dürft ihr hier machen, ja genau. Dürfen und beobachten werden später vom Verfassungsschutz, das ist eine andere Sache. Das spielt für die Verwaltung keine Rolle, wenn du hier einen Büchertisch machst und schreist, Jesus ist nicht der Sohn Gottes, das interessiert dich nicht. Sobald du anfängst aber politisch zu werden und versuchst die Gesetze hier zu verändern, weil du ein radikaler, was ist radikal, wenn du ein originaler Muslim bist, der nach Koran und Sunder leben will, dann hast du natürlich ein Problem mit dem Staat, weil der Staat duldet das nicht, dass du versuchst andere Menschen von deiner Ideologie, hier mit deiner Ideologie zu vergiften und sie zu zwingen, etwas anzunehmen, was sie absolut nicht möchten. Guck mal, in Iran ist es so, Gläubige dürfen untereinander diskutieren, die dürfen Debatten führen, auch öffentlich. Aber in Maßen. Aber wenn du das jetzt hier machst, so wie die Salafisten das machen, oder so wie du das machst, du ziehst das so ein bisschen ins Lächerliche, muss ich ehrlich sagen. Die Salafisten, die ziehen das auch ein bisschen ins Lächerliche, das Christentum. Wir wissen Bescheid. Wenn du das so angehst... Die Salafisten ziehen ins Lächerliche, der ganze Koran ist durchsucht mit Beleidigungen gegenüber Juden und Christen und der Angriff auf die Bibel. Was hat das mit Salafisten? In der Bibel steht doch auch, du sollst die Gottlosen töten. Seien wir doch mal ehrlich. Ich kritisiere doch nicht die Bibel. Du sollst die Gottlosen töten. Das hat Gott gesagt. Du sollst die Gottlosen töten. Oder hat David den Gott darum gebeten? Anders Denkende sollst du nicht leben lassen. Das steht doch bei euch auf. Das kann doch nicht wahr sein. Oder nicht? Man muss ehrlich sein. Erzähl kein Unsinn, wenn du keine Ahnung von Bibel oder irgendwas hast. Bro, ganz ehrlich, guck mal. Komm doch nicht hin und blamier dich, bitte. Bro, ganz ehrlich. Euer Problem ist einfach, dass die Regierung in Iran sich geändert hat. Ihr habt einen Has da drauf. Das machen auch viele Exil-Iraner, die hier hinkommen, die jetzt gegen den Islam. Die greifen Muslime an. Und du siehst nur, dass der Islam sogar selbst für dich gefährlich wird. Möchtest du, du lebst doch bestimmt so, wie du willst, richtig? Ja. Ja, genau. Aber der Islam lässt dich nicht so leben, wie du willst. Ja, sagt er. Ja. Aber was hat denn das damit zu tun? Ich lebe nach dem Islam? Ja, möchtest du, dass jemand dir deine Freiheit wegnimmt? Mir nimmt keiner meine Freiheit nicht weg. In Iran auch nicht. Islam nimmt dir deine Freiheit. In Iran auch nicht. Nimmt mir auch keiner die Freiheit weg. Du siehst also nicht, dass die Menschen dort nicht mehr ihre Freiheit ausleben können und einfach zusammen irgendwas starten können mit Mann und Frau. Wir können ja nichtmals in einem Gebäude zusammensitzen. Die Menschen haben das aber so gewählt. Wenn ich hier gegen die Verfassung... Das ist klar, dass es eine Täuschung ist. Und sie täuschen schon wieder in Europa. Wenn ich hier gegen die Verfassung bin, da wird mich die Polizei auch festnehmen. Ja, du kannst aber deine Meinung frei äußern. Das ist der Himmelweist. Solange du nicht willst, dass die Verfassung ausgehebelt ist und du nur deine Meinung äußerst, ist es überhaupt kein Problem. Aber sobald du mit einer menschenverachtenden Ideologie hier nach Deutschland kommst und versuchst, aufgrund deiner Ideologie die Gesetze zu verändern, dann hast du ein Problem mit dem Staat. Das ist doch normal. Okay. Kannst du nicht deine Religion anderen aufziehen? Das ist doch Quatsch. Okay. Und eine Frage dann. Vom Gläubigen zum Gläubigen. Das ist doch kein Gläubiger. Du bist doch ein Gläubiger. Du glaubst doch an Jesus. Ja, dann sag doch, von einem Euro-Schichter zum Beispiel wird in den Kindergärten gelehrt. LGBTQ wird in den Kindergärten gelehrt. Ist das kein Elend? Sollte man das nicht verbieten? Natürlich sollte man das verbieten. Aber das Problem ist, wir sollten ja nicht hingehen und jetzt diese Leute massakrieren. Was meinst du, wenn der Islam an der Macht wäre? Was würde passieren mit den ganzen LGBTQ? Bro, du wirst dich direkt dort massakrieren, nur weil du was gesagt hast. Ach nein? Ich war dort, ich hab's gesehen. Mein Lieber, die Leute werden dort verhaftet. Ich war im Gummen. Mein Lieber, die Leute werden dort verhaftet und in Gefängnis geschmissen, weil die... Ja, welche Leute? Mein Lieber, weil die tanzen in einem Video. Bist du... Welche Leute? Hast du noch hier oben was im Kopf oder was? Er ist verboten. Diskotheken sind da verboten, wenn du das meinst. Sogar das ist verboten zu tanzen, aber das, was du machst hier den ganzen Tag in Shisha-Bars, überall hingeht, das ist erlaubt? Ich gehe in keiner Shisha-Bars. Ich brauche keine Shisha. Hast du Sinner gemacht in letzter Zeit? Noch nie. Lügner! Noch nie. Lügner! Noch nie. Lügner! Noch nie. Lügner, da rahmen wir dich. Hast du Sinner gemacht? Ohne Ende? Ohne dein Gesicht und so? Noch nie. Als was arbeitest du denn? Sicherheitsdienst. Aha, Sicherheitsdienst. Aha. Also, du triffst nicht Leute, Frauen und so was, ne? Kaufhausdetektiv. Du weißt ganz genau, dass man das nicht mehr ernst nehmen kann. Das weißt du ganz genau und eines Tages bist du selber auch dran, wenn der Islam hier Fuß fasst. So ist das. Der Islam geht hier nie Fuß fassen. Ach, wer ist weit, meinst du? Ja, weiß ich. Definitiv. Ja, ich hoffe, dass das auch nie so weit sein wird. Aber solange es... Man wird es versuchen, aber die Menschen verachten die Ideologie immer weiter ihr Fuß fasst und die Muslime halt immer mehr werden, muss man natürlich darüber aufklären. Ganz im Gegenteil, die werden sogar Konstantinopel erobern, Istanbul erobern. Ach so, also doch Gewalt anwenden, richtig? Aber von Nicht-Muslimen. Von Nicht-Muslimen? Du hast doch gerade gesagt, Muslime. Nein, von Nicht-Muslimen. Nicht-Muslimen werden Konstantinopel erobern? Ja. Aber die Türkei ist doch schon islamisch und du siehst ja, wie die Türkei da islamisch geworden ist. Wie ist denn die Türkei islamisch geworden? Sagt mal. Durch Liebe, kurz links, rechts oder was? In der Türkei lebst du freier als wir in Iran, muss ich sagen. Ja, genau, weil die Türken ein bisschen noch begriffen haben, dass die Scharia nichts ist, wie ihr lebt. Weil sie das abschreckende Beispiel im Iran gesehen haben. Die Türken sind schnauer als die Iraner. Liebst du Atatürk? Nichts. Ich liebe überhaupt keinen Präsidenten oder sowas. Magst du Atatürk? Nein, ich mag niemanden. Viele Iraner mögen den. Ja, bestimmt, weil er gegen Islam gekämpft hat und den Islam verboten hat. Eigentlich eine gute Sache, hast du recht. dein Arm was sagst du? Amir heisst du. Ja, genau, Prinz. Du heißt Amir, ne? Ja. Du heißt Amir, ne? Ja, ich heiße Prinz. Prinz Amir. Ja. Warum machst du das, Bro? Weil ich die Menschen liebe und sie aufklären will, dass sie eventuell auch eine Entscheidung Du kennst dich schon aus, muss ich ehrlich sagen. Danke, Seidat. Du kennst dich schon aus, muss ich sagen, ne? Ein bisschen kenn ich dich auch. Warum führst du nicht so öffentlich so gemäßigte Debatten? Das geht nicht öffentlich gemäßigte Debatten filmen, weil das so hitzige Dinge sind und ich ja, wenn ich in Rage rede und du weißt ja, wenn meine Aufbräuser dann atmen das ist sehr, sehr heftig. Aber Bro, guck mal, du provozierst auch ein bisschen, ne? Man kann das ja auch anders angehen. Das weißt du, ne? Das führt ja immer dazu, bei so hitzigen Debatten ist natürlich dem ein oder anderen dieses Thema natürlich ein bisschen in ein Dorn im Auge, nicht? Trotzdem, Gott segne euch, Gott segne den Iran. Liebe Gott, euch recht leiten, dich und dein Bruder. Das hat er schon getan, Jesus Christus hat uns schon recht geleitet. Dankeschön. Das fliegende Schienenbein Allah kann niemandem recht leiten. Liebe Gott, uns alle recht leiten. Das hat er getan. Danke, Jesus Christus. Hamdulillisus. Hamdulillisus, wo steht das? In der Bibel. Hamdulillisus steht da? Genau, gepriesen sei der Herr. Aha. Okay. Gepriesen sei der Herr. Hamdulillisus. Wenn ihr zum Beispiel wie eine Religion hätten, die besagt, dass wenn ein Christ Muslim wird, dass er getötet werden soll. Wie findest du so eine Religion? Umgekehrt war das doch genauso, Mann. Da antworte er. Also machen wir keine Gegenfrage. Umgekehrt ist genau so. Gott segne die Obrigkeit in Iran. Die Obrigkeit in Iran töten Muslime, die zum Christentum konvertieren. Also, was ist, wenn wir zum Beispiel eine Religion erschaffen würden, die besagen würde, dass zum Beispiel ein Deutscher wie Pierre Vogel, der vorher Christ war und zum Islam konvertiert ist, dass er hingerichtet werden muss. Wie findest du so eine Religion? Für mich ist er kein Muslim. Egal. Jetzt nimm eine andere Person. Jetzt fängt es schon wieder an, hin und her zu springen. Irgendein Moslem, der vorher Christ war. Dein Lieblingsmoslem, der Christ war vorher. Weil ich gesagt habe, Gott segne die iranische Regierung. Nein, antworte auf meine Frage. Nicht jetzt weg springen, weil ich dich jetzt gleich habe. Was ist, wenn ein Christ Moslem wird und meine Religion sagt, wer jetzt Christentum verlässt, der muss getötet werden. Wie findest du so eine Religion? Ich finde das richtig, was Gott will. Was? Ich finde alles richtig, was Gott will. Also Gott will, dass man die Muslime tötet, wenn sie von Christentum zum Islam konvertieren. Das ist auch um Gott. Das vertierst du, Bruderherz, nicht ich. Ob das wirklich so ist? Jetzt fängt es schon wieder, siehst du, jetzt fängt es schon wieder an, sich dumm zu stellen, weil er weiß jetzt, was Sache ist. Ja, ich merke es. Das fängt an sich dumm zu stellen. Das kenne ich bei den Salafisten. Ja, komm, das kenne ich bei Salafisten. Habt ihr das noch gehört? Habt ihr den letzten Satz noch gehört? Das kenne ich bei Salafisten. Wir haben es zu tun mit dem absoluten, Wahnsinn hier in Leben. Also Mohammed ist selber dann ein Salafist, der gesagt hat, man bett Al-Adini im Pakdiluru. Wer seine Religion ändert, den tötet. Das ist ein eindeutiger Salafist. Man weiß nicht, wo man ansetzen soll, wo man aufhören soll. Das ist so ein Wahnsinn. So ein Wahnsinn. Hey, haben wir mein Beste? Ja! Hey, du bist der Beste. Jesus Christus ist der Beste. Jetzt warst du kurz für ein paar Sekunden ruhig, wo er dich so ein bisschen gekontert hat, wegen Iran. Kein bisschen. Ich habe mit dem so gespielt. Alle haben es gesehen, wie lächerlich, wie lächerlich. Deine Stärke ist, wenn du nicht mal weiterbeißt. Deswegen habe ich ihm gesagt, deine Freiheit wird dasselbe eines Tages auf dem Spiel stehen. Sagte er, nee, das ist nicht so. Das ist kein Problem. Ja, okay, kein Problem. Du siehst doch das abschreckende Beispiel, warum die Türken auf einmal nicht die Scharier wollen. Weil die das abschreckende Beispiel im Iran gesehen haben. Brian. Nein, nicht. Du hast, du hast keinen. Ich hätte doch was gesagt. Hallo. Hallo? Hallo. Hört man mich gut? Ja, Gott segne dich und deine Familie. Dich auch. Ich bin selbst Christ. Nein, bist du nicht. Natürlich bin ich Christ. Wer ist der Jesus Christus für dich? Gott. Okay, er ist sehr weit. Ich bin katholisch. Also, das heißt, keine Angst, aber ja, ich sage bestimmt nicht, dass ich Christ bin, wenn ich kein Christ bin. Okay. Ich wollte dich fragen, weil ich weiß das nicht und ich finde das ganz interessant, falls das okay ist, wie es dazu kam, weil ich meine, ich hätte mal gelesen, dass du vorher Moslem warst. Mhm. Genau. Und ich wollte fragen, ja doch, der Exodus schreibt, Gott hat sie nicht gesagt. Im katholischen Glauben gibt es die Trinität, das heißt, die Dreieiligkeit, das ist Gott, der Heilige Geist und Jesus. Gott in der Bibel hat sich in der Einheit offenbart, nicht katholische Glaubenslehre, sondern Gott. Ich habe schon in TikTok Evangelien und Orthodoxe gesehen, die meinen, nein, das wäre nur bei den Katholen so, deswegen habe ich es katholisch gesagt. Ja, ich habe mir damals sehr, sehr viele Gedanken gemacht um meine Ewigkeit und dann habe ich angefangen, den Islam ein bisschen zu demontieren. Ich wusste herausfinden, ob das überhaupt die Wahrheit ist und was ich da alles herausgefunden habe, unglaublich, das habe ich alles in meinen Videos geteilt mit den ganzen Menschen hier in Deutschland, Österreich, Schweiz. Kennst du meinen Kanal, Ex-Muslim-Meklern-AufTV? Ich hatte ihn mal gesehen und dann habe ich gerade rumgeswiped und dann bin ich hier reingekommen. Ja, genau. Also ich habe einen YouTube-Kanal, da erkläre ich ja komplett über den Islam auf und dann zeige ich den Leuten halt. Ich hatte mal ein Video gesehen, das ist aber schon ein bisschen länger her, das hatte ein anderer YouTuber gegen dich gemacht und der hatte dort behauptet, dass du immer noch Moslem bist und du das nur wegen Reichweite und, und, und machen würdest. Und dann dachte ich mir auch nur so, als ob du das machen würdest, weil egal wie, das wäre doch eine Sünde. Nee, nicht nur das. Weißt du, wie ich meine? Nicht nur das. Ich hätte ja fast zweimal mein Leben verloren. Da wollte ich mich umbringen. Echt? Weil du weißt ja, der Mohammed hat gesagt, derjenige, der seine Religion verlässt, der muss getötet werden. Ja. Ja. Meinst du, irgendjemand hat Lust, einfach zu sagen, dass er den Islam verlässt, also Quatsch, so ein völliger Blödsinn. Es gibt ja in Deutschland, ich weiß nicht, ob das, ob es das auch in Österreich oder der Schweiz gibt, in Deutschland gibt es ja auch einen Verein für ehemalige Muslime. Ja, aber mit sowas habe ich nichts zu tun. Nee, nee, ich meine nur, und da sind so richtig krasse Geschichten, alleine aus dem Iran, was der Typ gerade vor mir gesagt hatte. Ja, das Problem ist, dass die Leute verstehen, dass die Iraner halt durch die Islamisierung gegangen sind. Der Iran war ja eine Hochkultur und sehr modern unterwegs. Und dann, als der Islam in unser Land kam und der Islam sozusagen unser Land erobert hat, haben wir das wahre Gesicht des Islams gesehen. Das, was die Euro-Shisha-Muslime noch nicht gesehen haben. Versteht ihr? Entschuldige? Und es geht ja auch darum, wie du gesagt hast, wie zum Beispiel, wie wurden denn die Türken Muslime? Ich sehe da, ich bin selbst Kroatin und wir Kroaten sind Christen, also eigentlich überwiegend Christen zu 97 Prozent oder so, genau katholisch. Und in Bosnien, Albanien, Kosovo, Serbien und wohne ich überall auf dem Balkan und in Jugoslawien, da gibt es ja auch viele Muslime. Und die sind alle nur Muslime wegen dem Osmanischen Reich, als die Osmanen gekommen sind und uns über, ich sage jetzt einfach mal uns, und uns damals überfallen haben. Und da hattest du die Wahl, entweder du wirst Moslem oder du wirst getotet. Ja. Und da finde ich es auch immer so richtig krass, wenn diese Menschen dann da behaupten, es gibt nur einen Gott, es gibt nur einen Gott. Ich bin richtig liberal und ich lasse jeden seine Meinung haben. Aber ich finde es immer so scheiße, wenn es heißt, möge man dich recht leiten, du hast nicht die richtige Religion und sonst was. Du kannst dann zu denen sagen, dein Allah ist ja nicht Gott, denn ein Bein kann ja kein Recht leiten. Suche 68, Vers 42. Allein? Und dazu kannst du ihnen auch den Tafsir, dazu kannst du den Hadith von Muhammad zeigen, als er in Sahih Al-Bukhari gesagt hat, dass Allah sein sexy Schienbein zeigt. Da kannst du sagen, wie kann mich denn ein Schienbein recht leiten? Genauso gibt es ja die Bibel. Und das befindet sich in Sahih Al-Bukhari, Hadith 7, 4, 3, 9. Sahih Al-Bukhari, 7, 4, 3, 9. Muhammad sagt, dass Allah ein Schienbein hat und sein sexy Schienbein zeigt und sie alle anbeten, vor dem Schienbein sich niederwerfen. Also ich glaube nicht an ein Schienbein. Nein, das ist auch nicht. Ja. Allah, ich werde am Tag des jüngsten Gerichts, werde ich auch dieses Schienbein eventuell dann treffen, aber das gibt es ja nicht. Aber wenn ich darauf treffen würde, dann würde ich schon wissen, was ich mit dem Schienbein mache. Dann würde ich Muay Thai Kick machen. Ich könnte das doch nicht mehr ernst meinen. Das ist doch so krank. Allah hat zwei rechte Hände. Er hat ein Schienbein. Er hat einen Fuß, das er über die Hölle setzt. Sag mal, tickt die noch richtig oder was? Der Mohammed sagt, der Mohammed sagt in einem authentisch berichteten Aussage, in Sheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah, der Papa der ganzen Salafis. Da hat er seinen Gott in der Gestalt eines bartlosen Mannes gesehen mit einem grünen Anzug und wolligem Haar. Das ist also Allah, ein kleiner Mann, der keinen Bart hat und einen grünen Anzug trägt. In Talbis al-Bayhan, Band 7, Seite 290. Wollt ihr mit Dr. Sheikh Abu Amir spielen? Ich finde es aber auch krass, wie du die ganzen Verse und so direkt sagen kannst, dass du so gut informiert bist und so von beiden Seiten her. Das ist auch wirklich mein Respekt. Ich finde es auch alleine das Ding, die Bibel, erst gab es ja das Judentum, danach, zu Ehren Jesus Christus, wurde ja das Christentum gegründet und die Bibel gibt es sprich also länger. Und da wurde ja schon gewarnt, in der Bibel steht ja, hütet euch vor falschen Propheten. Sie tun so, als ob sie Schafe sind, deswegen sind sie reisende Wölfe. Somit wurden wir eigentlich schon gewarnt vor dem, was so nachkommt. So warnt uns der Herr Jesus Christus. Er sagt, es kommen viele falsche Propheten, die zu euch kommen, in Schafskleidern, inwendig aber reisende Wölfe sind. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Und diese verdorbenen Früchte von Mohammed sehen wir als ein falscher Prophet. Weil er hat angeordnet, dass die Frauen erwachsene Männer stillen sollen. Das nennt sich Rida al-Kabir. Ja, Aicha selber hat die Männer, der Quraysh hat sie gestillt mit ihren Brüsten. Wahnsinn, ne? Krass. Richtig krass. Richtig, richtig krass. Und auch die Aussage von dem Typen, der vorher hier war, der den Iran so gut geredet hat, dass er auch gesagt hat, ja, die Menschen, er hat ja auch gesagt, die Menschen lassen das mit sich machen. Ich finde das auch richtig schlimm, dass in Afghanistan wieder die Taliban an der Macht sind. Alle reden immer, wirklich so gefühlt 90 Prozent der Menschen reden immer so schlecht um Amerika, Amerika ist dies, Amerika ist das, Amerika ist jenes. Aber seitdem Amerika und Deutschland aus diesem Land abgezogen sind, sind auch erst die Taliban wieder an der Macht. Und ich finde es halt krass, dass die Menschen das zugelassen haben, dass sie sich direkt, was für, der eine schreibt, ich tue Schleim, wo tue ich Schleim, ich sage meine Meinung. Ich habe es doch nicht mitgegeben. Ja, die Leute schreiben einfach irgendwas hier rein. Die Muslime sind ja fix und fertig, weil sie wissen, dass hier Islam am Ende ist und alle den Islam verlassen sind und links und rechts die Leute Beweise bringen gegen den Islam. Du musst dir mal vorstellen, dieser Gott des Islams behauptet, dass die Sonne kleiner ist als die Erde und dass die Sonne um die Erde sich so kreist. Das ist nicht nur mal so einem wissenschaftlichen Blödsinn gehört. Das ist einfach Schwachsinn. Also der Gott des Islams sagt, dass die Erde sich nicht um die eigene Achse dreht, sondern dass die Sonne kleiner ist und sich um die Erde dreht. Das ist eine Katastrophe, ist das. Der Mohammed sagt, dass die Erde in einem schlammigen Wasser untergeht und am nächsten Tag so wieder rauskommt. Wollt ihr mich alle auf den Arm nehmen oder was? Aber man sagt ja, achso, und zu dem einen Kommentar nochmal, ich kann dir sagen, wo man irgendwann zupfen kann, das kannst du gerne bei mir machen. Und dann wollte ich noch was sagen. Was denkst du, wie das mit Mohammed war? Weil Mohammed ist ja der Gesandte Allahs und sollte ja den Islam hier auf Erden bringen. Ist das für dich einfach ein Scharlatan gewesen, der einfach irgendeinen Mist erzählt hat? Ich zeige dir jetzt mal, was Mohammed ist. Weil du einfach mal den Islam so gegründet hast und gesagt hast, jetzt mache ich mal mein Ding. Weißt du, wie ich meine? Ja, das zeige ich dir mal auch mal, warum ich diese Behauptung auf die Welt mache. Weil anders kann es ja dann, wenn die Christenbogen die wahre Religion ist, dann kann es ja nicht anders sein. Weißt du, wie ich meine? Ja. Oder ihr? Ja. Ja. Warte, lass mich das nur ganz kurz finden, damit ich sofort... Ich finde es auch so lustig, wie nur, weil man nicht der gleichen Meinung ist. Und das Ding ist, ich sage ja nicht mal was krass Negatives oder sonst was, wie man direkt so beleidigt wird. Und das sind halt auch die Dinge. Ihr macht doch alle eine Sünde. Indem ihr mich beleidigt oder ihn beleidigt oder sonst was, tut ihr doch schon Sündigen. Lass sie, lass sie. Sie laden da... Alle erkennen die Muslime in den Kommentarbereich. Ich möchte ja, dass sie das machen, damit alle den Islam weiterhassen. Verstehst du? Die machen schon alle Ehre dem Islam. Das ist sehr gut. Guck mal. Pass mal auf. Und jetzt zeige ich dir, warum Mohammed diesen unfassbaren... diesen unfassbaren... Wie nennt man das? Diese Art und Weise an den Tag gelegt hat, um an etwas ranzukommen. Guck mal, das ist Koran Surin 9,49 und die Auslegung von so den größten Großgelehrten. Das ist von Imam Atabari. Er sagt uns beispielsweise in Surin 9, Vers 49 folgendes. Die Auslegung von Imam Atabari bestätigt uns mit voller Autorität. Dies meinte der Prophet in Koran Surin 9,49, wo es heißt, erlaube mir zurück zu bleiben und verführe mich nicht. Er, der Prophet, sprach, greift die Stadt Tabuk an und nehmt euch dort die dortigen blonden Mädchen zur Beute. Da sprach ein Mann namens Al-Jad, erlaube mir zurück zu bleiben und nicht mich am Dschihad teilzunehmen und stelle mich nicht auf die Probe. Erlaube mir zurück zu bleiben und verführe uns nicht mit diesen Frauen. Atabari, Band 14, Seite 287. Mohammed hat seine Leute benutzt und sie dazu angestachelt, Dörfer anzugreifen, um dort Blondinen zu erbeuten. Schau dir das an. So wie die Muslime hier auf Europa schauen, die Blondinen sich anschauen, würden sie sie am liebsten angreifen, die Männer der Blondinen töten und sie als Sexsklaven entnehmen. Das ist der Islam in den Köpfen der ganzen Leute. Sie äußern das noch nicht, weil sie noch nicht die Stärke dazu haben. Sollte der Tag kommen, an dem die Muslime die Oberhand haben, werden sie das dem europäischen Volk antun. Sie werden sich die Blondinen als Sexsklaven entnehmen. Das wirst du sehen, das wird so passieren. Und daran sehen wir den größten Betrug aller Zeiten. Merkst du? Für was er gekämpft hat, für was hat der Apostel Paulus gekämpft? Für was? Damit das Wort Gottes überall verbreitet wird. Und er hat mit seinem Leben dafür bezahlt. Er kämpft dafür, um Blondinen klarzumachen. So sieht es aus. Merkst du jetzt was für einen Betrug? Es schreiben auch ganz viele, dass das nicht stimmt, aber er hat es doch gerade gelesen. Das befindet sich im Koran. Surah 19, 1949. Die ganzen Euro-Muslime schämen sich für Mohammeds Charakter. Der islamische Staat liebt Mohammed und vergewaltigt und mordet die ganzen Leute im Irak und Syrien. Das sind richtige Muslime. Das, was du hier in Europa siehst, sind Heuschler-Muslime. Das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit, das ich hier ausspreche. Das sind Heuschler-Muslime, die sich nicht trauen, die Wahrheit über den Islam zu sagen. Sobald sie aber eine Stärke erlangt haben, trauen sie sich auf einmal, die Wahrheit zu sagen, weil der islamische Staat hier in Europa dann den Leuten Einheit gebetet und sie massakriert sofort. So sieht es aus. Blondinen. Mohammed hat also Leute angestachelt, Blondinen klarzumachen. Ihr habt den Knall nicht gehört. Aber weißt du, wie auch immer so schön gesagt wird, das ist ja dann wieder Auslegungssache. Ja gut, ich habe dir ja gerade die Auslegungssache gebracht. Das ist ja nicht meine Meinung. Alles Auslegungssache am Ende. Ja und dann sagen die mir, der Imam al-Tabari ist der höchste Gelehrte. Seine Tafsire sind das heftigste überhaupt. Und dann, wenn ich auf einmal diesen Tabari aufschlage, sagt er mir, dass Mohammed sagt, dass er einen anderen Dschihadisten dazu verführt hat, ein Dorf anzugreifen, um Blondinen klarzumachen. Show dir das an. Ah, warte, hat jemand ein Stummschaltpaket gebucht. Guck mal. Drei, zwei, eins. No. Wer möchte noch? Wer hat noch nicht? Stummschaltpakete. Da kommt hier in eure Hände. Hallo. Und das ist noch nicht mal das Einzige. Hier, das Kleinkind von, hier die Kindsfrau von Mohammed. Die Sarah. Nein, die Aisha. Die hat sich das Ganze also angeguckt und sich gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Der Mohammed bekommt immer zu seinen passenden Momenten auch die passenden Verse. Und es kam ihr so vor, als würde sie denken, also sie sagte dann zu Mohammed, Mohammed bekommt es so vor, als würde Gott sich beeilen, deine Wünsche und Triebe zu erfüllen. Guck dir das bitte an. Das ist doch krank. Ich glaube, dieser Jack, bist du Moslem? Also dieser Jack, der mir die ganze Zeit schreibt, dass ich 150 Kilo wiege und dass ich noch fallen werde. Wenn ja, dann ist das sehr unmuslimisch, was du hier die ganze Zeit sagst. Wäre auch sehr unchristig, wäre alles sehr. Und es gibt auch Christen, die Kopftuch tragen, weil das schreibt der Endzeit gerade. Nur es ist bei uns keine Pflicht. Genau. Und wenn, dann kann man auch sein Haar zeigen. Man hat einfach nur ein Tuch um. Wenn du in manche Kathedralen gehst, in Mailand oder Rom oder so, da musst du dich auch sehr geschlossen kleiden und solltest etwas deinen Kopf bedecken. Also es ist kein Muss, aber man sollte es machen. Nur du musst dich nicht komplett verschleiern oder sonst was. Und ich rede den Islam nicht schlecht. Ich frage halt, ich frage ihn einfach nach, weil er so viel Wissen hat. Noch viel, viel, viel mehr Wissen hat, als ich wahrscheinlich hier haben werde, weil ich eben keine Verse oder sonst was zitieren kann wie er. Und ich frage nach. Was meinst du, wie die mich gerade wie verrückt am Melden sind und die alle am Ende sind, weil TikTok mich nicht gesperrt? Damit ich das allen noch zeigen kann. Das ist so heftig. Achso, und ja, ich komme aus Kroatien. Der ist auch schon am bänden. Ich kann das nicht hören. Hey, ganz locker bleiben mit deiner Schnarcherei. Ja, ich muss mich gerade durchkämpfen durch die ganzen Riese. Ich hatte damals für die Schule, da mussten wir, ich glaube Kunst war das, sollten wir was machen für die sieben Weltreligionen und so sollten wir da was zeichnen. Das ist schon zehn Jahre, über zehn Jahre her. Und ich hatte mir dann da was ausgedacht, dass ich einfach so meine Hände abpause und dann aus der Bibel, aus jedem Gebetsbuch, was es halt gibt, einen Vers rausschreibe. Und das soll jetzt nicht gegen die Muslime hier als Angriff, also die in den Kommentaren sind oder sonst die zuhören, als Angriff sein. Aber meine Mutter hat mir dabei geholfen und meine Mutter und ich hatten richtig lange gesucht, bis wir einen friedlichen Vers gefunden haben, der wirklich einfach normal, weißt du, einfach normal ist. Wir hatten richtig, richtig lang gebraucht und da hatte meine Mutter auch so zu mir gesagt. Siehst du, wie schwer das ist? Hier, ich lese dir vor, guck mal. Das befindet sich in Sahih Muslim Hadith 1464a. Leute, bitte einmal in den Kommentar bereichen und dann anpinnen. Sahih Muslim Hadith 1464a. Ich zitiere. Meine Damen. 1464a. Und hier heißt es, so, ich war eifersüchtig auf die Frauen, also Aisha berichtete, Aisha berichtete, ich war eifersüchtig auf die Frauen, die sich dem Gesandten Allahs anboten und sagten, als dann Allah, der Erhabene und Glorreiche, dies offenbarte, du kannst jede von ihnen aufschieben oder nehmen, wie du möchtest und jede von dir nehmen und wenn du etwas begehrst, das du beiseite gelegt hast, keine Sünde ist dir zu rechnen. So, Koransuche 5, Vers 30 sagte Aisha, es scheint mir, dass dein Herr sich beeilt, deine Wünsche zu erfüllen. Also die Frauen kamen in Scharen zu Muhammad, weil der Allah in Suche 33, Vers 50 gesagt hat, du kannst mit jeder Frau heiraten, vorausgesetzt, dass du es willst, daran merken wir, was für ein Betrug. Und dann hat die Aisha das gesehen, dass diese Frauen in Scharen zu Muhammad kamen und er sie ein nach dem anderen so mitgenommen hat als Frau und dann auf einmal sagt sie in einem nüchternen Zustand ganz direkt zu ihm, Muhammad, mir kommt das so vor, als würde dein Herr sich beeilen, deine Wünsche zu erfüllen. Verstehst du? Wonach trachtet dieser Mann? Nach Geld, Frauen, Ruhm, merkst du? Und daran merken wir diese verdorbenen Früchte, wo der Herr Jesus Christus uns warnt. Ich finde es alleine reudig, dass man mehrere Frauen haben soll oder haben darf und so. Ja. Klar, damals war es vor 2000 Jahren und so war es auch so, dass die Frauen im Christentum und 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 wenig zu sagen hatten und so verstehe ich auch alles gut bla 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 aber ich finde es einfach so widerlich Frauen sollen sich verschleiern Frauen sollen dies Frauen sollen das Frauen dürfen das nicht das nicht das nicht das nicht aber Männer dürfen vier Frauen haben. Ja. Das ist das Traurige was hier ist. Das ist das als würde Gott befehlen nehmt euch bis zu vier Frauen und hast du nicht gesehen ne sowas ist außerhalb des Befehles Gottes und du siehst ja dass zum Beispiel Salomo auch sehr sehr viele Frauen hat oder David und sowas ne und sie dann auch der David beispielsweise das beste klassische Beispiel ist ja David er hat ja zu Gott geschrien und Vergebung gebeten aber auf der anderen Seite sehen wir dass der Gott des Islams dem Mohammed befiehlt diese ganzen Dinge zu tun also hier stimmt doch irgendwas nicht Gott bestraft David dafür dass er diese Schandtaten begangen hat aber auf der anderen Seite sehen wir auf einmal das Gott des Islams dem Mohammed befiehlt die hier die seine von seiner von seinem Schwiegersohn die Frau auszuspannen mit so vielen Frauen zu schlafen vorausgesetzt dass er es will ein kleines Kind zu heiraten das er im Traum gesehen hat das kann doch nicht das kann doch nicht mehr normal sein wie ist das eigentlich weil hier hat jetzt gerade eine geschrieben Christen bedecken sich auch ja aber bei uns ist es keine Pflicht und das ist ultra freiwillig und bei uns zeigt man ja auch in der Gemeinde es ist Gemeindeordnung das ist Gemeindeordnung dass man in der Gemeinde als Frau sein Hauptbedeckung aber im Islam ist es es ist dort 1.11 beschreiben den Apostelpaulust den Zustand der Gemeinde nämlich die Ordnung der Gemeinde dass eine Frau wenn sie in die Gemeinde und zum Gebet kommt dass die eben sich bedecken soll weil sie betet also soll sie ein Zeichen haben auf ihrem Kopf dass sie einen Herrn über sich hat der Mann aber darf nicht sein Hauptbedecken und hast du noch eine Frage meine Liebe nein ich würde runtergehen ok dann hole ich den nächsten hier rein ok alles Gute dir ok Gott segne dich auch tschau 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 Abir ja mein Lieber weiter was weiter ich liebe dich die ganze Muslim nenne ich immer Bruder 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 wie viele Brüder hast du jetzt eigentlich wie viele muslimische Brüder hast du jetzt ich habe sehr sehr viele muslimische Brüder ich merke immer wieder die 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 reden sich Kopf um Kragen beleiden dich machen dich fertig und sagen Endeffekt ganz zum Schluss immer Bruder Bruder sag doch einfach nächstes Mal zu dem meine Schwester wo ist er hin Amir Bruder komm zurück du bist der wahre Jesus Bruder oh ich nenne ich jetzt Bruder wo ist er hin Amir in der Zeit wo du Live Pause machst singe ich ein Lied wo willst du hin da bist du ja alles klar mach's gut mein Lieber Gott segne ich liebe dich mach weiter au Gott segne euch ihr Wunder ich komm sofort wieder ich komm sofort wieder ich bin komm Beer. Assalamu alaikum wa barakatuh exmo muslim. Sag mir mal, wieso laberst du Scheiße über den Islam? Sag mir mal. Was sagst du? Okay, wo hab ich Scheiße gemacht? Wie bitte? Die ganze Zeit, auch in deinen Videos, ABK, hat dich auseinandergenommen. Du hast keine Fresse, wer bist du Junge? Boah, was für kleine Kinder, ey, meine Fresse. I love Jesus. Voll das Kind, ja, 12. Wie alt war der? 15, 16. Gott segne ihn und seine Familie. Ein echter Muslim, ja genau. Der macht seine Religion alle irre. Ja, ABK ist der letzte Hinterhof Loser. Das ist echt heftig. Der arme ABK, der kann einem nur leid tun, der ABK. Das ist echt heftig. Von der Intelligenz her, ne? Ist er eigentlich ein sehr, sehr intelligenter Typ. Aber von seiner Art und Weise hat er sein ganzes Leben ruiniert, ne? Only this way, danke. Juli, Juli, 41. Dankeschön. Habermann? ABK army... Albania, mein kleiner Junge, du sollst... Das kann doch nicht wahr sein, ey. Der ABK hat diese ganzen kleinen Kinder kaputt gemacht, das kann nicht mehr wahr sein. gottes segen auch dir mein lieber dein stream gibt mir heute wieder die rest ich kann nicht mehr ich glaube 99 prozent der zuschauer und ich wir können einfach nicht mehr die leute die letzten 45 muslime das war eine katastrophe aufgewühlt so aufgewühlt so manchmal komplett durchdrehen und das nicht mehr verstehe weil du auf so viele charaktere triffst und auf so viele ignoranz auch nicht mal jetzt sagt ihnen das versucht ihnen versucht ihnen so leicht wie möglich sie dahin zu bringen dass sie auch direkt verstehen nein die ignoranz das ist so krass ja eben ich wundere mich dass du so eine geduld hat dass dieser typ der in der arabischen schule war das war ja der oberknaller heute das war glaube ich der kandidat des tages heute du erklärt das so einfach was ob jesus getötet hat ja oder nein ob mohammed getötet hat ja oder ein jeder ein fünfjähriger würde das verstehen und der tut sich so schwer damit und oh mein gott ich komme sofort wieder einmal und ich will dich gleich wieder rein ja alles gut okay bis gleich deshalb willst du nicht auch in den islam eintreten um blondine zu erobern ja das ist für mich der schlimmste vers eigentlich des ganzen korals ich meine es gibt schlimmere also schlimme verse wie zb 29 dass die bekämpfung von allen menschen und also christen und juden inklusive das ist das schon schlimm genug kriegserklärung gegen die ganze welt aber 949 dass eben mohammed die jihad ist denn dazu aufruft komm wir greifen tabuk an die byzantiner die europäer und nehmen ihre blonden frauen wollt ihr nicht blondinen haben sagte zu den jihadisten wollt ihr nicht blonden frauen mit gelten haaren komm wir greifen die an das ist so brutal das ist so dermaßen brutal dieser vers und dass dieser jihadist sogar sagt nein ich will sowas nicht hör auf mich zu verführen mit diesen frauen das heißt also diese jihadist dieser mann ist ein guter mann der sagt ich fühle ich du willst mich verführen zu sowas und mohammed sagt darauf an da wird er sauer und sagt ja die hölle wird dich holen erlaube mir zurückzubleiben sagte zu mohammed ich will das nicht mitmachen diese sache und dann sagte mohammed die hölle wird dich eins holen eine der heftigsten verse überhaupt im koran surah 9 vers 49 wegen dieser surah 9 49 haben viele viele muslime den islam verlassen also die ganzen anderen verse auf der einen seite aber dieser vers lasst uns die schweizer angreifen die österreicher willst du denn nicht braunhaarige lass uns die schweden angreifen dann können wir ihre blondinen nehmen und das soll von gott kommen suche 9 vers 49 dazu musst du den tafsir lesen also das kommt noch dazu zum kinder heiraten zum jihad machen menschen bekämpfen töten was weiß ich was von christen schutzgeld nehmen von christen und juden schutzgeld nehmen und 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 kommt noch diese sache mit lass uns die europäer angreifen und ihre blonden frauen nehmen willst du nicht blondinen haben deswegen habe ich den leuten gesagt deswegen habe ich den leuten gesagt die muslime kennen das alles und wollen auch hier blondinen haben weil sie ihren propheten lieben deswegen sind sie hier in europa ja take them as braw booties wisst ihr noch in england als die ganze muhajilun da rum gestiegen haben greift england an nehmt euch die frauen als kriegsgefangene macht ja das ist um die welt gegangen dieses video wo der moslem gesagt hat wir werden england angreifen ihre männer töten und ihre frauen als sexsklaven entnehmen ja eigentlich müsste der islam auf der gesamten welt vernichten also beziehungsweise sofort hier verboten werden und ganze koran eingesammelt werden das ist wahnsinn in einem afrikanischen land ich glaube da hat der präsident ja wirklich den ganzen islam verboten in angola oder so ne oder wo war das weiß ich kann man schnell google das habe ich jetzt vergessen ja in japan dürfen auch keine muslime hinreisen also darf man nicht den koran darf man nicht den koran irgendwie werbung machen und so ne ja ja angola ne ich komme aus angola ja perfekt ja angola siehst du angola hat die gebarn des islams erkannt und hat den islam sofort verbannt hat gesagt nein der islam darf hier nicht fuß passen nein weil der islam eine eroberische kriegerische mörderische sekte ist er hat sich aus schlaue menschen lesen die schriften der muslime und kommen zur einsicht dass der islam nur in den islamischen Ländern propagiert werden darf polen genauso ja genau ja polen glaube ich auch möchte kann eine einreisende oder von muslimischen Asylaten ja sie nehmen nur ihre christlichen geschwister auf die polen und ungarn genauso aber wie gesagt wir haben mit politik nichts zu tun wir lieben die muslime auch die die ganz bösartige sachen gemacht haben in ihr leben ja 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 wir so wie aposten paulus selber ein verfolger der gemeinde war von christen und christ verfolgen und töten lassen und er ist umgekehrt deswegen wir haben den heiligen geist und wir sind in der welt abgestorben wir lieben jeden menschen und wir wollen auch dass alle muslime errettet werden und das ist der wille gottes und der wille eines wiedergebogen und wir haben damit nichts zu tun mit politik und so mit dem verfolgen hallo hallo guten tag ich weiß nicht wie heißen sie hier bei ihr geschrieben ex muslim ja ja ich habe nur eine kurze frage ich möchte wissen weil ich bin ganz neu bei ihnen ich möchte wissen ihre meinung und in fliegt ohne wöchre giligjonen es sind und wass ist in meinem jungen nie 2009 ich kann aus afghanistan sie passiere, warte habt ihr zufasseren? schweig, 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 schweig schweig, 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 schweig. Wir haben die Talibon aus dem Weut sind auch die Talibon aus dem wir haben sie als Katar close-to-kast 거�. Talibans war Schibali. Seht ihr ihr Lieben? Er hat sein Heimatland verlassen wegen der Taliban. Heftig, oder? Ja, du kannst uns ja erzählen, was mit Afghanistan da passiert ist, was die Taliban da gemacht hat und so. Die Taliban lassen nicht die Frauen arbeiten oder sie lassen nicht die Mädchen zur Schule gehen. Ich weiß nicht, die sagen, dass alle im Islam sind oder wie so. Und das ist ganz schlecht, ich weiß nicht. Also eine Frau darf nicht im Islam zum Unterricht gehen, oder? Genau, sie sagen wieso. Sie darf nicht arbeiten oder die Mädchen dürfen nicht in die Schule gehen oder wie so. Aber sie sagen, das ist im Islam. Sie müssen zuhause bleiben oder sie können zuhause lernen. Und nur islamische Bücher, nicht andere Wissenschaft oder Mathematik oder Geografie. Weil diese Fächer sind gegen den Islam. Und sie können nur islamische Bücher lesen. Was ist im Koran und Hadith und andere Bücher sind gegen den Islam. Und das ist gegen, ich weiß nicht, wieso können sie erklären. Aber das ist ihre Meinung. Deswegen, heute, wir sind hier. Und ich habe nicht verstanden, dass in den letzten Monaten ganz bekannter Mullah von anderen islamischen Ländern wie Türkei und Indonesia. Ich weiß nicht, wie sagt man das auf den Indonesia. 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 Sie sind nach Afghanistan gekommen und sie haben begrüßt in dieser Taliban und sagen, ich habe nicht verstanden. Aber wenn das ist nicht in Islam, wieso andere Mullah oder andere, ja, sie sind nach Afghanistan gekommen und sie begrüßt in Taliban. Ja, guck mal, guck mal, guck mal hier. Das ist ganz komisch. Haben die mich gemeldet. Nach 10 Stunden haben die es geschafft. Obwohl ich nicht mal fahren bin. Heftig, ne? Bis gleich, liebe. Ich komme jetzt wieder. Bis gleich. Ciao. Ja, noch, also im April habe ich so dann angefangen, die Bibel zu lesen, ein Buch zu lesen. Das kann ich euch allen empfehlen, auch allen mussten. Von Marc A. Gabriel, Jesus und Mohammed, da ist ein Vergleich zwischen Jesus und Mohammed und da sieht man das Leben, was Mohammed geführt hat und das wundervolle Leben von Jesus und was er den Menschen gelernt hat und wie wundervoll er war und ja, was Mohammed hat. Amen, sehr gut. Ja, ich kenne Dr. Marc A. Gabriel. Ich habe schon damals, habe ich den schon verfolgt gehabt und der ist ein Professor der Al-Azad-Universität gewesen und hat den Islam für Jesus Christus verlassen. Ein Professor von Al-Azad-Universität. Was meinst du, was selbst ein Wissen hat? Unglaublich. Zum Verständnis, Leute, also das ist so die größte islamische Universität, die es gibt und er hat dort gelernt und er hat den Koran mit zwölf Jahren ausländisch gekannt. Ich weiß. Ich weiß, ja. Und den Hadith 6000 bis 8000 mit 18 Jahren ausländisch gekannt. Und da mit 30 Jahren hat er sich bekehrt. Ja, Hammer. Ja. Gott regne ihn und seine Familie. Er hat natürlich Morddrohungen erhalten, alles. Das ist zum Tode für uns halt. Was sind diese Blumen? Danke, ihr Lieben. Was sagst du? Diese Blumen? Ja, das sind Geschenke, die die Leute hier rein sind. Dankeschön, ihr Lieben. Danke vielmals. Was macht das dann? Danke an Tom. Das sind Geschenke. Und was machen die dann? Das sind immer Kleinigkeiten und dann ist das natürlich Geld. Das ist Geld, was sie dir schenken. Echt? Nein? Dann sollen die das nicht machen. Ja, die machen es, weil sie Liebe ein bisschen zeigen. Okay, krass. Aber warum weißt du so viel auswendig? Ja, wie gesagt, also das Thema hat mich schon immer interessiert. Und wenn dich das Thema interessiert, dann hast du natürlich einen riesen Vorteil, dass du auch Dinge zum Beispiel aufnimmst und sie auch immer abspeicherst in deinem Kopf. Und das ist das Gute auch bei mir, weil, wie gesagt, dieses Thema hat mich sehr, sehr interessiert und ich mir sehr, sehr viele Gedanken darum gemacht habe. Und zu dem Entschluss dann kam nach der Reise, dass die einzige Wahrheit Jesus Christus ist und dass es dann die größte Lüge aller Zeiten ist. Ja. Auf jeden Fall. Wirklich, ich war sieben Jahre modern. Ich habe richtig, also total praktiziert, habe gebetet, alles Mögliche. Aber irgendwann, also mit 14 Jahren war das dann. Da habe ich mir gedacht, so, da habe ich über diese Verse erfahren, wie ja, dass man überhaupt vier Frauen heiraten darf und so andere Dinge, wo ich mir schon dachte, wie kann das sein? Warum ist diese Religion so frauenfeindlich? Ja. Drei Jahre lang habe ich die Antworten innerhalb des Islams gesucht und habe mir gedacht, wie kann es sein, dass alles, was ich darüber höre, einfach nur schlecht ist. Und zuletzt habe ich, also meine Mutter hat mir damals gesagt, weil sie hat Islam studiert tatsächlich, sie hat mir gesagt, dass auf die Frage, ob Mohamed wirklich ein Kind geheiratet hat, hat sie gesagt, nein, die waren beide 13 Jahre alt. Das war, und das war normal zu der Zeit so. Das habe ich einfach angelogen. Ja, das ist ja die Lügen bewusst, ne? Wie? Die Lügen bewusst, ne, um diese Religion mit Lügen auszuschmücken. Das ist krank. Auf jeden Fall, ja. Das tun die echt immer. Und dann war ich halt ein bisschen älter jetzt zuletzt, also ich bin jetzt 17. Ja, das war so jetzt kurz vor meinem 17. Geburtstag, habe ich sie nochmal gefragt. Ich so, ich habe gehört, dass sie sechs war und dass die Ehe dann mit neun vollzogen wurde. Stimmt das? Ja, das stimmt, aber das war zur damaligen Zeit normal. Ja, zur damaligen Zeit normal. Ja. Aber selber wollte er seine kleine Tochter Fatima, wollte er nicht älteren Männer geben. Guck mal hier. Das ist krass, Leute. Das müsst ihr euch mal reinziehen, was der Mohamed macht. Mohamed geht zu Abu Bakr und nimmt die sechsjährige Tochter von ihm weg. Aber wenn die älteren Männer zu ihm auf einmal kommen, um seine kleine Tochter zu nehmen, dann sagt er, ne, die ist zu jung. Das habe ich auch noch nie gehört. Pass mal auf, das kannst du deinen muslimischen Freunden mal zeigen. Keine muslimische Freunde mehr tatsächlich. Ja, aber ich meine, falls du ins Gespräch kommst. Ja. 500 Leute hören mir zu. Das ist so krass. Ja, Hammer. Ja, kannst du schon mal nutzen, um ein bisschen Werbung für den Herrn zu machen, was der Herr deiner Seele Gutes getan hat. Bekehrt euch alle, wirklich. Das ist die einzig richtige Entscheidung. Das hat mein Leben verändert. Amen. 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 Richtig. Dankeschön. Jo hat gesagt, ich bin süß. Ja, sehr schön. Das hast du wirklich gut gemacht. Das hast du wirklich gut gemacht. Diese Entscheidung für Jesus Christus ist wirklich die beste Entscheidung deines Lebens. Die wichtigste Entscheidung deines Lebens, ne? Ja. Genau, das wollte ich dich auch mal fragen. Was bist du eigentlich? Evangelisch, katholisch, orthodox? Ich bin ein wiedergeborener Christ in Jesus Christus. Ich habe meine Schuld vor ihm bereut und folge ihm nach und er ist mein Herr und mein Gott. Und wo gehst du in die Kirche? Bitte? Und wo gehst du dann in die Kirche? Ich gehe zur Zeit in gar keine Gemeinde, Kirche oder sonstiges, ne? Weil es für mich ein bisschen kritisch geworden ist, irgendwo in eine Gemeinde zu gehen oder in eine Kirche oder was. Kirche gehe ich sowieso nicht, aber so Gemeinde bin ich vorher gegangen, ne? Ja. Achso, jetzt habe ich mich schon gefragt, ob Leute dich, also Muslime können ja dann einen so angreifen und ja, da habe ich mich auch schon gefragt, wie du das da machst. Ja, natürlich dürfen wir nicht in Angst verharren, aber ich kann auch nicht die anderen da irgendwie in Gefahr bringen, ne? Ja. Jemand hat mich gefragt, was für eine Landsfreude ich bin. Irak. Aber ich bin in Deutschland geboren. Kannst du Arabisch? Ja, aber nicht so gut. Okay. Beide Elternsteile sind Irakerinnen, also Iraker. Ja. Aber mein Arabisch ist so ein bisschen kaputt, sagen die Araber immer. Du wolltest mir was zeigen. Ja, ja. Ja, ich muss mich hier durchkämpfen. Deswegen habe ich gesagt, du kannst so lange ein bisschen sprechen, bis ich das finde. Das ist alles sehr, sehr viel hier. Da muss ich erstmal durchgehen. Ja, da muss ich überlegen. Ja, da muss ich überlegen. Also was ich gemacht habe ist, in der Zeit hat mir ein Pastor sehr geholfen. Der hat mir alle meine Fragen beantwortet und ich habe wirklich, ich habe einen Gedankenkrieg geführt. Ich habe mir jeden Tag gedacht, woher soll ich wissen, was die richtige Entscheidung ist. Und irgendwann, ich habe sogar Träume darüber gehabt. Ich habe einen Traum gehabt, genau. Da war das so, ich war in einer Notlage im Traum. Und dann wollte ich erstmal zu, also da wollte ich irgendwie zu allen Göttern beten. Einfach, um sicher zu gehen, dass ich den richtigen Gott anbete. Ist halt ein Traum. Ist halt komisch. Aber auf jeden Fall wollte ich dann erstmal zu Allah beten. Und da wollte ich den Namen nicht mehr in meinem Traum mehr aussprechen, weil ich dann irgendwie so plötzlich mich so angewidert gefühlt habe im Traum. Und dann habe ich mit voller Überzeugung gesagt, Vater, ich bete zu dir im Namen Jesus Christus, bitte hilf mir. Und das war, als ich noch nicht mal richtig bekehrt war. Und das hat mir gezeigt, obwohl man ja als Moslem das nie macht, so zum Vater beten. Und ich das dann im Traum gemacht habe, das war auch so für mich so voll das Zeichen. Wo ich mir dachte, wie kann, das ist ja voll die Offenbarung so von Gott so. Ich habe das die ganze Zeit, ich habe darum gebetet, dass Gott sich mir offenbart, dass ich weiß, dass er die Wahrheit ist. Und dann habe ich diesen Traum gehabt. Das war auch so heftig. Wow. Ja. Sehr, sehr schön. Ja, für mich war das am Anfang auch heftig, ne. Als ich dann den Herrn angebetet habe, ne. Weil ich ja vorher mal Allah angebetet habe. Ja, genau. Das ist dann so ungewöhnlich. Und ja, das war natürlich sehr, sehr problematisch anfangs. Aber dann nach und nach ging das auf jeden Fall sehr gut. Du weißt, ich habe gerade nicht verstanden. Die nochmal? Bitte? Ich habe es nicht verstanden. Nochmal. Ich habe gesagt, am Anfang war es natürlich ein bisschen schwierig. Aber dann nach und nach ging es schon sehr, sehr gut. Wie lange bist du schon bekehrt? Seit ungefähr neun Jahren. Acht, neun Jahre. Knapp fast zehn Jahre. Wie alt bist du denn? 38. Was? Ja. Das habe ich dir nicht gedacht. Dr. Scheer Awami ist der heftigste Chef von ganz Deutschland. Was? Ja. Ja. Die habe ich nicht verstanden. Wie? Ich bin der heftigste Chef von ganz Deutschland. Ja. Du weißt mir, Axios Liebe. Wirklich. Mein Ex-Freund, der hat auch immer über dich gesagt. Der meinte, du bist so ein guter YouTuber und du sagst so viel Wahrheit. Und ich habe immer gesagt, nein, das stimmt alles nicht. Und dann habe ich selber jetzt reingehört und dachte, wie dumm war ich eigentlich, dass ich gesagt habe, das stimmt nicht. Das stimmt alles. Mhm. Die ist du. Gott sei Dank. Gott sei Dank hast du nochmal darüber nachgedacht. Ja. Sein Sohn will man nicht führen ohne Gott. Amen. Okay. Ich lese ein bisschen Kommentare durch. Ja. Die Leute sind so nett. Ja, natürlich. Du hast es hier mit sehr, sehr wundervollen Seelen zu tun. Ja. Und keiner beleidigt diesmal. Also ich habe nichts gesehen. So muss das auch sein. Ja. Das ist die christliche Community. Aber ich habe auch unter anderem deswegen keinen Kontakt mehr zu meiner Familie. Ehrlich? Ja. Ich bin jetzt im Heim. Achso. Okay. Dann würde ich dich auf jeden Fall weiter stärken, segnen, behüten und beschützen, sodass du stark bleibst im Glauben. Ja. Ich bleib auf jeden Fall stark. Ich will nie wieder an irgendwas anderes glauben. Bist du konzentriert? Ja. Was? Aber du kannst ruhig, äh, weil ich muss das unbedingt finden. Immer wenn ich was sage, will ich das auch beweisen, weißt du? Ja. Aber es ist halt schwierig, die sich durchzukämpfen durch die ganzen Hadithe, ne? Ja. Die Larissa, die eben mit dir geriet hat, sie hat mir einzelne Wassermelonen geschickt. Ja. Wunderbar. Ja. 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 Ja, vielen Dank ihr Lieben. Sehr, sehr lieb von euch. Ja. Das ist lustig. Danke schön Leute, ihr seid so nett. Danke. Jemand hat wieder gesagt, ich bin süß. Wie heißt das Buch? Das Buch heißt Jesus und Mohammed von Marc A. Gabriel. Das ist total gut, das Buch, wirklich empfiehlt das allen. Also wer das liest und dann sagt, nee, das stimmt nicht, dem ist auch nicht mehr zu helfen. Weil das, der hat das studiert, der weiß sofern er redet, der hat die Beweise und die Quellen alles angegeben und, ja, und da sieht man einfach den direkten Vergleich, wie Jesus gelebt hat und wie Mohammed gelebt hat. Und dann sieht man, dass das ein Weltenunterschied ist. Das eine ist Frieden und das andere ist Krieg. Und das eine ist schön und das andere nicht so. Und irgendwie alles sehr frauenfeindlich im Islam. Das war so der Punkt, wo ich angefangen habe zu gucken, so okay, wie kann das sein, dass das so ist. Und dann habe ich mir Gedanken gemacht. Also Frauenfeindlichkeit ist ein ganz großes Thema im Islam. Wie heißt der Auto? Der heißt Marc A. Gabriel. Also Marc und dann A. und dann Gabriel. Ich habe den Hadith gefunden, hier. Ja. Und der ist auch korrekt, Sahih. Leute, schreibt euch das auf. Sonan an Nassai, Hadith 3, 2, 2, 1. Sonan an Nassai, Hadith 3, 2, 2, 1. Ich poste das wieder hier rein. Einen Moment. So, antworten. Sonan an Nassai 3, 2, 2, 1. 3, 2, 2, 1. So. Hier, ich habe es für euch hier als Kommentar reingemacht. Und hier heißt es. Einen Moment. Ich gehe mal rein. Ich bin 17 Jahre alt. Für die Leute, die fragen. Oh, okay. Dann lese ich jetzt schnell vor und dann muss ich das beenden, weil sonst wird der Stream beendet. Von Abdullah bin Hureyda wurde überliefert, dass sein Vater sagte, Abu Bakr und Omar möge Allah mit ihnen zufrieden sein, machten Fatima einen Heiratsantrag. Aber der Gesandte Allah sagte, sie ist zu jung. Da muss man sich mal fragen, was war denn dieses zu jung? Wie? Zu jung. Du selber heiratest ein sechsjähriges Kind, das ist in Ordnung. Aber Fatima, dass laut Schriften zwölf war, ist für dich zu jung? Hä? Das macht einfach gar keinen Sinn. Gar keinen Sinn. Gar nichts. Gar nichts. Gar nichts. Alles widersprüchlich. Also, ich weiß nicht. Das ist auch, was mir auch aufgefallen ist. Daran habe ich das auch erkannt, ob das die Wahrheit ist. So wie, naja, wie Mohammed Gabriel beschrieben hat. Also ein Engel, der erdrückt einen Menschen nicht, sondern er ist halt ein Engel. Der Engel Gabriel kam immer in Frieden und hat gesagt, fürchtet euch nicht. Ich verkündige euch etwas. Das war's. Ja, und man sieht ja auch in der Bibel, da wird ja auch gesagt, dass der Teufel versteckt ist so mit Licht, also dass er so schön wirkt. Aber obwohl er eigentlich der Teufel ist, weil er ein gefallener Engel ist. So sieht man. Alles klar, meine Liebe. Danke dir vielmals für dein kleines kurzes Zeugnis. Möge der Herr dich stärken, behüten und beschützen. Amen. Darf ich nicht drin bleiben? Nee, der Stream ist ab 18. Nicht, dass sie gleich bemerken, dass du zu jung bist, dann wird das gesperrt. Oh, schade. Aber war schön mit dir zu reden. Gott segne dich. Ja, war auch schön mit dir zu reden. Gott segne dich. Dankeschön. Dich auch. Tschüss. Ciao. Warte. Ich muss dich rausschmeißen, ne? Ja, ich weiß nicht, wie das geht. Ja, ich mach das schon. Ist das zu fassen, ne? Ist das zu fassen, ihr Lieben? Hallo? Hi, mein Lieber. Gott segne dich und deine Familie. Hi, danke. Wie ich auch. Danke. Darf ich dich was fragen? Ja, natürlich. Und zwar, was war der Punkt? Der ist da dein Kopfhörer. Der ist da dein Ding. Das ist nicht meine. Das ist nicht von mir. Nein, von meinem Bruder. Ah, okay. Ah, warte mal, warte mal. Hier hat sich jemand ein Stummstallpaket gebucht. Was ist MMA? Gott segne dich und deine Familie. 3, 2, 1. Stummstallpaket. Stummstallpaket. Go! Was ist das? Stummstallpakete verteile ich immer. Ich weiß leider. Ich kenn mich leider nicht aus. Aber ich bin froh, dass du mich reinkommst. Wenn du hier auf der Brinne bist, dann weißt du ganz genau, was der Dr. Scheer Abu Amir macht. Alles klar. Dankeschön. Und zwar zu meiner Frage. Was war der springende Punkt, wo du gesagt hast, okay, die Religion ist falsch für mich und ich muss da was ändern? Der springende Punkt ist, es gibt viele. Aber der unfassbarste, wo ich dann selber mir eingestehen musste, dass der Islam in dem Falle die einzige Lüge und Katastrophe ist, war die Kreuzigung und Auferstehung. Die ist ja historisch bezeugt worden. Und das kannst du nicht einfach so weg erklären. Selbst die größten Bibelkritiker, wie ich das immer wieder erwähne, der Bart Ermann gibt zu und sagt, ja, Jesus Christus wurde gekreuzigt und die Tatsache ist da. Das kann niemand wegleugnen. Und somit fliegt der Islam auseinander. Verstehst du? Ja. Islam ist eine falsche Sekte, die dich wegholen will vom Kreuzesweg des Herrn Jesus Christus, weil im Kreuzesweg des Herrn Jesus Christus gibt es ja auch Vergebung der Schuld. Deswegen will ich Allah auch wegholen. Baran, danke. Also mein Gefühl ist es, dass die Leute, die Muslime quasi sind, werden halt irgendwie gelinkt. Die checken nicht, dass sie eigentlich was komplett Falsches anbeten, aber das ist nicht deren Absicht, finde ich. Also ich bin, ich bin... Ja, die meisten verstehen nicht, wen sie da anbeten. Genau so sieht es aus. Sie verstehen nicht, wen oder was sie da anbeten. Ja. Und das ist eine List, also eine Riesenlist. Danke. Hast du noch eine Frage, mein Lieber? Ne, dankeschön. Danke für die Frage. Gott segne dich und deine Familie auch. Deine Familie auch. Vielen Dank. Danke dir. Tschüss. Alles Gute, mein Lieber. Tschüss. Amen, John. Ich wollte noch mal kurz was zu dem netten Schwester vorhin was sagen, die jetzt im Heim leben. Hast du gesehen, dass der Heilige Geist sofort ein Beispiel dafür gebracht hat, was es bedeutet, wenn du zum Herrn Jesus kommst, dass da das Schwert kommt. Der Herr Jesus sagt, ich bin gekommen, um zu entzweien Mutter von Tochter. Ja, hatten wir ja vorhin schon gehört. Und hier kommt der Beweis dafür. Sofort. Ja. Dass der Herr uns ein Beispiel dafür gibt, was es bedeutet, wenn man zum Herrn Jesus kommt, dass du deine Familie verlieren kannst. Ja. Dass deine Familie plötzlich dein eigener Feind wird, vor allen Dingen in den muslimischen Ländern, wenn du zum Herrn Jesus kommst. Ja. Was ist mit meinem Handy? Ja, da kommen wieder diese ganz komische Geräusche. Achso. Ja, okay. Ich muss gestalten. Ja, nicht. Du sollst dich nicht gestalten. Du sollst das Handy irgendwie anders machen, damit dieses Geräusch nicht kommt. Hier. Juhau. Gott, Nigel. Ja, das ist im Laderaum. Das kann ich jetzt nicht mehr rückgängig machen. Achso. Danke, Alter. Es ist ruhiger. Nein, das kommt immer und geht wieder. Kommt immer wieder. Geht wieder. Achso, eine Sekunde. Du musst deine Kopfhörer gleich fixieren. Du musst deine Kopfhörer gleich fixieren. Du musst deine Kopfhörer gleich fixieren. Jo, servus. Gott segne dich und deine Familie. Gott segne dich. Ich wollte mal was ansprechen. Ich habe was herausgefunden. Ähm. Wisst ihr, dass die Geschichte von Jesus, also so die zum Beispiel, dass er von der jungen Frau Maria geboren wurde, dass bei seiner Geburt drei Könige gekommen sind und so die ganzen Geschichte, dass er drei Tage, also gekreuzigt wurde und drei Tage später erst aufgestanden ist, dass es in verschiedensten Kulturen immer so eine Person gab? Also wisst ihr das? Nein. Also zum Beispiel, äh, äh, wie heißt der? Du meinst, du meinst Horus und diesem ganzen Hokus-Pokus, ne? Ja. Immer, immer die Sonne. Das ist in die Welt gesetzt worden von Zeitgeist und diese satanische Organisation, die dahinter steckt, versucht dich wegzuholen von Jesus Christus, verstehst du? Ja. Und damit du das dann halt glaubst, damit du das halt glaubst, damit du dieser Verführung, ähm, sozusagen unter, unterliegst, weil du Satans tiefe nicht begriffen hast, wie er vorgeht und versucht, die Menschen vom Herrn Jesus Christus abzubringen. Mhm. Ja, weil, das ist, also, Dinge, äh, Ägypten, also die, die Lehren von Ägypten, also Pyramiden und so, die sind ja älteste Christentum. Ja. Ja. So weißt du, ich mein, also, den ihr glaube oder auch viele andere glauben, zum Beispiel auch Krishna von den Hindus, zum Beispiel Hinduismus ist ja eine der größten und ältesten Religionen, die es gibt. Und da ist es auch Krishna. Ja. Also, ich glaube eher, dass es immer in die Hinsicht hingeht. Also, dass, dass Gott... Ja, das ist ja das Problem, weil du die Bibel nie gelesen hast und ich merkst, dass Gott, also, dass der Satan schon im Himmel mit Gott am, am Sprechen ist und sich dem Allerhöchsten immer gleich machen will. Ja, ich verstehe, ich verstehe, aber ich habe meine Frage, warum sagen immer, egal ob es jetzt Islam ist oder, oder Judentum oder Christentum, warum, also bei Christentum nicht, aber bei Judentum und bei, ähm, bei Islam ist es immer so, dass Gott seine Völker bevorzugt. Also, der sagt immer, meine Völker und die anderen nicht. So, verstehst du? Immer gegen die anderen nicht. Ja, der sagt nicht, meine, äh, die anderen nicht. Nein, wenn zum Beispiel Israel Mist gebaut hat, hat der umliegende Völker benutzt, um sein eigenes Volk zu strafen. Und sowohl hat auch, äh, Gott Israel benutzt, um die umliegenden Völker, die zum Beispiel ihre Kinder geauftragt haben, zu bestrafen. Verstehst du? Immer. Gott ist immer gerecht. Gott ist immer gerecht und wir müssen alles im Kontext betrachten. Du darfst das nie außer Acht lassen. Okay. Und wie lange, wie lange denkst du, dass die Erde alt ist? Äh, 6000 Jahre. Also du glaubst nicht, dass die älter ist? Nein. Hast du einen anderen Beweis? Außer jetzt, was die Wissenschaftler sagen. Hast du das selber geforscht? Zum Beispiel Pyramiden. Zum Beispiel Pyramiden. Also, wer hat die Pyramiden gebaut? Oder warum wohnen die? Und unabhängig mal davon, wer hat die Pyramiden gebaut? Du kannst ja selber nicht beweisen, dass die Erde jetzt älter als 6000 Jahre alt ist. Stehst du? Also, guck mal, es gibt bei den Pyramiden, gibt's, äh, bei der Sphinx, gibt's Wassereinkerbungen. Also, da ist so Wasser durchgelaufen. Also, man merkt halt das da. Und das letzte Mal, wo so viel Wasser war, dass es sowas auslösen konnte, war vor 12.000 bis 13.000 Jahren, wo die Sintflut war. Das ist ja auch bestätigt. Kataklysmus und so. Also, die Sintflut nur mit der, mit der, Dinger, Eiche. Bitte was? Was sagst du da? Was? Was sagst du da? Ne, also, guck mal, bei der Sphinx, also die Sphinx, das ist doch, dieses eine Löwenkopf da, wo, wo da vor der... Ich weiß, was die Sphinx ist. Genau. Und da, und da sind Wassereinkörbungen. Da sind Wassereinkörbungen, und diese Wassereinkörbungen, also da muss halt Wasser durchgeflossen sein. Und das letzte Mal, wo in der Wüste, bei der Sahara, Wasser war, war vor 12.000 Jahren. Ja. Also, da, wo die Sintflut war. Die Sintflut gab es. Du kannst ja gerne, du kannst ja gerne diese ganzen Wissenschaft und diese ganzen Zeugs da glauben. Und am Ende werden wir sehen, ob wir recht hatten, oder du mit Atheismus dann recht hattest, dass wir aus nichts entstanden sind. Ich bin nicht Atheist. Was bist du denn da? Nein, ich bin kein... Ich glaube an deinen Schöpfer. Ja, warum kommst du dann nicht zum wahrhaftigen Schöpfer? Ich finde halt, Religion immer ein... Du brauchst nicht zur Religion zu kommen. Ich habe gesagt, komm zum Schöpfer. Ich habe nicht gesagt, komm zur Religion. Ich bin beim Schöpfer. Ich habe auch meine Seele nicht im Schöpfer. Wie heißt denn dieser Schöpfer, den du dienst? Wie bitte? Wie heißt denn dieser Schöpfer, den du dienst? Ich will ihm keinen Namen geben. Ich will ihn auch nicht einschränken. Ja, aber was, wenn dieser Schöpfer sich aber einen Namen gegeben hat? Ja, das weiß ich ja nicht. Weißt du, ich meine? Ich weiß. Der Schöpfer des Universums, der das alles erschaffen hat, sagt, ich bin der, der ich bin. Ja. Guck mal, aber mein Glaube ist halt so, dass wenn ich halt sage, dass Gott so ist, dass er so heißt, dass er so ist, dass er so einen Charakterzug hat oder sonst irgendwas, also wenn ich ihn einschränke, wenn ich ihn beschreibe, wenn ich ihm eine Form gebe, egal in welcher Hinsicht, ohne jetzt nicht mehr ein Bild davon zu machen, sondern halt eine Form geben, um mir vorzustellen, wie er ist, schränke ich ihn ein. Das heißt, ich sage, dass er so ist. Ich tue alles andere, was er sein könnte, ausschließen. Verstehst du, was ich meine? Und das möchte ich halt nicht. Ich möchte halt einfach nichts ausschließen. Was passiert zum Beispiel nach deiner Auffassung jetzt, wenn wir jetzt an das glauben, an was du glaubst, was passiert mit uns nach dem Tod? Ja, wir haben ja eine Seele. Also ich glaube zum Beispiel, dass wir nicht, dass das nicht unser, also nicht bei jedem, aber bei vielen Menschen, dass es nicht ihr erstes Leben ist. Ich denke, also ich glaube, man reden kann. Also so Pantheismus, also so Hinduismus, also sowas drauf. Also unsere Seele stirbt nicht. Unsere Seele kann nicht sterben. Das geht nicht. Du kannst die Seele nicht töten. Ich habe ja auch nicht gesagt, dass man die Seele töten kann. Ich habe ja, ich habe ja nur an das geht. Also Atheisten glauben ja, warte mal kurz. Guck mal, Atheisten glauben ja, wenn sie sterben, dass sie halt wechseln. Also dass sie einfach nicht mehr wissen, dass sie existieren. Aber ich glaube, dass wir schon davor existiert haben, bevor wir überhaupt in diesem Körper reinkarniert sind. Und ich glaube halt, dass Satan... Die Bibel sagt, dass es nur eine Schöpfung gibt, kreiert vom Schöpfung. Guck mal, weißt du, von welchem Wort Religion abstammt? Auf Latein? Von Religare. Ich kann schon abschlagen. Von Religare. Und weißt du, was Religare heißt? Anbinden. Ja, deswegen haben wir ja keine religare Religion, richtig? Ja, Religion. Deswegen haben die Christen ja auch keine Religion in dem Sinne, sondern eine Beziehung zum lebendigen Gott Jesus Christus. So ist es auch richtig. Danke, dass du das bestätigst. Das sehst du? Es ist auch richtig so. Ich sage dir ehrlich, also... Also, jetzt bin ich doch auf der richtigen Seite. Komm doch, woher Jesus... Also, ich sage auch so. Also, bevor du irgendwie einen anderen Glauben hast oder so, finde ich Christentum schon noch am besten. Verstehst du, was ich meine? Ja, du sollst den Christentum am besten finden. Du sollst den Herrn Jesus am besten finden. Ja, ja, aber was du verstehen musst, ist, dass die Bibel nicht die Geschichte ist, sondern die Geschichte, die dahinter ist. Also, man muss zwischen den Zeilen liegen. Die Bibel erklärt uns alles. Alles, was weiter auf uns zukommt. Kannst du zum Beispiel eine Prophezeiung... Sagen wir mal, 20 Jahre vor... Wie alt bist du jetzt? 24. 24. Stell dir mal vor, könntest du mit 14 Jahren etwas sagen, was auf einmal 10 Jahre später genauso eintrifft? Oder kann sowas nur Gott? Ich nicht, aber es gibt schon Mediums, die relativ gute Fähigkeiten haben, muss man schon sagen. Ja, okay, dieses Medium, das so eine Fähigkeit hat, in die Zukunft zu blicken und genau exakt diese Sache auch in unsere heutige Zeit bringt, würdest du nicht denken, ey, das ist eine höhere Instanz? Ich glaube, ich muss mal überprüfen, ob das Wort Gottes ist. Ich glaube auch an höhere Instanzen. Ich bin ja kein Atheist. Warum glaubst du nicht an die Bibel, die 3.248 Prophezeiungen erfüllt hat? Guck mal, ich sage ja nicht, dass ich gegen die Bibel bin. Überhaupt nicht. Also, ich sehe eher die Bibel so als ein Teil davon. Ein Teil. Es ist ein Teil. Verstehst du, du kannst nicht alles immer... Also, guck mal, das ist halt das, wovor ich mich halt distanziere, weil ich möchte mich nicht nur mit einer Sache beschäftigen. Verstehst du, was ich meine? Ich bin halt nicht so. Also, ich finde es okay, wenn andere so sind. Weißt du, es ist ja auch was Gutes, wenn du jetzt zum Beispiel christlich lebst und wirklich ein christliches Leben führst, so wie Jesus ist halt... Also, zum Beispiel, tue niemandem was an, was du selber nicht... Also, die goldene Regel von Jesus, wenn du das befolgst, dann, hey, das Beste, was du machen kannst. Also, folgt es und macht es auch... Ja, das ist sowohl das Beste, was man machen kann, und zusätzlich hat man auch seine Seele in Sicherheit gebracht. Definitiv. Weil, stell dir mal vor, mein Lieber, stell dir mal vor, wir Christen glauben, dass es nach dem Tod ein Leben danach gibt. Entweder, dass du für alle Ewigkeiten verloren gehst, oder dass du mit Gott im Himmelreich zusammenlebst, als ewiges Leben. Wenn wir Recht haben, schwebst du in allergrößter Gefahr. Wenn du Recht hast, verliere ich ja nichts, gar nichts. Ja, aber ich glaube auch nicht, dass... Überleg gut, was du machst. Ja, ja, aber ich gucke mal, ich folge ja nur. Verstehst du, ich folge ja nur. Mein Lieber, wenn die Christen... Überleg nochmal, was ich gerade eben gesagt habe. Wenn die Christen Recht haben und es doch ein Leben nach dem Tod gibt, und zwar Himmel oder Hölle, schwebst du in allergrößter Gefahr. Wir Christen aber können nichts verlieren, weil nach deiner Logik erwartet uns ja nichts mehr nach dem Tod. Also kann ja jeder das machen, was er will. Also ich bin katholisch, ich bin getauft, ich bin... Aber jetzt noch einmal bist du wieder katholisch. Ich bin, also ich bin ja getauft, verstehst du, ich bin getauft, ich bin gefirmt, ich habe Firmungen hinter mir, ich habe Kommunion hinter mir, ich habe ja das alles. Ich werde auch wahrscheinlich in der Kirche heiraten. Das Problem, was ich heutzutage mit der Kirche heiratet habe, ist... Das Problem ist, du bist verwirrt durch die ganzen Blöden, Videos, die überall gepostet werden und da eine verwirrendere Blöde nach der anderen kommt. Erstmal kommst du mit, du weißt schon, dass es solche Sachen gab, dass es diese Geschichten vorher schon gab mit ägyptischen Gottheiten und die auf einmal siehst du, weil du dich hast täuschen lassen. Warum täuschen lassen? Tiefen Satans nicht begeistert, weil er der Herr der Welt ist? Ja, genau. Er ist der Herr der Welt. Traurig, traurig, traurig. Nein, nein, warte, lass mich doch. Guck mal, du hast schon recht. Er ist ja der Herr der Welt. Er ist der Herr der materiellen Welt. Und wenn du dich auf dieser materiellen Welt hingibst, dann hast du auch... Woher hast du das, dass er der Herr der Welt ist und der materiellen Welt? Weil er... Guck mal, zum Beispiel... Weißt du, weißt du, warum Satan überhaupt Satan heißt? Mein Lieber, ich habe dir gerade eine Frage gestellt. Woher weißt du, dass er der Herr dieser Welt ist? Guck mal, es geht darum, wegen Saturn. Bescheidst du, die sagen Satan wegen Saturn. Und warum Saturn? Wenn du die Sterne beobachtest, dann ist jeder Stern nur eine Lichtquelle. Aber Saturn ist physisch. Das heißt, es ist der einzigste, einzigste Ding in unserem Formament, in unserem Sternsystem, wo physisch... Warte mal ganz kurz, komm jetzt gleich wieder an. Und ich gleich wieder. Ja, das ist halt dieses totale Durcheinander in seinem Kopf. Das haben viele sogenannte Suchende, vor allem aus der Esoterik-Szene. Wir haben eine Mischung aus Gilgamesch-Epos, Esoterik, Bibel, aus allen möglichen Quellen, was der Satan ja auch selber erschaffen hat. Der Satan, das Wort Satan auf griechisch Diabolos, kommt von den griechischen Wörtern Dia und Ballos. Das bedeutet, ja, Ballo, das bedeutet, Durcheinander bringen. Also sein Name ist der Durcheinanderbringer. Verwirrungsstifter. Und genau diese Verwirrung ist in seinem Kopf. Das hat er geschafft. Jetzt müssen wir versuchen, ihm zu helfen, das wieder zu ordnen. Damit er wieder aus dem Chaos, was der Satan erschaffen hat, in seinem Kopf Ordnung zu schaffen. Denn wir haben einen Gott der Ordnung. Und nicht das Chaos. Wenn wir in den Himmel schauen, dann sehen wir eine unglaubliche Ordnung. Das ist der Gott. Das ist ein Gott der Ordnung. Alles ist ordentlich. Und wenn er jetzt gleich reinkommt, da kann ich mal mit dem paar Sätze wechseln. Aber auch genau durch solche Filmbeiträge wie Zeitkreis und so weiter, ja, da sieht man eben, dass der Satan und seine Freimaurer eben durch solche Filme wie Zeitkreis dafür gesorgt haben, dass viele, viele Menschen verwehrt wurden, was Jesus Christus bedeutet. Was das Thema Jesus Christus bedeutet, beziehungsweise seine Person, dass viele Leute durcheinander gekommen sind, verwehrt worden sind. Die Filme Zeitkreis haben in der Wahrheitsbewegungsszene, und das scheint ja so einer zu sein, der aus der Wahrheitsbewegungsszene kommt. Weil er schon Alternatives Wissen hat. Da hatte Satan eben mit seinen Freimaurern die Alternatives-Szene führen, die Verschwörungstheorie-Szene führen, eben für Shiva, Krishna oder Buddha, der Angriff ist sofort auf die Person Jesu Christi. Ja, wer war das denn? Ja, wer war das denn? Keine Ahnung, wer das war. Irgendeiner, der aus der alternativen Wahrheitsbewegungsszene kommt. Sein ganzes Wissen, ich komme ja selber aus dieser Verschwörung Wahrheitsbewegungsszene an, deswegen weiß ich auch, wovon er spricht. Wer dafür gesorgt hat, dass diese ganzen Wer-Wahr-Informationen in seinem Kopf gelangt sind. Sag ich doch, die kennen die tiefen Satans nicht, das ist das Problem. Ja, der unterschätzt das. Ja, der unterschätzt das. Der weiß das ja nicht, dass die Esoterik-Szene und so weiter alles von Satan erschaffen wurde, um dich vom Herrn Jesus Christus abzulenken. Ah, der kommt jetzt rein. Hallo, hörst du mich? Ne, das lädt noch bei ihm. Hallo? Ja, hörst du mich? Ja. Ja, ja. Hast du den Film Zeitgeist gesehen? Ja, schon lange, schon lange. Worum geht's denn da in dem Film Zeitgeist? Es gibt ja mehr. Moment, 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 Moment. Ja, ja, nein, 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 ich meine den ersten Trick. Den ersten Teil. Den ersten Teil. Den ersten Teil. Worum geht's denn da in dem ersten Teil? Welche Gottheit? Sekunde bitte, Sekunde bitte. Welche Gottheit wird da angegriffen? Ich weiß gar nicht, ich sag dir ehrlich, ich hab den Film schon... Ah, jetzt auf einmal weiß er nicht mehr. Guck dir das mal bitte an. Kannst du es so glauben? Ja, erklär mal. Ja, okay, ich helfe ihm auf die Sprünge. Ich weiß es echt nicht mehr. Okay, ich helfe ihm auf die Sprünge. Du hast doch dieselben Argumente gebracht wie der Film. Kann sein, also diese Argumente sind ja nicht nur vom Film. Zeitgeist. Ja, aber die Argumente sind ja nicht nur vom Film. Nehme ich das... Es ist ja nicht... Es ist ja nicht... Es war dein Internet. Dein Internet. Dein Internet. Hallo? Ja. Mein Internet. Hört ihr mich? Ja, ja. Ja. Das heißt also, der Film Zeitgeist, der Millionen und Abermillionen Menschen erreicht hat in der Wahrheitsbewegungsszene, welche Gottheit greift den Zeitgeist der Film an? Mohammed, Allah, Krishna... Also ich denke mal, Jahwe... 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 Aha! Sehr gut! Ja? Aber was haben die denn angegriffen? Also warum haben die... Wer wird versucht auszuhebeln? Welcher Gottheit? Auf Zeit wird auf... Jesus Christus! Der Eingriff ist auf Jesus Christus! Dein Internet ist schlecht, also man hört nur dich abgehackt, gell? Was glaubst du? Was glaubst du? Was glaubst du da rum? Ressa, geh nochmal raus und rein! Ressa! Ressa! Geh nochmal raus und rein! Geh nochmal raus und rein! Ressa! Ey, Armir, kennst du den Film? Ich kenne den Film, ja. Äh, hast du... Also was meint der... Ja, ich hab ja direkt zu Anfang gehört, was du da gesagt hast. Und ich wusste ganz genau, woher du diesen Unsinn hast. Von Zeitgeist. Genau wie mein Bruder dir gesagt hat. Ja, gut. Also es kann sein, dass Zeitgeist dieses Thema auch aufgreift, aber... Ja, du hast das doch von daher! Deswegen hast du doch sofort verstanden, als du das gesagt hast. Du hast das von dort geklaut und kommst hier mit dem ganzen Quatsch. Ich hab den Doku über Isis und Rosiris angeschaut. Also über Gip... Und da kam es. Ja, da sieht man, dass eben Zeitgeist der Film den Herrn Jesus angreift. Warum greift zum Beispiel Zeitgeist nicht den Allah an? Oder Buddha oder Shiva? Also in welcher Hinsicht greift der ihn an? Ist der Angriff auf Jesus Christus ja oder nein im Film Zeitgeist? Ich weiß es echt nicht mehr, aber was meinst du jetzt mit... Der Film Zeitgeist versucht die Gottheit des Herrn Jesus Christus in den Augen der Menschen madig zu machen. Okay, aber was haben die gesagt? Also was ist denn ihre Argumentation? Die haben dieselbe Argumentation gemacht wie du. Nämlich, dass es in allen Kulturen solche Sonnengötter gibt wie Christus. Nämlich, Horus, Ra, Krishna und so weiter und so fort. Macht ja auch Sinn irgendwo. Also ich sag euch ehrlich, weil guck mal... Ja, aber du verstehst meine Frage nicht. Warum greift denn nicht Allah an? Allah ist auch Gott. Ja, aber ist Allah der Sonnengott? Ist egal. Allah ist für die Muslime der höchste Gott. Der ist auch ein Gott auf dieser Erde. Verstehst du nicht, warum der Angriff nicht auf Allah ist, sondern der Angriff ist auf Jesus Christus. Verstehst du nicht, worauf ich ihn auswähle? Ja, aber... Warum greifen die denn nicht Buddha oder Krishna an? Warum greifen die nicht Buddha oder Krishna an? Aber ganz kurz, die können ja auch zum Beispiel... Entweder du antwortest oder ich rede nicht mehr mit dir. Warum greifen die nicht Krishna, Buddha oder Allah an? Das sind auch Götter. Hab ich die Doku gemacht. Was fragst du mich das jetzt? Was glaubst du denn? Was glaubst du, warum der Angriff auf Jesus Christus ist? Obwohl es tausende andere Götter gibt. Weil es nicht der einzige Gelegte ist. Sehr gut. Jetzt weißt du auch, wer hinter Zeitgeist steckt. Warum der Satan versucht mit allen Mitteln. Durch Religionen. Durch Filme. Dich von Jesus Christus abzubringen. Den Herrn Jesus Christus in deinen Augen schlecht zu machen. Deswegen sagt dieser Typ mittendrin, Amir. Im Zeitgeist. So ein Typ mit Krawatte. Der diese Doku führt. Leute, wollt ihr denn immer noch an Christus glauben? Mitten drin, mittendrin. Auf einmal kommt der Typ. Ich finde es ja gut, wenn Menschen an Christus glauben. Nichts Schwerfliches. Jesus war, wenn es wirklich so war. Wenn er wirklich so war, wie es dann entsteht. Dann kann man sich von dem auf jeden Fall nehmen. 100 Prozent. Was hast du gerade gesagt? Der beste Mensch war Mohammed? Nein. Ich habe gesagt, wenn es stimmt, was drin steht, dann ist Mohammed ein Witz dagegen. Ach so. Ja. Verstehst du? Weil guck mal. Guck mal. Jesus, der war. Der war. Wow. Einfach. Der war wirklich Gottes Sohn. Kann man wirklich sagen. Weiß, wenn es jetzt alles so stimmt, wie es da drin steht, dann natürlich 100 Prozent. Ich sage euch ehrlich, wenn der geliebt hat. Ja. Wenn es ihn wirklich gab. Und wenn es wirklich so war. Ja. Der beste Mensch, der jemals gilt. Ich bleib definitiv. Ja. Genau. Und du siehst. Man soll sich ja auch ein Beispiel annehmen. Bevor du Atheist bist. Bevor du irgendeinem Irrglauben folgst oder irgendwie denkst, der nur der Stärkere gewinnt oder so. So Darwins Theorie oder sonst irgendwas. Hört auf damit. Kehrt lieber auf den Weg. Bleibt miteinander. Bleibt fürsorglich. Ich helfe euch gegen sein. Ja, aber du kannst dich für etwas selber Werbung machen und dann selber das nicht kaufen. Das ist so, als wenn ich zu Leuten gehe. Leute, es gibt in dieser Bäckerei da hinten das beste Brot der Welt. Und dann sagen die, aber warum haben wir dich noch nicht gesehen? Nein. Ich will das nicht selber für mich essen. Aber geht bitte. Das ist das beste Brot der Welt. Ich konsumiere doch das Brot genauso. Du hast doch gerade gesagt, du glaubst nicht an Christus. Ja, aber du hast doch gerade gesagt, dass du glaubst nicht an Christus. Ich glaube nicht an Christus. Ich habe gesagt, wenn Christus existiert. Ich war nicht da. Also glaubst du nicht an ihn? Ich habe ihn nicht gesehen. Also glaubst du nicht an ihn? Also glaubst du nicht an ihn? Also glaubst du nicht an ihn? Okay. Was machst du denn, wenn wir beweisen, dass Christus wirklich existiert hat? Außerbiblisch. Ich weiß doch außerbiblisch. Ich kenne doch... Ja, wenn du das alles weißt, warum fragst du uns denn da an? Ich frag euch doch gar nicht. Ich kenne das doch. Okay, ich merke das. Ja, also da kommt zu ihm. Ja, da kommt zu ihm. Ja, da kommt zu ihm. Komm, komm, bitte. Ich kann das nicht mehr fragen. Wie verwirrt kann man nur noch sein? Ja, man muss ihm aber trotzdem noch die Gelegenheit haben. in sich zu ordnen. Ja, wie denn noch? Von einem Wahnsinn auf den anderen oder was? Ja, es ist halt Verwirrung in seinem Kopf. Diabalos. Durcheinander. Geboren. Ja, genau. Diabalos. Also wenn du noch hier im Chat bist, liest die Bibel, das ist das Wort Gottes. Genau. Das ist die älteste Geschichte der Welt von Gott selbst uns gegeben. Und da sieht man eben, dass die älteste Religion der Welt, wenn du so bist, Glaube, direkt mit Gartenehen verbunden ist, mit der Entstehungsgeschichte der Menschheit. Die zwei ersten Menschen, die erschaffen worden sind. Welche Geschichte ist noch älter als die ersten beiden Menschen? Und da wird das schon nur angesetzt. Wird angeknüpft, die Bibel. In 1. Mose, Genesis. Die Entstehung. Hallo. Da wird ja der Herr Jesus direkt angekündigt. 1. Mose Kapitel 3. Die Schlange. In die Ferse bei. Genau. Weil du das getan hast, also du Schlange, du wirst ihm, meinem Sohn, dem Retter, also du wirst ihm in die Ferse stechen am Kreuz, die Ferse durchbohren und er wird dir aber den Kopf zertreten. So sieht's aus. Hallo. Und es gibt keine ältere Religion als das. Können Sie mich? Ja. Ja, aber eine einfache Frage, nicht schwer. Ja, so einfach. Ist nach dem Glauben, ist Mössius Gott oder der Sohn von Gott oder ein Prophet? Er ist Gott und der Sohn Gottes. Und wenn er Gott ist, dann habe ich noch eine Frage. Was? Wirst du kein Wort? Er hat noch eine Frage. Wenn er Gott ist, hat er noch eine Frage. Dann habe ich noch eine Frage. Ja, bitteschön. Also Mariam hatte auch keinen Mann, ne? Er ist schwanger geworden. Ja. Jungfrau. Genau. Als Jungfrau geboren. Also der Jusius. Und wie kann es sein, bevor der Jusius Geburt ist, wer war der Gott? Ja. Ja. Er war doch nicht da. Gott? Ja. Der ist ewig. Also der ist als Geist im Bauch, in Mariam und seinem Bauch. Ja, er ist Mensch geworden. Genau. Er ist Mensch geworden. Ja. Dann heißt das, der Körper von Jusius ist eigentlich genutzt worden, dass Gott war jemand Anderer. Nein, dieser Gott, der ewige Gott, wurde Mensch und hat einen Körper angenommen, einen menschlichen Körper. Aber ich meine doch, ich meine, der Gott hat den Körper angenommen. Ja. Das heißt, der Gott war immer Anderer. Das ist nicht dein eigenes Körper. Wenn Gott einen Körper annimmt, ist das ein anderer Gott? Ist doch derselbe Gott, der ist nur Mensch geworden. Wenn der Gott viel schaffen kann und kann, also ich meine, Maren seinen Bauch so als Kind auf den Weg bringen, dann kann der auch so einen anderen Körper annehmen, oder nicht? Ja. Er ist allmächtig. Er kann machen, was er will. Das ist der allmächtige Gott. Also das, dann musst du ja auch glauben, dass der Körper von den Jusius nicht der Gott war, sondern der Gott in diesem Körper war. Nein, nicht in dem Körper. Der Gott hat, er ist dieser Mensch geworden. Er hat das nicht angenommen und ist da reingegangen. Nein. Aber der Mensch ist nicht der Gott. Der Gott ist immer Anderer in diesem Körper. Natürlich verstehe ich nicht nochmal, was meinst du? Ich meine, wenn der Gott vorher existiert hat und dann hat Mario, mein Sohn... Kannst du mal lauter reden, dass er auch was versteht. Ich verstehe gar nichts, ey. Ich verstehe eigentlich ganz gut. Ja, aber ich höre den so gut wie fast gar nicht. Mach mal die Kopfhörer raus oder sowas. Ich habe keine Kopfhörer, ich rede ganz normal. Dann komm her, ans Telefon bitte. Okay. Meine Frage ist, wenn der Gott existiert hat, vorher schon, und dann... Also, als Mario und sein Sohn, dann laut theoretisch, dann ist die Mutter von Gott Marian. Dann ist die Mutter von Gott Marian. Nein, Maria ist die Frau, die den Herrn Jesus geboren hat. Dann ist die Mutter von Gott Jesus Christus, aber nicht von Gott Jesus Christus. Nein, der Mensch Jesus Christus hat eine Mutter. Der Gott Jesus Christus hat keine Mutter. Der Gott ist Gott. Warum hat der sich nicht anders ein bisschen existiert? Vielleicht Geist, keine Ahnung, vielleicht ein anderer Mensch. Warum soll er sein Kind... Der hatte doch, der ist doch Gott unsichtbar. Warum soll er sich als ein Kind geboren und dann muss so 30 Jahre später wieder zurückkommen und dann sagen, ich bin der Gott? Der Gott. Ja. Ja, weil alles nach seinem Plan, nach seiner Zeit geschehen soll. Alles hat seine Zeit. Deswegen wird auch kein Babyführerschein haben. Der muss warten, bis 18 Jahre Zeit wird. 18 Jahre alt. Alles hat seine Zeit. Und denkt ihr auch nicht, dass der Marian vielleicht gespritzt wurde, vielleicht schwanger geworden ist? Was hat er gesagt? Vielleicht gespritzt wurde. Ja, der hat sich Sex... Der meint, der ist sexuell. Also, dass Maria durch sexuelle Akte schwanger wurde. Ja, der Allah. Wisst ihr, Leute, wisst ihr, was der Allah macht? Der Herr Gott hat sich entschieden, in Maria zu kommen. Und zwar auf eine wundersame Art und Weise. Aber der Gott des Islams sagt jetzt schon 21, Vers 90 bis 92, wir haben ihn in die Fagina von Maria eingehaut. Schaut euch den Haufen an. Ja. Ja, laut Islam. Ja, das ist natürlich sexuell. Wenn laut Islam ist, dann ist der Gott... Jetzt versteht ihr, warum er so denkt? Weil sein Islavin sowas nervt? Ja, ja. Nein, Brüder, ich bin nicht... Ja, das ist nämlich das Problem. Allah pustet in die Fagina von Mariam. Schaut euch den Haufen an. Guck mal, guck mal. Ich hab nicht gesagt, ich bin Gott-Gläubiger. Aber ich bin nicht Muslime, ich bin nicht... Lauter sprech, ich versteh dich nicht. Ich bin nicht Muslime und ich bin nicht so christlich. Okay, du bist nicht Muslime. Wer ist Mohammed für dich? Mir ist ein Mensch genauso wie die anderen. Ist er ein Prophet? Nein. Kein Prophet? Nein. Okay, dann ist er der allerletzte... Also allerletzte Mensch oder was ist der? Der ist gar nichts. Der ist ein Mensch so wie du. Genauso wie die anderen auch. Und Allah ist nicht Gott, ne? Warum... Ich hab doch nicht gesagt, wir haben Gott. Ich hab doch gesagt, ich bin ein Gott-Gläubiger. Aber ich hab... Nein, der glaubt an Gott, Amir. Aber der glaubt an keine Religion. Ja, so weit wir wie Muslime sind. Man muss sich ja immer diese Frage stellen. Ja, 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 nein. Ja, aber der hat dir zugegeben. Der glaubt nicht an Gott. Also diese Geschichte von Islam ist auch halt komisch. Diese Geschichte von Bibel ist auch komisch. Aber voran... Das ist so... Der ist so... Beide haben auch ein bisschen Kontakt zusammen. Weißt du? Und Bibel steht genau so wie der gebaut ist. Und voran steht genauso wie der gebaut wird. Ja, eine Lamborghini... Eine Lamborghini original und eine Lamborghini falsch gemacht. Für 500 Euro. Beide haben einen Zusammenhang. Beide heißen Lamborghini. Ist das jetzt der Lamborghini... Lamborghini für 100 Euro und der Lamborghini für 250.000 Euro? Ist das dasselbe Lamborghini? Ja, der eine kommt aus China. Der eine kommt aus China und der andere kommt aus Italien. Ja, aber hör mal zu, dass gerade... Beide haben eine Connection. Beide heißen Lamborghini. Nein. Aber der eine ist mit Tretwohn. Mit Fahrrad. Mit Fahrrad Tretwohn. Hör mal zu. Diese Frage, was durchsteht, ist gerade so wie Amerika iPhone baut und dann China. Ja. China macht als günstige Preis... Genau, nach. Nein, nein, nein. Du hast es nicht verstanden. Nein. Du hast es nicht verstanden. Wenn du den Lamborghini auch in China baust, dann ist er auch nicht so gewohnt. Nein. Ich wollte damit sagen, der Islam ist eine Kopie von der Bibel. Denn wenn du sagst, die sind beide ähnlich... Ja, natürlich. Wenn du eine Kopie machst von original Rolex, von original Rolex, dann sehen die beide fast gleich aus. Aber trotzdem, der eine ist falsch. Der eine ist eine Kopie. Auch wenn das sehr ähnlich aussieht. Das wollte ich dir sagen. Aber ich kann es auch nicht glauben. Ein Koran probieren. Aber ich kann es auch nicht glauben, dass er laut mir sagt, dass er Julius Gott ist. Weil der Gott hat sich dann so im Bauch in Marian angebaut und dann reingesetzt. Und dann ist er geboren. Und dann kommt er 30 Jahre später. Und dann sagt er, ich bin der Gott. Der war vor und schon da. Bevor der Marian auf das Bett kommt, der war schon da. Er war schon da im Alten Testament. Im Alten Testament hat er doch gesagt, dass er Mensch werden wird. Und kommen wird. Er hat das angekündigt. Wenn Marian da nicht war, der Alten Testament war. Jesaja 9,5. Denn uns ist ein Kind geboren. Ein Sohn ist uns gegeben. Und die Herrschaft kommt auf seinen Schultern. Man nannte seinen Namen. Wunderbarer Ratgeber. Starker Gott. Ewig Vater. Friede Fürst. Nein, hör mal zu. Ja, ich hör mal zu. Wenn Marian nicht da war, der Alten Testament war auch nicht da. Aber Marian wird doch erwähnt in Jesaja 9,5. Eine Jungfrau wird schwanger und sie wird ein Kind gebären. Heute Tag passiert auch sowas. Das war ein Wunder Gottes, Mann. Ja, wenn jetzt eine Frau auch schwanger wird und ein Kind auf der Welt bringt, der ist auch ein Wunder Gott. Dann sagt er da, ich bin der Gott und paar Geschichten erzählen und dann glaubst du auch der Gott ist? Ja, heutzutage siehst du das ja nicht. Woher weißt du das? Wir haben Kinder mit zwei Kopfen. Wir haben Kinder mit sechs Fingern. Wir haben was? Wir haben Kinder mit zwei Kopfen. Wir haben Kinder mit sechs Fingern. Wir haben Kinder keine Ahnung. Wir haben Kinder mit was haben wir? Mit zwei Kopfen. Ich verstehe kein Wort. Kannst du mal lauter sprechen bitte? Zwei Menschen in einem Körper mit zwei Kopfen. Zwei Menschen in einem Körper? Genau, zwei Menschen in einem Körper. Ja, genau. Also eine Mitbildung willst du jetzt quasi gleichsetzen mit Gottes Prophezie. Dass Gott sich selbst anzieht, dass eine Jungfrau schwanger wird? Aber Brüder, man kann auch heute Tage eine Späne spielen. Eine Späne spielen und eine junge Frau schwanger machen. Ich danke dir von Herzen. Ich merke schon, das Gehirn schaltet auf Durchzug und leider möchtest du jetzt die ganze Zeit weitermachen und blöde Vergleiche ziehen. Und dann müssen wir jemanden reinholen, der dann wirklich auf der Suche ist und der dann auch lernen möchte und nicht Quatsch dann macht. Unglaublich, ey. Wir sind wunderschön zusammen. Gott segne dich um deine Familie. Ich brauche schon voll Druck auf den Vorhaben. Ich habe nur eine Frage. Ich hoffe, der Timon hört mich noch. Und habt ihr euch alle, was bis jetzt gesprochen habt, habt ihr schon mal alle die Bibel und den Koran zusammen gelesen oder nur redet ihr von Kopf? Ich glaube, wir sind qualifiziert genug, über Bibel und Koran zu sprechen, weil mein Bruder hat den Koran gelesen, ich habe den Koran gelesen, mein Bruder hat die Bibel gelesen, ich habe die Bibel gelesen. Okay. Sehr schön. Und der Timon, was hat vorher gesagt, der für den Propheten Mohammed und er sagt, er ist nur ein Mensch, er ist nicht nur ein normaler Mensch, aber er ist der letzte Prophet von allen Propheten und er kann nicht so einfach sagen. Und solche Menschen... Aber Mohammed ist ein Prophet? Ja, er ist normal mein Prophet. Ist er ein Prophet? Natürlich ist er der letzte Prophet von allen. Der allerletzte Prophet, ja? Allerletzte Prophet, ja, genau. Okay. Kannst du mir etwas sagen, was Mohammed prophezeit hat? Weil er ist ja ein Prophet, ein Prophet muss ja etwas prophezeien, was auch eintrifft. Also ich glaube, du hast überhaupt nicht den Koran gelesen. Ja. Das kann nicht wahr sein, ey. Ich bin Dr. Sheikh Abouamil, Mann. Aber ich hoffe, irgendwann kommst du auf den richtigen Weg, aber ich soll nicht sehen. Ja. Sorry, aber wenn solche Leute... Nein, ich bin schon auf dem richtigen Weg. Denn dieser Weg hat einen Namen. Dieser Weg heißt selbst Jesus Christus. Der ist der Weg. Jesus Christus selber spricht. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Der hat gesagt. Und Mohammed war doch kein Profi. Der hat gesagt, dass Frauen Spermien haben. Nein, nein. Ich glaube nicht. Sorry, aber mit solchen Leuten, ich kann nicht weiter. Es gibt Spaß damit. Du kommst irgendwann, habt ihr den richtigen Weg. Aber mit solchen Leuten. Aber mit solchen Leuten. Aber mit solchen Leuten. Wenn du sagst, Mohammed hat gesagt, Frauen haben Spermien. Ja, ich weiß. Das ist grausam. Das ist grausam. Das ist grausam. Das ist grausam. Was meinst du? Entsetz dich bitte über diesen Verstand. Diesen Verstand, den es ja nicht sagt. Entsetz. Ja, man muss Geduld haben. Wenn du Aufklärung betreibst, dann musst du auch wirklich viel Geduld haben. Ich bitte um das ganze Bescheid. Egal, was du dir sagst. Es gibt Menschen, die schalten auf Milchzugritter. Es gibt aber auch Menschen, wo du auf einmal merkst, okay, der möchte etwas lernen. Er möchte etwas begreifen. Verstehst du? Nach diesem ganzen Gespräch weiß man schon, mit wem man hier redet und mit wem man nicht redet. Hallo, Amir. Wie geht's dir? Hallo, Umut. Gott segne dich und deine Familie. Deine auch. Dankeschön. Du, ich hätte mal eine Frage. Bitte. Und zwar, wie ist es in der Bibel bezüglich dem letzten Tag? Gibt es da auch so Prophezeiungen, die eintreffen müssen, bevor der letzte Tag kommt? Ja, also die Wiederkunft des Herrn Jesus Christus ist demnächst, also was heißt demnächst, irgendwann jetzt in den nächsten Zeiten, das wissen wir nicht genau, wann es ist. Aber das wird das nächste große Ereignis sein, das ist die Entrückung. Und dann gibt es irgendwann mal noch eine Rückkehr des Herrn Jesus Christus, der dann sein tausendjähriges Friedensreich errichtet, den Antichrist beseitigt und dann diese Welt in Schutt und Asche legt. Und dann gibt es das was, dann ist dann Ende der Welt, Ende der Menschheit und dann gibt es nichts danach mehr, dann noch Hebel und Hölle. Okay. Und sind wir, also die Menschen jetzt, die gestorben sind, die sind auch noch so in der Warteschleife, sage ich mal. Also das kommt dann alles zum Schluss auch, oder? Genau, die werden aufbewahrt für den Tag des jüngsten Gerichtern. Wenn alles dann vorbei ist, die sind dann quasi in so einer Zwischenwelt. Verstehst du? Ja. Und dann, wenn alles geschehen ist, werden alle auferstehen. Und die, die in Christus gestorben sind, werden auferstehen zur Entrückung. Mhm. Und diejenigen, die dann hier bleiben, werden dann verhärtet selber vom Herrn Jesus Christus, weil sie zur Liebe die Wahrheit nicht angenommen haben, durch die sie errettet werden können. Okay. Du selber hast eine sehr gute Möglichkeit, errettet zu werden, wenn du den Herrn Jesus Christus einnimmst als sein Herrn und Heiland und dich retten lässt. Verstehst du? Ja. Und den Antichristen wird der auch von Jesus? Beseitigen. Ja. Der Jesus Christus wird den Antichristen dann beseitigen. Okay, dann ist die Geschichte eigentlich sehr ähnlich mit dem Islam, ne? Ja, der Islam bringt eine ganz verzerrte Sicht des Bibel wieder. Ja. Wir können dem Koran absolut nicht vertrauen, weil Mohamed selber unter schwarzer Magie stand und man keinen einzigen Mann schießt, der auch nur einfach ernst nimmt. Verstehst du? Ja. Weil du weißt ja nicht, ob der das jetzt unter schwarzer Magie gesagt hat oder nicht. Das wissen wir ja nicht. Ja, ich weiß schon, was du meinst. Wir hatten ja diese ganzen Themen sowieso schon. Versteht du? Weißt du, was die Sachen... Er ist also nicht vertrauenwürdig. Hänge ich gerade oder hörst du mich gut gerade? Ja. Was sagst du? Hört man mich jetzt gerade, weil es hat irgendwie gehangen. Hat's gehackt? Ja, ich höre dich also. Ich weiß nicht, ob der Hammer hier hat. Okay, okay. Also auf jeden Fall bezüglich... Jesus freut mich halt auch noch. Das ist das letzte eigentlich. Ich sag halt immer, auf der Erde war er Mensch, war er Prophet. Was er im Himmelreich ist, da wo er halt, sag ich mal, sein Zuhause hat. Da... Das lass ich halt noch offen, ne. Weil man... Ja, laut Islam kann man halt nicht sagen, kann man Gott keine Form geben oder sich irgendeine Vorstellung von Gott machen. Und deswegen im Himmelreich weiß ich jetzt nicht, was Jesus dort wirklich ist. Weil er ist ja auch vor den Menschen und vor der Erde schon... War er ja schon da. Äh... Da bin ich halt so wirklich so ein bisschen am Recherchieren und so. Aber ich find da keine Eigenschaft. Also ich find da nichts, wo ich Jesus rein... reinpacken könnte. Aber auf der Erde ist halt ganz klar Mensch. Aber im Himmelreich weiß ich halt nicht. Nein, äh... Jesus Christus im Koran ist das Wort von Gott. Ja. Von Allah. Sein Wort. Gott hat den Geist von Gott. Und den Geist von Gott, ja. Das heißt also, er war bei Gott als sein Wort, bevor er in Maria reinkam. Das war das Wort Gottes. Ja. Und das Wort war am Anfang. Und deswegen... Genau, richtig. Sehr gut. Jetzt kommen wir zu Johannes 1,1. Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. War Gott. Denn alles wurde ja durch das Wort erschaffen. Wenn ich, wenn ich dich frage, wer hat alles erschaffen? Dann musst du sagen, Gott. Ja, aber Gott hat durch das Wort erschaffen. Er hat gesprochen. Mit dem Hauch Ruhr. Er hat gesprochen und es wurde. Das heißt, Jesus Christus ist das Wort, was alles erschaffen hat. Denn Gott hat so durch sein Wort erschaffen. Sein und es ist. Es ist, genau. Und Jesus Christus ist mit Gott an der Schöpfung. An der Schöpfung beteiligt. Ja, das ist halt genau die Sache, die halt, sage ich mal, mich so ins Nachdenken bringt. Aber da geht es ja eigentlich um das Himmelreich. Das ist ja alles, was im Himmelreich ist. Aber hier auf der Erde, sage ich. Hier auf der Erde war er ja Fleisch, war er ja Mensch. Ja. Deswegen sage ich hier auf der Erde Mensch. Aber was er im Himmelreich ist, sind halt die Zeichen. Er hat sein Körper auch im Himmelreich. Ja. Die Zeichen im Himmelreich. Er hat immer noch die Zeichen der Kreuzigung, die Löcher in seinen Händen und Füßen. Diese werden aber vergehen, wenn alles im Himmel ist, wenn alles vorbei ist. Dann werden auch diese Löcher zugehen für die Ewigkeit. Und dann war es das. Dann werden alle Menschen mit Gott, dem Herrn Jesus Christus zusammen sein. Ja. Also ich hatte letztens wieder so Sachen halt auch gelesen, wieder von der Bibel und so. Und ich habe auch auf TikTok so Videos gesehen, wie sie halt zu Jesus beten. Und dann passieren halt irgendwelche Sachen. Und dann sagen sie, ja, schau hier, Jesus hat das jetzt gemacht und so. Und ich komme halt so ins Nachdenken. Also ist Jesus wirklich... Ach, du meinst diese charismatische Wunder- und Zeichenbewegung? Genau, genau. Ist jetzt Jesus... Nein, 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 nein. Das ist gefährlich. Das ist nicht vom Gott. Ich weiß nicht, ob es charismatische Wunder sind. Also ich meine, die haben halt zu Jesus gebetet und irgendwas passiert halt im Himmel in dem Moment. Und ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich dann in dem Moment gesagt, ja, ist jetzt Jesus im Himmelreich der Gott. Also Gott zeig mir doch auch ein Zeichen. Zeig mir doch irgendwas, dass ich irgendwie was weiß. Und in dem Moment hat irgendwie so richtig auf dem Dach kam da irgendwas so und da war irgendwas auf dem Dach. Also so scheppern. Ich weiß nicht, ob das in Deutschland überall, ob man weiß, was das ist. Also es hat halt so wie scheppert. Es war halt laut, sage ich mal, auf dem Dach. Dann habe ich so Gänsehaut bekommen. Ich so, okay, krass. Also ich habe jetzt gerade gebetet, dass ich halt auch ein Zeichen will, wenn Jesus im Himmelreich ist und so. Und dann kam das. Und dann wollte ich halt noch ein Zeichen und dann kam halt nichts. Dann dachte ich mir, okay, ich will wahrscheinlich zu viele Zeichen. So geht das auch nicht. Ja, es ist halt für mich wirklich noch eine offene Frage, wie was Jesus im Himmelreich ist. Aber es scheint wirklich so zu sein, dass da was Göttliches ist, was mit Jesus ist. Also da kommt man nicht drum rum irgendwie. Und der Koran selber sagt ja auch nicht, dass Jesus nicht Gott ist, sondern der Koran sagt ja, nennt ihn nicht Gott. Also sagt nicht Gott. Der Koran sagt, dass Jesus Gott ist. Sagt, dass Jesus Gott ist. Dass Jesus Gott ist, ja. Also, dass er den Geist hat, weiß ich. Und dass er das Wort ist. Nein, das meine ich nicht. Das meine ich nicht. Okay, wo? Das weiß ich jetzt nicht, was ich sage. 9, Vers 31. 9, 31, Moment mal. 9, 31. Ja, kannst du es mal vorlesen? Nee, ich tue es gerade reinschreiben und Screenshot machen, damit ich es nachher gucken kann. Ja. Oder du kannst es mir vielleicht sagen. Ja, ich dachte, dass du das vorlesen kannst für uns alle. Ja, ich bin halt im Urlaub gerade. Ich habe hier kein zweites. Also. Ja, auf jeden Fall sagt der Koran, das ist ein riesen Fehler im Koran, dass man sich Allah und den Messias als Herren nehmen soll. Du weißt ja, das ist Schirk. Neben Allah irgendjemand anderen als Allah nehmen sich zu haben. Ein Partner. Achso, ja, das kenne ich. Das kenne ich. Sich außer Allah und dem Messias. Uns steht da, glaube ich, ne? Ja, das war auch so ein Punkt. Ja, es gibt auch Stellen da, wo er sagt, wir haben erschaffen und so. Das ist auch ein bisschen komisch. Ja, nicht nur das, nicht nur das. Das Problem ist, diese Sünde, die nie im Islam vergeben wird, ist der Schirk. Richtig. Beigesellung anderer Götter neben Allah. Und dann sehen wir auf einmal, wie Allah selber dann in dem Vers, 9 Vers 31 sagt, dass sie andere Herren haben neben Allah und dem Messias, ey. Ja, ich habe dort, aber das habe ich auch so, also du kennst es ja bestimmt auch, da gibt es immer so andere Übersetzungen auch nochmal, ne? Das steht dann nicht und der Messias, sondern außer Allah, dann kommt so ein Komma und Messias. Ja, im Arabisch, der arabische Originaltext ist eindeutig. Eindeutig. Die Übersetzer versuchen das schwach zu übersetzen, damit die Katastrophe nicht rauskommt. Ganz genau, wie Allah betet in Surah 33, Vers 56. Zu wem betet denn Allah, wenn er selber der Gott ist? Welche Surah 33? Vers 56. Das haben die auch falsch übersetzt. Das haben die mit Segnen übersetzt, aber das ist falsch. Wenn jemand Salat macht, dann heißt es beten und nicht segnen. Ja. Weißt du, was mein größtes Problem ist eigentlich bei dem, ja, leider muss ich das sagen, auch wenn ich Muslim bin, die Sache mit der Kaaba, ne? Richtung Kaaba beten und dort diese Drehungen um die Kaaba und den Stein küssen und so. Das kann ich halt irgendwie nicht nachvollziehen, weil das ist, also ich weiß, was verboten ist. Götzendienst ist halt streng verboten. Und ich weiß nicht, was der Stein dort halt abbilden soll, also. Ja, siehst du, dass das eigentlich nach außen hin Götzendienst verboten ist in Islam. Aber der größte Götzendienst ist mitten im Islam drin. Jedes Jahr, ne? Ja. Die ganze Muslime beten in Richtung eines Steinhauses, wo ein Eckstein, ja, da dran ist. Und warum kann man nicht direkt so Gott beten? Warum muss man in diese Richtung Stein beten? Ja, das kann ich mir nicht erklären, das weiß ich echt nicht. Ja, weil diese Steineverehrung schon vor Islam existiert hat. Und Mohammed hat das einfach übernommen und in Islam reingepackt. Das haben die Götzendiener damals in Mekka diese Steine angebetet. Das ist das Problem. Ja, ich sag mal so, im Großen und Ganzen, deswegen sag ich im Großen und Ganzen, kann ich mich mit dem Koran anfreunden, alles. Aber es gibt natürlich bestimmte Sachen, da macht das Kopf, also der Kopf halt nicht mit. Oder, sag ich mal, der Mensch so macht dann nicht so ganz mit. Ja, das Gewissen macht dann nicht so mit. Ja, natürlich. Ja. Wenn du dich aber weiter beschäftigst, sowohl mit der Bibel als auch mit dem Koran, dann wirst du früher oder später die Wahrheit erkennen. Ja, auf jeden Fall. Ich bleib, ich werde immer offen zu der Sache bleiben, auf jeden Fall. Ich sag's immer noch, das werde ich auch weiterhin sagen. Isa, Jesus ist für mich, auch wenn ich Muslim bin, ist mein Lieblings-Favorite-Prophet, sag ich mal. Auch wenn Gott sagt, aber seine Geschichte, das was er gebracht hat, was er gemacht hat und so, dass es für mich wirklich... Ja, wir beten natürlich für dich, ich bete, wir beten alle für dich, auch die Geschwister, dass du halt zur Erkenntnis der Wahrheit kommst. Amen. Euch auch alles Gute noch und... Ja, ihr Lieben, ne? Los geht's mit dem Gebet für den guten Mann. Hallo? Hallo? Hi, Gott segne dich und deine Familie. Danke, gleichfalls. Ey, ich hab mal kurz ne Frage. Hört ihr mich? Ja. Ich wollte fragen, also ich beschäftige mich auch schon seit einer langen Zeit so ein bisschen mit dem Christentum und mit dem Koran und alles drum und dran, mit der Bibel. Und ich wollte mal fragen, also ich guck mir manchmal auch so Livestreams an. Ich habe irgendwie gehört von einem, von einem, von Anas, den kennst du ja vielleicht. Anas Islam. Ja, der meinte immer, dass Jesus Gott anbetet. Jetzt wollte ich mal fragen, was ihr oder du dazu sagst. Also Jesus war ja Gott. Deswegen wollte ich fragen, wen hat er da angebetet? Ja, innerhalb der Gottheit gibt es drei Personen, die miteinander sprechen. Und sie verherrlichen sich gegenseitig. Verherrlichen, auf Deutsch, ist ein Synonym. Ein anderes Synonym für verherrlichen ist anbeten. Okay. Ich wollte noch fragen, Jesus war ja auch auf der Erde Gott, gell? Ja. Also es wusste ja, glaube ich, keiner, dass er Gott war. Also die Menschen herum, oder? Doch, also manche, manche Juden, die damals die, die Tora richtig gelesen haben, zum Beispiel Jesaja 9, Vers 5, dass das Kind, das geboren wird, später, der Sohn Gottes ist, der Gott selber ist, Jesaja 9, Vers 5. Das heißt, manche Juden waren vorbereitet, aber die meisten Juden leider nicht. Israel als Ganzes war nicht vorbereitet. Ach so. Okay. Ja, ich kann mich halt nicht übertrieben gut aus. Ich habe einfach hier ein paar Infos in Livestreams erhalten. Und ich wollte mal Fragen... Lass dich nicht von diesen Muslimen verwirren. Das ist das, was die machen können. Nur Verwirrung handstiftet. Damit du schön verwirrt bist und dann auf einmal eine dumme Entscheidung triffst für den Islam. Die katastrophaler nicht sein kann, diese Religion. Katastrophaler nicht sein kann. Weil, du musst mal anders fragen. Weil er ist ja Araber und er weiß ganz genau, was der Vers in Suche 33, Vers 56 bedeutet. Dass Gott und seine Engel den Salawat auf Mohammed sprechen. Ja? Das Gebet. Die beten auf Mohammed. Nicht die segnen ihn. Die beten für ihn. Aber wenn sie für ihn beten, wenn Allah für ihn betet, zu wem betet denn Allah für Mohammed? Also im Koran steht das... Bei uns macht das ja Sinn, dass der Vater zum Sohn betet und der Sohn zum Vater. Aber macht das mehr... Was macht das für einen Sinn im Islam, wenn die mir sagen, ja, da ist nur Allah. Verstehst du? Mhm. Zu wem betet also Allah? Das war ja die Frage. Okay, okay. Ja, ich bin einfach... Ja, es ist ein bisschen Fragezeichen bei mir. Das ist gut, dass du suchst. Ja, das ist gut, dass du suchst. Das ist genau richtig. Der Herr Jesus sagt ja auch, findet die Wahrheit. Ihr sollt die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird euch freimachen. Ja, das Ding ist, ich muss sowieso mal beide Seiten lesen. Weil ich habe den Koran weder noch die Bibel gelesen bislang. Und ich dachte mir, bevor ich ging, was... Keine Ahnung. Weil jeder kann ja was sagen, so in Streams. Und du musst ja schluss am Ende selber wissen. Selber was gesehen haben. Betet doch zu Gott. Betet, du glaubst doch, dass es einen Gott gibt. Einen Schöpfer, richtig? Ja, ja, safe, safe. Alles klar. Nachdem du jetzt gleich fertig bist mit unserem Stream. Gott, mein Herr, offenbare dich mir. Offenbare mir deinen Weg zu dir nach dem Tod. Wer bist du? Was soll ich tun, um nach dem Tod bei dir zu sein? Offenbare mir die Wahrheit. Und der Herr, Gott, wird auf dieses Gebet hören. Und er wird dich zu sich ziehen. Und er wird sich die offenbaren. Ja, hoffentlich. 100 Prozent. 100 Prozent erhörte solche Gebete. Er wartet nur auf so ein Gebet. Jo, ja, eigentlich war es das schon von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Gott segne dich und deine Familie, mein Lieber. Danke, ciao zusammen. Gleichfalls. Ja, das ist das. Wenn die dann immer wieder den Vorwurf bringen, ja, wenn Jesus Gott ist, warum betet er dann zu Gott? Aber dabei verstehen sie nicht, dass der Vater den Sohn verherrlicht, genauso wie der Sohn den Vater verherrlicht. Beide sich gegenseitig. Das sehen wir auch in Hebräer 1, Vers 12 bis 8. Hebräer 1, 8, Vers, also Vers 8 bis 12. Bis 12. Wo der Vater den Sohn mit Gott anredet und ihn anbetet. Ja, der Vater sagt zu Sohn, du Gott. Dein Reich wird von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dein Scepter vergeht nicht. Ja. Allein Hebräer den ersten Kapitel, das erste Kapitel zu lesen, das reicht schon vollkommen aus. Da sieht man schon... Da sage ich doch Hebräer 1, 8 bis 12. Das reicht schon, um das Ganze zu verstehen. Hey, grüß dich, mein Lieber, hörst du mich? Gott segne dich und deine Familie, ja. Hör mal zu, du hast zu viele Videos von Christian Perrins geguckt, ne? Christian Perrins. Was habe ich gebracht? Christian Perrins, kennst du doch. Ja. Hast du viele Videos von ihm geguckt? Ich habe mir einige Videos von ihm angeguckt, ja. Aber ich wollte noch was, guck mal, du bist kein Islamhasser, ne? Du willst nur die Wahrheit wissen, wa? Ja. Was heißt Allah für dich? Allah heißt für mich, wenn du den Allah aus dem Koran meinst, dann ist es der Teufel. Aber du meinst, der Gott der Bibel, den arabischen Bibel. Allah, der dreieinige Gott, ja, das ist der wahre Gott. Aber weißt du, was das bedeutet, Allah? Allah ist der Mondgott auf Saudi-Arabien. Allah ist der Artikel. Allah ist der Mondgott. Ja, richtig genau, das ist ein Bauljom. Ja, deswegen ist alter, guck mal. Das ist ja, das ist die Wahrheit, habe ich auch an Christian Prince geguckt. Aber so, ich weiß nicht, dass hier in Deutschland, Alter, wenn du über Islam schlecht redest, Alter, kann dir was Schlimmes passieren, das weißt du auch, ne? Das ist ja wirklich einfach so fordert. Das spielt keine Rolle, Jesus Christus hat ein Anrecht mehr gefürchtet zu werden als die Menschen. Ja, aber wie gesagt, in Deutschland ist das ein bisschen Dings. Du weißt, was ich meine. Ja, was denn? Jeder reagiert ein bisschen allergisch drauf. Kein Problem, für Dr. Schäden, aber am Ende ist das eine Kleinigkeit. Er hat schon mal Christian Prince eine Debatte verloren? Nee, ne? Nee, noch niemals. Meinst du? Krass. Aber ich zeige es. Wie bitte? Ich habe noch keine gesehen. Ich muss dir mal vorstellen, dass Leute bereit waren, über Themen zu sprechen mit Christian Prince, wo man einfach nur ein Ekel bekommt. Hat Mohammed Sex mit Tieren gehabt? Heftig, ne? Ja, ja, auch eine Neunjährige, ne? Ja, hässlich. Ja. Sollte das Themen sein, worüber mal ein Mutschen mit jemandem debattiert, oder würde derjenige sagen, um Gottes Willen, über sowas rede ich niemals mit dir? Boah, ich sage dir, sie wissen genau, dass sich sowas in der islamischen Schrift befindet. Dings, ich wollte das fragen, guck mal, du kommst aus Iran, ne? Ja. Herrscht da die Scharia? Nee, ne? Bitte? Herrscht da die Scharia? Ja. Boah, alter, krass, ich dachte, das gibt es nicht nirgendwo. Ich finde das voll krass, weil einfach zu. Komm mal, seit über 1400 Jahren Islam, muss ich dir vorstellen, alter, und es gibt in gar keinem Land die Scharia, ne, gefühlt. Seit 1400 Jahren was? Äh, Dings, seit 1400 Jahren gibt es nicht Islam, ne? Ja. Und seit über 100 Jahren gibt es keine Scharia, alter. Schau mich, wo die ist. Natürlich gibt es doch die ganze Zeit Scharia, Saudi-Arabien, Iran. Saudi-Arabien? Nee. Hygiene hat Teile, wo Scharia herrscht. Sudan, Pakistan, Teile, wo Scharia herrscht. Dort herrscht Scharia, oder was, alter, krass. Du bist einfach ein Euro-Muslim. Du bist ein Euro-Muslim, der mit dem Islam nichts zu tun hat. Ich wollte noch eine Frage, und zwar, ähm, den Urin von Chamäleon. Ist das heidisch? Der Urin von Chamäleon? Ja, das zu trinken. Du weißt, was ich meine. Ja, der Mohammed sagte, man sollte Chamäleurin trinken und Milch. Ja, aber stimmt das, ja oder nein? Natürlich nicht, das ist ja toxisch. Wenn du anfängst, auf einmal Urin von irgendeinem Tier zu trinken, da sind ja toxische Dinge drin. Aber da steht so drauf, weißt du, ich meine, das ist auch nicht böse gemeint. Das ist nur eine Frage, weißt du. Ja, und ich sage, ich beantworte dir doch. Warum bist du denn nicht zufrieden mit der Antwort? Ja, wie gesagt, und was soll ich noch was fragen? Da wusstest du, dass unser Prophet verzaubert war, oder so? Stimmt das? Ja, das stimmt auch, ja. Wie gesagt, Alter, ich habe mich so ein paar gewisse Sachen so beschäftigt, Alter, aber wie gesagt, ich habe noch meinen Glauben, aber... Du kommst aus Fölln, ne? Aus Isselow. Aus Isselow, okay. Ja, ich höre deinen Akzent daraus, so Rheinländer. Warst du damals gut mit Algier? Mit Algier. Mit Algier. Mit Algier. Mit Algier. Mit Algier. Ja, dem war ich gut, ja. Ja, Dings, ja. Für dich ist er ein Prophet oder auch was für Jesus gewesen? Ja, die Insider kennt Abdelino Schimmelino, oder? Das kann nur der Abdel kennen. Ich höre mal, mein Lieber. Das stimmt, bitte. Du weißt ja, Jesus, ist er für dich ein Prophet gewesen oder Gott? Gottes Sohn? Er ist der Sohn Gottes und Gott selbst. Aber du bist Atheist, ne? Oder was glaubst du? Okay, ich danke dir. Langsam ist auch gut. Du bist Atheist. Komm, bitte. Bitte, bitte reich. Meine Nerven, ich möchte meine Nerven nicht strapazieren. Bitte. Auf einmal bin ich Atheist. I love Jesus. Danke, Talia. Was soll Dr. Scheich-Aboa mir noch für euch aushalten, ihr Lieber? Was soll ich mir noch anzuhören? Und ich lande bald in der Ehrenanstalt. Ich schmeiße mal 50 Löwen rein, damit es mir wieder gut geht. Das ist ja im Kopf nicht mehr auszuhalten. Ich brauche jetzt 80 Universen und 37 Löwen. Mein Gott, das ist doch weg. Ah ja, komm rein. Ey, das ist so unglaublich, ey. Wahnsinn. Danke, Lilian. Danke. Oh, Herr Jesus Christus. Komm, lass uns wieder eine Runde beten, ihr Lieben. Wir haben heute den ganzen Tag noch gar nicht gebetet, ihr Wundervoll. Herr Jesus Christus, mein Herr und mein Gott, ich danke dir von ganzem Herzen her, dass ich jetzt zu dir beten darf, dass ich deinen heiligen Namen preise. Dich ehre, lobe und heilige, Herr, dass du immer der Vordergrund, immer ein Vordergrund bist, Herr Jesus Christus und alles andere sekundär ist. Du bist der erste Platz in unserem Leben, Herr Jesus Christus. Und ich danke dir, dass du uns benutzt als deine kleinen Knechte, um die Finsternis aufzudecken, Herr, so wie du es uns befohlen hast, dass wir keine Gemeinschaft haben sollen mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, sondern sie viel mehr aufdecken, Herr. Und danke, dass du jeden Einzelnen von uns benutzt, Herr, um diese Finsternis namens Islam ans Tageslicht zu bringen, Herr, dass die Menschen sehen, wie sehr dieser Gott des Islam sie getäuscht hat, Herr, dass er Dinge behauptet, die nicht stimmen, Herr Jesus Christus. Und dass er Lügen verbreitet über dich, Herr, und wir deine kleinen Knechte das Ganze wieder klarstellen, Herr Jesus Christus. Ich danke dir von ganzem Herzen, Herr, dass du stellvertretend für uns bezahlt hast, Herr Jesus Christus, mit deinem heiligen, kostbaren Blut, Herr. Und, ja, diese Schmerzen auf dich genommen hast, für jeden Einzelnen von uns, Herr Jesus Christus. Wir können gar nicht verstehen, wie groß dieses Opfer war, Herr, aber dein Opfer und deine Gnade, die du uns erwiesen hast, ist das größte Geschenk, was wir jemals in unserem Leben erhalten haben. Dieses Geschenk der Gnade und der Liebe, er ist einmalig, Herr Jesus Christus. Und ich bete für jeden Einzelnen, Herr, dass du ihre Namen im Buch des Lebens verzeichnet hast, Herr, und, ja, sie gerettet werden, Herr, sie gerettet werden allesamt, Herr. Auch diejenigen, die alle hier drin waren, dass du sich ihnen offenbarst, Herr Jesus Christus, dass du ihnen ihre Herzen öffnest, dass sie sehen, dass sie dich brauchen, Herr, dass sie ohne dich verloren gehen. Jeder Mensch geht um dich verloren, Herr, danke, Herr, dass du unsere Augen öffnest, dass er Jesus Christus ist. Und benutze uns weiterhin, Herr, für dein Reich. Herr, bitte segne die Familien der Muslime, auch die Familien der Geschwister, die hier drin sind, dass wir es noch hören, Herr. Und hilf ihnen, dass du, ja, dich ihnen offenbarst, Herr Jesus Christus, auf irgendeine Art und Weise, Herr, und ich bitte dich von ganzem Herzen darum. Und ich bitte dich auch von ganzem Herzen darum, dass du unsere Geschwister in den islamischen Ländern hilfst und ihnen ihre Würde erleichterst, Herr Jesus Christus. Ihren Weg segne sie ins Märtyrisch eingehen, Herr, und von dir gehen wir mit dem höchsten Rang, Herr, dass sie deinen Namen nicht verleugnet haben, wenn es darauf ankommt und die Verfolgung stattfindet, Herr. Danke, Herr, dass wir dich in unseren Gott nennen dürfen, Herr, und dich erkannt haben. Darum wünsche ich dich in deinem Einigen Namen. Amen. 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 Ja, da bist du ja, mein Lieber, Gott segne mich schon deine Familie, wo warst du? Alhamdulillah, Alhamdulillah, Wallah, ich bin gut, bist du auch gut? Jesus war auch gut? Ich bin gut, gut, du auch bist gut? Ah, dir geht gut, ich habe verstanden, Jesus ist auch Gott. Alhamdulillah, nein, 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 nein. Dessa, Dessa, kennst du seinen Todi, Dessa? Isa ist Peygamber, Peygamber, Peygamber. Aber nicht Gott, Allah, Allah, nur ein Stück, ne? Seyfuddin, Seyfuddin. Ja. Wie hat Allah die Welt geschaffen, Seyfuddin? Allah, Ratu Allah, sechs Tage, sechs Tage. Nein, wie hat er das gemacht, wie hat er diese ganze Welt erschaffen, wie? So, Allah, Ratu Allah sagt, so passiert, sofort passiert. Okay, also durch sein Wort, Kuhn feiert Kuhn, richtig? Ja. Okay, ist das Wort von Allah ewig mit ihm zusammen oder erschaffen? Na, Alhamdulillah, Alhamdulillah, immer, immer. Immer, also dieses Wort von Allah ist Allah selber, ne? Weil sein Wort ist ja nicht unabhängig von ihm. Er ist ja selber das Wort, ne? Ja, du selber, ich selber, Allah selber. Okay, in Surah Al-Isa, Ayah 171, wird Jesus Christus, dieser Isa, als der einzige, der beschrieben wird, als das Wort von Gott, von Allah. Meine Frage ist, Seyfuddin, du hast gerade gesagt, dass Allah durch das Wort alles erschaffen hat. Also heißt das eindeutig, dass Allah durch Jesus Christus alles erschaffen hat, richtig? Nein, 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 guck mal. Jetzt auf einmal nein, jetzt auf einmal nein. Nein, 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 ein Problem da. Wenn, wenn Isa, Isa, der Sohn von Ghazal a.s. Nein, Allah, ja? Bei Maria? Seyf. 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 Hallo, hallo. Ich habe dich gefragt. Ich habe dich gefragt. Ich habe dich gefragt. Ich habe dich gefragt. Hast du gesagt? Durch seine Wort. Kalam. Ja. Ja. Und dann habe ich dich gefragt. Jesus Christus ist Kalam von Allah. Kalam. Sein Wort. Ja. Allah, Kalam ist im Koran. Ja, guck, guck, siehst du, Allah, eine Zeichen, deine Stimme weg, wenn du redest. Nein, ich habe nur gewartet, bis du sagst ja. Nein. Nein. Guck mal, guck mal. Äh, 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 kennst du. Ich bleibe mit denen, bitte, hallo, du musst mir zuhören. Jesus Christus, Isa aus dem Koran, ist der einzige, der das Wort Allah genannt wird. Und sein Geist. Ja, das stimmt. Wo war Jesus Christus, als er in Maria kam? Im Bauch. Wo war Jesus Christus, bevor er in Maria kam, da sagt er im Bauch. Ja, natürlich im Bauch. Ja, weil Mutter... Ja, warum lachst du so? Das ist normal. Nein. Mutter im Bauch. Wo war Jesus Christus, bevor er in den Bauch von Maria kam? Wo war er, bevor, davor? Wo war er? Ja, in Karlobella. Karlobella. Was? Ja, das ist, guck mal. Ja. Karlobella? Nicht Bismillah. Karlobella, was war das Karlobella? Karlobella. Was? Was ist Karlobella? Guck mal, Karlobella, du noch nicht geboren, ne? Du noch nicht auf die Welt? Du bist in Karlobella. Du sagst Gott, Allah, sagst du, ich bin Alhamdulillah, ich bin Muslim und dann kommst du auf die Welt. Oh, Zeputin, mein Rückgrat kommt rein. Wie? Du sagst du, Allah, ich will jetzt auf die Welt kommen, oder was? Du gibst Alhamdulillah, dass du jetzt... Nein. Du, dein Deutsch nicht so gut, oder? Ne? Nein. Wort fragt, wenn du auf die Welt kommst, aber bitte bleibe Muslim. Du sagst, ich schwöre, Wallahi, ich bleibe Muslim, aber du vergisst, ne? Ja. Ja. Was? Was ist das denn? Ist das ein KI? Ist das künstliche Intelligenz, oder was ist das? Ja. Kein nicht. Das ist ein KI. Ich kann nicht. Egal. Egal. Zeputin ist der heftigste Muslim von ganz TikTok, RZA. Oh, boi, boi. Ich bin der Aller, ich bin ein großer Fan von Zeputin. Guck mal, mein Bruder, guck mal. Wallahi, alle Menschen gleich, ne? Alle Menschen gleich. Deutschland, Belgien, Holland, aber wallahi, ich muss heiraten. Ich hab dir gesagt. Aber wenn... Zeputin, du brauchst Gott, meine Lieber. Erst natürlich kommt Gott und danach alles andere. Ja. Bei Gott steht über deine Gewisse. Äh, Allah. Er ist Gott und dann heiraten. Er ist Habib, meine Allah ist wahr. Er gibt mir alles, alles. Aber du musst beten, beten. Sonst geht nicht. Kennst du, äh, 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 Dörth Khalifa? Ne? Wegen? Was? Was? Abu Bakir, Hazreti... Dörth Khalifa? Hazreti Osman. Hast du schon wieder komische Filme geguckt? Hazreti Osman. Hast du schon wieder komische Filme geguckt, Khalifa, hä? Ja. Hey, ja, nein. Was ist da wohl da? Nein, nein, wallahi, ich guck. Nein, wo jung ist, guck ich. Aber wenn du solche Filme guckst, ne? Deine Hand, deine Hand in... Warum weißt du das? Warum geht dir das? Deine Hand in Achret sagt, was hast du mit mir gemacht? Du hast nicht Kripp, Baby. Äh, das ist verboten. Hast du nicht verstanden? Hast du auch, wenn du die Karmach mit deiner Hand? Ja. Dann hat die Hand schwanger und bekommt dein Baby. Ja, genau. Ja, wo Anwalt sagt, wenn du mit deiner Hand die Karmach, dann kommt Baby raus. Nicht Baby. So, sie sagt, was hast du kaputt gemacht, mein Leben? Besser an deinem Handy. Achso, Entschuldigung. Ja, guck mal. Nicht auf Stumm schalten, sondern machen wir das gerade. Ja, guck mal. Du bist eine alte Müslung? Du bist eine alte Muslime? Eine alte Müslung, Mann? Ja, du bist eine alte Müslung, ne? Müslung, Mann. Aber jetzt Christian. Aber zum Beispiel... Amir, du bist dieser Seitenbacher-Müslung. Seitenbacher-Müslung. Ja, ja. Müslung von Seitenbacher. Seitenbacher-Müslung. Ja, genau. Dann Amir ist wirklich Seitenbacher-Müslung. Aber in Cennat, in Cennat, Wallahi, du kommst nicht in Cennat. Müslung von Seitenbacher. Äh, 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 sei für dir, sei für dir. Ja. Was sagt Allah in Cennat? Was bekommt man in Cennat? In Cennat, Wallahi, du bitte. Du kommst alles, alles, alles. Du sagst, ich will... Cennat, Cennat, stell dir mal vor, ich bin in Himmelreich von Allah. Du sagst, ich bekomme alles. Ich will mit Ferrari rumfahren und mit meinen 72 Jungfrauen und jeden Tag Cennat überfahren. Darf ich? Ja, natürlich. Ja, natürlich. Das ist sehr gut, danke. Ich will den ganzen Tag über nicht rollen. Jedes Mal. Ja? Das soll Allah nicht wieder neu machen. Und ich will jeden Tag, wenn ich dich überfahren. Da darf ich, ne? Nicht? Ich überfahre nicht. Aber in Cennat... So ganz sauber, ne? Und diese Huri, Mashallah, Wallahi, ist so schön. So schön. Muah. So wie. Muah. So schön. Ne? Alle blonden, schwarzen... Maschallah, Maschallah, die Huri ist da, die Huri ist da, Maschallah, Maschallah, Maschallah. Wallahi, du freust dich, ja, aber du bekommst nichts. Ja. Sefuddin, weißt du eigentlich, weißt du eigentlich, dass Allah deine PINIS so groß und so dick macht wie eine Palme? Wer? Deine, deine, hier, du weißt schon was. Ja. Lullo immer so gerade da, nicht unten, so immer so, wie, so wie, weißt du, immer so stark. So wie eine, eine Laterne. Ja, ja, so. Daher kommt auch dieses, äh, hier, Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne, siehst du, Sonne, Mond und Sterne, Islam, Laterne, Sonne, Mond und Sterne. Ja, aber... Daher kommt das alles so. Ach so. Ach so. Ja, aber guck mal, wenn du, wenn du sagst nicht, aschadu an la ilaha illallah, aschadu an abdulillu, 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 aschadu an Mohammedan Rasulallah, man muss Mohammedan Rasulallah sagen, ne? Ja. Erst dann ist man Muslim, ne? Ja. Wie hat denn Mose zum Beispiel die Schahada ausgesprochen, wenn Mose Muslim ist, Muslim war? Mose? Ja, Mose, wie hat Mose Schahada ausgesprochen? Mose hat gesagt, oh, Moment, aber Mose vorher gelebt, ja, aber Mose hat vorher gelebt. Ja, ich weiß, Mose hat Mose vorher gelebt. Aber ich weiß nicht. Alle Propheten waren Muslime. Aber du musst nur Muslim sein, wenn du die Schahada aussprichst. Ach so. Ja, ich weiß das nicht, bitte, Entschuldigung. Ich habe den Klick gemacht, habt ihr gesehen? Ach so, ja stimmt, der Arme hat recht, der X-Camp ist ja ein Blödsinn, helft dich. Nein. Hattet ihr, wie sie dich bei dem Klick gemacht hat? Ach so. Nein, nein, ich, manchmal, äh, muss man... Nee, komm weg von diesem Allers Himmelreich und diese Quatschzeugs. Du musst zu Jesus kommen. Ja, aber was gibt mir Jesus, Isa? Was gibt mir? Der Herr Jesus Christus gibt dir das ewige Leben. Allah wird dich für alle Ewigkeiten in die Hölle werfen. Das war's. Sowas, was der Herr Jesus Christus dir gibt, hast du in deinem Leben nicht gesehen. Diese wunderschöne Liebe, die Aufrichtigkeit, die Ehrlichkeit, die er an den Tag gelegt hat. Dass er zu dir sagt, komm her, ich habe niemals auch nur einen Fehler begangen in meinem Leben. Ich habe auch nicht eine Sünde begangen. Ich habe ein makelloses, heiliges, perfektes Leben gelebt, damit ich für deine Schuld bezahle, damit du da bist, wo ich bin. Johannes 14, 1 bis 10. Du hast meine Bezahlung. Und er hat viele Wohnungen. Und er möchte dich da haben. Und du, wo er ist. Ja, aber wenn Isa Gott, Allah ist, wie kann ein Mensch ihn töten? Allah, wie geht das? Ja, zum Beispiel, das Wort von Allah, der Koran, ist ja eine physische Kopie. Du kannst ja Gottes Wort ja nicht anfassen, richtig? Ja. Aber als Koranversion kann man das ja einfach zerreißen, kaputt machen, richtig? Nein, nein, du kannst nicht zerreißen. Das geht nicht. Am Koran kann ich dich zerreißen? Nein, nein. Das ist verboten, verboten. Ich weiß, dass das verboten ist, aber kann ich das machen? Kann ich Gottes Wort zerreißen? Nein, bitte nicht. Weil, wenn du magst, kommst du in Gehannam. Das geht nicht. Ich habe gesagt, kann man das Wort Gottes zerreißen? Nein, ich sage, nein, nein, kann man nicht. Weil, wenn du zerreißt, wenn du zerreißt. Wenn du da gar nichts mit übernehmen willst, sonst muss ich gleich wieder explodieren, bitte. Warte, ich muss mich kurz beruhigen. Guck mal, dieser eine Mensch in Dandemarke hat das gemacht, seine Hände verbrannt. Mein Kopf ist gerade am drinnen. Leza, kannst du mal bitte übernehmen? Weil ich muss gerade gleich meine Haare rausreißen und freien. Guck mal, du hast Geld bekommen, Geld, wenn du Christ bist oder nicht? Ich habe 1,5 Millionen Euro bekommen, damit ich Christ bin, ja genau. Scheref, hast du gesagt, Wallahi Billahi? Für dich geht es dir noch gut, jetzt mal ehrlich. Muss ich gerade schreien? Muss ich jetzt gleich los schreien? Nein, aber manchmal, ich sehe so, aus Irak, Afghanistan, Abschiebung bekommen, ein Freund, ne? Der ist in die Kirche reingegangen und der kommt nicht raus. Ich sage, Maschallah, du warst jeden Tag... Was machst du da? Du hast Deutsch was bekommen, du bist Christin geworden, damit du Deutsch was bekommst. Nein, 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 Bruder, der war in jedem Tag Moschee, Wallahi Billahi, jeden Tag in Moschee, so einen längeren Bart als du und Abschiebung, sein Asyl nicht genommen, er ist in die Kirche rein, aber kommt nicht wieder raus. Ich habe gesagt, Maschallah, was für eine bist du. Ich habe gesagt, Wallahi, Allah ist überall, hier ist auch Allah, da ist auch Allah. Er macht also Chris Lam, eine Chris Lam. Ja, ja, jetzt haben die ihn nicht geschickt, dieser Kirche, Papas hat ihm geholfen, ne? Herrlich. Wallahi, Billahi. Ja, nächste Woche, wenn er Pass bekommen hat, siehst du den auf einmal Hals statt Biersaugen, kein Thema. Ja, der macht so, aber ich weiß nicht, wenn du Medet sagst, ist Allah überall, überall, ne? Ja, ist Allah nicht überall? Ist er nicht Omni präsent? Ja, Allah ist überall, aber nicht in Abschiebung, die Polizei da. Ah, aber hast du die Polizei nicht, da macht er eine Ausnahme, ne? Ja, Wallahi, ne? Naja, mein Bruder, du bist ein guter Mensch, ich habe einmal gesagt, ne? So, ich wollte Hallo sagen, Hallo, so, einmal, ja, so, guten Tag wünsche ich, ne? Ich dir auch, mein Bruder. Wallahi, ich küss deine Augen, Inschallah, Inschallah, wir sehen uns in Jannat. Ja, ich werde ja ins Paradies gehen, aber du wirst ja nicht ins Paradies gehen. Ja, verschiedene Paradies, dein Paradies, mein Paradies. Ja, aber dein Paradies, wer will denn dahin gehen, wenn der nicht Bongo Bongo macht? Ja, aber was willst du, guck mal, langweilig, was willst du machen, Andres? Bambala, 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 b Cowboy, aber im Dings. Nicht Pjerd, sondern Pjerd mit anderen Rücken. Ja, da kommt der Garten, dann bin ich mit allein. Ja, mit Kamel, mit Kamel. Kamel am Reiten, ich kann nicht. Okay. Der Therapeut braucht selber eine Therapie. Ich sag's euch ehrlich. Therapie geht nicht. Ich muss ein Buch schreiben über das, was ich hier in TikTok erlebt habe. Ehrlich, Leute. Ich glaube, die Leute wollen sich das anholen. Das wäre der Bestseller, ehrlich. Guck mal, du gehst in Therapie, du sagst, ich bin kaputt. Ich muss hier bleiben. Die glaubt nicht. Die sagst, du willst nur hier bleiben. Oh, Etikula ist da. Etikula, komm hoch. Eine Frau? Ich würde es mir kaufen. Siehst du, die Leute würden es mir kaufen. Sani, danke. Ja, tschüss. Bestseller Nummer 1 bei Spiegel. Der Spiegel würde mich hier unterscheiden. Rahmatullah. Alaikumussalam. Wohin? Hey, wo ist der hingegangen? Reza, du hast dich vergrault. Der ist so heftig, der State Petit. Der ist mit einer der heftigsten Muslime hier auf TikTok. Wie der letztes Mal schon alles so zugegeben hat, aber heute auch wieder so bei ihm Klick gemacht hat. Ja, wir haben das gerade so ein bisschen als Dings verpackt, so ein bisschen mit Lacher und so. Aber dahinter steckt aber wirklich ein ganz richtig fataler Fehler im Islam. Wenn der Koran sagt, dass Jesus Christus das Wort Gottes ist, dieser Isa, so haben wir mehrere Probleme, die auf einmal auftauchen, weil der wird als einziger beschrieben, der das Wort Gottes ist. Ja? Sein Kalima. Und ihr wisst ja, laut Bibel und laut Koran ist ja das Wort Gottes nicht unabhängig von Gott, sondern Gott selber ist ja das Wort, wodurch er alles selber erschafft. Also liegt ein Riesenfehler hier vor. Weil dann muss der Muslim ja zugeben, dass Allah durch Jesus Christus die Welt geschaffen hat. Weil er ist ja das Wort Gottes. Wort von Allah. Etikola, wo bist du? Etikola, lass uns über die Frauenrechte im Islam sprechen. Sani, danke. Etikola. Mein Abhijim Etikola, ja. Ich bin Grieche und glaube schon, seit ich klein bin an Gott. Ich habe dann aber eine Zeit lang aufgehört, weil es mir, keine Ahnung, ich habe Party viel gemacht und keine Ahnung. Ich habe auch viele Sünden mit mir begangen und wollte eigentlich fragen, komme ich in den Himmel auch, wenn ich bete und diese ganzen Sünden bereue? Du musst deine Sünden vor dem Herrn Jesus Christus bringen in einem Gebet und deine Schuld komplett vor ihm bereuen und von neuem geboren werden. Das ist das Wichtigste, was man muss. Und ich habe im Kopf auch, ich glaube an Gott, aber auf einer Seite habe ich immer so komische Hintergedanken. Ich weiß nicht. Kennst du das? Wie meinst du komische Hintergedanken? Im Sinne von, ist es richtig, ist es wahr? Du darfst an das Werk des Herrn Jesus Christus niemals zweifeln. Die Bibel ist das Wort Gottes und Gott, das Wort wurde in Jesus Christus Fleisch und wohnte unter uns und er lebte ein heiliges, makelloses, perfektes Leben und hat für die Schuld der Menschheit bezahlt. Es liegt also an jedem Menschen hier auf der Erde, eine Entscheidung für Jesus Christus zu treffen. Danke. Ja, ich muss die Bibel mal lesen. Ich habe sie noch nicht gelesen. Dann wird es dein. Ich werde sie lesen. Ich danke dir, mein Lieber. Ich danke dir auch, dass du hier reingekommen bist, um dir das noch anzuhören, mein Lieber. Gott segne dich. Ich auch. Alles gut. Esa? Esa? Reine Hüte. Ja, die Bibel auf jeden Fall lesen, mein Lieber. Und Gemeinschaft mit dem Herrn haben und die Gemeinschaft auch suchen mit ihm. Dankeschön, Ritter. Danke auch. Ja, ich wünsche mir von ganzem Herzen für jeden Einzelnen von euch, dass ihr wirklich wahrhaftig von neuem geboren seid, ihr Leben. Falls ihr noch nicht durchgedrungen seid, geht heute noch auf die Knie, falls der Stream fertig ist, dass ihr auf die Knie geht und den Herrn Jesus Christus in euren Herzen aufnimmt. Betet zu ihm und fragt ihn nach Vergebung und deiner Anwendung sei bei Ihnen, Könnt ihr mich schreien? Armin, du musst schnell zum Islam zurückkehren. Alle hier. Sag mal, willst du uns verführen in so einer Religion, wo Gott wie ein Zuhälter da oben ist, um uns Frauen mit schwellenden Brüsten zu versprechen? Mann, wer will denn in Allahs Himmel reichen? Wer will dieser Religion folgen? Keiner. Was bekommst du denn als Frau? Du hast doch nicht mal die Sicherheit als Frau gerettet zu seinem Islam. Ich habe mal eine Frage. Hallo, erstmal. Hört man mich? Gott segne dich und deine Familie. Dankeschön. Ich habe mal eine Frage, eine ganz normale. Wer hat eigentlich die Sünde laut Bibel, wer hat die Sünde eigentlich auf die Welt gebracht? Eva und Adam. Bitte nochmal. Adam und Eva. Okay. Kannst du da mal aufschlagen, Johannes 15? Wer hat denn laut Islam die Sünde in die Welt gebracht? Ja, so wie du gesagt hast. Aber warte mal. Nein, das stimmt nicht. Warte ganz konkret. Laut Bibel ist aber was anderes. Falsch. 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 Allah hat die Sünde in die Welt gebracht. Soll ich das beweisen? Nein, warte. Lass mich das mal meine Frage stellen. Danach kannst du beweisen, okay? Ja. Können wir aufschlagen, Johannes 15, 22? Was Jesus da sagt? Lest uns mal vor. Lest uns vor. Jesus sagt da ganz klar, wäre ich nicht gekommen, so wären sie ohne Sünde. Lest uns vor. Ich habe dir gerade vorgelesen. So sagt Jesus. In Johannes 15, 22. Lest uns vor, bitte. Ich habe jetzt gerade, ich kann kein Buch, ich kann jetzt nicht raus aus meinem Handy. Ich habe nur ein Handy. Ja, ja, komm, mit deinem eigenen Quatsch einfach irgendwas erzähl. Johannes 15, 22, schlag mal auf, bitte. Oder sag mal dein Bruder. Lest uns vor. Du bist doch jeder, ähm. Ich schließe es dir ja vor. Wäre ich nicht gekommen, so wären sie ohne Sünde. So steht das da. Okay, lest mal ein paar Sätze davor, damit wir den Kontext haben. Antworte auf die Frage, hat Jesus die Sünde gebracht oder nicht? Lest uns ein paar Sätze vor und dann können wir mal sehen, was der Kontext der Geschichte ist. Hau nicht ab. Ich werde uns ein Handy holen. Ich mach dich schon, ich werde dich schon zeigen, komm. Ich werde jetzt aber warte eine Minute, okay? Nein, ich bin da für dich. Du kriegst zwei Jungfrauen extra. Nicht flüchten. Du kriegst zwei Jungfrauen extra, kein Thema für mich. Ich werde mit Allah für dich reden, mit seinen Schienenbeinen. Ist das ein Freak, ey? Richtiger Freak, ey. Richtig gekommen, was redet der da, Mann? Wenn du was vorzuweisen hast, das ist ja genauso, als würde ich zu einem Muslim gehen und sagen, ja, hier steht, tötet die Ungläubigen, wo immer ihr sie findet. Meinst du, der Muslim würde mich nicht stoppen und zu sagen, hey, Amir, liest doch mal ein paar Sätze vorher, damit wir den Kontext haben. Du siehst doch, dass Allah sagt, tötet die Ungläubigen, wo immer ihr sie findet und vertreibt sie, von wo sie euch vertrieben haben. Ah, jetzt auf einmal gibt der Satz einen ganz anderen Sinn. Aber das will der Muslim nicht begreifen. Der ist der Beste in alles aus dem Kontext ziehen. Aber Dr. Sherabu, Amir, ist nicht so. Ich zitiere eure Tafsine, damit ich euch in die Ecke dränge. Weil da müsst ihr das nämlich eurem Ibn Kathir, Al-Tabari, Al-Kurto, wie Al-Jalalayn, sagen. Was sagst du denn da? So sieht es nämlich aus. Danke dir, Romeo. Hallo, Mami. Gott segne dich und deine Familie. Dankeschön. Ich wollte nur einen Satz sagen. Dankeschön nochmal. Wegen deiner Islamaufklärung habe ich mehr Wissen bekommen und durch dich lese ich immer mehr. Und das ist eine gute Vorbereitung für Argumente gegen die Muslime. Da wollte ich dir nur noch danken. Sehr gut, mein Lieber. Gott sei Dank hast du sehr viel mitgenommen. Du hast ja die ganzen Beweise da. Du kannst da sehr gut deine eigenen Argumentationen reinbringen. Und dann wirst du selber... Du wirst merken, mit was für Quatsch sie um die Ecke kommen und wie unwissend sie eigentlich alle sind. Genau, da hast du recht. Trotzdem mach weiter so und lass dich da nicht unterkriegen. Auf gar keinen Fall. Es wird immer weiter gemacht. Alles klar. Shalom und dir noch einen schönen Tag. Gott segne dich. Mach's gut, mein lieber Gott segne dich. Hallo. Hi, Gott segne dich und deine Familie. Danke gleichfalls, Bruder. Guck mal. Schau mal, schau mal. Ich habe ein schweres Thema. Ich bin selber in einem Hort aufgewachsen, der war evangelisch geprägt. Sag mal so. Was du über den Islam sagst, hast du schon recht. Aber ich mittlerweile, nachdem ich lange gegrübelt habe, wie gesagt, ich bin in einem evangelischen Hort aufgewachsen. Ich habe sehr viel darüber kennengelernt. nur bin ich mittlerweile der Meinung, wenn man sich auf etwas verlassen möchte, dann ist es auf sich selber, weil auf einen Gott, egal welcher es ist, verstehst du, kann ich mich nicht mehr verlassen. Warum, guck mal, sonst würden es keine Kinderschänder geben, sonst würde es das nicht, das, das, das alles nicht geben. Warte, bitte, 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 ganz kurz, bitte, ganz kurz, bitte, ganz kurz, lass mich kurz fertig reden. Wie kann es sein, dass ein Gott das alles zulässt, die grausamsten Sachen, verstehst du? Und trotzdem ist mein Ding, äh... Ich hole dich gleich wieder hoch, hab ich gesagt. Ich sag, ich muss raus, ey, und... ...hört nicht. ...krasse. 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 Vielen Dank. 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 Hallo, danke, dass du mich nochmal hochgeholt hast. Ja, ich hab doch gesagt, warte, ich hol dich gleich wieder hoch, ich muss kurz was erledigen. Okay, okay. Ja, du hast recht. 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 und du hast recht. Ja, du hast recht. Es gibt Leute... Ja, warum wohl? Weil sie sich beschissen ernähren. Weil sie sich beschissen ernähren. Ja, okay, nicht mehr rumschreien. Nein. Mann, 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 Mann. Kopfschmerzen habe ich keine Lust. Kopfschmerzen reicht jetzt auch mal. Gibt es hier nicht einen Vernünftigen, der normal reinkommt, um mal ein gescheites Gespräch zu führen? Einen einzigen. Der will sich selber retten. Obwohl ich ihm gesagt habe, dass dein Tod... Genau, das geht ja nicht. Dein Tod hat schon jemand anderes entschieden. Eine höhere Macht hat eine Zeit für dich, für dein Leben gesetzt. Nicht du, sondern etwas anderes hat für dein Leben bestimmt. Da kannst du dich nicht retten. Ja, das musst du dir endlich eingestehen, dass du nicht die Macht hast über dein Leben. Das denkst du, das kommt dir so vor, als ob du dir die Macht über dein Leben hast. Aber eine andere, höhere Kraft bestimmt, wird über dein Leben bestimmen. Wann es aufhört. Und das Leben deiner Familie, deiner Kinder, alles ist in seiner Hand. Er wird bestimmen, wann deine Familie gehen muss. Inklusive meiner Familie und aller anderen Familien auf dieser Erde. Er wird bestimmen, ob jemand 14 Jahre alt wird und stirbt oder ob jemand 94 Jahre alt wird oder ob jemand 124 Jahre alt wird. Keiner kann was dagegen tun. Keiner. Das Leben ist nicht in unserer Hand. Jemand anderes ist hier der Chef. Und das Leben, also so in die eigene Hand nehmen zu wollen und denken, man ist selbst der Chef hier in dieser Welt, ist ein Trugschluss. Das ist ein Selbstbetrug. Gott hat dir geholfen, so weit zu kommen. Gott hat dir Gnade gegeben. Gott hat dich bewahrt. Es gibt Leute, viele Leute, die Sport treiben, gesund ernähren, nie rauchen und auf einmal kriegen sie einen Herzinfarkt. Oder was weiß ich, sind im Straßenverkehr mit ihrem Fahrrad und kommt ein Lkw von der Seite. Das war's. Da können sie sich ernähren, wie die wollen. Die werden nicht alt, wenn etwas anderes auf dieser Welt das Sagen hat, wann das Leben für jeden Menschen Ende hat. Ende ist. Dass dieser Zeitpunkt, diesen Zeitpunkt bestimmt ein anderes, höheres Wissen. Und das ist nicht in deiner Hand. Das ist völliger Blödsinn. 1. Samuel 2, Vers 6. Der Herr tötet und gibt Leben. Der Herr bestimmt, wann jemand gehen muss, wann jemand sterben muss. Kein anderer. Das ist der Gott der Bibel. Der Gott des Universums. Kein Mensch kann eine Elle lang hinzufügen zu seinem Leben. Keiner. Gott hat schon längst alles bestimmt. Herr, kennst du diese bösartigen Hadiths von Mohammed, als er sagte, am Tage des Jüngstes Gerichts kommen die Muslime mit Sünden, die so groß sind wie Berge und dann wird der Allah, anstatt sie in die Hölle zu werfen, einen Juden oder einen Christen anstelle von ihnen in die Hölle schmeißen. Hast du das schon mal erlebt? Was das für ein Terrorgott ist, dieser Teufel von Allah. Nein, 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 nein. Sag mal, wo steht das? Ja? Wo ist der Hadith? Zeige ich dir. Unglaublich sowas, ne? Das ist heftig. Heftig, ja. Das ist heftig. Hardcore. So sieht das aus. Sahih Muslim 2767 D. Ich zitiere, am Tag der Auferstörung würden Menschen unter die Muslime bekommen, die so schwere Sünden wie einen Berg hatten und Allah würde ihnen vergeben und er würde die Juden und Christen ihre Stelle setzen lassen. Das ist der Teufel, ist das, Leute. Aber ich dachte, keine Lasten tragen den Seelen trägt die Last seiner anderen. das ist der Teufel, ne? Ja, das wissen die Muslime beantworten. Das wissen, dass der Allah sogar lächelt, während er die Juden und Christen in die Hölle wirft. Der lacht so. Nee, 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 nee. Vor allen Dingen dein Lache, dein Lache, was du gerade gemacht hast. So macht er das, oder was? Ja, genau so. Nee, 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 nee. Ja, aber das sind wirklich sehr, sehr bedenkliche, kritische Hadithe, die die Muslime uns erklären müssen. Amir, hast du gehört da mit Abul Bara und so weiter? Was denn? Der Bericht da, dass er, was weiß ich, in der Berliner Moschee da wurde, dass er Gelder gesammelt hat für Terroranschläge und so weiter, dass er Gelder verschickt hat. Ehrlich, jetzt? Ja, hast du gesagt, das war doch in den Medien jetzt. Nein. Oder wie lange? Ich habe Videos gesehen. doch, gib mal ein Abul Bara Terroranschläge. Ey, schlau, der Abul Bara ist schlau, der weiß, dass er unter Beobachtung steht. Trotzdem haben die den erwischt. Also, ich habe da einen Fernsehbericht kurz gesehen hier. Ein Kurzvideo auf TikTok oder Facebook oder so weiter. Das war aber ein Fernsehbericht. Ja. Da wird er beschuldet. Wann denn? Ich weiß es nicht. Jetzt, vor kurzem habe ich die Videos gesehen. Das kann man ganz schnell googeln. Ich zeige dir jetzt, wo der Allah sogar lacht. Der lacht sich kaputt, während die Muslime, also während er die Juden und Christen in die Hölle wirft. Der lacht. Allah ist glücklich. Wenn du kaltest, wenn du kaltest. Ja, wenn du kaltest, Allah ist glücklich. Allah ist glücklich. Wie dieser britische Muslim da. Ja, dieser Abu Hamza al-Masri, genau. Der heftige Typ. Ja, 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 die sind heftig. Boah, Junge, der ist von Al-Qaida, ne? Ich glaube, der ist noch härter als alle anderen, ne? Wer mit dieser Captain Hook Hand. Ach, der hat so ein... Allah ist happy, when you kill the Kaffer. Allah ist happy. Und weißt du, was der dann sagt in dieser Predigt? Sagt der, das ist nicht von mir, das sagt die Fokal, also die Gelehrten. Ja, ja. Und die sagen, dass so ein Wahhabite, so ein Salafist, so ein Extremist obwohl ihr nur das wohl ist, was die Gelehrten sagen. Ja, ja, heftig. So sieht's aus. Reza, Al-Aguri, ah, Leidverstoß. Guck mal, Verstoßverwarnung, Reza. Ja, weil du über diese Dinge redest. Ja, ja. Okay, Leute, ich gehe raus und komme dann später wieder rein, ja? Aber warte, das will ich noch schnell sagen. Allah hat einen Nächeln, während der Juden und Christen in die Hölle wirft. Guckt euch das bitte an, dieser Teufel. Al-Aguri, Kitab al-Sariah, 295, Hadith Nummer 641. Al-Aguri, Kitab al-Tasdik, 76. Der Gesandte Gottes sagte, wenn der Tag der Aufrichtung kommt, wird Gott alle Nationen auf derselben Platte zusammenbringen. Und wenn er es für angebracht hält, zwischen seinen Geschöpfen zu trennen, wird er jede Nation, den Götzen dazu darbringen, den sie früher angebetet haben. Die Menschen werden ihnen Idolen folgen, bis sie ins Feuer geworfen werden. Da, 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 da. Und sie werden sagen, er hat, was hat er? Er hat seinesgleichen. Dann wird er ihnen lächelnd offenbaren und sagen, freut euch, oh ihr Muslime, denn ich habe bereits jeden von euch, der in die Hölle kommen sollte, durch einen Juden oder Christen ersetzt. Unglaublich. Teufel! Auf dich. Gott segne euch, ihr Lieben, lasst euch vom Islam nicht verführen. Der Islam ist frisch aus dem, ihr wisst schon, aus unten. Gott segne euch, ihr Lieben, ich komme gleich wieder live. Bis gleich. All die hier drin sind. Ist das nicht heftig, was ich euch gerade eben gezeigt habe? Also dieser Gott des Islams hat ein Lächeln, während der andere Menschen in die Hölle schmeißt? Ah, schon wieder, guck mal. Verstoßverwarnung, ich komme gleich wieder. Ah, Sturmschaltpaket, kein Problem, kriegst du. Bitteschön. Sturmschaltpaket, bitteschön. Danke für deine Arbeit, alle Ehre dem Herrn Jesus Christus. Bitteschön. Ich gebe mein Bestes. Ich finde deine Aufklärung super. Alle Ehre dem Herrn. Der Herr verdient die Ehre, Lob und Anbetung und alles, was dazu gehört. Jesus ist Gott. Amen. Ich will nur rappen und boxen, das ist mein Lifestyle. Ja, hier, Bang, der weiß Bescheid. Ja, das ist das alte Leben, das wir beiseite gelegt haben, mit Rappen und Boxen. Das haben wir beiseite gelegt und sind dem Herrn Jesus Christus gefolgt und sind ihm dankbar, dass wir aus der Finsternis ans Licht kamen. Ja? Johannes 8, Vers 12, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, der wird nimmermehr wandeln in Finsternis. Das wäre aber mir leid. Wer? Was ist der Name? Alikim. Marie, was geht ab? Ah, nicht viel. Gott segne dich und deine Familie. Gott segne dich und deine Familie auch. Und alle. Danke. Und allen siehst du auch verdient. Ja, ich wisse, du bist gerade mal 17 oder sowas. Das ist nicht gut. Feierst du Weihnachten? Äh, nein. Also nicht im klassischen Sinne, dass ich einen Weihnachtsbaum aufstelle und, äh, ja, weiß ich nicht, Kugeln da dran hängeln und das Ganze zelebriere. Nein. So halt für mich ich gedenke dem Herrn Jesus Christus an diesem Tag ganz, ganz besonders, aber das mache ich ja auch sowieso jeden Tag. Von daher. Der ist nicht 17. Ja, aber der sieht auch aus wie 16, 17 oder was, ey. Ja, genau, Armin, dafür brauchen wir keinen Baum. Absolut nicht. Dafür brauchen wir keinen Baum, um den Herrn Jesus Christus zum Treisen zu loben. Dafür brauchen wir gar keinen Baum. Mensch, du komme. Hallo, King. Komm mal, Herr Rat. Guck mal, ich habe Respekt vor Menschen, aber wenn ich sehe, dein Name, der macht dich so respektlos. Warum machst du sowas? Sag mir das mal. Warum macht dich denn dein Name respektlos oder warum findest du es respektlos? Dieses Ex-Muslim passt nicht zu dir. Du siehst nicht aus wie ein Ex-Muslim. Ein Ex-Muslim sieht krank aus. Wie was sieht denn aus, Armin Rat? Ja, ne, du bist wie eine Rose. Warum machst du das? Wie meinst du das? Es ist doch legitim, sich Ex-Muslim zu nennen, wenn man den Islam verlässt. Einen Islam verlässt man nicht, weil das Islam das Beste, was es gibt auf dieser Welt ist. Und Islam und der Koran und die Sauberkeit. Du hast doch noch niemals den Koran gelesen. Jetzt mal ehrlich. Ich habe den Koran gelesen und übersetzt auf heute. Ich habe dir mal die Bibel gelesen. Nein, nein, hast du auch nicht. Dort hab ich. Warst du in der Zelle, hast du die Bücher aufgemacht? Ja, ich war in der Zelle und hab die Bücher aufgemacht, ja. Ja? Ja. Aber anscheinend hast du nichts gespeichert. Jetzt auf einmal sagt er, ja, echt. Du hast aber nichts gespeichert anscheinend. Alles hab ich abgespeichert. Du weißt gar nicht, wie heftig Dr. Schechabbar mir ist. Was? Was? Welche Religion bist du denn? Ich habe keine Religion. Ich folge dem lebendigen Gott Jesus Christus nach, mein Lieber. Dann schreib doch Heide. Heide, Heide. Heide sind die Muslimen, sind Heide. Warum schreibst du nicht Radma? Warum schreibst du nicht Ex-Christe? Ex-Christ? Weil ich doch kein Ex-Christ bin, Mann. Ich gehe kaputt, ey. Ich bin zum Herrn Jesus Christus gekommen und nenne mich Christ. Und dann soll ich mich auch mal Ex-Christ nennen. Und dann sagt er, ich habe Bibel gelesen, ich habe Koran gelesen, ich habe Mohammeds Leben gelesen, ich habe Tabaluga-Land gelesen. Hi. Hi. Wie geht's? Gott segne dich von deiner Familie. Gut, danke. Wie geht's dir? Gut, warte mal ganz kurz. Hier hat jemand ein Stummstall-Paket gebucht. Hier, Sivo, guck mal, hier ist dein Paket. Tschüss. Ich sehe die Art, ey. Bist du Kurdi? Ja, ich bin Kurde. Warum? Ja, ich sehe das. Ich sehe das sofort. Wie siehst du das? Deine Augenpartie und dein Bart und alles Mögliche. Ich sehe das sofort. Okay. Ja. Bei dir würde ich sagen, du wärst Moslem, aber... Aber dein Name sagt was anderes. Dein Name? Ja. Aber wieso nennst du dich so? Weil ich den Islam verlassen hab? Ist ja okay, aber man muss sich ja nicht so nennen, oder? Doch, wenn man den Islam verlassen hat, dann nennt man sich so. Nee. Das macht man nicht. Ich glaube, du bist ein erwachsener Mann. Das musst du, glaube ich, nicht machen. Das ist nicht gut. Ja, das kannst du ja mir überlassen, wie ich mich dann nenne, oder? Aber das ist Hetze, was du betreibst, weißt du? Und was ist denn Hetze? Sag mir mal genau. Nehmen wir mal ein konkretes Beispiel. Dass du dich Ex-Muslim nennst. Ach, sich Ex-Muslim zu nennen, ist jetzt Hetze geworden? Ja. Wie meinst du das denn? Was? Du musst mir mal erklären. Diggi, schreib doch einfach deinen Namen dann. Wieso Ex-Muslim? Ja, aber erklär mal jetzt bitte hier, die Leute sind sehr verwirrt nach deiner Aussage. Wie meinst du das? Allein durch deine ganzen Livestreams, ne? Ja, aber bleib jetzt erst mal bei dem Namen. Du hast gesagt, dein Name ist Hetze. Ich muss wieder Therapiestunde. Die Therapiestunde hat begonnen. Wer will noch? Kommt rein! Kommt rein! Jetzt ist mein Name sogar Hetze geworden. Was ist denn bloß los mit den Leuten hier? Könnt ihr mir das mal bitte erklären? Soll ich mich Hetzman nennen, Leute? Was meint ihr? Danke dir für TikTok. Oh, TikTok. TikTok. Soll ich mich Hetzman nennen? Soll ich so ein T-Shirt machen mit Hetzman? Danke dir, Baby. Danke dir, Rose. Ich weiß nicht, sind wir, glaube ich, wir sind in der Ehrenanstalt gelandet hier langsam, ne? Nein, hört auf mir, diese Anfragen zu schicken. Komm, Leute, hört auf damit. Ich habe ein Hetzamen. Nicht ein Examen, ein Hetzamen. Ich habe ein Hetzamen in Hetzologie. Pascal, ja, warum nicht? Danke, danke euch. Ein Hetzamen. Danke dir, mein Lieber. Jo, hi, Amir. Jürgen, wie geht's dir dann? Alles gut, bei dir? Auch gut, Gott segne dich und deine Familie. Allah soll dich auch segnen. Auf jeden Fall, wir hatten letztes Mal ein Gespräch gehabt, und da ist mir eine Frage noch im Kopf geblieben, die wollte ich nochmal wissen. Also, ihr meintet ja, also du meintest ja, Jesus ist sowohl als auch. Also, er ist Gott gewesen und auch Gottes Sohn. Und er hat seine Göttlichkeit abgelegt, um hier auf die Erde zu kommen, um für die Menschen sich zu opfern und zu kreuzigen, für die Sünden der Menschen. Und während er hier war, hatte er nicht mehr die Allmacht, also das Allwissend auch, weil er nicht mehr wusste, wann der Tag des jüngsten Gerichts ist. Was habe ich dir beim letzten Mal erklärt, was ist dir noch hängen geblieben? Ja, weil du gesagt hast, weil er seine Göttlichkeit abgelegt hat. Richtig. Habe ich mir dazu auch den Vers zitiert, um das zu beweisen? Welchen Vers? Ganz dort nochmal wiederholen, ist mir nicht hängen geblieben. Philippa 2, Vers 6 bis 11. Ihr sollt so gesinnt sein, wie es Jesus Christus auch war. Der, als er in der Gestalt Gottes war, ist nicht für ein Raubfest, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Okay, und dann ist er ja gestorben und ist dann sozusagen wieder als Gott. Aufgefahren zur Heiligkeit, genau. Als verherrlichter Mensch. Genau, das meinst du? Bitte? Das hast du mir ja erklärt gehabt, genau so. Dann ist mir die Frage im Kopf geblieben. Gott ist ja allmächtig. Und als Allmächtiger musst du doch nicht deine Göttlichkeit ablegen, um wie die Menschen zu werden, um hier hinzukommen und sich knechten zu lassen. Also nicht knechten zu lassen, sondern ist als Knecht dann auf die Erde gekommen, um sich zu opfern für die Menschen. Wie ist das jetzt? Ja, Gott beweist doch seine Allmächtigkeit dadurch, dass er seine Prophezeiung aus dem Alten Testament erfüllt und beispielsweise Jesaja 9, 5 in die Tat umsetzt. Denn uns ist ein Kind gegeben, ein Sohn ist uns geboren. Die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nannte seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Verstehst du? Diese ganzen Prophezeiungen auf den Herrn müssen ja erfüllt werden, sonst ergibt das ja keinen Sinn. Ja, aber ich frage mich halt... Jesaja 53. Jesaja 53. Du musst dich auseinandersetzen mit Prophezeiungen aus dem Alten Testament und die Erfüllung im Neuen Testament. Okay. Ja, das war... Das ist das Problem, wir hatten. Ja, das war das, was mir noch im Kopf geblieben ist. Weißt du, das wollte ich auch nochmal wissen, weil ich habe auch christliche Freunde und die sagen, nein, Jesus ist nicht Gott. Weißt du? Diese Leute haben keine... Die meisten haben sehr komische, verwirrende Antworten von ihren... Weiß nicht. Von ihren Eltern eventuell bekommen, die selber nicht so viel Ahnung haben und das ihren Kindern weitergeben, aber die Kinder nicht auf die Suche gehen, um herauszufinden, was hat es auf sich mit dem Alten Testament? Was sind das für Prophezeiungen, die auf den Herrn Jesus Christus zutreffen? Hat Gott sich angekündigt, Mensch zu werden? Ja, absolut, ja. Ich hatte auch die Diskussion mit einem anderen Christen und der meinte, nee, Gott ist nicht... Jesus ist nicht Gott. Ja, das ist ein Teufel. Er sieht es genauso wie wir. Gürtman, wer ist im Islam Al-Awwal-Wa-Akhir? Das weiß ich leider nicht. Also ich weiß nicht, was Al-Awwal-Wa-Akhir bedeutet. Das bedeutet der Erste und der Letzte. Wer hat sich den Titel gegeben, der Erste und der Letzte? Ja, das weiß ich nicht. Also Allah hat 99 Namen. Rückern, hör mir zu. Allah hat 99 Namen, mit denen er sich beschreibt. Und kein Geschöpf, kein Prophet darf sich einen von diesen Namen geben. Das heißt, wenn einer sich diesen Namen gibt, macht er sich Gott gleich, richtig? Ja. Ja. Beispielsweise nennt der Herr Jesus Christus sich Al-Haq. Das ist einer der 99 Namen von Allah. Das bedeutet die Wahrheit. Kein normalsterblicher Mensch oder Prophet oder was darf sich die Wahrheit nennen. Das ist nur Gottes Name, die Wahrheit. Okay. Er sagt es selber. Gürtman, warte, lass mich kurz zu Ende alles ausführen. Er selber sagt in Johannes 14, 6, Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Anahuatarih wa haq wa hayat. Al-Hayat. Das Leben ist Allah. Allah ist Al-Hayat. Und kein normales sterbliches Wesen darf sich Al-Hayat nennen. So machst du dich Allah gleich. Und jetzt kommen wir zu dem sehr, sehr bezeichneten Namen Al-Au'l wa'akhil. Der Herr Jesus Christus sagt in Offenbarung 1, 18, Ich bin das Alpha und das Omega, das A und das O, der Anfang und das Ende. Al-Au'l wa'akhil. Sieh, ich war tot und lebe doch von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und jetzt sag du mir, nach dem, was ich dir alles erklärt habe, macht sich Jesus Christus zu Gott Ja, nachdem du das alles so gesagt hast, weil ich habe mich damit nicht beschäftigt. Sag, wenn die Leute das hören. Nein, du sagst es ja. Nein, ich meine, habe ich dir das erklärt, macht sich Jesus Christus selber zu Gott. Unabhängig an was du glaubst. Durch deine Aussagen, durch deine, ich habe mich damit ja nicht selber befasst. Ich weiß es ja selber nicht. Ich müsste das alles recherchieren. Durch deine Aussagen, aber ja, weil du es sagst. Genau, also rein hypothetisch gesehen, wenn ich jetzt die ganzen Beweise, die ich jetzt gerade gebracht habe, wirklich stimmen und Jesus Christus sich diesen Namen Allahs gibt und somit mit sich Allah selbst gleich macht, behauptet er dann, Allah zu sein? Ja, eindeutig. Du sagst es ja. Wie gesagt, ich habe mich damit... Meine... Das habe ich doch gerade eben erklärt. Das ist doch heftig. Ja, und für mich, für mich ist ja Allah der einzig Wahre, ne? Und, äh, Isa, a.s. also Jesus, Jesus ist unser Prophet. Okay, Gökhan, Gökhan, du hast mir doch gerade als Christ vorgeworfen, wenn Gott noch allwissend ist. Warum kennt er dann zum Beispiel nicht die Zukunft? In Markus 13, 32, richtig? Ja. Ich konnte dir das erklären anhand eines Bibelferses, weil der Apostel Paulus uns das beigebracht hat, dass Gott in seiner Göttlichkeit in Ewigkeit existiert hat, aber seine Herrlichkeit verlassen hat und sein göttliches Kleid ausgezogen hat, somit seine Allmacht, Allwissenheit, Allgegenwärtigkeit, alles. Wie erklärst du dir denn, dass Allah, der Gott des Islams, der allwissend ist, nicht die Zukunft kennt? Wie bitte? Dass er nicht die Zukunft kennt? Ja, genau. Ist Allah allwissend? Ja. Ja. Warum kennt er dann die Zukunft in Surah 8, Vers 65 und 8, äh, 66 nicht? Er kennt die Zukunft. Er weiß ja auch. Hast du einen Koran bei dir? Nein, den habe ich jetzt nicht hier. Schade. Allah sagt in Surah 8, Vers 65, O Prophet, feuere die Gläubigen zum Kampf an. Sind auch nur so eine Zahl von euch bei euch, so werdet ihr gegen so eine Zahl gewinnen. Auf einmal ein Vers danach, sagt der Gott auf einmal, jetzt habe ich aber gesehen, dass ihr, ähm, nicht genug Kraft habt. Deswegen könnt ihr nur noch so eine Zahl besiegen, unter so einer Zahl. Ja, wusste Allah denn vorher nicht, dass die kein Glauben haben und die Schlacht verlieren? Ja, aber du musst dich auch so vorstellen, äh, wenn Allah uns im Koran durchgehend die Zukunft sagt, dann, äh, wissen wir ja später, also können wir ja später, dann macht das ja eigentlich keinen Sinn, weil das hier alles ist ja für uns eine Prüfung. Und wenn wir alle schon die Zukunft herauskriegen, was uns dann herabgesandt wird im Koran, dann macht das alles hier ja gar keinen Sinn für uns Muslime, die, die das hier als Prüfung haben. Okay, das, ich bin bei dir, ich verstehe das alles vollkommen, aber ich habe dir gerade eine Geschichte aus dem Koran gesagt, wo Muslime zum Kampf angetreten sind und die Schlacht verloren haben. Auf einmal korrigiert sich Allah wie ein fehlbares Wesen und sagt, jetzt habe ich aber gesehen, dass ihr nicht so viel Glauben hattet und die Schlacht verliert. Jetzt kämpft nur noch 10 zu 20. Und da fragt man sich allen Ernstes, ja Allah, wusstest du nicht vorher, dass die keinen genug Glauben hatten? Warum schickst du sie in den Krieg? Ja, es ist ja eine Prüfung für uns. Das kann doch nicht wahr sein. Du musst dir vorstellen, das alles hier ist eine Prüfung für uns. Weißt du, sogar, soll ich dir mal was sagen? Sogar du bist für uns Muslime eine Prüfung. Mein lieber, mein lieber Gürkan, wenn Gott dir befehlt, zum Kampf auszureiten, mit wem hat denn zum Beispiel Mohammed gesprochen? Mit Jibril. Jibril hat doch von Mohammed diese Anweisung bekommen, richtig? Ja. So, er hat den Befehl bekommen, geh und trete gegen die Leute an, du wirst sie besiegen. Auf einmal geht Mohammed dahin, kämpft gegen die und verliert. Obwohl Gott gesagt hat, geh dahin, du wirst gewinnen. Er hat gelogen. Du hast doch gerade gesagt, dass Jibril gesagt hat, dass er dahin gehen soll. Oh mein Gott. Ja, von wem hat denn Jibril das? Gürkan, bitte. Wie gesagt, also ich muss mich damit mit allem noch mal beschäftigen. Okay. Weißt du, weil ich hab das alles nicht, ich bin nicht so in dieser Materie drin. Ich hatte diese Frage gegenüber dir und das, was ich halt für mich halte, so ist, dass du sogar für uns Muslime, wie gesagt, eine Prüfung bist, weil genau das, was du machst, um die Wahrheiten sozusagen zu sagen, für dich jetzt, um unsere Religion sozusagen als Nicht-Wahrheit zu betiteln, wir müssen ja diejenigen sein, die stark bleiben, dagegen ankämpfen, weil irgendwann wird der Dajjal ja auch kommen und gegen Isa a.s. kämpfen. Dafür wird ja Jesus sozusagen auch auf die Erde wieder herabgesagt, um gegen ihn dann anzukämpfen. Und genau so sehe ich das, so sehe ich das, dass du für uns auch eine Prüfung bist, dass wir standhaft bleiben müssen, um gegen sowas dann anzukämpfen. Aber ich sage dir so, ich akzeptiere, wie du es meinst, und wenn du sagst oder meinst, dass der Christentum die Wahrheit ist, dann akzeptiere ich das. Ich sage nicht, dass Christentum die Wahrheit ist, sondern die Person Jesus Christus ist die absolute Wahrheit. Er selber hat es bewiesen, weil keine Lüge aus seinem Mund kam. So wie bei Mohammed, er hat ja nur gelogen. Soll ich das beweisen? Guck mal, das Ding ist, was alles da steht, du sagst ja, du hast letztes Mal meine ich sogar noch gesagt, dass es 31 Kopien vom Koran gibt oder umgeschrieben war, hast du ja gesagt gehabt. So wie die Testamente für die Bibel. Nein, nein, nein. Du hörst mir nicht richtig zu. Nein, gekannt. Ich habe gesagt, mittlerweile sind 31 verschiedene arabische anerkannte Koranversionen aufgetaucht. Anerkannt. Das sind verschiedene Kira-Arten nennt sich das, Lesearten. und jede von ihnen hat verschiedene Abweichungen. Da fragt man sich allen Ernstes, ja was hat denn jetzt Allah herabgesandt? Welchen Koran? Den von Hafs, den von Wasch, den von Duri, den von Dies, den von Das. Ja, welchen denn? Ja, das war ja nicht in unserer Zeit. Ich bitte dich, Gürkan, die einzige Aufgabe, wo du den Islam 100 Millionen Prozent verlässt, frage nach den beiden Namen Hafs und Asim. Das sind nämlich die beiden, zwei Personen, die sich in der Überlieferungskette des Islams befinden, im Koran. Weil du weißt ja, der Koran hat ja eine Überlieferungskette und diese Überlieferungskette kommt zwei Personen vor. Sie heißen Hafs und Asim und du wirst geschockt sein, was die Gelehrten über diese beiden sagen. Sie sagen, das waren zwei Betrüger, Lügner, Leute, die Hadithe erfinden, die Lügen über Mohammed erfinden, die Hadithe, die Geschichten erzählen und sie sich selbst zustreiben. Danke dir. Und solche Leute lest dir zu, dass die euren Koran überliefern? Wer geht denn so vor, Mann? Okay, und was ist denn jetzt die richtige Bibel dann sozusagen? Was ist das richtige Testament? Wir haben den Urtext da. Wir können ihn perfekt in unsere heutige Zeit rekonstruieren. Aber ihr habt keinen Urtext. Osman hat alle Koran-Versionen verbrannt und hat nur seine Version gelassen. Wir können also nicht überprüfen, was Osman da verbrannt hat, dies, das, danke, Rudolf. Verstehst du, was das Problem ist, mein Lieber? Siehst du, das ist ja das Ding. Wir haben, wir können es ja nicht mehr hinterlegen, so, weil es verbrannt hat. Ihr könnt also nicht mehr prüfen, was der Mohammed wahrhaftig gesagt hat. Und der Mohammed sagt auf einmal in Sahih al-Bukhari, dass zum Beispiel Dinge im Koran offenbart wurden, aber sie aus dem Koran wieder entnommen wurden. Die spielen mit dem Wort Gottes, wie die wollen. Ich habe mal jetzt noch eine Frage. Was würdest du machen, wenn du jetzt morgen, sagen wir mal, oder heute Abend einschläfst und einen Traum hast und du siehst in deinem Traum betet für den Gürkan? Er scheint ein offenes Herz dafür zu haben. Er will sich auch kritisch damit auseinandersetzen, weil was nützt es einem Muslim, wenn er zum Beispiel sich nur mit den positiven Dingen im Islam auseinandersetzt, aber die finstere Seite auf einmal außer Acht ist und geschockt ist, wenn zum Beispiel sowas dann auf einmal auftaucht. Wenn auf einmal Mohammed Leute zum Dings angespornt hat, ein Dorf anzugreifen, mit Blondinen klarzumachen, hier gelogen hat, dass die Frauen Spermien haben, dass sie in den Rippen sitzen, dass man Kinder heiraten darf, dass man Frauen vergehen, ihr wisst schon, in Sura 424, dass man in Sura 424 Hurerei betreiben darf, dass man kleine Knaben im Himmelreich bekommt, dass der Allah wie der Teufel den Alkohol erlaubt und dann später aufhebt und sich nicht bewusst war, was er da eigentlich macht, das Werk des Teufels zu erlauben und, 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 und diese ganzen Sachen. Danke für mich. Gott segne dich und deine Familie. Gott segne dich und deine Familie, Rudolf. Wie geht's dir, Amir? Dem Herrn Jesus Christus sei Lob und Dank. Mir geht's gut. Wie geht's dir? Einigermaßen. Ich stehe schon seit sechs Stunden im Stau. Gott segne dich, David, du bist auch im Stau. Ja. Schrei den Namen Jesus raus. Wir haben ja, wir haben ja Glück gehabt, dass du live warst, solange da haben wir uns ein bisschen leichter gehabt, konnten wir ein bisschen mitgucken. Ja, Gott sei Dank, konnten wir ein bisschen wieder mitnehmen. Die Leute sind wieder drauf, das ist ja der Wahnsinn. Hammer, ne? Boah, das ist ja. Unglaublich. Unglaublich. Ja. Amir, ich wollte dir, ich wollte dich und deinen Bruder einladen. Ich weiß ja nicht, ob das zu weit für euch weg ist, Osnabrück. Und zwar bei uns in Osnabrück in der Gemeinde. Ich weiß ja nicht, ob das zu weit für dich weg ist. Osnabrück ist nicht so weit weg, aber so Gott will, werde ich vielleicht dann eines Tages bei dir sein, also in dieser Gemeinde. So Gott will. Ja, also ich habe meine Gemeinde Rücksprache gehalten und die, also ich würde sagen, das sind die ganzen Namen der Gemeinde, laden wir euch beide gerne ein. Also ihr seid herzlich willkommen. Ja, mittlerweile kann man ja nirgendwo mehr hinlaufen, ohne erkannt zu werden. Auch hier die glänzenden kleinen Muslime kommen. Oh, guck mal, der ist Ex-Muslim, komm, wir machen ein Foto mit dir. Ja, aber ich mache das auch nicht, also wir wollen das nicht, weil du in unseren Augen Nein, ich weiß, aber ich wollte nur sagen, dass es wieder reingehauen hat. Das meine ich. Ja, wie du sagst, wenn das mal kommen sollte, wäre ja schön. Gott führt das schon. Wenn das so sein soll, dann soll das so sein. Ich schicke allgemein niemanden meine Nummer, mein Lieber. Das ist so. Ich muss so ein bisschen da auf mich selber Acht geben. Nichts gegen dich oder nichts gegen andere, aber ich muss halt gucken, dass ich immer so ein bisschen. Ja, ich kann ja jeder sein, das stimmt schon. Ja. Aber vielleicht geht das aber irgendwann. Irgendwann, so Gott will, ja. In der Nähe habe ich ja Kontakt. Danke. Okay, mein Lieber Rudolf. Alles klar. Möchtest du noch was sagen, mein Lieber? Nee, ich wollte dir eigentlich nur das sagen. Okay. Ja, so Gott will, werde ich eines Tages kommen. Gott segne dich. Alles klar, dich auch. Okay. Mach's gut. Dem geht's so gut, ey. Hi. Hi. Hallo. Ach, jetzt ist er rausgegangen. Hallo, you are live on air. Who wanna talk to Dr. Shekhabo Amir? Who on air to Dr. Shekhabo Amir's show? Headsman's show? Hallo, Amir. Danke, Gott segne dich. Gott segne dich auch. Tut mir leid, also. Danke, dass du das gab. Ich hatte eine Frage, also, ich bin selber Christ und ich diskutiere oft, ich rede auch oft mit Muslimen und mir wurde dann... Wer ist denn der Herr Jesus Christus für dich? Ja, wie bitte? Wer ist Jesus Christus für dich? Ach so, Jesus Christus ist ja unser Erretter, unser Herr, unser Gott halt. Und? Ah, okay. Genau, und mir wurde so eine Zeile an den Kopf geworfen, an der Bibelstelle und ich wollte dich dazu fragen, weil ich war ein bisschen sprachlos, nämlich, du kennst ja bestimmt die Geschichte aus dem Alten Testament mit Josef, wo er nach Ägypten verkauft wurde von seinen Brüdern. Ja. Genau, und es ist ein verwirrendes Thema, ich weiß nicht genau, ich erkläre es mal. Also, zu der Zeit von Josef wurde ja von einem Pharao gesprochen. Aber, also, die geschichtliche Zeit von Josef, wenn man das nachverfolgt, da gab es noch keinen Pharao, also den Titel Pharao gab es, ich weiß nicht genau, 1000 oder wie viele Jahre später, also in neuen Ägypten. Und ist das dann ein Fehler, wenn da schon vom Pharao gesprochen wird, weil dort gab es eigentlich noch keinen Pharao. Man muss sich mit den Textstellen auseinandersetzen. Ich weiß jetzt gar nicht, welche Textstellen du meinst und da musst du selber dann durchlesen. Genau, allgemein. Wir wurden auch nur, also die Geschichte an den Kopf geworfen, keine richtigen Textstellen, nur das über den Pharao gesprochen. Immer, mein Lieber, sobald du mit jemandem in einem Gespräch bist, lass dir immer die Verse geben und dann fangst du an, von oben den Kontext zu beachten, weil wenn du auf einmal, die Bibel hat ja immer einen Kontext, das ist nicht wie der Koran, wie mein Bruder heute auch erklärt hat oder wie wir euch immer erklären. Der Koran ist ja ein großes Wirrwarr. Der Koran, als er kollektiert wurde, war er auf Palmenblättern geschrieben, also Teile des Korans, also da war man ein Vers auf irgendeinem Stein, also Teile des Korans, also da war man ein Vers auf irgendeinem Stein, da war man ein paar Sätze auf irgendeine Palmenblätter und sowas und so haben sie alles gesammelt und Leute, die den Koran noch auswendig konnten und so haben die den Koran kollektiert als ein Buch. Deswegen siehst du auch, wie der Koran nicht chronologisch geordnet ist und so, sondern ein Chaos in sich hat. Zum Beispiel die Soge 5, Vers 3 müsste eigentlich der letzte Vers im Koran sein, in Soge 114, verstehst du? Weil das ist der letzte Vers, der in Mohammeds Leben offenbart wurde. Das ist die Soge 5, Vers 3, wo Allah sagt, heute habe ich euch eure Religion vervollständigt und ich bin zufrieden mit euch, verstehst du? Ja. Und die Soge 96, wo Mohammed zum ersten Mal die Begegnung mit dem Engel hatte, befindet sich also in Soge 96 anstatt in Soge 1, wo es auf einmal die Geschichte dann losgeht. Der Koran hat keine chronologische Ordnung, das ist ein Chaos. Ja, genau. Und ich wollte noch fragen zu den, also ich bin noch nicht ganz lange am diskutieren, das ist jetzt erst neu, sage ich jetzt mal, ich bin noch nicht so viel am reden, auch über den Islam und über den Hadith und so. Also, wenn ich das zu einem sage, ein Freund von mir, ich habe, ich weiß nicht, kennst du diese Banu Curaça mit den Juden? Benny Curaça, ja, ja, das Massaker von Curaça. Da sagt er, ja, na, ich habe auf, ich glaube, sunnah.com geguckt, habe das nachgelesen, dort stand das auch. Er sagt, ja, das ist kein verifizierter Hadith. Ja, das ist der Frischee. Und im Krieg und im Krieg und immer, wenn ich dann Sachen sage mit, ja, dort wurden Leute getötet, dort wurden Leute getötet. Ja, das ist aber im Krieg passiert. Und dann sagt er, ja, aber wie kann sich denn ein Glaube weiter verbreiten? Ja, wegen Konventieren, wegen Konventieren. Weiß ich nicht. Ja, der Mohammed hat ja die ganzen jüdischen Dörfer in Medina angegriffen, ne, Banu Anadid, Banu Curaça, Banu Mustalek und so, der hat die alle massakriert dort und hat seinen Schreckensstaat dort errichtet. Der erste islamische Staat ist in Medina entstanden. Der erste krasse islamische Staat, der IS, ist in Medina entstanden. Wahnsinn, ne, als der Mohammed nach und nach Territorien erobert hat. Die Juden vor die Wahl gestellt hat, sie abgeschlachtet hat und die Kinder und Frauen versklavt hat. Safia am gleichen Abend mitgenommen hat in sein Zelt und sie verge... Ne? Danke, Marvin. Also, also ist das, ist das keine Erklärung von der EU, dass Sie sagen, es ist im Krieg passiert oder es ist, der Kontext, der Kontext, ist das keine richtige Erklärung für die Tode oder für diese, also dass Allah das gesagt hat, ja, du darfst ihn und ihn töten in diesem Kontext. Das heißt, es ist doch eine schlimme Sache. Die sagen aber, nein, ist nicht schlimm, weil es im Krieg passiert. Ist das dann... Also das ist falsch, einfach so zu denken. Ja, natürlich ist das falsch, so das Ganze dann von Mohammed dann loszuziehen und die ganzen Dörfer anzugreifen, obwohl sie nie was getan haben. Und das hat nichts damit zu tun, dass sie ihn irgendwie zuerst angegriffen haben. Nein, die haben doch dort in Frieden gelebt miteinander. Ja, genau. Mohammed hat... Genau. Deswegen siehst du auch in der Sura 9 ist die einzige Sura, die nicht im Namen Allahs des Barmherzigen, des Gnädigen anfängt, sondern Allah ist überhaupt nicht mehr barmherzig. Sura 9 ist die letzte Offenbarung in Mohammeds Leben, so sagen es die Gelehrten, nicht Dr. Sheikh Abu Hamir. Das ist die letzte Etappe in Mohammeds Leben, wo Mohammed genügend Macht hatte, um sein Islam mit dem Schwert durchzusetzen. Ganz einfache Kiste. Muslime müssen sich genauso verhalten in drei Etappen. Wenn sie in einem Land ankommen, verkündigen sie die Verkündigung, Dauer. Du siehst ja, dass die Muslime hier Dauer machen. Sie laden sich also zum Islam ein. Greifst du sie an, werden sie sich verteidigen. Das sind die zwei Etappen in Mohammeds Leben. Verkündigung, um bei Angriff sich selbst zu verteidigen. Und die dritte Etappe ist die Sura 9. Das heißt, wenn die Muslime die Oberhand haben, immer weiter, immer mehr werden, dann sollen sie wie Mohammed handeln. In Zeiten der Stärke sollen sie die Nicht-Muslime vor die Wahl stellen. Das ist das Prinzip im Islam. In Zeiten der Spreche sollen sie ruhig sein, locker. Deswegen sagt der Koran in Sura 47, Vers 35, ruft nicht zum Frieden auf. Ruft nicht zum Frieden auf, wo ihr doch die Oberhand haben werdet. Verstehst du? Ja. So ist das. Das ist das Prinzip. Ja. Drei Etappen in Mohammeds Leben. Studieren und dann wirst du merken, dass man den Islam in ganz Europa verbieten sollte. Sofort. Und die ganzen Dauerteams allesamt einsammeln und sie vor die Wahl stellen. Entweder den Islam abzulegen, keine Werbung mehr für den Islam zu machen oder des Landes verwiesen werden oder halt die Strafe zu kassieren. So ist das. Weil sie tun dir das selber an, sobald sie mehr werden, wenn sie dir das antun. Ja. Das ist, ich frage, also zum Beispiel, ich komme ja auch nicht einfach, ich sehe irgendwas auf TikTok und dann sage ich, ja, hier und das, das ist ja auch dumm, sowas zu sagen. Ich lese mir, also ich sage jetzt, ich habe den Koran gelesen oder irgendwas, ich lese mir aber dann schon den Vers durch oder den Hadif durch. Aber die Erklärungen, die dann da stehen, ich meine, manchmal steht auf einer Website was ganz anderes und dann komme ich zum Beispiel mit, ich weiß nicht, war das sunnah.com, ich weiß nicht, irgendeine Website, aber die auf jeden Fall verifiziert ist und dort steht halt, weiß ich nicht genau die Sure dazu, aber das mit, wo Mohammed sagt, ja, Allah commends me to fight against the, ich weiß nicht, war das nochmal. The people, the people, so long that there is no God but Allah and I am the messenger. And he who professes oder bezeugt ist, hat sein Leben und seinen Besitz vor mir gesichert. Verstehst du, Mohammed, war wie ein Räuber. Die Sahaba und Mohammed sind losgezogen und haben einfach Menschen vor die Wahl gestellt und haben gesagt, entweder du nimmst den Islam an oder bezahlst uns Jizia, diese Kopfsteuer, oder wir werden dich hinrichten. Das ist Islam. Aslim, Aslim, nimm den Islam an, dann bist du sicher. Ja, diese Sure zum Beispiel, die habe ich auch gelesen und ein arabischer Freund von mir, der auch Muslim ist, ich habe ihm das gezeigt und er hat dann irgendeine Seite aufgerufen, wo dann was ganz anderes stand und dann hat er zu mir gesagt, ja, aber die Bibel ist verfälscht. Ich meine, aber was ist dann verfälscht, wenn auf einer Seite was ganz anderes steht als auf der anderen und beide sind verifiziert? Ja, sie können, sie kommen da nicht mehr weiter. als nur noch zu sagen, ja, die Bibel ist verfälscht, obwohl es überhaupt gar keine Beweise dafür gibt. Du weißt ja, wie die Juden, du weißt ja, wie akribisch und perfekt die Juden vorgehen mit ihrer Tora. Kein Punkt, wenn du damals versucht hättest, auch nur einen Punkt zu versetzen in der Tora, die hätten dich gekillt, die Juden. Also keinem Juden ist es aufgefallen, dass die Tora verfälscht ist, oder wem würden die das erklären, Mann? Ja genau, es gibt ja so viele Beweise dafür, das ist ja klar. Nur wenn, ich verstehe auch, das ist so, wenn man mit einer Religion aufwächst, dann ist es immer schwer, irgendwas anzunehmen. Ich nehme ja auch nicht so viel an, was mir in den Kopf gewirft wird. Danke, Mann. Ich verstehe das, nur, ich weiß nicht genau, wie, weißt du, wie man da irgendwie vielleicht durchkommt, vielleicht etwas Gutes sagt, weil ich will auch nicht immer mit irgendwelchen Sachen kommen. Ja, hier, das und das und das ist schlimm, aber wie man vielleicht mit ihnen reden kann. Nein, du musst einfach die präzisen Fragen auch stellen, sodass der Muslim selber sich auch Gedanken macht darüber. Wenn du die guten und richtigen Fragen stellst, so kannst du ihn dazu bringen, nachzudenken. Nein, aber er muss ja selber auch offen sein für das Ganze, weil es nützt nicht, wenn du mit jemandem ins Gespräch kommst, der überhaupt verstoßen ist und du kannst reden den ganzen Tag und es geht ein Ohr rein, ein Ohr raus. Das bringt ja nichts. Ja genau, das ist natürlich, das ist... Was meinst du, warum ich die ganze Zeit nur so Videos da hochlade auf YouTube? Weil ich weiß, dass bei den meisten ein Durchzug ist. Ich mache also diese Videos, damit sie selber das Beweis vor ihren Augen sehen und sich Gedanken machen darüber. Verstehst du? Ja. Aber natürlich sollten wir auch in Diskussionen treten, aber wenn ich merke, das bringt mich dann... Dann, ja klar, das mache ich auch. Dann bringt es nichts. Genau, ja, vielen Dank. Vielen Dank. Ja. Ich weiß nicht, ich muss mich auch noch selber mehr informieren. Das ist immer... Ja, das ist ein Prozess, wir alle lernen. Ich werde auch niemals auslernen, sondern ich lerne jeden Tag dazu. Jeden Tag. Lernen wir alle mehr dazu. Okay, ja, dann vielen Dank. Gott segne dich und deine Familie. Dich auch. Vielen Dank. Alles klar, gerne. Ciao. Ciao. Hallo? Hallo? Hallo, do you want to talk with me? Ja, da höre ich doch schon mal wenigstens lachen. Hallo? Hallo? I am Dr. I am Dr. I am here. Come and talk with me. Talk to me. Hi, hi. Hallo, guten Tag. Wie geht's? Handel, Jesus, mir geht's gut. Talk to me. Super, super. Vielen lieben Dank. Ich bin heute sehr, sehr glücklich darüber, auf dein Profil gestoßen zu sein. Ja, das ist doch schon mal super. Perfekt. Also, ich war schon wirklich so von Gott ziemlich weit weg, aber mittlerweile, jetzt gucke ich mir das, glaube ich, schon mittlerweile zwei Stunden an oder so. Echt jetzt. Und ich habe ja auch... Jawohl, das hat mich gelohnt. Und hat mich viel mit Koran auch so ein bisschen... Also, ich war ja lange mit einem Muslim zusammen, so. Und der hat mich sehr verwirrt mit meinem Glauben. Klar, weil man vieles gehört hat. Ich habe auch versucht, Koran zu lesen und so weiter. Aber es ist echt, echt ein sehr schwieriges Thema. Und jetzt tue ich dich. Vielen lieben Dank. Ich werde die Bibel nochmal lesen. Auf jeden Fall. Sehr gut. Gott segne dich, wie so. Der Jesus Christus macht keine halben Sachen, denn der liebt dich und möchte dich bei sich haben. Ja, ja, bloß ich muss erst mal so ein bisschen noch mit ihm klarkommen wieder. Ja, sehr schön. Das war schon mal ein guter Anfang, ne? Dann wünsche ich dir auf jeden Fall viel Spaß. Ich sage nur schon mal Danke. Ja, den werde ich haben hier mit den ganzen Leuten. Und ich war da so zum Lachen. Also, durch dich hat man echt gute Laune. Vielen lieben Dank. Ja, das ist doch schon mal gut. Siehst du, bei mir hast du Spiel, Spaß und Spannung. Genau. Und du lernst sogar noch was dazu. Ja, genau. Alles klar. Gut, dann habe ich auch. Vielen Dank. Alles klar. Gott regnet nicht mehr. Mach's gut. Ciao. Na seht ihr, Dr. Scherer, macht euch alle da. Macht euch keine Sorgen. Hallo, hörst du mich? Ja, ich höre dich. Gott segne dich und deine Familie. Ja, danke schön. Ja, ich lese ja gerade, du warst mal Moslem früher. Ja. Ja. Ich lese auch gerade die Kommentare, die scheinen viele wahrscheinlich ja zu der alten Religion mir zurückbringen zu wollen, was? Ja, natürlich versuchen meine ehemaligen Geschwister alles, damit ich so sehe, oh Allah ist die Wahrheit, komm, kehre zurück zu Islam. Na ja, ich finde, meine Meinung ist, meine Philosophie ist, jeder soll doch einfach an das glauben, was er möchte. Solange er dann jemandem mit weh tut, ist doch alles gut. Ja, das musst du den Muslimen sagen, wenn sie ihrem Vorbild auf Schritt und Tritt folgen, lassen sie sich aber nicht so leben, wie du willst, sondern sie werden dich eines Tages zum Glauben zwingen. Das kenne ich aber auch von einigen, sagen wir mal Zeugen Jehovas zum Beispiel. Ich meine nicht dazu, dass sie aufdringlich werden, nein, sie werden mit einer Kalaschikof an deinen Kopf hängen und sagen, entweder du glaubst an das, was ich glaube, oder du gehst jetzt zu Gott. Das meine ich. Sind alle Muslime so? Muslime, die Mohammeds Leben ernst nehmen und den Koran ernst nehmen? Ja, so sind sie. Okay, ich glaube nicht, dass meine liebe Kollegin das machen wird. Ich rede nicht von Euro-Shisha-TikTok-Muslimen und Hobby-Muslime, Hobby-Imame, die hier und da mal ein bisschen den Koran lesen. Nein, ich rede von Muslimen, die Mohammed lieben und alles praktizieren, was sie von ihrem Gesandten lesen. Verstehst du? Selbst wenn er selber abgeschnitten hat, selbst wenn er selber vergisst, du weißt schon, selbst wenn er Dörfer angegriffen hat und die Leute ihm nichts angetan haben, werden sie es auch tun. Weißt du auch, wieso? Weil sie den Gesandten Allahs mehr lieben als diese Welt und alles, was in ihr ist. So sieht es aus. Okay, warte mal ganz kurz. Du meinst aber diese, sei mal so vom IS, meinst du diese Leute doch? Genau, das sind fromme Muslime, die genau das praktizieren, was Mohammed und die Sahaba im 6. bis 7. Jahrhundert praktiziert haben. Und das, was Allah von ihnen verlangt. Zure 9, Vers 29. Kämpft gegen diejenigen, die nicht an Allah glauben. Das war's. Naja, sag mal so, es gibt, ich finde in jeder Religion gibt es Hardliner, aber ich sag mal so, also ich habe, ich arbeite mit einer Muslime zusammen, die sehr, sag mal sehr fromm ist. Die gibt auch keinem Mann die Hand und sowas, aber ich komme mit ihr super klar, sie ist super lieb. Ja, du kannst sie mal fragen, du kannst sie mal fragen. Du gibst keinem Muslim die Hand, aber dein Prophet hat angeordnet, dass du die Brüste rausholst, um einen erwachsenen Mann zu stillen. Wie erklärst du denn das denn? Ich habe von der Religion keine Ahnung, keine Ahnung, ich frage sie auch sowas nicht. Guck dir bitte meine Videos an, dann siehst du das. Du kannst dir genau die Frage stellen, du kannst dir sagen, das nennt sich im Islam, meine Lieber, das nennt sich im Islam Rida al-Kabir, die Stillung eines Erwachsenen. Ist das Moral und Ethik, dass man die Brüste seiner Frau einem erwachsenen Mann gibt, damit sie Stillverwandtschaft herstellen? Kein Plan, ich habe davon keine Ahnung. Die Leute, die sind ja was ab, die sind schockiert, die wissen ja gar nichts darum. Die wissen gar nicht, dass das ein Pferd im Koran war. Sag mal eine Frage, also du bist ja sehr, ich kann dich ja halt gut verstehen, dass du über deine alte Religion nicht so gut denkst, das kann ich ja gut nachvollziehen. Das hat jetzt gar nichts mehr mit einer Religion zu tun. Merkst du nicht, was ich alles herausgefunden habe und den Leuten so präsentiere? Die meisten sind schockiert, kommen raus aus dem Islam, viele treffen eine Entscheidung für Jesus Christus. Und diejenigen, die überhaupt gar keine Gemeinschaft mit Jesus Christus hatten, haben auf einmal wieder die Beziehung zu ihm aufgenommen. Also wie gesagt, ich muss sagen, ich kenne jemanden aus meiner Community und der ist Türke und der war auch Moslem und er hat ihm auch Bilder gezeigt, wo er noch Bart getragen hat. Er hat das total abgelegt und ist jetzt Atheist. Er hat gesagt, er brauche keine Religion. Obwohl, ich muss sagen, ich habe ihn bei so einem buddhistischen Buch mal gehabt, das hat er gelesen. Sag mal, ich finde was für dich. Es gibt auch noch eine, also es gibt hier eine Kartenlegerin, die hier auf TikTok ist, die hat auch dem Islam abgeschworen, die legt Karten hier. Ja, was passiert denn zum Beispiel mit Muslimen, die dem Islam abschwören? Hm? Was passiert denn laut Islam mit Muslimen, die dem Islam nicht mehr folgen wollen? Keine Ahnung. Ich habe, wie gesagt, ich bin keine Muslimin gewesen. Also ich habe von der Religion keine Ahnung. Ich wollte eigentlich mit dir über den Glauben sprechen und sowas. Ich wollte dir nur aber noch mal kurz zu sagen auf den Zurückkommen. Also ich glaube nicht, dass meine Arbeitskollegen ein Schwert rausnehmen würde und mich erstechen würde. Ja, noch nicht. Aber wer weiß, wenn eines Tages die Muslime in der Mehrheit sind, was meinst du, was dir blüht? Du wirst eine von den SEX-Sklavinnen. Das wirst du dann sein. Also wird sie mich als Sexsklaven halten etwa? Nee doch, nee. Sie wird dich nicht als SEX-Sklavin halten, sondern sie wird dich nur als Sklavin halten. Du wirst dann der SEX-Sklav des Mannes, der dich von morgens bis abends dann färge. Du weißt schon. Eigentlich darf man aber im Islam, soweit ich weiß, nicht... Weil es müssen ja weiter Kinder entstehen, die die Hadisten erzogen werden. Verstehst du? Das Prinzip ist ja ganz einfach. Die Sklavinnen werden benutzt und die ganzen Frauen werden benutzt, um weitere Muslime zu zeugen, die gewaltbereit und weiter den Islam nach vorne treiben. Verstehst du? Mit Angst und Schrecken. So wie Mohammed das gemacht hat. Okay, aber ich glaube nicht, dass die muslimischen Frauen, die ich kenne oder so... Also Männer kenne ich weniger. Ich glaube nicht, dass sie mich versklaven wollen. Das ist meine... Wie gesagt, das glaube ich eher weniger. Weißt du... Mit deinen Aussagen schenkst du den rechten Leuten, den rechten Leuten, die islamophob sind, noch mehr Futter. Das will ich dir sagen. Wir sehen das doch, was die islamischen Ländern verbreitet. Ja, meine Güte, das sind Salafisten, das sind Hardliner, weißt du... Das sind Salafisten, die Anordnungen von Mohammed, das ist allah ernst nehmen. Also die treuen Muslime, willst du also verunglimpfen mit bestimmten Namen, wie Salafisten und Wahhabiten, oder was? Die Mohammed auf Schritt und Tritt folgen und ihn lieben und nicht den Shishabas abhängen und Hobbymuslime sind, die Religion ernst nehmen? Sag mal, geht's noch? Sind denn viel bei Ernst und ZDF, oder was? Aber ich meine, wir haben im Christentum auch Leute, ich hartlein, sie denken mal an die Mormonen. Ja, wer ist denn das Vorbild der Christen? Kannst du mir das mal beantworten, Atomphysikerin? Wie bitte, was hast du gerade gesagt? Wer ist das Vorbild der Christen? Wer ist das Vorbild? Wem folgen die Christen? Ja, Jesus. Hat Jesus jemanden ermordet? Nee, aber ich sag mal so... Hat Jesus befohlen, Menschen zu ermorden? Nein, soweit ich weiß nicht. Jesus hat gute Sachen getan. Dankeschön. Siehst du, wir gehen Stückchen für Stückchen durch, damit du diese Ausgabe nie wieder tätigst. Damit du sagst, ja, es gibt verschiedene Leute, die behaupten, irgendwie Christen zu sein, aber die haben mit Jesus nichts zu tun. Aber wenn Muslime auf einmal anfangen, Köpfe wegzutrennen, sehen sie, dass ihr eigener Prophet selber diese Tat getan hat, okay? Das ist der himmelweite Unterschied. Was sagst du dazu mit Sodom und Gomorra, dass Jesus das Gott... Einige sagen, dass Jesus Gott ist, da komme ich immer durcheinander. Nicht einige sagen, alle Christen behaupten, dass Jesus Gott ist und wissen, dass Jesus Gott ist. Das hat man mir anders beigebracht. Man hat mir gebreitet, was Jesus Gottes Sohn ist. Also ich wollte nur sagen, es gibt verschiedene Bibelauslegungen, es gibt ja auch verschiedene Glaubensstürmungen im Christentum und darauf wollte ich hinaus mit dir. Ich wollte nicht mit dir über den Islam sprechen. Du bist Christ, ich bin Christ und darüber wollte ich mit dir sprechen. Ja, ich kläre dich sowohl über den christlichen Glauben auf, als auch über den Islam. Weil du hier und da diese ganzen verwirrenden Antworten hörst und die Leute überhaupt gar keine Peilung mehr haben, was sich in der Bibel befindet und auch im Koran nicht. Ich bin kein Muslimer, Alter. Ich meine doch nicht, dass du Muslimer bist. Ich meine im Allgemeinen, dass du aufgehend dabei bist. Das hat jemand gerade hier in den Kommentaren geschrieben. Leute, ich bin keine Muslimin. Ich habe, wie gesagt, ich kenne Leute. Ich habe in meinem Job immer wieder mit Muslimen zu tun. Und deswegen, ja, ich habe damit mit denen kein Problem persönlich. Die haben mir, weißt du, ich muss ja auch mit denen arbeiten, deswegen. Soll ich meinen muslimischen Arbeitskollegen sagen, so verpisst euch oder so? Nein, Mann, das hat doch niemand von dir verlangt. Aber wäre es nicht mal angebracht, dass du dich mal hinsetzt und dem Ganzen nachgehst und schaust, wie der Islam sich überhaupt verbreitet hat. Warum soll ich mich damit beschäftigen? Weil es eines Tages eventuell so sein kann, dass du hier das abbekommst, weil die Muslime dann anfangen, Krieg zu führen. So sieht es aus. Und dann wirst du eine SEX, glaube ich. Ich beschäftige mich lieber mit der Bibel einfach, mit meinem Glauben. Das ist mir wichtiger. Okay, das ist noch kein Problem. Aber du kannst noch zusätzlich etwas lernen und den Muslimen gewisse Fragen stellen, oder? Warum soll ich meinen Chef und meine Arbeitskollegen solche Fragen stellen auf der Arbeit? Warum soll ich das? Ja, okay, du kannst dir doch im Privaten diese Fragen stellen, oder? Privaten? Also ich habe jetzt privat nicht so viel mit denen zu tun, aber wie gesagt, ich kann euch solche Fragen stellen. Das sind deren Privatsachen. Das ist ja auch so, du fragst ja auch niemanden, wie oft duschst du am Tag oder so. Weißt du? Das ist doch der Privaten. Hier geht es um unsere Ewigkeit. Hier geht es darum, dass eine Ideologie hier sind. Meine Liebe, vergleich doch nicht Äpfel mit Birnen. Du behalst doch einen gewissen Grad an der Stattung, oder was? Ich wollte eigentlich mit dir was anderes sprechen. Ich wollte mit dir auch... Langsam werde ich... Deine Ignoranz macht mich langsam ein bisschen wahnsinnig. Ich wollte nicht mit dir über den Islam reden. Also, sag mal, ich hoffe, du hast da auch die Meinung. Findest du nicht auch, was, sag ich mal, so der Vatikan macht und die katholische Kirche? Das ist doch eigentlich falsch, oder? Habe ich dir doch gerade erklärt, wenn jemand hingeht und solche Dinge tut, die abseits von der Lehre des Herrn Jesus ist, würdest du nicht auf die Idee kommen und zu sagen, haben diese Leute überhaupt was mit Jesus zu tun? Die haben auf jeden Fall nicht. Ich meine, warum sollen wir so eine... Dankeschön, du hast dir gerade die Frage beantwortet. Ja, aber ich wollte doch gerade... Jedenfalls, ich finde, wir brauchen gar keinen Papst und sowas. Aber weißt du, es ist so dumm, dass die Katholiken... Ja, wir brauchen keinen Papst. Weil die Bibel sagt, nennt niemanden auf Erden euren Vater, denn es ist nur einer eurer Vater, euer himmlischer Vater. Ja, ich gebe dir doch Geld, Alter. Was ist dein Problem jetzt? Ja, ich verstehe nicht, warum du nicht deinen Verstand benutzt, um Dinge herauszufinden, unabhängig von mir. Du kannst doch auch im Internet recherchieren. Das weiß ich. Ich wollte nur mit dir mal darüber reden, über die Thematik einfach. Ja, ich habe dir das eindeutig jetzt zigmal bewiesen, zigmal auch erklärt. Was möchtest du noch? Möchtest du nicht sagen, dass ich dumm bin, oder was? Also sag mal so, ich finde das... Du bist sehr dumm, dass du es mit mir fängst. Du scheinst intelligent zu sein. Weißt du, was das Problem ist? Die Ignoranz. Das ist das Schlimme. Ich gebe dir ja auch den Punkt recht. Nochmal auf das Thema Papst runterzukommen. Weißt du was? Die sind so seit dem Mittelalter, weißt du, es ist so beschämend und so, da wird man immer darauf reduziert. Seit dem Mittelalter denken diese Päpste, die leben in Saus und Braus und nicht nach der Bibel. Und dann bestimmen sie noch, was Christen zu glauben haben. Kennst du die Geschichte mit dem Ablasshandel? Ja. Das ist doch der letzte Scheiß einfach. Man kann sich doch nicht nicht freikaufen von der Hölle. Das ist doch Blödsinn. Ja, also wenn zum Beispiel Leute der katholischen Kirche irgendwie ihr Vermögen dafür gegeben haben, um einen Platz im Himmel zu reservieren. Das ist völliger Betrug, ne? Ja, ist es auch. Das ist doch nicht christlich. Das gleiche hat Mohammed getan. Und siehst du, Mohammed und die katholische Lehre oder was die Präpse da gemacht haben, ein und dasselbe. Ja, weißt du was? Ich muss auch sagen, jetzt kommt's. Also ich muss nochmal gucken, wie der heißt. Es gab einen Papst, der hatte sogar uneheliche Kinder und hat denen wirklich hohe kirchliche Ämter gegeben, ganz viel Geld gegeben, während die Leute in der damaligen Zeit, im Mittelalter, in völliger Armut gelebt haben. Weißt du, das ist auch unchristlich. Ich meine, es geht doch darum, als Christ sollte man wirklich, man teilt sein Brot mit den Armen. Und ich muss sagen, wirklich, die katholische Kirche war damals, ich muss sagen, damals, wirklich im Mittelalter, wirklich einfach das Letzte. Ich meine, da gab es diese Riegelikien-Fälschung. Da wurden zum Beispiel Knochen von Jesus irgendwo in Kirchen ausgestellt. Die Leute haben viel Geld bezahlt, weil sie dachten, das gibt Heilung und sowas. Ich meine, aber völliger Schwachsinn, oder? Ja, sag ich's doch. Wenn Leute abseits der Lehre des Herrn Jesus handeln und Dinge sagen, die überhaupt nichts mit dem Herrn zu tun haben, dann muss man sich fragen, sind diese Leute überhaupt vom Herrn? Oder nennen sie sich einfach nur Christen? Sie kommen also in Tafskleidern zu uns, aber inwendig sind sie reißende Wölfe. Merkst du das jetzt? Der Jesus hat uns ja gewarnt vor solchen Menschen. Genau wie er gewarnt hat vor Mohammed, an seinen falschen Propheten. Viele Leute kommen, die sagen, sie sind von mir, aber sie sind nicht von mir. Sehr gut, siehst du? Da kommen wir jetzt der Sache näher. Sehr gut. Aber ich muss auch sagen, wie gesagt, das ist wirklich, und bis heute, bis heute sind sie nicht. Ich meine, der aktuelle Papst, okay, der liegt ein bisschen bescheidener, aber die vorigen, die haben wirklich in Prachtbauten gewohnt, die haben Luxus gewohnt. Ganz ehrlich, die müssen bescheiden leben. Weil ich finde, Jesus hat ja auch nicht in einem Palast gewohnt. Der hat ja, der war Zimmermann, der war bescheidener. Ja, der Herr Jesus Christus kann dich ja auch mit Reichtum segnen, aber wie du mit deinem Reichtum da umgehst, das ist eine andere Frage. Es ist überhaupt nicht, wenn ein Bruder oder eine Schwester wohlhabend ist, aber was stellt sie dann mit dem Geld an? Hilft sie damit oder hilft er damit oder unterstützt er, dass das Wort Gottes weiterkommt? Aufklärung, was weiß ich, irgendwas macht. Es ist ja überhaupt nichts Verwerfliches, wenn zum Beispiel der Herr jemanden segnet mit Geld. Das ist normal. Der Herr hat ja bei Hiob gezeigt, was er ihm alles gibt. Ja, aber ich muss sagen, damals, so während des Mittelalters, war Sodom und Gomorra damals bei den Päpsten gewesen. Und das ist irgendwie das Fatale. Da redet keiner drüber. Wirklich, es wird immer alles gut gesagt. Aber ich meine ja, du kennst doch die Geschichte mit Sodom und Gomorra, wo Abraham sagte, er versucht, 50 gute Menschen zu finden dort. Deswegen. Und ich meine, das ist ja auch so, man hat gefälligst, wenn man nicht verheiratet ist, es zu lassen, sich da Sodom und Gomorra zu spielen. Und ich meine, die Päpste hatten oft Frauengeliebtete gehabt und haben dann wirklich in Saus und Braus gelebt. Und haben gesagt, sie sind der Stellvertretender Gottes. Was ist das für ein Blödsinn? Die sind nicht von Gott erwählt. Wir brauchen so etwas nicht. Ist der Ton jetzt weg? Ja, da hast du recht. Ja, also wir brauchen nur den Herrn Jesus Christus als unsere höchste Instanz, als unser moralisches Vorbild, Beispiel und Nachfolge. Wem wir alles nachfolgen. Wem wir unsere Seele anvertrauen. Doch nicht Menschen, sondern Gott alleine, der in Jesus Christus sich offenbart hat. Amen. Findest du, aber ich meine, es ist schon krass, also ich finde die Geschichte, das habe ich mir noch mal dazu verinnern, ich mit Sodom und Gomorra ist schon krass in der Bibel, oder? Ja, wenn der Herr Jesus Christus sein Urteil spricht über gewisse Völker, dann müssen wir das auch so akzeptieren, weil du musst auch betrachten, was diese Völker alles getan haben. Letztes Beispiel ist ja der Baalskult, als die Leute da anfingen, ihre Kinder da zu opfern für Baal. Weißt du ja, ne? Ja. So, und da hat der Herr dann eingegriffen und dann das Ganze, den ganzen Wann vollstrecken lassen. Und der Herr ist sehr hart in Strafen. Die denken, der Gott der Bibel ist so ein Kuschelgott. Nein. Die denken, der Herr Jesus Christus ist ein Kuschelgott. Nein. Der Herr Jesus Christus ist sowohl purer Zorn als auch pure Liebe. Und in beidem hat er das bewiesen. Hier schreibt jemand, ich soll rausgehen. Warum das denn? Meine Liebe, hast du noch eine Frage, dann hole ich die nächsten rein. Die anderen möchten auch noch rein. Ach so, ja. Ich wollte auch sagen, zum Beispiel auch das goldene Kalb und so. Da habe ich doch gesagt, Götzendienst wird vom Herrn ganz hart verurteilt. Und als Israel in Götzendienst verfallen ist, hat er auch umliegende Völker genutzt, um sein Volk zu strafen. Ja. Also war es ja auch. Ich meine, aber eigentlich muss ich noch was sagen. Ich meine, werden jetzt, ich frage mich nur, die aus dem Krieg jetzt gerade in der Ukraine, werden die nicht auch dafür bestraft? Wer wird bestraft? Die Ukraine? Ja. Wofür sollte die Ukraine jetzt bestraft werden? Was meinst du, was der Grund wird? Die meisten Völker werden bestraft. Ich meine, ich hoffe, dass der Krieg bald vorbei ist. Ja, du, im Russland-Ukraine-Konflikt geht es um ganz andere Dinge, als was wir jetzt so kennen. Verstehst du, geopolitische Strategien, ohne hast du nicht gesehen. Aber natürlich ist es auch Gottes, sag mal schnell, ich weiß jetzt nicht, wie man das ausdrückt, Gottes, wie sagt man das am besten? Ich will nichts Falsches sagen. Nicht Gottes Wille, sondern das, was geschieht, ist ja quasi auch so in der Bibel vorausgesagt, dass sich ein Volk nach dem anderen gegeneinander, also die stehen gegeneinander auf und werden sich bekriegen. Das sind so die Vorwehen, verstehst du, für die Rückkehr des Herzens. Genau. Ein Volk wird gegen das andere aufstehen und ihr werdet von Kriegsgerüchten und Kriegen hier und da, verstehst du? Das sind ja sozusagen die Wehen, die der Herr Jesus Christus uns ja prophezeit in der Bibel. Und das sehen wir, das bestaunen wir mit unseren Augen, was hier zurzeit abgeht. Ja, das ist schon krass, da hast du recht. Das ist schon krass. Ich meine, ich hoffe nur, dass der Putin auch zu Jesus findet wie du. Nein, diese Leute, sie haben einen ganz, ganz anderen Geist. Aber ich hoffe es trotzdem, weil dann ist der Krieg endlich anders. Diese Leute gehören einer Elite an. Wenn du wüsstest, was die im Geheimen machen, dann würdest du von morgens bis abends nur kotzen. Elite? Wieso? Aber lass uns das Ganze jetzt nicht so vertiefen. Ich hole jetzt mal den Nächsten rein. Ähm, ja gut, aber du hast mich immer noch eine Frage hinterlassen, mein Lieber. Aber okay. Du kannst ja später irgendwann mal wieder reinkommen. Mir schreibt einer Freimaurer. Genau, das sind Freimaurer, Satanisten, Illuminaten und so. Das war ein bisschen. Das ist wirklich? Ich dachte, das ist nur ein Märchen. Nein, nein, wenn Olaf Scholz mitten in einer Rede über Freimaurer und alles redet und stolz darauf ist, ein Freimaurer zu sein. Dann können wir doch nicht sagen, dass das alles Verschwörungstheorie ist. Wann hat er das gesagt? Du kannst ja eingeben im Internet, Olaf Scholz, Rede, Freimaurerei. Okay, dann wirst du drauf kommen. Dann wirst du sehen. Ja, sei gesegnet, Simiab. Dankeschön, das ist nett. Gottes Segen. Die Leute im Chat. Ja, das ist schon komisch mit den Freimaurern. Das muss ich dir schon gestehen dann. Ja, okay. Alles klar. Danke dir. Ciao. Gott segne dich. Ja, du auch. Ciao. Ja, hat sie fast schon nicht mehr locker gelassen, ne? Ja, ich hab auch manchmal, ne? Die sind auf einmal, macht das einen so ein bisschen kirre. Er ist auf Toilette. Ich kann wohl nicht. Oh, Jesus Christus, mein Herr, mein Gott. Das ist so Wahnsinn, ey. Boah, mein... Das ist unglaublich, ey. Boah, heute wieder zu lange live gewesen. Abushek, Familie. Ja. Was geht ab? Grüezi. Gott segne es dir und ihre Familie. Wie geht's, mein Bruder? Ja, ganz gut. Gott segne dich und deine Familie. Wie geht's dir? Ich auch. Ja, gut. Und selbst? Ja, auch. Danke. Amt uli Jesus. Hör mal, du meintest gerade Dinge wegen Putin und so. Ich hab immer gedacht, Putin wäre einer der Guten. Ja, es scheint so von außen, dass sie zu den Guten gehören. Aber sie gehören alle einer Elite an, die sich miteinander trifft und die ganzen Geschehnisse dann, ja, vor unseren Augen dann sozusagen vollstreckend. Du weißt ja, dass der Putin auch zu Klaus Schwab's Team und alles gehört. Die sind alle unter einer Decke. Du kannst da keinen Vertrauen. Deswegen sagt er, ihr sollt euch nicht auf Menschen verlassen. Ihr sollt euch auf Gott verlassen. Lört, jetzt ist er raus. Ja genau, World Economic Forum. Sie alle sind durch diese Schule gegangen. Und der Putin, der kennt ja auch diese ganzen Leute und ist sehr dicke mit ihnen. Auch er versucht, die neue Weltordnung durchzusetzen. Er versucht auch einen digitalen Rubel jetzt zu erstellen und alles mögliche. Die sind alle mit in dem Boot. Die Bibel wird sich erfüllen, Leute. Ihr könnt doch nicht euer Vertrauen auf irgendwelche Präsidenten setzen. Ist doch Quatsch. Wir müssen euer Vertrauen auf den lebendigen Gott, Jesus Christus setzen. Wie geht's dir, Armin, Bruder? Alles klar? Ja, alles super. Wie geht's dir? Gott sei Dank. Ich bin deiner Familie. Alles bestens. Ich wollte kurz was sagen. Und zwar, weil ihr ja gerade alle über Präsidenten reden. Ich wollte mal was über den türkischen Präsidenten sagen. Und zwar geht's darum, wenn die zum Beispiel nicht die Scharia als Grundgesetz bei ihnen anordnen, so sind die keine Moslem, sondern Kuffar. Und in der Scharia sind menschenwürdige, also das sind keine normalen Sachen, die da drinstehen. Wie du sollst Leute die Hand abhacken und so weiter und so fort. Also du weißt selber, was für eine Form das ist. Ja, so 5 Vers 38 schneidet den Dieb und der Dieb in die Hand ab. Genau. Ja, also das wollte ich noch kurz sagen. Und auch außerdem, da vorhin noch diese eine Frau da, wo sie meinte, ja meine Arbeitskollegin ist Muslima und so fort. Ja, man müsste eigentlich die gesamten Muslime auf die Gefahren des Islams hinweisen und zu verstehen, warum es den islamischen Staat gibt, warum es Al-Qaida, Shabab-Milids und wie heißt, wie die ganzen Organisationen heißen, warum es die gibt, verstehst du? Ja, völlig. Mohammed hat selber gesagt, er ist durch Terror erfolgreich geworden. Sehr gut, siehst du. Warum kennen sich meine Leute so gut aus und die anderen sind einfach nur so ignorant am Leben und wollen das nicht wahrhaben oder was ist da los? Ja, das ist das Ding, wenn man nicht offen ist, wie du gesagt hast, hier rein, da raus. Man kann es niemandem recht machen, wenn die nicht hören wollen und nichts lernen wollen und geschlossen sind. Ja. Das erinnert mich direkt an Matthäus 13, 13. Sie haben Ohren, aber hören nicht. Ja. Sie haben Augen, aber sehen nicht. Ja. Oder ich kann jedem Muslim hier drin, kann ich nur raten, schaut euch bald das 40-Minuten-Video an von Amir und Abonagi und seid offen zu euch selbst und die sollen einfach mal nachrecherchieren, das, was du da alles erwähnt hast. Amir, solltest du noch was sagen, mein Lieber? Nee, das war nur das, ich wollte einfach nur kurz ein bisschen auf was aufmerksam machen und die Leute sollen einfach nicht so verschlossen sein. Okay, alles klar. Danke dir vielmals für deine Worte. Alles klar, tschüss. Okay, bis später, tschau. So, was haben wir hier? Danke dir. Niemand. Kanada. Wen haben wir da? Da, da kommt jemand. Hallo, du bist live on air. Du bist mit Dr. Shen, aber ich bin hier. Hallo. Hallo. Leute, ich gehe nicht, mein Kopf ist voll am Rauchen. Ich kann echt nicht mehr, ich brauche ein bisschen Abstand für heute. Ich muss was essen gehen. Und ja, ich denke, dass wir uns dann morgen wiedersehen, so Gott will, in alter Früche. Und wir dann Hetzologie wieder betreiben. Ex-Muslims Name ist schon wieder Hetzerei. Das werde ich nicht vergessen von Oh mein Gott. Ging um. Ja, diese ganzen Gespräche nehmen auch ein Übels mit. Man muss sich da wirklich das Ganze mal so Revue passieren lassen, was die Leute da alles so sagen. Ihr seht das mit euren eigenen Augen und hört das auch noch. Also, beziehungsweise hört das Ganze. Ihr Lieben, ich liebe euch von ganzem Herzen. Möge der Jesus Christus euch segnen, behüten und beschützen. Sein Angesicht über euch leuchten lassen. Bleibt in der Liebe. Bleibt im Herrn Jesus Christus. Und ihr seid auf dem Weg zum ewigen Leben. Nehmt euer Kreuz auf euch täglich und folgt dem Herrn Jesus Christus, dem lebendigen Gott, nach, der sein Leben für euch gegeben hat. Amen. Gott segne euch, ihr Lieben. Macht's gut. Euer Dr. Schäger von mir. Bis morgen, so Gott will. Amen. Amen.